Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dies ist die längste Folge, die längste Folge, die es in diesem Podcast je gegeben hat. Wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es, nee, weiß ich nicht, es gab auch, also, was soll ich sagen? Es gab diese Idee vor zwei Jahren, als ich bei meinem heutigen Gast im Podcast war und wir uns drei Stunden extrem gut unterhalten haben, fand ich, und dann dachte ich hinterher so, boah, das waren drei Stunden, es fühlte sich an wie eine halbe Stunde und dann war die Idee, wollen wir uns nicht mal treffen zu einem längeren Podcast und das ist dieser Podcast heute. Wir wollen also zusammensitzen, es ist jetzt ungefähr 14 Uhr und gegen 22 Uhr endete die Raummiete, da müssen wir diesen Raum verlassen. Und ehrlich gesagt, ich sage es und es soll nicht schleimig sein, es gibt keinen anderen Menschen, mit dem ich mir vorstellen könnte, acht Stunden am Stück zu reden, ohne am Ende zu sagen, boah, das war jetzt wirklich auch langatmig und es gibt nur einen einzigen Menschen. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich schon ganze Sonntage mit ihm drei Stunden oder länger gefühlt verbracht habe und dann nach diesen drei Stunden dachte, oh schade, dass es vorbei ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier sitze mit Tim Melzer, lieber Tim. Ja, vielen Dank. Ich sage einfach lieber Tim, aber ich weiß, du hast, du hast, naja, du hast aber Schwierigkeiten ja eigentlich, haben dich damals gehört, als wir uns das erste Mal sahen, hast du gesagt, ich kann mich mit dem Chefprodukteur des Hamburger Abendplatz nicht mal eben so duzen. Das liegt aber an meiner Attitüde. Das ist, weil ich ernsthaft, ich gehöre zu den Leuten, ich bin ja eigentlich ein Pinneberger Jungspund und das Hamburger Abendblatt war die große Zeitung im Verhältnis zum Pinneberger Tageblatt. Also Pinneberger Tageblatt hat auch mir was gezeigt über zwölf Kilokaninchen, die irgendwo gezüchtet worden sind, Feuerwehrball oder die Baumschulkönigin. Aber wenn ich die große, weite Welt entdecken durfte, waren das zwei Magazine damals, das war die Hör zu und das war das Hamburger Abendblatt. Und das ist natürlich Chefredakteur. Das klingt so, boah, das ist, für mich ist das was ganz Besonderes. Also ich war auch ein bisschen ehrfürchtig, als wir das erste Mal aufeinander gestoßen sind und ich dachte, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt hat sich ein Sie verdient. Das ist so, da bin ich, ich sitze Menschen, die teilweise eine empfundene Autorität haben, sieht sich wahnsinnig gerne. Also ich sitze gerne die Eltern von Freunden. Ich tue mich da immer schwer. Ich mochte auch das Dutzen der Lehrer nicht, weil auch das waren für mich, auch wenn ich die Autorität ignoriert habe. Also ich war ein Querdenker, also im positiven Sinne ein Querdenker, vorsichtig. Früher. Früher, also ich bin mal andere Wege gegangen und habe dann versucht, auch so, ich sage mal, Schulzeiten anders zu interpretieren und die etwas flexibler zu gestalten. Also ein Arbeitszeitenmodell, was ja heutzutage sehr modern ist. Das habe ich sozusagen ja schon in den 80ern entwickelt, weil ich gedacht habe, so zwischen 8 und 11 Gleitzeit und den Rest hole ich dann irgendwann anders nach. Homeoffice hatte ich schon sehr früh für mich entdeckt. Wenig Office, viel Home. Und deshalb tat ich mich am Anfang mit dem Sie sehr schwer. Ja, also es liegt bei dir, wie du gesieds werden willst. Wir bleiben beim, ich habe ja gedacht, ich hätte dir ja vom Alter her, das glaubt man ja nicht, wäre ich ja derjenige, der das du anbieten würde. Du bist der Ältere, du darfst das. Ich bin der Ältere, ich darf, ich dürfte es. Du dürfst. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin im Jahrgang 69. Das sieht man dir nicht an, das ist gut. Das ist gut, ne? Ja. Du bist 50 geworden in diesem Jahr. Ja, ich habe davon gehört. Und ich war so ein bisschen, ich dachte so, ich war so ein bisschen, was heißt neidisch, dir hat der Kanzler, also der beinahe Kanzler hat dir gratuliert mit einer Videobotschaft. Da habe ich mich auch ein bisschen eingenässt vor Freude. Das war, naja, das ist so. Also er wusste noch nicht, dass er Kanzler ist und du wusstest es auch nicht. Aber im Nachhinein kannst du deinen Kindern erzählen und allen Enkelkindern, in dem Jahr, an dem ich 50 wurde, hat mir der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gratuliert. Ja, und der Bürgermeister von Hamburg. Und der, stimmt, hat der auch noch. Also ich musste keine 100 werden. Dazu muss man sagen, dass ich ein tolles Umfeld habe, die das, glaube ich, sehr penetrant eingefordert haben. Das Ganze ist mit sehr viel Humor zu betrachten. Also er hat mir nicht ob meiner staatsbürgerlichen Verdienste gratuliert, sondern weil ich finde manchmal eine positive Unverschämtheit macht die Welt oft sehr viel schöner. Und ich hatte damals schon als Achtjähriger mal die Idee gehabt, Kiss zu meinem Geburtstag reinzuladen. Kiss? Also die Band, die Hardrock-Band Kiss, weltweit bekannt, größer, damals lautes und härtes Heavy-Metal-Band. Und da dachte ich so, die können doch mal vorbeikommen bei mir, so zu Nudelsalat und Wackelpeter. Und das war so, und ich denke immer, es gibt ein sehr schönes Zitat, das habe ich von, von wem habe ich das denn, auf jeden Fall geklaut. Und der sagte, naja, die Frage per se birgt ja schon 50 Prozent aller Antworten. Das ist das Nein. Und damit ist ja die Wahrscheinlichkeit auf ein Ja schon sehr klar dezidiert. Also frage ich doch lieber, weil die Hälfte der Antwort habe ich sicher. Und das kleine Risiko einzugehen, zu fragen, das sollte man häufiger mal geben. Was hat Olaf Scholz gesagt? Weißt du das noch? Ja, im Groben, dass ich, also er hat es, wie halt Olaf Scholz so ist, er hat es klausalisiert zum Besten gegeben, dass ich ja auch irgendwie eine Rolle in der Gastronomie spiele in Deutschland und mich zur Präsenz gemacht habe. Ich glaube, er musste die Nichtigkeit meines Daseins etwas schwirrlich aufpushen. Er hat gesagt, du spielst irgendwie eine Rolle in der Gastronomie. Ja, so habe ich es interpretiert. Mir war es egal, mir hat der Ex-Bürgermeister, vielleicht zukünftiger Bundeskanzler zum Geburtstag gratuliert und das fand ich schon echt rollig. Vielleicht zukünftiger? Zweifelst du noch, dass er Bundeskanzler wird? Naja, aber ist ja noch nicht Tatsache. Noch ist noch nicht Tatsache. Das hat ja immer alles passiert. Und eindrucksvoll, du hast ihn dann tatsächlich im März diesen Jahres besucht im Bundesfinanzministerium. Ja, ich habe einen Podcast, der nennt sich Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast. Das liegt daran, dass ich irgendwie auch, das ist auf der einen Seite meine große Stärke und auf der anderen Seite meine große Schwäche, ich bin sehr viel Kindskopf noch und ich bin ein sehr neugieriger Mensch, wenn ich mit Menschen und ich in der Kommunikation unmittelbar und ein sehr träger Wissensbeschaffer soll heißen, also selbstständig mich zu Hause hinzusetzen, um Dinge zu googeln und nachzulesen. Da bin ich nicht so der Typ. Ich lerne gerne von Menschen. Und dafür ist dieser Podcast da, das sind teilweise eben kulinarische Menschen, die da sind. Du, sie, was haben wir denn jetzt gesagt? Bitte du. Du warst ja auch schon zu Gast und unser Bürgermeister war auch schon zu Gast, aber es sind auch Sex-Podcaster schon da gewesen, andere Köche, Menschen, die überhaupt nichts mit Kochen zu tun haben, einfach ganz tolle Persönlichkeiten aus der Stadt, die gar keiner kennt, einfach so die mir und wir Redenden. Und dann hatten wir meinen ersten Podcast-Gast, den ich angefragt habe, war Angela Merkel. Das ist dieses KISS-Prinzip, ne? Genau. Ich habe gesagt, wir gucken mal, was so möglich ist erstmal, weil das Nein ist ja sicher. Und das heißt, ich habe dann ja auch keine Angst davor, zurückgewiesen zu werden, weil das Nein ist da. Und dann habe ich mich wirklich da durchstellen lassen über drei Tage, hat das gedauert. Und dann war ich mit der Referentin und die sagte dann, ja, das können wir, und deshalb den Satz habe ich mir gemerkt, solange sie noch aktiv ist, redet sie nicht über Privates. Solange sie noch aktiv ist, redet sie nicht über Privates. Und dann habe ich, das war ganz nett abgesagt, das war aber, wir haben das, das war nicht irgendwie nur so, nee, kein Interesse, sondern wirklich liebevoll und auch lustigerweise persönlich, was ich schon drollig fand. Und deshalb ist sie noch auf meiner Liste, allerdings muss ich mich in Geduld üben, bis sie dann privat sein kann. Und ich glaube auch dann brauchen wir noch ein, zwei Jahre, bis sie wieder bereit ist, sich sozusagen auch zu öffnen. Hast du sie schon mal getroffen? Jetzt muss ich echt überlegen, ich bin so ignorant. Na gut, die Kanzlerin, da würde man sich vielleicht erinnern. Nee, ich nicht. Nee, nee, oh, da kann man sehen, welche Arroganz ich manchmal an den Tag lege. Also wie voll von mir selbst ich bin und wie bescheiden ich auf der anderen Seite auch bin. Ich war mal eingeladen zu einem Dinner mit der Kanzlerin und dann habe ich gefragt, wie viele Leute werden da sein und es waren 120 Leute und dann habe ich gesagt, dann gehe ich da nicht hin. Weil wie viel Zeit wird die Kanzlerin wirklich mit mir verbringen, wenn 120 Leute auf dem Zeitfenster von zwei Stunden gemeinsames Essen? Was bringt mir das? Bringt mir ein schönes Foto? Brauche ich nicht, weil das ist so, hier sind meine Fotos im Kopf. Wird die wirklich mit mir reden können? Nein, wird sie nicht. Wird sie wirklich ein Interesse an mir haben? Glaube ich auch nicht. Ich dachte, das war so eine zusammengestellte Gästeliste. Es war sehr smart von mir, aber schlussendlich waren es 400 Gäste, die da waren. Also die Zeit wäre noch weniger gewesen. Und ich glaube auch, wenn man so die Gästeliste da gelesen hat, da war ich ein ganz kleines Licht. Und dann brauche ich das nicht nur dabei zu sein. Bei Olaf Scholz war es anders. Ihr habt sich richtig viel Zeit. Ihr wart fast anderthalb Stunden, zwei Stunden bei ihm im Finanzministerium. Olaf Scholz, muss ich sagen, habe ich auch in eine sehr amüsante Art und Weise kennengelernt. Er war noch Bürgermeister auf der Herrentoilette im Volksparkstadion. Wie und dann steht... Halbzeitpause. Aber normalerweise, ich habe das mal gehabt, Olaf Scholz stand mal hinter mir am Geldautomaten. Und ich war am Geldautomaten und da kriegte es so ein bisschen mit der Angst zu tun, weil ich merkte, links und rechts von mir standen so Typen, so breitschulterige Typen. Und ich hatte auch das Gefühl, die könnten bewaffnet sein. Das war auch so, weil hinter mir stand Scholz, grinste und sagte, machen Sie mal hin, ich muss auch noch Geld abholen. Aber das ist natürlich... Du standst neben ihm, also links und rechts von ihm dann auch irgendwelche... Nee, die standen draußen davor. Okay. Und wie kommt man dann ins Gespräch? Löppt. Wer hat der gesagt, na Herr Melzer? Ja. Hat der gesagt. Ja, also das war sogar so, also wenn man... Also normalerweise gehört, ist sich nicht in einem öffentlichen Raum mit den blößen Geschlechtsteilen, ich sag mal, Smalltalk anzufangen. Da hat man ein gewisses Fingerspitzengefühl und wartet zumindest, bis man sich die Hände wäscht. Aber der Moment war halt... Schon Fingerspitzengefühl ist in dem Moment ein schwieriges Wort. Es ist halt das Fußballstadion. Wer da, ich sag mal, gesellschaftliche Rituale über dem Momentum des Fußballguckens setzt, der hat generell ein Problem. Wir waren im Stadion, wir haben Fußball geguckt, wir haben erwachsenen Männern dabei zugeguckt, wie sie in kurzen Hosen gegen Lederball treten. Also damit kann man ja auch sagen, welch geistiges Kind man da in dem Moment ja ist. Man ist emotional. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber jeder hat ja sozusagen eine unterschiedliche Technik, wie er im... Wie er Fußball spielt. Nee, wie er die Halbzeitpause nutzt, vor allen Dingen in diesen Räumlichkeiten. Es gibt, da könnte man auch mal eine Studie drüber machen, es gibt ja denjenigen, der wirklich anständig rangeht und wartet, bis er davor steht, um dann die Hose zu öffnen. Dann gibt es die Leute, die schon mit halb geöffneter Hose irgendwie die Tür aufmachen. Dann gibt es die Leute, die greifen schon rein, machen das. Dann gibt es die Leute, die lassen die Hose. Also das ist übrigens der schlimmste Anblick auf eine öffentliche Toilette. Männer, die im Stehen pinkeln, aber die Hose in den Kniekeln tragen. Ja, das ist so, die so Angst haben vor dem Pipi-Flex. Was hat das jetzt mit Olaf Scholz? Das wollte ich gerade sagen, aber deshalb füllen wir, wir können acht Stunden locker füllen. Wir waren gerade noch bei Olaf Scholz. Auf jeden Fall, wir haben kurz geschnackt irgendwie so und das ist das Feine und ich finde auch das ist, gerade auch das Traurige, wenn ein Mann unter Schutz einkaufen, die Banalitäten des Alltages erledigen muss. Da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken, was tut man diesen Menschen eigentlich in bestimmten Situationen wirklich an. Weil sie üben einen Beruf aus und ein Beruf muss nicht 24 Stunden sein. Sie haben das Recht auf Privatsphäre, sie haben das Recht auf normale Menschen zu sein. Das beanspruche ich auch für mich, das beanspruchte jeder für sich. Und er war ein ganz normaler Mensch in dem Moment, der einem ganz normalen Bedürfnis nachgegangen ist und hinten raus war er dann der Bürgermeister. Genau. Habt ihr euch aber dann tatsächlich zum ersten Mal gesehen und dann hättet ihr ja noch kurz unterhalten. Wir haben uns unterhalten, wir haben noch einen kleinen Klönschnack gehalten und ich sage mal so, dadurch, dass ich auch so eine etwas manchmal übergriffige Art habe, ich habe ja eine Art und Weise, meinen Respekt zu zeigen, in dem ich respektlos bin. Also was ich mache, ich sage das immer wieder in meiner Kochsendung, ich trete wahnsinnig gerne nach oben, nur nicht nach unten. Also ich weiß, wo ich bin und ich weiß, versuche das immer sehr auszutarieren, wie unverschämt darf man eigentlich sein. Also wie, erstmal um zu gucken, dass derjenige sich auch selber locker macht, dass er sich entspannt und ich habe eine gewisse Pöbelei dadurch manchmal und ich verwickele Menschen, auch den Bürgermeister, nicht in irgendein blödes, oberflächliches, politisches Gespräch, sondern ich ballere dann halt irgendwas raus, was vielleicht in dem Kontext sehr gut passt. Entweder mein Essen, was ich da serviere, oder das Fußballspiel, oder wie der Stürmer das Ding vergeigt hat, oder wie schön die Blutgrätsche angesetzt war. Also was gar nicht auf dem Niveau abläuft. Weil am Ende des Tages ist es halt auch einer, der Fußball guckt. Finde ich. Ja, das stimmt. Ich musste gerade nachdenken, mir ist es tatsächlich mal passiert, in einer ehren Situation, war ich auch in so einer Toilette, und neben mir steht ein Mann, der guckt mich die ganze Zeit an und sagt, dann ist aber auch Schluss mit den Geschichten aus diesem Bereich, und sagt, ich weiß, wer Sie sind. Das passiert mir anders als dir quasi nie. Und dann sagte ich, guckte ich weiter, und sagt, wir lesen das Abendblatt seit 30 Jahren, meine Frau und ich. Und in dem Moment reicht er mir die Hand rüber und sagt, Müller. Weißt du, das war, so, und jetzt ist aber auch Schluss. Die eine hätte ich noch, eine kleine Bitte, wenn ich dabei bin, und ich werde erkannt, mit dem Selfie warten, bis wir die Hände gewaschen haben. Das ist oft so, dieses, kann ich ein Zettel, und dann wirklich so das Ding, ne? Also nein, das, sondern so. Und dann wollen die wirklich, wenn ich so, Alter, geht's noch. Und da kann mir dann auch manchmal die Geduldschnur reichen. Ich stelle mir, das ist eine Sache, die ich mir, ich habe noch nicht eine einzige Frage gestellt von dem Zettel, aber egal, die ich mich sowieso immer stelle. Ich würde das, vielleicht kannst du es mir jetzt in der nächsten Stunde erklären. Wenn man, also ich stelle mir vor, ich wäre jetzt so, dass mich theoretisch jeder kennen könnte. Wie geht man dann durchs Leben? Hat man dann immer das Gefühl, ach, guck mal, der denkt jetzt, ist das nicht der Melzer, ist das. Ich bin dann einmal in meinem Leben, habe ich so eine Situation gehabt, in einem Bus, da waren zwei Mädchen, die sagten, das ist er doch, das ist er doch, das ist er doch. Und ich denke, oh, das muss er sein, das ist Bastian Pastewka. Und Bastian Pastewka war damals sehr, sehr dick. Aber wie, erklär mir, wie gehst du durchs Leben? Immer mit diesem Gefühl, die Leute wissen, die Leute gucken, die Leute... Also deshalb lebe ich so gerne in der Hansestadt Hamburg. Also den Hamburgern ist es egal. Das ist wirklich, muss man einfach sagen, ist eine sehr gute Stadt für uns Menschen, die in den Medien unterwegs sind. Es gibt Ecken, die muss ich meiden, wenn ich nicht drin baden möchte. Aber grundsätzlich... Welche Ecken sind das? Ja, es ist schon sowas wie, also die Innenstadt am Wochenende ist schwierig für mich. Wegen der Touristen dann aber, oder? Generell, weil das ein anderer Kontext ist. Also wenn ich in, was in Hamburg halt schön ist, ich habe eine Zeit lang in einem sehr lebendigen Viertel gelebt. Ich kann sagen, wo, das ist in der Nähe der Grindelhochhäuser gewesen. Und es findet was statt, was ganz, ganz faszinierend ist, es bildet sich ein kleines Dorf um einen drumherum. Das heißt, auch dort wird man beschützt. Auch dort wird man nicht beschützt, geschützt. Und wenn da Dinge passiert sind, ich sage mal, auch mal Fotografen oder Ähnliches gelungert haben, dann sind Leute dahin gegangen. Nachbarn dahin gegangen, Menschen dahin gegangen, die mit mir gar nichts zu tun hatten. Die haben gesagt, mach das nicht. Lasst es sein. Also Hamburg ist eine gute Stadt, was das angeht. Und weil, ich finde ja, Hamburg hat so eine schöne Attitüde. Und ich bin kein Mensch, der sagt, Hamburg ist geiler als. Sondern ich finde diese Stadt so toll, weil irgendwo dieses Hanseatische, dieses ein bisschen Reduzierte, ein bisschen Leisere, ein bisschen weniger das Tun des Anderen zu kommentieren, sondern eher das Akzeptieren, das Tolerieren in vielen Bereichen. Das finde ich in Hamburg nach wie vor spektakulär. Und Ähnliches ist da auch der Umgang mit uns. Generell ist es ein schwieriges Thema. Also ich verstehe Menschen nicht, die ihr Privatleben nach außen kehren. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich verstehe eine moderne Welt gerade, wo Pärchen ihr Liebesleben, ihre Kinder, ihren Urlaub, was sie sich neu gekauft haben. Also die Belanglosigkeiten des Alltages sozusagen posten, um eine Aufmerksamkeit zu generieren. Weil ich habe es neulich mal damit beschrieben, das ist doch, früher haben wir Tagebuch geschrieben und haben das abgeschlossen. Das war eine Erinnerung für uns, um uns daran nochmal zu erinnern. Heute schreiben wir das Tagebuch für andere Leute. Also lassen die in das Intimste reingucken, wozu wir eigentlich in der Lage sind. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Also man weiß über mein Privatleben relativ wenig, weil ich das auch streng trenne. Ich mache was in der Öffentlichkeit, das bietet mir ein sehr abwechslungsreiches und tolles Leben. Aber es gibt auch die Privatpersonen und von der weiß eigentlich kaum jemand was. Aber dieses, wenn du durch die Gegend gehst und dann kommen die Leute und sagen, Ich bin alleinerziehend groß geworden, meine Mutter hat uns großgezogen. Und ich hatte früher einen Brustbeutel mit drei Groschen, meinem Namen und meiner Adresse unterm T-Shirt, dass wenn ich verloren gehe. Ich sage mal so, meinen Namen werde ich nicht vergessen in der nächsten Zeit. Also das ist schon so. Und du spürst es automatisch. Und ich habe, glaube ich, mir eine Taktik angeeignet, dass ich es nicht mehr mitkriege. Nämlich? Ich kann es ein bisschen steuern. Ich habe es neulich gehabt, da meinte jemand, komisch, da erkennt dich gar keiner. Und ich sagte, doch, ich gucke niemanden an. Ich gucke zu Boden. Ich gucke niemanden in die Augen. Also Ihnen gucke ich jetzt in die Augen. Wenn ich auf der Straße bin, gucke ich keinen mehr in die Augen. Das ist eine der größten, das fehlt mir. Mir fehlt, Menschen anzugucken. Einfach nur zu lächeln oder mal zu gucken. Menschen wirklich ins Gesicht zu gucken, fehlt mir wahnsinnig in Deutschland. Deshalb genieße ich das im Urlaub sehr. Da bin ich wie so ein Gaffer. Also die banalsten, da starre ich Menschen an, die Dinge tun. Nur einfach tun. Weil ich einfach, ich genieße das, dass ich nicht sofort in der Reflexion bin. Außer, was bist du für ein Weirdo. Also dass ich seltsam bin, war ich die ganze Zeit so krass. Weil sobald ich Augenkontakt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reaktion erfolgt, doch recht groß. Und wie ist das so in so Situationen beim Zahnarzt, bei der Zahnarzt-Prophylaxe oder so? Ich stelle mir vor, in jeder Situation, wo man eigentlich auch Hautarzt oder so, wo man eigentlich nicht erkannt werden möchte, wo man einfach anonym bleiben möchte. Ich stelle mir vor, du stehst dann nackig beim Hautarzt, beim Check und dann, sagen Sie mal, sind Sie nicht Tim Melzer? Ja gut, ich bin jetzt hier 50 und ich habe auch alle Untersuchungen über mich ergehen lassen, die man in dem Wechsel macht. Und ich sage mal, ich bin ganz dankbar für Propofol gewesen. Propofol ist eine Art Betäubungsmittel, was man bekommt und dann ist einem auch egal, wer einem hinlässt. Aber die Leute kennen dich jedes Mal? Ja, also ich weiß, es gab mal so eine Umfrage, dass ich ungestützt bekannter bin als die Kanzlerin. Also das ist ein paar Jahre her, das war zu meinen wilden Zeiten, wo ich auch visuell noch auffälliger war. Also wo ich halt so die Bumsbirne hatte und Karl Rasier zum Beispiel, da war es ungestützt bedeutet nur das Bild. So, dass die Leute wussten, wer das ist. Da war ich bekannter als die Kanzlerin. Und es gibt auch manchmal echt rollige Situationen. Es geht das Gerücht um, dass ich an der Schlei gerade ein schönes Haus gekauft habe, neben Helene Fischer. Beides ist falsch, also Helene Fischer ist falsch, als auch ich bin falsch. Ich hatte da mal eine Ferienwohnung und bin an den Schlei, ganz normalen Kappeln am Hafen rumgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie die Fischbude hieß, wollte gebratene Scholle essen irgendwie und hatte eine Sonnenbrille auf eine Mütze, weil es war kalt und die Sonne schien. Und irgendwann überholte mich eine Dame und sagte, da brauche ich gar nicht so verkleiden, wir haben sie trotzdem erkannt an der Stimme. Aber so, wow, was ist hier denn los, bitte? Ich habe nichts getan. Aber das war schon krass. Also das weiß ich zum Beispiel nicht, ich kenne ja meine Stimme nicht. Ich habe früher gesagt, dass ich ein bisschen klinge wie Bumsviel in der Sesamstraße. Bumsviel, kennt ihn noch jemand? Bumsviel war so der Prototyp des Hans Guck in die Luft. Aber in Realverfilmung, anhand dessen man sozusagen Pädagogik versucht hat zu erklären und so ist ein bisschen meine Stimme, dass ich sehr oft höre, ah, habe ich sie doch erkannt. Nur an der Stimme. Also ich habe so alles ein bisschen. Gibt es auch Situationen, wo du dann denkst, mich entkennt keiner? Krass. Ich bin hier, mich erkennt. Ist das denn schön? Ja, also es gibt zwei Momente. Das ist so, ich versuche relativ, wie soll ich sagen, ich suche da natürlich auch das Rampenlicht. Weil das Einzige, was verhindert, dass ich nicht im Rampenlicht stehe, bin ja ich selber. Ich könnte ja auch sagen, ich mache es nicht mehr. Ich habe einen Job, ich habe einen Beruf, ich habe Freunde, ich habe ein Umfeld, ich kann das. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich wünsche mir manchmal einen Schalter für, okay, jetzt ist der Privatmodus an und dass dann automatisch ich irgendwie eine andere Wirkung habe. Jetzt ist ja mein Problem, dass ich auch in der Gastro tätig bin. Das heißt, egal wo ich essen gehe, irgendein Bezug, die meisten aus der Gastro wissen schon, wer ich bin. Nicht jeder mag mich, das muss man auch wissen. Aber was machst du in deiner Freizeit? Du gehst mal einen Kaffee trinken, du gehst mal irgendwo schön essen, du gehst einkaufen, du kochst irgendwas. Oder wenn ich jetzt nicht irgendwie wirklich in der kompletten Natur bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erkannt werde, doch relativ hoch. Warum erzähle ich das? Ich habe gerade ein Buch, ein Faden verloren. Wenn du nicht erkannt wirst. Ah ja, genau. Und dann gibt es die Momente, wenn sich Leute entschuldigen, und das mag ich überhaupt nicht, ich weiß nicht, wer sie sind. Wo ich sage, das ist total entspannt, das ist auch nicht interessant. Also dann wissen sie es halt nicht, aber ich sage ja auch nicht, ich weiß nicht, wie sie heißen. Weil das ist ja in dem Moment fast unhöflich, aber nicht unhöflich, weil ich bekannt bin, sondern unhöflich, dass es zum Thema wird. Ich sage, am liebsten werde ich ignoriert. Ich mag das. Aber Leute entschuldigen sich dann, weil sie dich nicht erkannt haben und weil sie mitgekriegt haben, andere erkennen dich. Richtig. Und das mag ich dann nicht, wenn Leute dann noch ein Foto wollen und sagen, ich weiß nicht, wer sie sind, aber kann ich ein Foto mit ihnen machen? Wo ich sage, ah, schwierig jetzt gerade. Das ist so, weil das ist auch, Fotos sind intim. Also auch Selfies. Das war früher ja viel besser. Früher hat es Autogramme gegeben. Autogramme wahrscheinlich keiner mehr. Die Leute wollen alle Selfies. Und den Beweis, ich habe ihn wirklich getroffen. Ich würde mal, also die Autogramme gibt es nach wie vor, aber die Selfies sind für mich im Wesentlichen Datenmüll. Also ich glaube, wie viele Fotos hat man wirklich auf dem Handy? Ich mache so gut wie gar keine, habe trotzdem bestimmt tausend Fotos drauf. Und wie viele, ich habe heute lustigerweise beim Friseur, ich war extra beim Friseur, so ein bisschen mal die alte Fotoliste durchgegangen und habe so gedacht, ach Mensch, komm mal, das habe ich alles erlebt. Wie schön eigentlich. Wie so ein Foto, aber eigentlich gucke ich mir die Dinger nicht mehr an. Und ich glaube, ich bin auch so eine Datenleiche ganz oft. Das ist für drei Tage spannend und dann passiert irgendwie das Nächste. Aber nochmal zum Thema Schlei zurückzukommen. Wie gesagt, es stimmt nicht, dass wir dort ein Haus gekauft haben und es stimmt meines Wissens nach auch nicht, dass auch Helene Fischer da nicht hat. Ich glaube, es entträgt der Immobilienbargler, um die Preise in die Höhe zu treiben. Oh, ich wohne in der Nachbarschaft von Helene Fischer. Wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, wer will in meiner Nachbarschaft wohnen? Obwohl ich bin in der Umfrage, bin ich relativ weit und das sind immer so drollige Sachen, weil ich es nicht richtig nachvollziehen kann. Und es bedeutet mir was und es bedeutet mir nichts. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Mit wem man gerne mal eine Tasse Kaffee trinken würde. Da bin ich ganz weit vorne. Also Günther Jauch ist immer bei allen Platz 1, bis auf bei Beischlaf. Da hängt er eher bei den unteren Regionen. Da gibt es wohl attraktivere Menschen. Aber immer wenn es so geht, wo Nachbarschaft, Kaffee trinken, wen hätte man gerne, wen würde man, ist Günther Jauch immer auf Platz 1. Und da kommst schon du? Auf jeden Fall immer unter den ersten 10. Das finde ich schon gut. Das Witzige ist, und da sieht man halt, dass es kein Problem ist, diese 8 Stunden zu füllen, weil über wen wollten wir eigentlich sprechen? Über Olaf Scholz. Stimmt. Aber das finde ich, so muss es ja laufen. So haben wir wieder, so eine halbe Stunde haben wir glaube ich schon rumgefühlt. Das ist irre. Ich könnte auch noch einen Bogen bauen und zwar zu dem Thema nicht erkannt werden. Das war nämlich die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Diese Öffentlichkeit, die ich genieße, die ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt sie mir sehr viel und ich kriege sehr viel Anerkennung, sehr viel Aufmerksamkeit. Sie sind auch hier. Das mag ich. Ich kann es nicht richtig einordnen, aber natürlich nehme ich auch diesen Applaus auf eine unterschwellige Art und Weise wahr. Auf der anderen Seite habe ich auch Angst davor, dass ich zu den Leuten mich degeneriere und das ist ein Prozess, den man glaube ich nicht selber mitbekommt, dass ich glaube, dass es richtig ist, dass sie hier sind. Noch habe ich den Punkt, dass ich es hinterfrage, warum sind die Menschen da? Und ich glaube, das ist eine ganz gesunde Einstellung, denn irgendwann zu sagen, warum ist dann keiner hier? Ich bin doch Tim Helzer, also Entschuldigung, ich bin doch wichtig, denn ich denke nicht, dass wir sonderlich wichtiger sind, sondern wir sind unterhaltsamer, nicht unterhaltsamer, aber wir kommen dem Thema Unterhaltung halt sehr nah. Und ich habe mich oft gefragt, wann höre ich auf? Wann werde ich aufhören? Es gab mal eine Phase, die ist noch gar nicht so lange her, da habe ich gesagt, ich werde aufhören jetzt. Das war der Beginn von Kitchen Impossible. Und dann da habe ich gemerkt, dass das Fernsehen, was ich mache, Fernsehen ist, das ich mache, weil ich es machen darf, aber nicht, weil ich es machen will. Das war vor Kitchen Impossible. Vor Kitchen Impossible. Und da hatte ich eigentlich die Entscheidung getroffen. Was war davor die wichtigste Sendung, die du hattest? Schmeckst nicht, gibst nicht, war schon weg. Ja, ich war ein bisschen bei der ARD noch mit den Dokus, aber es waren immer zähe Verhandlungen. Dann habe ich so ein paar Spin-Offs gemacht, also ein bisschen so The Taste oder auch mal so eine Sendung, die war eher, da ging es um Food Trucks. Und irgendwie habe ich gedacht, ich mache nur noch Fernsehen, weil ich eh die Angebote bekomme, aber so richtig ich bin es nicht mehr, sondern ich bin jetzt ein Promi. Welche Kategorie will ich nicht sagen, aber eigentlich habe ich den Leuten nichts mehr zu erzählen. Da habe ich mit meinem Management zusammengesessen und habe gesagt, komm, wir machen noch zwei Jahre, ein Jahr, weil ich hatte ja natürlich ein Konstrukt drumherum. Ich baue das langsam ab, um dann mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und wieder meinem eigentlichen Geschäft der Gastronomie nachzugehen, weil kochen kann ich, zumindest für das, was ich anbiete. Ich bin guter Gastronom, ich bin guter Wirt und ich mag das vor allem nicht. Also ich stehe ja nach wie vor in der Bollerei. Ich stehe nicht am Herd für den Service, aber ich stehe jeden Abend, wenn ich in Hamburg bin, bin ich in der Bollerei. Und das ist mein Beruf. Mein Beruf ist nicht Fernsehkoch, mein Beruf ist Gastronom, schräg, schräg Koch. Und da hatten wir eigentlich diese Entscheidung getroffen und dann kam das Angebot für Kitchen Impossible und das sollte eigentlich so, ich sage mal, mein Trauermarsch werden. Das war, das ist, verbessere mich, 2016, 2014, wann war das? Ich bin jetzt, ich weiß noch nicht, 15, 16 muss es geben. So in die Richtung, wir reden über eine lange Zeit. Und das sollte dann noch so ein Format sein, wo ich sage, okay, damit kann ich noch praktisch meinen Status, den ich habe, nicht nach außen, sondern im inneren Konstrukt auch finanzieren, weil es hängen ja auch manchmal Menschen an dem, was ich tue. Und dann habe ich das große Glück gehabt, ein Format für mich zu entdecken, was mein persönliches Wetten, das ist und so, dass ich gerade wahnsinnig gerne leidenschaftlich schönes Fernsehen mache. Also für mich schön. Ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Ich bin überzeugt davon, dass ich in dieser Welt, in dieser Nische auch was zu erzählen habe. Warum ich das gesagt habe, ich hoffe, dass ich nie in diesen Modus komme, zu sagen, dass ich nicht mehr selber merke, und da gibt es ja auch gerade ein, zwei aktive Beispiele, dass ich eigentlich aufhören sollte. Dass ich eigentlich nur noch an dieser Popularität festhalte. Und da ehrlich zu sich zu sein, ist brutal schwierig, weil ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich nicht erkannt worden bin, und das hat mich geärgert. Nämlich? Da konnte niemand was für. Ich bin von München aus, wollte ich nach Mallorca fliegen, und der Flieger hatte irgendwie Verspätung. Ich musste über Barcelona fliegen, um dann nach Mallorca zu kommen. Und das war der Spätflieger, der Abendflieger, und die Umsteigezeiten waren relativ knapp. Und ich fragte noch in München, ob ich auch wirklich den Anschlussflieger kriege. Und ja, klar, weil sonst wäre ich nach Hamburg geflogen und vielleicht ein, zwei Tage später nach Mallorca. So, wir steigen in den Flieger, fliegen nach Barcelona. Heißt noch, der Flieger ist da. Wir werden in eine Richtung geschickt und in so einen Fluggang, also da, wo die, in so einen Terminal sozusagen, kein Licht mehr an, alle Cafébars zu. Also das Ding war längst abgeschlossen. Und der Flieger war auch schon seit einer Dreiviertelstunde weg. Und jetzt war ich auf einmal in diesem Modus drin, ein ganzer Flieger, der spontan den Anschlussflieger nicht gekriegt hat. Das waren ungefähr 200 Leute, die A, ein neues Ticket brauchen für den nächsten Tag, also ihre Umflugsdinge, die irgendwo in der Nacht unterkommen sollten und die auch irgendwie versorgt werden. Und dann stand ich in diesem Pulk von Menschen und dachte so, oh, jetzt würde ich gerne erkannt werden. Jetzt würde ich ganz gerne besonders behandelt werden. Nicht, weil ich es mir verdient habe, sondern ein ganz normales menschliches Bedürfnis, wer hat denn freiwillig Bock, da zweieinhalb Stunden in so einer Masse zu stehen. Und damit meine ich nicht Menschen, sondern in diesem Pulk zu stehen. Also du hast gehofft, dass einer sagt, sagen Sie, sind Sie nicht Herr Melzer? Ja, Herr Melzer. Herr Melzer, komm, wir haben natürlich hier nebenan noch eine Privatmaschine, die bringt Sie dann gleich weiter. Und da musste ich ein bisschen über mich selber schmunzeln und sage, pass auf Junge, also bleib echt easy. Hast du schon mal gesagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein, noch nie. Noch nie. Noch nie, werde ich auch nicht. Glaube ich auch. Also definitiv nicht, weil wirklich, ich bin hyperarrogant und ich bin so selbstverliebt in ganz bestimmten Situationen, aber nicht für das, was ich in diesem Bereich tun darf oder leben darf oder machen darf. Vor allem nicht, wenn da einfach andere Menschen dabei sind, die ja im Zweifel nicht weniger wertvoll oder wertvoller oder was weiß ich was, als du bist. Ich bin stolz auf ein, zwei Dinge. Ich bin stolz auf meine erste Selbstständigkeit, das Weiße Haus damals unten am Hafen, weil da haben wir es gerocht. Da haben wir, ich bin stolz auf die Bollerei, weil auch das haben wir gerockt und präsentieren jeden Tag aufs Neuesten mit harter Arbeit, mit viel Gedanken, mit viel Vision, mit vielen tollen Mitarbeitern, aber auch mit einem tollen Chef, der auch da wirklich drin ist. Da bin ich richtig, richtig stolz drauf, weil das kann nicht jeder. Im Fernsehen kann jeder. Also bei allen, jeder. Da ist ein Lucky Punch, da hast du, ich meine, guck dir die Fressen an. Da sind schon einige Leute, wo du sagst, gut, dass die im Fernsehen sind, weil im freien Arbeitsmarkt werden die schwer vermittelt werden. Aber weißt du was, das stimmt und das stimmt auch wieder nicht, weil viele Fernsehköche, die ich erlebt habe, die gibt es schon gar nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ein Fernsehkoch, so wie du, du hast schon eine sehr lange Zeit als Fernsehkoch, weil die kommen so, wollen wir jetzt keine Namen nennen, aber uns würden ein paar einfallen. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm, also das ist ja... Nee, aber es zeigt doch, dass du offensichtlich für das Fernsehen schon eine besondere Begabung für das Fernsehen hast. Ja, oder besonders Aufmerksamkeitsgeil, kann auch sein, also dass ich mich immer in den Mittelpunkt dränge und schneller da bin als andere. Also ich finde, man kann das wirklich nicht eruieren, weil es gibt, ich kenne Menschen, die gesagt haben, das ist nichts für mich, ich fühle mich nicht wohl. Und es ist auch manchmal schwer auszuhalten, was man da macht und was man erleben muss. Und auch jetzt gerade mit den neuen Zeiten, also mit der anderen Öffentlichkeit, wie sie immer nennen, Social Media, das ist brutal, was da teilweise über einen reingeknüppelt wird. Das musst du aushalten, das musst du ausblenden können, weil wenn du den Hang dazu hast, jedem gefallen zu müssen, und natürlich wollen wir gefallen, sonst würden wir das Licht nicht suchen. Wir wollen euch gefallen. Und jeder, der sagt, nee, das stimmt nicht, mir ist das egal, der lügt, der macht das in deinem Garten, aber geh nicht auf die Bühne. Wir suchen das bühnenlich in irgendeiner Form. Und mit dem Überleben, ich selber hatte doch, guck mal, ich kenne so viele Ups und Downs. Ich habe das große Glück, glaube ich, noch ohne Social Media groß geworden zu sein, weil, da brauchen wir nicht drum herumreden, ich bin kein Kind von Traurigkeit gewesen. Als ich mit Schmeck nicht, Gibs nicht angefangen habe, war ich selbstständig in den ersten Existenzgründerjahren irgendwie. Ich habe auf einmal Medien für mich entdeckt. Finanziell war das nicht sehr einträglich, also auch da muss das Bild mal neu gedreht werden. Ich habe, glaube ich, am Anfang 250 Euro pro Sendung bekommen, musste aber die Rezepturen machen, das Ganze drum herum, keine Klamotten selber bezahlen, dann ist das mal auf 500 Euro hochgehoben worden und zum Schluss war ich bei 1.000 Euro. Also das ist natürlich viel, viel, viel Geld, aber wir reden immer vor. Wir reden so vor Anfang der 2000er ungefähr. 2004 bis 2007 habe ich, glaube ich, diese Sendung gemacht. Aber wenn man guckt, ich meine, fürs Tagesschau-Vorlesen kriegen, was hat Jan Hofer gesagt, 250, 280 Euro. Aber es ist nur Vorlesen, nur Vorlesen, eine Viertelstunde, mehr nicht. Das ist ja im Verhältnis, es ist echt wenig Geld. Nein, es ist nicht wenig Geld. Für die ganze Sendung, aber wie lange war die Sendung? Naja, 27 Minuten. Aber es war hart. Aber es ist nicht das, was man denkt, mein Gott, schnell für dieses Geld. Nicht, dass man sofort Porsche fährt und sonstiges, sondern die meisten sind Leasing. Also wenn Leute das fahren, die leasen sich das Ding auch. Wie kam ich darauf? Das habe ich auch vergessen. Nein. Du hast, wir haben ja gesagt, Gott, ich bin, weil ich so in Gedanken schon, ich bin schon bei 20 Uhr mit den Fragen. Wie wissen Sie es noch? Was habe ich noch gesagt? Ich habe so ein Schmecken, ich gebe Ihnen hier erzählt. Überleben als Koch. Achso, ja, danke schön. Sehr gut. Wow. Ja. Können wir mal über den Wechseln nachdenken. Dann habe ich ja mit Schmecken, ich gebe es nicht aufgehört, hatte diesen ARD-Wechsel, weil ich aus dieser Druckbetankung des Privatfernsehens raus wollte. Ich habe über 400 Sendungen gehabt, hatte einen Nervous Breakdown, also eine Art, was heißt eine Art, wie heißt das so neudeutsch so schön, Burnout. Ja. Bin wieder zurückgegangen. Wie hast du es gemerkt mit dem Burnout eigentlich? Das ist dann, weil heute ist keine Lust mehr. Relativ simpel, ich bin zusammengebrochen. Tatsächlich. Also es kam der Notarzt, ich bin zusammengebrochen, ich musste sozusagen wiederbelebt werden, also nicht wiederbelebt, bitte jetzt, man muss echt aufpassen, was man sagt. Ich bin sozusagen wieder in Laien gebracht worden mit hier, wie heißt das, Infusionen und so ein Kram irgendwie und dann habe ich halt gemerkt, dass es mir gar nicht gut geht, dass es mir wirklich nicht gut geht. Und habe Gott sei Dank einen sehr intelligenten Hausarzt gehabt und den habe ich besucht und der war natürlich auch informiert. Ich wollte am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, also wollte praktisch den abgesagten Dreh, den ich da erlitten habe, wollte ich nachholen, obwohl ich wusste, ich bin Limit, mehr als Limit. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall wird das stattfinden, auf gar keinen Fall. Und dann hat er mir einen Platz besorgt in einer Klinik in der Schweiz, damit ich auch in der Anonymität das genießen darf. Und dort habe ich dann eine Kur gemacht. Und da ist mir das sehr bewusst geworden, erst innerhalb dieser Kur, wie weit ich mein Limit schon überschritten hatte, durch viele Bereiche. Weil du beides gleichzeitig gemacht hast, einerseits Fernsehen, andererseits volle Selbstständigkeit. Fernsehen, volle Selbstständigkeit und volles Leben. Also das war so alles. Da können wir gleich nochmal separiert darauf eingehen, weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde. Dann bin ich zur ARD, habe meine Dokumentation gedreht. Dann habe ich meine wöchentliche Kochsendung gemacht, die es jetzt auch immer noch gibt. Also in der Wiederholung natürlich. Das war eine etwas ruhigere Zeit. Dann hatte ich wieder gemerkt, ich brauche mal wieder ein bisschen Grit. Und die ARD ist jetzt nicht unbedingt als Punk-Fernsehsender bekannt, sondern da läuft das alles schon in geordneten Bahnen. Ich war noch zu jung im Herzen. Ich will wieder ein bisschen was und habe dann eben halt meine Fühle ausgestreckt. Und das war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, oh ja klar, Tim Helzer, den nehmen wir unbedingt. Der kann sich wünschen, was er will. Das war Arbeit und dann hatte ich halt dieses wunderbare Glück und da bin ich wahnsinnig dankbar für, Kitchen Impossible für mich zu entdecken und habe so eine zweite Ebene, eine zweite Ebene des Erfolges. Ich habe eine Welle. Das ist ein bisschen wie, keine Ahnung, Elton John oder irgendjemand. Nein, aber die große Kunst ist es, Höhen auch zu ertragen, auch auszuhalten, durchs Tal mit geradem Rücken durchzugehen und dann trotzdem noch die Augen zu haben, auch das Gute zu sehen, also auch eine Möglichkeit wahrzunehmen und auch vielleicht mit einer Konsequenz, die ja so gar nicht gedacht war. Ich habe diesem Format nicht zugesagt, um fünf Jahre später noch am Leben zu sein, medial, sondern ich habe dem zugesagt, um die nächsten zwei Jahre zu übernehmen. Das Interessante ist ja, was viele nicht wissen werden, dass Kitchen Impossible, da denkt man, weil es wirkt so zugeschnitten auf dich, es war null deine Idee. Das ist nicht ganz richtig, das Konzept ist nicht meine Idee. Ich weiß nicht, ob jeder das Konzept kennt. Im Endeffekt geht es darum, dass zwei Köche mit unterschiedlichen kulinarischen Ansichtsweisen sich auf Reisen schicken und versuchen herauszufordern und eigentlich mit ihrer, den jeweils anderen, mit ihrer Philosophie zu konfrontieren, um am Ende des Tages Recht zu haben. Das ist natürlich Quatsch, weil richtig und falsch gibt es in meinen Augen in der Gastronomie nicht und dadurch haben wir es geschafft, alle Facetten der Kulinarik in einem liebevollen Wettbewerbscharakter mit manchmal etwas harscher Sprache einzupacken. Ein sehr lebendiges, ein sehr echtes Konzept und was im Wesentlichen, wo ich sage, doch, da habe ich das Konzept mitgestaltet, ist, dass wir real sind. Es gibt kein Skript, es gibt den ersten Tag, da drehen wir, geh mal da längst, geh mal da längst, stell dich mal auf die Brücke, schau mal verträumt in die Ferne. Das ist sozusagen ein bisschen die Soße, die wir drumherum machen, aber der Braten, der wird am nächsten Tag angerichtet. Das ist dann, wenn die Tiste sozusagen nachgekocht wird. Wir werden mit einem Gericht konfrontiert, was wir analysieren müssen. Wir wissen nicht die Zutaten, wir wissen nicht die Zubereitung, wir kennen den Originalkoch nicht und müssen so unsere eigenen Schlüsse ziehen, um es dann so originalgetreu wie möglich nachzukochen. Das ist ungefähr so, als wenn man eine Ikea-Küche ohne Bauanleitung zusammenzimmern will. Und wer das schafft, in vier Stunden, ohne auch sich verbal mal zu verrennen an der einen oder anderen Stelle, weil die Schraube gerade nicht ist, weil das Ding wieder wegkippt oder sonst was. Das gelingt dir, finde ich, ausgesprochen gut. Nicht so gut, ich habe mich mehr und mehr im Griff, aber... In welcher Folge war das, mit dem im Griff haben? Achso, die kommen noch. Andrea, hilf mir. Welche Folge war das? Welche war das? Es war eine. Die kommt noch. Die kommt auf jeden Fall. Aber das, wir sind schon mittendrin, das ist natürlich Kitchen Impossible, das wird wahrscheinlich hier drei Stunden an, weil ich ja auch ein fanatischer Fan bin, aber erklär mir mal. Du weißt also, du legst nicht fest, wo dein Gegner, nennen wir es mal, hingeht, sondern das legst du fest. Ja, das legen wir fest. Aber legst dein Gegner auch fest, wo du hin musst? Richtig. Okay, doch, okay. Deshalb ist ja der Hass auch so schön. Achso, ich dachte, das würde die Redaktion vorgeben und dann... Nein, also folgendermaßen, ich mache das jetzt sieben Jahre, wir machen acht Folgen pro Jahr mit Specials, kommen wir auf zehn gerade, pro Folge sind es zwei herausfordernden, sind 16, 16 mal sieben sind, 70, 112. 112 Restaurants, die ich persönlich besucht habe, die eine tolle Geschichte haben, kenne ich nicht. Kenne ich aber 112 Emotionen innerhalb der Kollegial. Das heißt, wenn ich jetzt gegen Kollegen antrete, dann gucke ich so, was kann der Heini nicht, was kann er nicht, wo hat er seine Schwäche, wo ist seine Achillesferse. Ich rufe auch teilweise seine Mitarbeiter an, meistens sind es ja wirklich Menschen, die ich auch kenne. Und wo ich dann sage, sag mal jetzt hier, euer Chef, wo ist der so richtig Kacke drin, was macht den richtig wahnsinnig? Und Mitarbeiter haben manchmal die Freude, auch ihren Chef ein bisschen blöd dastehen zu lassen. Und dann verraten sie mir das und dann schlage ich das der Redaktion vor. Dann soll das ja auch noch visuell einigermaßen spannend sein, ein schönes Reiseziel zu ergeben. Das soll auch für den Zuschauer wahrnehmbar sein und sich nicht in so einem, ich sage mal, inselbegabten Fenster bewegen. Dann recherchiert entweder die Redaktion was oder ich habe ein ganz persönliches Erlebnis mit einer Person, mit einem Essen, mit einem Moment, wo ich sage, glaube ich nicht, dass er es so hinkriegt. Und bei den anderen ist es genauso. Es ist nicht ganz unbekannt, dass ich jetzt nicht der Filigran-Techniker in der Küchenszene bin und dass ich mich auch sehr philosophisch vertieften Kochen doch eher ablehnend gegenüber verhalte. Weil ich doch, da kriegst du halt den Pinneberger aus Pinneberg, aber Pinneberg nicht aus dem Pinneberger. Ich bin auch schon so ein bisschen kulinarischer Bauer. Ich habe zwar viel Ahnung. Aber auch dann bauernschlau. Bauernschlau, total. Also das ist ja so, die wollen, die versuchen sich dann reinzulegen mit kompliziertesten Gerichten, gern mit welchen, wo du das Gefühl hast, 30, 40 Zutaten und so Kleinkram. Aber du nimmst dann im Zweifel gar nicht 30 Zutaten, sondern 15. Aber schmeckt halt trotzdem, offensichtlich, der Jury hinterher genauso wie? Nicht genauso, aber ähnlich. Das ist aber das, weil ich Kulinarik glaube ich verstehe, im Sinne, nehmen wir mal Musik als Beispiel. Wenn wir in unserem Plattenschrank hören, nichts was wir gelernt haben, sondern so einen Soundtrack des Lebens haben, dann wird man feststellen, dass man die Musik, die man so zwischen 16 und 24 gehört hat, auch heute immer noch gerne hört. Das ist das, was mein Papa früher mit Elvis hatte. Und übrigens auswendig kann, ich habe das neulich mit meinen Jungs, die ein bisschen kleiner, ein bisschen jünger sind noch, und dann kam irgendwie so ein, von Nena, Nena hörten sie zum ersten Mal 99 Luftballons. Und waren völlig überrascht, dass ihr alter Papa das mitsingen konnte und sagten dann, Papa, woher kennst du das? Das überrascht mich jetzt Alex auch. Aber geht es dir nicht auch so, dass du dann Lieder, ich meine, man kann sich die einfachsten Dinge nicht merken, Namen von Kollegen, so. Aber dann kommt irgendwie, keine Ahnung, fettes Brot, ist es die da, die da oder die da? Und man kann den ganzen Text auswendig. Das waren die anderen, aber ja. Ja, aber du hast recht, da geht es schon los. Und dann fragt man sich immer, wo kommt das her? Und man hat sich nie versucht, diese Musik zu erklären. Ich wollte Jein sagen, Jein ist vom Viertel. Ich wollte was aus dem Kreis Pinneberg machen. Ja, sind sie. Fettes Brot, Pinneberger. Pinneberger sogar, Tees, Pinneberger, machen wir so. Und diese Musik ist emotional. Die hat uns begleitet in emotionalen Momenten. Das erste Verliebtsein, das erste Traurigsein, das erste sich als Person wahrnehmen, das erste Separieren von einer Gruppe, eine Identifikation mit einem Modestil, mit einem irgendwas. Also man wird so persönlicher. Und das ist nur emotional. Ich glaube nicht, dass ein 16-Jähriger jemals darüber nachgedacht hat, das ist aber eine interessante Bassabfolge gerade da. Oder den Einsatz der Snare von meiner Warner von Smells Like Teens Bird. Das war geil. Und dann wie die Drum Bass einsetzt, da mit der leichten Verzögerung vom Dreivierteltakt. Nein, das Ding hat man eingeatmet und rausgeatmet. So sehe ich Kulinarik. Das heißt, ich glaube, alles was ich bei Kitschen mache, ich bin wirklich mit Abstand dort der technisch schlechteste Koch. Mit Abstand. Aber was keiner kann wie ich, ist, dass ich diese Schublade finde. Was löst das in den Leuten aus? Was denken die? Das heißt, du erkennst den Geschmack über die Emotionen, die du mir irgendwo abgespeichert hast? Ich komme gerade von der Kitchen-Folge, ich kann leider nicht sagen, wo ich war. Aber der Geschmack, den ich hatte, und ich habe lange danach gesucht, war Multisanustol. Und ich habe nicht gewusst, was da drin ist. Ich habe Multisanustol versucht. Also ich merke mir eine Geschmacksschublade und habe was nachgekocht, was geschmeckt hat wie Multisanustol. Und damit war das sehr dicht am Original. Aber Multisanustol, woher weißt du dann den Geschmack, so ähnlich wie einem anderen Geschmack, den ich immer oft habe, wenn ich Wein trinke, Rieslinge, Gletscherbonbon. Weißt du, kennst du, ne? Aber trotzdem wüsste ich jetzt ja nicht, wie erzeugt man den Geschmack. Woher weißt du, wie man den Geschmack von Multisanustol erzeugt? Ich mache das beruflich. Also das ist, ist das echt Ihr Beruf, Herr Melzer? Nein, aber der Koch. Nein, also meine Ebene ist, ich muss ja, wir betreiben ja eine Pseudokreativität. Eigentlich betreiben wir das selbe, was der Neandertaler gemacht hat. Wir machen Essen heiß. Und jetzt müssen wir aber in bestimmten Zeitducken und mit bestimmten Techniken und gesellschaftlichen Entwicklungen das immer wieder ein bisschen anpassen. Jetzt gerade, finde ich zum Beispiel, passiert relativ wenig wirklich Innovatives in der Kulinarik. Wir greifen auf alteingesessenes Wissen zurück, präsentieren das ein bisschen moderner, ein bisschen hipper, aber eigentlich machen wir das, was unsere Großeltern wussten. Also da sind wir Gott sei Dank angekommen. In der Kulinarik selber sind für mich drei, so zwei, die Nouvelle Cuisine hat alles geändert. Die hat Garpunkte hergestellt, die hat schonende Kochmethodiken hergestellt. Das ist der erste große Schritt seit der französischen Entwicklung der Küche. Die Nouvelle Cuisine, alles was in der Nouvelle Cuisine sozusagen erfunden worden ist, essen wir heute. Egal wo, egal in welches Restaurant ihr geht, wir essen die Nouvelle Cuisine. Nur wieder in größeren Portionen und nicht ganz so dezidiert ausgearbeitet. Diesen Mega-Hype derzeitig um eine Regionalität und Saisonalität, das ist das, was ich gelernt habe. Also Entschuldigung, das ist saisonal und regional, kaufmännisch ist das die klare Entscheidung. Und das, was da jetzt ein bisschen überbauen gemacht wird, wie gesagt, ich komme ja vom Land. Und unser Landgasthof hatte das Schwein vom Bauern nebenan. Der hat nicht in der Metro eingekauft. Das war ja noch das Schöne an dieser ganzen Welt. Und dann gibt es ein paar andere Entwicklungen, die in der Gastronomie sehr wichtig sind, auch gerade in der jetzigen. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine sehr entscheidende Phase. Das hat aber eher was mit Mitarbeitern zu tun, dass wir, wie jeder andere Berufszweig, auch gerade vor einem Mitarbeiterspund stehen. Gerade im Handwerk, gerade in den einfachen, oder ich sage mal nicht, wie nennt man die schlauen Berufe? Akademiker? In den nicht-akademischen Berufe. Hashtag, Hashtag Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Was ein schlimmes Wort ist, ein ganz schlimmes Wort. Das ist, ich finde das Wort so fürchterlich. Aber wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Und heißt was? Was heißt das fürs Kochen? Das heißt, du wirst nicht mehr so viele Leute haben, die richtig gut kochen können. Also muss man einen anders kochen. Richtig. Wir müssen die Technik, wir müssen die Zusammensetzung des Essens verändern. Und da gibt es einige gute Konzepte, einige dumme Konzepte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, also den Arbeitsaufwand, mein Lieblingsbeispiel ist, wir hüpfen echt ganz schön, ne? Zu schnell? Ja. Okay. Nein. Wir haben ja Zeit. Also wir beide, ich glaube wir kriegen, wir kommen noch zu Olaf Scholz gegen Philosophie. Spätestens, wahrscheinlich wird der Bundeskanzler sein, wenn wir hier heute fertig sind oder so. Nicht heute. Das Zubereiten einer Soße, jeder, der wirklich eine separate Soße, wir reden nicht vom Schmorbraten, dauert eigentlich, wenn du es fachlich richtig machst, 24 Stunden. So, das ist der Aufwand, Knochen rösten, Gemüse rösten, ablöschen, deglassieren, diss, simmern lassen, langsam mal ein Extrakt herstellen, zweiten Ansatz, das passieren, um das dann wieder einzukochen, um dann die eigentliche Soße erst draus zu machen. Das ist ein Arbeitsaufwand, wo du sagst, das kannst du eigentlich kaum noch finanzieren. Das geht nicht mehr, weil wir sind verpflichtet, auch von den Gehältern etc. uns zu entwickeln, anzupassen, diesen Beruf, der ist attraktiv. Ich muss diesen Beruf nicht attraktiv machen, der ist wahnsinnig attraktiv. Wir reden über den des Kochs jetzt erstmal. Alles, Gastronomie, eigentlich ist doch jeder Beruf attraktiv, wenn ich Freude dran habe. Okay, gut, dann ist jeder Beruf attraktiv. Wenn ich eine Wertschätzung da drin bekomme. Jetzt bringe ich die eine Geschichte mal zu Ende. Das wird eine Sache sein, wo man drüber nachdenken muss, ob das noch in der Zukunft so machbar ist. Und das hat entweder was damit zu tun, dass wir dann die Produktion ausgliedern, also dass es Produktionsküchen geben wird, die einen Grundfonds zubereiten, der dann individuell verarbeitet wird. Was ja schon viele machen, ne? Das machen schon viele, aber man schmeckt es auch noch. Also noch schmeckt man es und wir reden hier nicht von einem billigen Industrieprodukt, sondern wir reden von einem handwerklich artisan produzierten Produkt, was eine schöne Grund, das ist so wie die Alpina Weißfarbe, die kann ich jetzt noch abtönen. Weil die Basis ist eigentlich, wenn sie handwerklich gut gemacht ist, überall gleich. Die einen können es ein bisschen besser, aber wenn du es kannst, dann ist das Produkt erstmal gleich. Oder aber wir müssen uns eine andere Zusammensetzung der Gerichte ausdenken. Und das findet man jetzt schon viel, deshalb ist in meinen Augen diese japanische Isekaja-Welle gerade sehr, sehr groß, mit fertigen Soßen in sehr kurzer Zeit sehr viel Geschmack zu erzielen. Deshalb glaube ich auch wieder an die mediterrane Küche, an die italienische Küche, die mit kurzen Kräutersoßen auskommt, mit Olivenölverbindungen, mit kurzgezogenen Pfannsoßen. Also nicht dieses ewige. Ich glaube, dass wir da jetzt auch nochmal einen ganz großen Wechsel wieder erfahren. Du musst trotzdem nochmal auch dieses Multisandustuhl, du machst das beruflich. Ich fand die Frage, die mal Dirk Nowitzki, dem Basketballer, gestellt wurde, fand ich einerseits total naiv und andererseits hatte ich aber keine Antwort. Die Frage, die ihm ein Kind gestellt hat, ist, lieber Dirk, woher weißt du, wie weit du werfen musst? Und dann habe ich gesagt, was ist so ein Quatsch? Aber tatsächlich, das konnte er auch nicht erklären. Und so ist jetzt auch die Frage, woher weißt du, das schmeckt so und so und so und deshalb muss ich das und das machen? Weil du es hundertmal gemacht hast, weil es praktisch instinktiv in dir drin ist? Also was mir nachgesagt wird, dass ich wirklich ein Talent habe, dass ich im Kopf schmecken kann. Das hat Christian Rachmar über mich gesagt, dass er da noch nie jemanden getroffen hat, der so gut im Kopf schmecken kann. Das heißt, ich sehe Zutaten und ich habe irgendeine Fähigkeit, da so eine sichtbare Farbe draus zu machen und die mische ich mir ab im Kopf. Also du schmeckst im Kopf und es schmeckt dann so, wie du es dir überlegt hast, tatsächlich. Im Kopf schmeckt es und jetzt ist es meine Aufgabe, meinen im Kopf sozusagen, also diesen Geschmack zu finden. Dadurch, dass ich aber ein Bild im Kopf habe oder einen Ton, ich weiß nicht, was es ist, habe ich was Griffiges. Ich wühle nicht irgendwo im Teich rum, sondern da ist was und ich muss jetzt sozusagen nur das in Verbindung setzen. Das ist vielleicht diese Entfernung. Was das genau ist, kann ich dir nicht erklären. Bisschen wie bei Musikern. Es gibt Musiker, die haben das absolute Gehör. Die hören ein Musikstück und können es sofort nachspielen. Das ist vergleichbar vielleicht. So ist es leider eben nicht, sondern ich bin ein Taschenspieler. Ich habe da einen relativ simpelen Trick. Ich erkläre mir alles sehr einfach im Leben. Und auch die Kulinarik ist sehr einfach. Ich gehe erstmal mit den fünf Grundgeschmäckern ran. Süß, sauer, salzig, bitter, scharf, muss man sagen. Oder was jetzt so allgemeinem als Umami gegeben wird. So, das ist die erste Aufgabe. Wenn ihr ein Gericht seht, was ungefähr so aussieht wie das, was ihr kennt, und ich treffe den Salzgehalt, ist die halbe Miete drin. Dann hinterfragt ihr schon. Weil der Gast gar nicht so bewusst ist. Der schmeckt sehr viel, was auf der Speisekarte steht. Aber nicht das, was wirklich seine Zunge wahrnimmt. Das war ganz kurz. Weil er weiß, also er schmeckt... Weil er es nicht weiß. Also er denkt, ich habe jetzt wie eine Schnitze mit Pommes bestellt. Und man war es ganz... Nee, das ist zu... Königsberger Klopse. Ja. Und dann schmeckt er Königsberger... Dann weiß er, weil er in seinem Kopf ist... Das habe ich oft erlebt bei Weinproben. Du trinkst einen Wein und du weißt nicht, wie es schmeckt. Und plötzlich sagt jemand, der sich auskennt... Genau. Birne oder Himbeer oder grüne Paprika. Und dann denkst du, ja, stimmt. Grüne Paprika. Und so ist es ähnlich, wenn ich sage, hier, Mensch, probier mal die Königsberger Klopse. Dann ist in deinem Gehirn schon mal der Geschmack von Königsberger Klopse aktiviert. Wenn du es einmal hattest, ja. Wenn du es einmal hattest, genau. Also deshalb, ich bin wahnsinnig gut in den Geschmäckern drin, die ich einmal in meinem Leben genossen habe. Oder eine Welt, die ich betreten habe. Da bin ich sehr gut. Wenn das jetzt gerade in dieser neuen deutschen Nova Regio Küche ist, da tue ich mich wahnsinnig schwer, weil da wird was gekocht, was ich noch nie hatte, was ich noch nie geschmeckt habe, was ich auch nicht unbedingt nochmal schmecken muss. Das war jetzt respektlos, aber das ist so mein Spiel, was ich da habe. Aber da tue ich mich sehr, sehr schwer damit. Ansonsten ist ja die Kulinar, das sind diese fünf Geschmäcker, das ist das Erste. Dann sehe ich ja eine ganze Menge. Wenn ich einen Nudelteller sehe mit einer Tomatensauce, dann packe ich den eher nach Italien, als dass ich ihn nach China packe. Also beide Länder, die sehr viele Nudelgerichte haben. Aber Tomatensauce packe ich erstmal nach Italien. Dann suche ich nach den italienischen Aromen, die ich kenne. Dann suche ich oft eine Harzigkeit. Harzigkeit ist Rosmarin, Thymian, das sind so. Basilikum, ich kann zum Beispiel keinen Koriander erkennen und ich kann keine Liebstöcke erkennen. Du kannst keinen Koriander erkennen? Nein, sobald er in Kombination ist mit irgendwas, erkenne ich ihn nicht mehr. Aber das ist doch so ein totales... Weil ich esse Koriander roh, viel am Strauß. Ich esse Koriander gehackt, darüber gestreut und da ist eine Dominanz dahinter. Und sobald das nach hinten gezogen wird, erkenne ich es nicht. Ich erkenne Liebstöckel nicht wirklich. Jetzt inzwischen habe ich mir aber den Geschmack gemerkt, den ich nicht erkenne. Also das heißt, das Momentum, dass ich immer sage, was ist das? Ich kann es nicht nennen, das muss Liebstöckel sein. Mehr ist es nicht. Und dann mache ich Flavor-Pairing. Und Flavor-Pairing ist nicht so schwer. Das ist so... Also schmeckt wie. Genau. Und das ist der ganze Deal. Und man kann es lernen. Man kann das lernen. Man muss einfach nur... Ich bin kein Talent. Also das ist so, ich bin kein Wunderkind. Und ich bin nach wie vor relativ simpel. Also wenn ich esse, dann esse ich. Da denke ich nicht nach. Da analysiere ich. Ich analysiere nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Nirgends. In dieser Welt gibt es dann wieder Farben oder Töne, in die man arbeiten kann. Also es gibt grüne, zitronelle Töne. Sobald ich diese Welt betrete, sobald ich da ein kleines Ding höre, dann gehe ich in diesem Wald voller dieser Aromen und arbeite Aroma für Aroma für Aroma ab, bis ich das finde, wo ich die erste Assoziation habe. Und das ist das ganze Spiel. Das ist gar nicht so kompliziert. Bloß ich glaube, ich bin der Einzige, der das relativ technisch betrachtet. Und das in dem Prozess, also den Geschmack, den habe ich entemotionalisiert. Da glaube ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass Bio-Gemüse per se besser schmeckt als anderes Gemüse. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Gefühl besser schmeckt. Und ich glaube, dass die ganze Haltung besser schmeckt. Da bin ich hundertprozentig dabei. Und ich bin auch hundertprozentig dabei, dass es besser ist. Ich sage nur nicht, dass es besser schmeckt. Und das Interessante ist ja, dass du dann tatsächlich diese Geschmäcker so komponierst, ohne dass es wirklich, es muss teilweise gar nicht direkt, also nicht mal ansatzweise das Rezept sein. Es schmeckt nur am Ende genauso. Du haust da ja Sachen rein. Da sieht man ja, wo die anderen Köche da stehen und sagen, das ist völliger Quatsch. Das ist völlig falsch. Das kann nicht funktionieren. Und dann hinterher überrascht sind, aber es schmeckt trotzdem so ähnlich. Aber das ist ja nicht weiter kompliziert. Das ist der Taschenspielertrick. Ja, das ist kein Trick, sondern das hat was mit meiner nicht vorhandenen Eitelkeit zu tun, dass ich wirklich glaube, ich bin ein wahnsinnig guter Handwerker. Ich bin auch ein guter Koch und ein guter Gastronom. Aber ich bin auch ein bisschen dumm. Und das heißt, ich gehe gar nicht erst in den Exzess der Spezialisierung, sondern ich bleibe da, wo ich bin. Aber ich interessiere mich für alles, weil andere das können. Und ich bewundere das, was andere können. Und bin wahnsinnig offen. Wenn ich esse und ich genieße und ich lerne und ich höre und dann speichere ich ab. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, dieser Schönheit nachzugehen, diesem eigentlichen Ding. Und ich gucke halt über meinen Tellerrand hinaus. Das sieht man jetzt gerade wieder in der Gastronomie. Wir arbeiten zu viel wieder mit der Spezialisierung. Wir trennen uns wieder von der Mitte ab. Wir fangen wieder, Kulinarik als elitäres Gehabe zu verstehen. Egal auf welcher Ebene. Kulinarik wird zum Lifestyle. Und zwar nicht mehr ganz zu einem monetären Lifestyle, wie es mal eine Zeit lang war, sondern zu einem intellektuellen Lifestyle. Und sobald du anfängst, was intellektuell zu betrachten, ist meine Meinung, baust du kein Wissen mehr. Also da ignorierst du zu viele Dinge, die nach außen sind. Dann bist du zu arrogant, dann bist du zu überheblich, dann verlierst du den Blick nach unten. Und das haben manchmal Köche als Problem, dass sie glauben, dass ihr Weg der Einzige ist. Und dass sie glauben, dass es wahnsinnig wichtig ist, wenn man das Risotto zweimal rechts und dreimal links rumrührt. Du musst dran glauben. Ich bin überzeugt von meinen Gerichten, die ich koche, bin ich wahnsinnig überzeugt. Ich weiß aber, dass es auch tausend andere gibt. Aber mein Weg ist der und den finde ich gut. Die anderen denken manchmal, dass es genau, es gibt nur diesen einen Weg und das ist ganz besonders. Und das ist falsch. Was meinst du mit intellektuelle Köche? Wenn ich mir das böse will, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Oh, 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 oh. Nein. Ich habe gesagt, ich will zu Mopo. Nein, aber nein. Meinst du Rezepte? Es gibt ja Kochbücher, nehmen wir mal die in Deutschland extrem. Ich meine gar nicht so sehr die Köche, ich meine so ein bisschen die Szene. Ich meine diesen gastronomischen Klüngel rund um Kulinarik. Restaurantkritiken generell, Empfehlungen, Tipps, wie man versucht, über bestimmte Dinge zu reden. Da musst du halt Worte finden und das ist auch in der Weinsprache Ewigkeiten so gewesen. Das ist ja auch, und das ist in der klassischen Musik, das ist im E-Business, wie ich es immer nenne, in der Ernsthaftigkeit hat es ja viel damit zu tun, dass du Begriffe findest, die keiner mehr versteht. Dadurch wird aber das weiße Gekleckse nicht wertiger. Aber es kriegt eine andere Bedeutung. Und das findet in der Kulinarik halt auch statt. Und du musst als Koch auch daran glauben, weil ich will ja auch was verkaufen. Und wenn du keine Argumente hast für das, was du verkaufen willst, dann hast du nichts. Ich verkaufe mein Essen auch, komplett. Mein Essen ist dasselbe Essen wie das Essen in einem anständig gekochten Wirtshaus überall in Deutschland. Nee, das finde ich nicht. Machst du dich dann tatsächlich kleiner? Nee, mache ich nicht. Weil ich war ja auch schon mal in der Bullerei essen. Ich habe dich doch noch nie gesehen, das ist eine andere Geschichte. Oh, der Heider kommt, ich mache Feierabend. Beim Fernsehen. Sag mal, aber das Essen ist schon, das ist ja das Ding. Und je öfter ich Kitchen Impossible gucke, denke ich so, nee, der kann halt richtig gut, richtig, richtig gut kochen. Und der ist auf Augenhöhe mit all diesen Sterneleuten, die da rumsitzen. Warum tut er dann so, als ob er eigentlich nur ein ganz normaler Pinneberger Koch ist? Weil ich in derselben Position bin, wie ungefähr 50.000 Menschen in Deutschland, wir können kochen. Wir können kochen. Das ist nicht so, dass wir nicht kochen können. Und nur weil wir keinen Stern haben, heißt das nicht, dass wir nicht brillante Köche sind. Und nicht jeder Sternekoch ist ein brillanter Koch. Sondern die dezidieren manchmal, ihr könnt auf ein Minimum runter und präsentieren das in einer Perfektion. Mein Essen ist nicht minderwertig als ein Restaurant im Zwei-Sterne- oder im Drei-Sterne-Bereich. Überhaupt ist es nur komplett anders aufgebaut, es ist anders strukturiert. Und wenn du bei mir zum Beispiel in die Bullerei kommst, ist das Essen sehr, sehr wichtig. Aber das Essen ist nicht die Messe, die wir lesen müssen. Sondern das Essen ist ein Bestandteil eines wunderschönen Abends mit Freunden, mit Mitarbeitern, mit Geschäftsessen, mit Menschen. Du hast die ganze Atmosphäre, die Schanze, schönes brodelndes Viertel, irgendwie so ein bisschen dieses Industrielle. Das Haus und die Tür geht auf, ist das mal laut, ist das bunt. Dann hast du schon das Gefühl, du willst so ein bisschen die Jacke. Dann haben wir wirklich tolle Service-Mitarbeiter, wahnsinnig guter Service. Das ist wirklich exorbitant, das siehst du in dieser Dauerhaftigkeit und Stimmigkeit ganz, ganz selten. Mein Gefühl ist immer, dass meine Mitarbeiter keine Dienstleister sind, sondern Gastgeber. Aber das Essen ist ja trotzdem extrem gut. Ja, ist es ja auch. So, genau. Nur das, was du isst, das, was es dann wieder nach vorne hebt, ist die gesamte Wirkung. Das ist aber wahrscheinlich überall so, oder? Also je nachdem, wo du isst. Ja, aber ich stehe dazu. Das ist der Unterschied, ich sage, das isst so. Es ist was anderes, wenn du zum Beispiel, du kennst das auch, wenn du trinkst einen Wein auf Mallorca oder in Spanien und denkst, oh, den nehme ich mit nach Hause. So, und dann trinkst du ihn zu Hause und denkst, warum habe ich den mit nach Hause genommen? Weil du vorher schon zwei Flaschen drin hattest, wahrscheinlich. Ich habe mich bei dir gefragt, diese ganze, diese Sterne ist natürlich, wahrscheinlich ist das für einen fasziniert, obwohl man selber ja auch gar nicht so oft zum, aber so ein Wettbewerbstub wie du. So ein Typ, der auch gerne, der auch das Urteil der Jury stellt. Nie gab es das, nie gesagt hast du, ich möchte einen Stern. Sagen wir es mal so, ich komme ja aus dieser Gastronomie. Ich habe in den gehobenen Häusern dieser Welt gekocht, nicht in sonderlich vielen, aber ich war auch für Christian Rach unterwegs, ich habe für die Königsfamilie gekocht, all dieses ganze Bla, 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 für wen man kocht. Und genau diese Bla, Bla, Bla ist mir auf den Keks gegangen. Ich kannte die Menschen nicht, für die ich gekocht habe. Ich habe für Visitenkarten gekocht, für Titel, für Gehaltschecks, für Alter, aber ich habe nicht für meine Freunde gekocht. Das war meine Motivation, mich selbstständig zu machen und zu sagen, ich will einen Laden, wo meine Menschen, mit denen ich mich umgebe, wo die, ich wollte nicht, ich bin kein Servant, ich bin in meiner Dienstleistung, Orientierung und Gastgebermentalität, bin ich kein Diener. Ich bin, ich lasse mich bezahlen, ich lasse mich nicht kaufen. Aber umso erstaunlicher, dass deine Leute so sind, wie sie sind, weil es sind ja wirklich, also wenn man in der Bullerei war, es gibt kaum Menschen, wo man sich so wohl fühlt, wo man sich so aufgehoben fühlt, wo man sich so gut bedient fühlt. Weil sie keine Servants sind, weil sie Gastgeber sind. Sie sind Menschen, sie sind Persönlichkeiten, sie sind nicht eine fleischige Hülle, die eine Aufgabe haben, sondern sie sind Persönlichkeiten. Und wir haben extrem unterschiedliche Persönlichkeiten. Das kann auch dazu führen, dass du zwei tolle Abende und einen Abend hast, was für ein Idiot. Also es ist auch so, dass ich jetzt nicht von jedem gerne bedient werde, weil der eine ist echt ein Chaot, der ist im vorderen Bereich richtig gut, im Mittelteil sieht man ihn nicht mehr, im Hinteren ist er auch wieder gut. Aber trotzdem ist er geil irgendwie so für dieses Opening. Auf jeden Fall war mir das damals wichtig, ihm zu sagen, okay, die Gastronomie, das Essen hat mich wahnsinnig interessiert. Die Atmosphäre in der Küche war katastrophal. Katastrophal. Im Sterne-Bereich. Also in den Gehobenen. Ich sag mal, in meinen Gehobenen wirklich, wo ich sehr ehrgeizig mit in die Weltspitze wollte. Ein Lieblingsbeispiel, ich habe für mein ganz großes Vorbild Marco Pierre White, das ist in England oder vielleicht sogar im gesamten europäischen Raum das erste kulinarische Enfant Terrible gewesen, was sozusagen diese Popkultur in die Küche getragen hat, für den habe ich satte 45 Minuten gearbeitet. Und dann habe ich meinen Sparschäler hingelegt und gesagt, niemals, weil einer von uns beiden wird sterben oder einer von uns beiden geht in den Knast, weil das wird nicht passieren. Was hat der gemacht in 45 Minuten? In englischen Zeiten, es wurde geschlagen in den Küchen, es wurde getreten in den Küchen, es wurde zusammengeschlagen in den Küchen. Nein, es wurde verbal, also wirklich keiner, keiner einziger aus dieser Zeit dürfte auch nur ansatzweise das Wort erheben in irgendeiner wie auch immer gearteten MeToo-Verbal-Diskussion oder ansatzweise politischer Korrektnis. Das Ding war, da macht ihr euch kein Bild von. Ich bin Gott sei Dank ein Straßenköter und strahle was aus, dass man mich in der Situation besser nicht anfasst. Aber der muss ja in 45 Minuten, weil die Stimmung in der Küche so war. Der hat einen Mitarbeiter verbrannt neben mir. Der hat sozusagen ein Messer genommen, hat das heiß gemacht auf der Herdplatte und hat ihm das in die Armbeuge gedrückt, um ihm zu zeigen, dass er lieber Handschuhe anziehen sollte, weil er gerade ein Produkt geputzt hat, was aus sehr viel Fett bestand und sozusagen das Produkt oberflächlich durch die Wärme der Fingerkuppen angeschmolzen ist. Und ich habe zum selben Zeitpunkt Spargel geschält und dachte nur so, wow, war das Stück jetzt ein bisschen tief geschält irgendwie, weil was macht der, häutet der mich? Und das war halt ein Zustand, das hat mich allerdings noch gar nicht so irritiert. Da war ich noch voll drin, was mich wirklich fertig gemacht hat, da war ich im Ritzhotel und wir haben für die Königsfamilie gekocht, also für die komplette, damals noch mit Lady Di und Co. und haben eine Woche Vollgas gegeben, schlecht bezahlt sowieso, verbale Erniedrigung, physische Misshandlungen waren an der Tagesordnung, also Griffigkeiten und wir kennen ja auch die Kleintricks der Schmerzzufügung, es war nicht immer hier die Schlägerei, sondern es war nonstop, aber trotzdem hat es sich immer gut angefühlt, das war das Skurrile. Also es war wie so eine geschlossene Bande, wie so ein Kodex, also schmachsinnig, wenn ich da heute drüber nachdenke. Und was bei mir dann aber den Bruch ergeben hat, war, dass wir eben für die Familie gekocht haben, das Essen war zu Ende, wir waren 24, 27 Köche, wir hatten einen aktiven Küchenchef und einen passiven, der aktive hat mit uns gearbeitet, das war unser Vorbild, das war unser Buddy, der hat uns gefordert und gefördert und wir hatten den Pen-Pusher, das war aber der Direktor. Und dann hatten wir abgeräumt und dann wurden wir alle zusammengerufen und eigentlich dachten wir, es gibt jetzt ein Feierabendbier, nachdem wir eine Woche lang wirklich, wir haben im Hotel, in der Kantine geschlafen, im Geschirrlager gepennt, damit wir die Arbeit schaffen irgendwie, aber es war gut, es hat sich energetisch angefühlt, wir dachten, das ist es wert. Und dann kriegen wir den größten Anschiss unseres Lebens, also wir haben richtig verbal zur Sau gemacht und der Küchenchef, also unser aktiver Partner sozusagen, steht mit uns in einer Reihe, der andere Küchenchef schnauzt uns an und in dem Moment erleidet der Küchenchef einen Nervenzusammenbruch, also der aktive. 38 Jahre alt, dreifacher Familienvater, liegt am Boden, krümmt sich in die Fötushaltung, kriegt einen Heulkrampf und lässt sich ein. Und da habe ich gesagt, das ist nicht meine Welt, das ist nicht das, wo ich hin will. Und das war damals verbal, sehr oft. Und da gibt es auch deutsche Beispiele für, das war nicht England alleine, es gibt viele Beispiele dafür. Eben, wie waren die Köche damals fast so stolz drauf, dass sie so psychopathisch waren. Je härter, desto besser. Je härter, desto besser. Es gibt, ich habe es heute manchmal noch, dass ich Köche habe und wenn ich durch die Küche laufe und hektische Bewegungen mache, dass sie zucken. Dass sie das in ihrer Lehre mal gelernt haben, dass sie halt eine gekriegt haben. Das ist aber viel weniger geworden. Auf jeden Fall war das meine damalige Entscheidung, dass ich, ich will raus, ich will kochen, ich will schöne Zeit nehmen. Und habe dann das große Glück gehabt, damals dann noch ein bisschen in England bleiben zu wollen. Und England ist eine teure Stadt. Ich war nicht subventioniert von zu Hause, sondern musste mir den Kram auch selber verdienen. Und habe dann ein Magazin zur Hand genommen und habe mir den Job gesucht mit dem höchsten Wochenlohn. Und bin zu Genaro Contaldo gekommen im Neal Street Restaurant in London, das ist der Laden, wo ich dann auch Jamie Oliver getroffen habe, wo wir einfach nur gekocht haben. Das Essen ist aber echt kacke aus. Aber das hat immer gut geschmeckt. Das war eine Herz, das war eine, ich nenne es immer eine Unterarmküche. So, da wurde eben nicht so mit dem Rührbesen rumgerührt und da wurde Risotto-Ratatouille nicht nach Farben dachziegelartig angerichtet. Ein Risotto hat keinen Stand gehabt, sondern sah aus, als ob das jemand gerade von sich wieder preisgegeben hat und hat auch so einen leichten Fluss. Aber wenn du einen Löffel reingehalten hast und diesen Menschen, Genaro, boah, war das schön. War das geil. Und dann habe ich verstanden oder habe ich für mich eine Selektion betrieben und habe gedacht, es gibt Hochleistungskochen und es gibt schönes Kochen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass Hochleistungskochen kein schönes Kochen ist, aber die Energie in diesem Küchen ist oftmals eine, es ist Hochleistungssport. Weil der Druck so hoch ist. Wahrscheinlich, weil der Druck auch hoch ist. Weil du eben immer das Gefühl hast, da draußen könnte einer sitzen, der jetzt gerade einen Kritiker, der das irgendwie testet. Wir haben alle, das habe ich auch in der Bollerei, ich lese wenig Kritiken, weil ich sie mir zu Herzen nehme. Ich mag das nicht. Und nicht, weil ich sie nicht ernst nehme, sondern es berührt mich. Und wir haben alle diese Eigenschaft, wir kochen 100 Gäste, 98 Leute sagen richtig geil. Und dann sagt einer, hat mir nicht geschmeckt, fand ich blöd, fand ich nicht. Okay, mit diesen blöden Gedanken gehst du ins Bett. Und das ist... Warum? Das ist ja stimmt. Ist es so typisch deutsch? Nein, du gibst doch was mit... Wenn ich ein Essen koche, so wenn ihr jemanden einladet und ihr kocht, also entweder bist du jemand, ich bestelle einen Pizzaservice oder bei Henssler Sushi, dann würde ich sagen... Henssler Sushi ist viel zu teuer. Hä? Ist zu teuer. Das habe ich jetzt gesagt. Ist es schön verpackt. Das muss ich mir können. Steffen und ich sind sehr viel dichter. Also das Gute ist, wir haben beide... Gibt es noch eine ganze Stunde? Es gibt noch eine Henssler Stunde nachher. Ja? Ja, ja, ja. Ich habe mir überlegt. So viel gibt es doch über den gar nichts zu sagen. Nein. Nein. Kalter Reis, Fisch zu teuer. So, fertig. Hund und große Fresse, das kann man auch sagen. Nein. Was ich jetzt sagen wollte, wenn ihr kocht und wenn ihr Leute einladet und ihr macht euch Gedanken drum, welches Brot, welche Butter, nichts aufwendiger oder nur ein Abendbrot zersteckt und ein Tee und ihr macht euch auch nur Gedanken drum, was könnte der andere eigentlich gerne trinken. Dann heißt es, du gibst was von dir. Du gibst dir Mühe. Kein Restaurant in Deutschland gibt sich keine Mühe. Es mag mal einen Moment geben, wo Dinge schief gehen. Aber dass da jemand steht und sagt, das Geschäftskonzept ist mir doch scheißegal. Das gibt es nicht. Wir geben so viel. Wir geben viel unseres Privatlebens, unserer Privatzeit, unserer Leidenschaft. Jetzt gehe ich mal als Koch noch an und ich mache mir einen Gedanken. Ich möchte, dass es euch gefällt. Ich will nicht von euch irgendwie was haben für was, was euch nicht gefällt. Ich will, dass ihr es schön findet. Und jetzt treffe ich das nicht. Dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich einfach enttäuscht. Ich bin enttäuscht von mir, ich bin enttäuscht von dem. Ich muss die Kritik richtig verstehen, weil Essen ist auch nichts, was so wie eins plus eins ist. Es funktioniert nicht immer gleich. Aber erklär mal, wie das denn ist. Ich hatte neulich in diesem Podcast Herbert Seckler, den Chef der Sansibar. Den ich sehr bewundere. Und der sitzt da, sagt er, er sitzt in seiner Sansibar und wenn er sieht, der Erste fängt in so einem Gericht an rumzustochern. Ja. Und der Zweite. Und beim Dritten sagt er, bin ich in der Küche und sage dem Koch, wir nehmen das Gericht von dem. Ja. Wie ist es bei dir? Ist es dann so, wenn es kommen Teller zurück und du denkst, ups, ganz schön viel noch drauf? Ja. Also es ist so, ich glaube da noch nicht, was ihr erzählt. Also das ist so, wenn was auf dem Teller ist, ich glaube es nicht. Das Schlimme ist, es stimmt ja manchmal. Nö, ich will gar nicht so viel. Ich habe selber mal eine Fastenkur gemacht und danach habe ich so eine Meierkur und habe danach mit kleinen Portionen angefangen. Ich wollte trotzdem viel Geschmäcker im Mund haben. Ich habe ja, wenn ihr es könnt, nur ein Viertel der Portionen auf dem Teller, weil ich will nur den Geschmack haben. Mehr will ich gar nicht. Haben sie natürlich nicht gemacht. Das hatte zur Folge, dass ich jeden Teller halb wieder zurückgeschickt habe. Und die wurden immer nervös und sagten, Jungs, ich bitte, ich will doch nur klein, ich will nur Geschmack. Es hat nicht, also wir glauben es nicht. Es ist so, wir können das nicht wahrhaben, weil wir zweifeln auch ganz, ganz oft. Weil wir eben auch oft Empfänger von Kritik sind. Und manchmal auch von ungerechtigter Kritik. Und dann ist es auch schnell, dann sagst du, wenn du merkst, zwei, drei, vier Gäste sind damit unzufrieden, dann gibt es das Gericht nicht mehr? Dann denke ich über das Gericht nach. Da gibt es zwei, manchmal denke ich auch nicht nach, was nicht schlau ist. Da komme ich gleich drauf, erinnere mich. Weiße Haus. Merkt, merkt, weiße Haus. Blaubeere, sehr gute Geschichte, wo ich mich wirklich verrannt habe. Nee, dann gucke ich mir den Teller an, manchmal ist es dann auf einmal doch eine Produktlieferung. Also ich sage mal, Fleisch ist nicht immer gleich Fleisch. Und dann schneiden wir, wir machen natürlich gar Proben vor, aber nicht von jedem einzelnen Steak. So, und auf einmal merkt du, oh, da kommt es zurück, das ist C. Oder dann ist das. Und dann gibt es manchmal so Bereiche, ein Entrecot hat eine Sehne drin. Jetzt muss ich herausfinden, ist das Fleisch C. oder hat der Gast keine Ahnung, was ein Entrecot ist. Was auch nicht so selten erfolgen ist. Und die Summe ganz schön sehe ich, ist auch kein Rinderfilet. Muss das auch adaptieren. Und wenn ich dann merke, da ist was, dann Produkt runter. Wenn ich merke, das Gericht ist nicht ausgereift oder passiert auch. Nehme ich es runter, entwickle es weiter, versuche es nochmal auf die Karte zu bringen. Und wir überprüfen. Wir sind kritisch. Wir sind manchmal, oder ich bin vor allen Dingen auch manchmal ignorant. Im Weißen Haus hatte ich ein Gericht entwickelt. Tolle Idee. Ganz tolle Idee. Blaubeere, Stichwort. Ja, genau. Das war so eine Art gebratene Bleckengarnele mit einer Blaubeerlachsa und kandierten Rosmarin. Klingt erstmal richtig geil. Ja, klingt richtig. Hat richtig scheiße geschmeckt. Haben auch meine Mitarbeiter mir gesagt. Und ja, damals hatten wir keine Speisekarte, sondern nur Überraschungsmenü. Und dann koche ich den ganzen Abend durch. Wir waren nur zwei Leute in der Küche. Und normalerweise haben wir im Überraschungsmenü vier Gänge gehabt. An dem Abend nur drei Gänge verkauft. Und dann bin ich irgendwann so, naja, heute war ein blöder Tag. So Garneele. Schade. Gibt es morgen halt. Dann gehe ich raus, mache so meine kleine Runde, weil wie gesagt, keine Speisekarte. Reden mit den Leuten. Und frage ich so, heute keine Lust auf den vierten Gang oder so. Und die hat gesagt, nee, der Service hat gesagt, es gibt heute nur drei. Nicht so. Was ist denn bei euch los? Dann bin ich an die anderen Tische und die haben einfach gesagt, es gibt heute nur drei Gänge. Service hat es nicht verkauft. Die haben es nicht angeboten. Sondern das fand ich dann natürlich auch wahnsinnig lustig. Dann habe ich gesagt, was ihr können, kann ich schon lange. Und habe die Garnelen zum Dessert serviert. Also habe ich noch so ein After-Dessert gemacht. Das hätte ich sein lassen sollen. Weil danach bin ich natürlich mit stolz geschwellter Brust auf meiner fantastischen Kreativität rausgegangen. Und wollte den Applaus mir einheimsen, dass ich viel schlauer bin, als mein ignorantes Servicepack. Und die Leute haben es nicht gemocht? Die fanden es richtig kacke. Also konnten damit überhaupt nichts anfangen. Da habe ich mich verrannt. Allerdings habe ich über das Gericht weiter nachgedacht und irgendwann auch mal schlau auf die Karte gepackt. Und dann kam es sehr, sehr gut an. Kevin Fehling hat mal gesagt, auch in diesem Podcast, auf die Frage, was er macht, wenn Gäste sagen, Kevin Fehling, Drei Sterne Koch, The Table in Hamburg. Was er denn macht, wenn Gäste sagen, mir schmeckt das nicht. Oh, da bin ich gespannt drauf, was er sagt. Was er gesagt hat, er geht dann hin und sagt, das mag sein, dass Ihnen das nicht schmeckt. Aber es schmeckt so, wie es schmecken soll. Ja, du verstehst, also es schmeckt so, wie es schmecken soll. Ich sage mal, so den zweiten Teil des Satzes finde ich brillant. Den ersten Satz, da soll der nochmal über die Formulierung nachdenken. Ja, vielleicht hat er es auch nicht. Aber das ist schon dieses, es schmeckt so, also das ist ja die große Frage. Das eine ist ja, dass es mir nicht schmeckt. Persönlich. Aber genau wie du sagst, wenn ich sage, ich mache keine Currywurst, es schmeckt total nach Currywurst, dann denkst du, ja gut, dann musst du halt keine Currywurst bestellen. Aber das hat jetzt wirklich was mit Geschmack zu tun und das ist eben Subjektivität. Und ich finde den zweiten Satz sehr wichtig bei Kevin, weil der macht sich wahnsinnig Gedanken drüber. Und auch ab einem gewissen Niveau in einer Küche hat das Sinn, warum wir bestimmte Dinge machen. Wenn sich der Sinn eben auf den Gast nicht übertragen lässt, müssen wir an der Kommunikation arbeiten oder selbstkritisch genug sein, um zu sagen, ja, und das macht er ja nicht, es schmeckt so, wie es schmecken muss. Die Aussage, ja, es kann ja sein, dass es Ihnen nicht schmeckt, hat eine leichte, hat eine leichte... Vielleicht habe ich noch falsch zitiert. Ich würde dir noch ein schöneres Beispiel begeben. Ich war in einem Restaurant in Berlin essen und habe was probiert und habe ja, ich verstehe dieses Gericht nicht. Und dann war die Antwort, dann bist du zu dumm für unsere Küche. Da habe ich gedacht, da kann man wirklich an der Kommunikation arbeiten. Da müsste man arbeiten. Aber haben die gesehen, oder hast du gesagt, ich bin auch Koch? Ja, ja, die wussten schon, wer ich bin. Ich verstehe dieses Gericht nicht. Was heißen kann, warum, was ist die Idee? Ich frage ja, weil das ist wie Kunst. Ich finde, Kunst kann man mögen, aber muss man nicht immer verstehen. Das ist eine ähnliche, und wenn man es nicht versteht, ist zumindest die Frage, sollte erlaubt sein, kannst du mir das erklären? Weil vielleicht sehe ich das nicht, was du da als Idee hattest. Weil es hat ja was Impulsives und auch was, also eine weiße Leinwand kann ja eine Aussage haben. Kann. Kann. Muss aber nicht unbedingt. Und wenn das weiß besonders schön ist, dann sage ich, okay, das mag ich, das gefällt mir. Das passt schön zu meinem weiß an meinem weiß. So, ich kann nicht mehr hindenken. Aber was soll die Aussage, verstehe ich nicht. Dann darf man das hinterfragen und ich finde, dann ist auch jeder gefordert, der einer besonderen Begabung nachgibt oder eine besondere Aussage treffen möchte, auch sich so weit eben zu bewegen, dem anderen das zu erklären. Wer es zum Beispiel ganz toll macht, ist John Neumeyer, Ballett. Großartig. Ich habe gesagt, ich verstehe Ballett nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was darin schön sein soll. Du gehst ins Ballett? Hä? Du gehst ins Ballett? Nee, ich habe eine, also eben nicht. Ich bin nie hingegangen. Nie, nie, nie hingegangen, weil ich dachte, die Bühnenbilder sind mir zu destruktiv und zu architektronisch less is more, zu düster. Und irgendwie hat das so keine Lebensfreude. Bis ich einmal in Havanna in einem Ballett war, also auf Kuba in Havanna. Und das war ein ganz anderes Ballett. Das war lustigerweise der Nussknacker, aber das war mit Zwischenapplaus und da waren Kinder dabei. Und das war schön. Das war wie so ein Festival fast. Und dann durch diesen Zwischenapplaus habe ich auch mehr und mehr verstanden, was da jetzt eigentlich gerade bewundert werden sollte, weil ich hatte ja keine Bildung. Und John Neumann ist genauso. Und dieses Gespräch habe ich mal mit ihm geführt und da ist jemand, der auch die Kunst, die Ästhetik, die dir vielleicht verworben bleibt, sehr schön in Worte fassen kann und Lust darauf machen kann. Ich gehe ins Theater, ich gehe nicht so gerne ins Ballett, nach wie vor nicht. Ich mag die engen Hosen der Männer nicht. Das mag ich wirklich nicht. Das war gar nicht lustig. Ich finde, das mag ich nicht. Nein, verstehe ich. Ich finde auch die Leggings bei den meisten Frauen nicht schön. Das mag ich Leggings einfach nicht. Keine Auffassung. Ich finde das faszinierend mit der Art und Weise, Sachen kommen zurück. Das andere ist ja, und da stelle ich mir vor, dass ihr da auch wahnsinnig werdet als Köche. Das hat es ja früher auch so nicht gegeben. Man kommt an den Tisch und dann sagt, dieses Gericht finde ich gut, aber. Ich habe eine Laktoseintoleranz, ich habe eine Glutenintoleranz, ich mag keine Pilze. Es wäre gut, wenn kein Koriander, also wenn ich essen gehe, stelle ich fest, wenn ich mit anderen Leuten essen gehe, dass wir fast kein Gericht so bestellen, wie es vorgesehen ist, sondern immer extra Wünsche haben. Und man findet das ja so für sich als Gast selbstverständlich. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man in der Küche steht und praktisch 300 Gerichte verkauft, ich weiß nicht, und da sind 200 extra Wünsche dabei, dass man sich denkt, oh Leute, macht doch euren Kram alleine. Also es ist inzwischen so, dass wir unsere Gerichte darauf abgestimmt haben, also um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, um es zu vereinfachen. Weil natürlich entdecken wir auch eine Häufung von Bedürfnissen bei den Gästen, die ich manchmal in bestimmten Situationen für grenzwertig empfinde, weil man den Prozess dahinter natürlich nicht berücksichtigt. Das ist nicht so, dass ein Koch da steht und nur sie bekocht, sondern ein Koch bekocht gleichzeitig 10, 12, 14 Leute. Und wenn er jetzt den kompletten Fokus auf dieses eine Gericht legen muss, fehlt er bei den anderen 11 bis 12. Wenn ich bereit bin, den Preis zu bezahlen, und da reden wir jetzt von einer Manpower, nicht dem Produktpreis, dann kann ich für jeden Einzelnen kochen. Da habe ich kein Problem mit, das ist nicht mein Ding. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es eine höhere Empfindlichkeit gibt auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die lasst ihr dann jetzt weg? Bitte? Die versucht ihr automatisch wegzulassen dann? Ja, wir versuchen zum Beispiel Knoblauch komplett wegzulassen inzwischen, außer bei Gerichten, wo sie wirklich existenziell sind, damit wir einfach eine größere Bandbreite haben. Gluten bei den Dingen, wo sie wirklich nicht richtig wichtig sind, ist auch schon gar nicht mehr drin. Aber wir sind nicht glutenfrei, also weit davon entfernt. Aber sonst hast du mal zur Soßenbindung vielleicht ein Mehl genommen oder zum Panieren oder zum Abstäuben beim Anbraten. Das sind so Dinge, das haben wir dann peu a peu rausgeschmissen. Wenn ich eine Liste habe, dann wäre es nett von dem Gast, uns diese Liste im Vorfeld zukommen zu lassen, weil wir dann entweder in der Produktion darauf reagieren können, einen Schritt auszulassen, wo dieses Produkt hineingegeben wird, oder eine intelligente Alternative zu finden. Ich glaube trotzdem auch, dass wir jetzt gerade ähnlich wie bei allen neuen Dingen in einer Findungsphase sind und dass sich das irgendwann normalisieren wird und auch diese Über-die-Individualisierung der Bedürfnisse eines Gastes auch irgendwann mal wieder sich down-seist. Ich habe es nicht, ich kenne es nicht, meine Freunde, also mein Freundeskreis ist Gott sei Dank, also ich kenne es nicht. Es gibt ein Produkt bei mir im engen Umfeld, was nicht sein darf, was unerklärlich ist, ist Petersilie. Sichtbare Petersilie darf nicht sein. Das melde ich an, wenn ich in ein bestimmtes Restaurant, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Kevin gehen würde, dann würde ich sagen, Kevin, bei uns bitte keine Petersilie, weil seine Gerichte so dezidiert langwierig vorbereitet und ausgearbeitet sind, dass er in der Sekunde nicht mehr reagieren kann. Bei Kevin Finning gibt es ja auch keine extra Wünsche, der sagt, das ist das Menü, ist es oder nicht. Ich als Vegetarier zum Beispiel kann da nicht hingehen, weil er sagt, er kocht nicht vegetarisch. Es gibt kein vegetarisches Menü in the Table. Aber das muss man, weil die so schwierig vorzubereiten sind. Ja, es ist so. Kevin gehört zur Weltspitze. Kevin ist kein Koch, wie ich ein Koch bin. Kevin betreibt keine Gastronomie, wie ich Gastronomie betreibe. Kevin betreibt ein, das ist genau das, was er will. Und ich finde, auch da darf man Respekt vorzeigen, dass er das sagt, ich will das so und ich möchte mich nicht nach links und nicht nach rechts bewegen. Nimm es an oder lass es sein. Du gehst ja auch nicht ins Theater und kannst die Inszenierung mitbestimmen. Du gehst nicht in ein Konzert und kannst sagen, du, ich will lieber, mir ist heute mehr nach Italo-Pop. Kannst du ein bisschen was in der Richtung machen? Wäre auch nett. Du gehst nicht zu Helene Fischer und sagst, kannst du mal echt mal ein bisschen die Grunge-Nummer rausholen? Dann nimmst du das an. Und in einer bestimmten Form der Kulinarik finde ich das auch angemessen. Also bei Kevin, ich wollte gerade sagen, ob es doof ist, aber das ist nur dieses Intuitive bei mir. Ich bin Gastgeber und ich möchte, dass der Gast glücklich ist. Und ich möchte nicht, dass der Gast sich mir unterordnet. Das ist aber kein Wettbewerb und bitte nicht verstehen als Kritik. Ganz im Gegenteil, ich verstehe das Bianc, ich verstehe alt Kevin. Wen haben wir noch in Hamburg? Wir haben Rüfer natürlich, großartiger Koch. Und da verstehe ich das, dass man da bitte sowas eher zurückkommt. Hast du alle Sterne-Restaurants in Hamburg schon einmal so durch? Alle bis auf eins, ja. Was ist mit dem denn los, mit dem einen? Ach, weiß ich nicht. Mit dem Landhaus? Nee. Nee, 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 nee. Bei einem warst du nicht. Hä? Bei einem warst du nicht. Bei einem Restaurant. Stimmt. Sag mal, bei wem warst du denn schon? Nein. Ich erinnere mich gerne an die Folge. Die zwei. Ich hatte tatsächlich bei Kitchen Impossible, du warst ja auch mal, dich hat mal irgendeiner zu Kevin Feeney geschickt zum Kochen. Und tatsächlich war das so eine Folge, wo ich dich echt unglücklich gesehen habe, oder? Da warst du, das war gar nicht deins. Na ja, ich esse gerne bei Kevin, wirklich wahnsinnig gerne. Ich habe auch Kritikpunkte an Kevin, auch das, aber die würde ich nicht, das geht niemandem in der Öffentlichkeit was an. Wir haben auch so ein bisschen so ein kollegiales, ich will nicht sagen Hass, aber wir haben ja ein Interview auch zusammengeführt. Was eben wirklich spannend ist, und ich finde ja, nur weil ich so denke, heißt ja nicht, dass ich den anderen nicht in meiner Welt begrüßen darf und andersrum genauso. Aber ich finde auch, es gebührt sich auch nicht alles toll zu finden, wenn man auch vielleicht eine Idee hätte. Oder vielleicht auch sagt, ist bei mir ein bisschen anders, muss man nicht so haben, wenn gefragt wird. So, das meine ich. Aber damals war das nicht, war das nicht mein Eindruck falsch? Dieses Gericht war ein... Ich hatte das Gefühl, du fühlst dich nicht wahnsinnig wohlgefühlt. Es gibt so Dinge, das ist einfach... Mit Pinzetten und so. Das sowieso nicht, also Pinzetten, das kenne ich auch aus der Schönheitspflege, aber eben so wie da gearbeitet wird, brauchst du, um eben die kleinen Dinge auch da anzufassen, um das da irgendwie auf den Teller raufzukriegen. Aber das sind dann manchmal so Techniken und die Techniken sind für mich manchmal rin und dann und also wiederholen sich so oft und dann denke ich schon, oh, habe ich schon gesehen, nicht bei Kevin jetzt. Und dann gibt es auch Geschmäcker, wo ich zwar sehe, was mir erzählt werden soll, aber weil man Angst hat vor der Ecke, wird man ein bisschen gefällig und so. Und dann hatte ich so einen Teller, den ich nachts abbasteln musste, den ich wirklich intellektuell nicht verstanden habe. Okay. Den musste ich nachkochen und da waren sehr viele Techniken drin, die ich kenne, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, also gar nicht, gar nicht. Wo ich auch wirklich, ja, wie ein Kind am Quengelbereich an der Supermarktkiste, da will ich mich auf den Boden schmeißen und sagen, nein, esse ich nicht, will ich nicht. Also ich esse es gerne, also wenn das jemand für mich macht, ich will das nur nicht selber machen. Also ich gehe auch, was soll ich sagen, also ich bewundere die Kunst, ich genieße die Kunst. Wenn das jemand anderes macht, ich selber nicht. Nein, danke. Wie schwierig ist es, Sterneköche davon zu überzeugen, bei Kitchen Impossible aufzutreten? Weil per se haben sie mehr zu verlieren als du. Wenn du gegen Sternekochter abstinkst, so. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Deshalb habe ich da ein gewisses Selbstbewusstsein. Also ich sage mal so, Kevin Fehling hat Schiss. Der war noch nicht da, ne? Nee, nee, der hat Schiss. Du hast ihn schon mehrfach angesprochen? Mehrfach angesprochen, der hat wirklich Schiss. Also er formuliert es anders, aber ich sage, der hat einfach Angst. Weil er nur verlieren könnte, weil er natürlich, ich weiß, dass er auch eine Rechnung mit ihm offen hat. Und da würde ich auch die Messer wetzen, das schwöre ich dir. Aber wenn Kevin Fehling ist so ein lieber Kerl. Ist er, trotzdem war der Schiss. Trotzdem war der Schiss und sagt, er will nicht in den Ringkampf, aber sagt, er sei Boxweltmeister. Da kann er nicht die Fresse aufreißen, da muss er auch mal die Fäuste heben. Und die anderen und auch viele andere, also gibt es viele Sterne? Man lächelt gerade, dass man das jetzt gerade falsch versteht. Und die anderen Sterne Köche? Nein, grundsätzlich, das Format ist so wunderschön, weil es nicht um einen Wettbewerb geht, sondern weil es darum geht, den Transport von Kulinarik zu betreiben. Wir Köche können uns alle sehr ganzheitlich darstellen. Wir müssen nicht nur in einer Jacke dastehen und sagen, also mein Weg, das Steak zu braten, das ist, dass ich es erst mal 14 Minuten bei 127 Grad rückwärts angare, sondern um es dann, und natürlich erst am Ende, sei es mal, oh, da wird die Flur. Also wir müssen nicht keinen Scheiß reden, sondern können uns als Persönlichkeiten darstellen, wir können unsere Emotionen darstellen, wir können, wir beschäftigen uns wahnsinnig viel mit der Thematik, wie können wir den Gast begeistern. Wir beschäftigen uns wahnsinnig viel damit, wie kann ein Gericht sein. Wir zweifeln, wir scheitern, wir entwickeln, wir versuchen kreativ zu sein. Und das macht dieses Format. Das Format hat gestandene Männer weinend gezeigt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich habe in der Sendung fast geweint, als ich im Rahmen dieser Sendung nach London zurückgekommen bin und wir haben eine Drehpause genutzt und haben das Haus besucht, wo ich früher drin gewohnt habe. Und das war eine echte Absteige. Und das war das allererste Mal, dass ich so einen Moment hatte, dass ich so auf was zurückgeblickt habe, wo ich eigentlich herkomme. Da reden wir von dieser doch relativ harten, entbehrungsreichen Zeit. Ich habe schlecht Englisch gesprochen, ich hatte Heimweh, ich war der einzige Deutsche im Ritzhotel und hatte harte englische Jungs gegen mich, die auch mit einem gewissen Hooligan-Aspekt sozusagen mich auch an die Seite gedrückt haben. Ich weiß noch, wie ich meinen Vater mal telefoniert habe, aus der Telefonzelle raus, weil es gab kein Handys damals, und geweint habe, weil ich nach Hause war. Ich war 23 Jahre alt und ich zerbreche, das ist mir zu hart. Und hatte kein Geld, war so dieses, was will ich heute, will ich heute betrunken sein. Also lege ich ein bisschen Geld zurück, um mir leicht an reinzukleben mit so einer billigen 2-Liter-Flasche Cider, was du auch, du hast manchmal das Bedürfnis nach Entlastung gesucht, oder kaufe ich mir Toastbrot, weil ich hungrig bin. Und das war so eine Zeit, und der Teppich... Warum wolltest du nach England unbedingt? Weil ich nach Amerika wollte und da nicht hingekommen bin. So, dann hast du gesagt, okay, wenn das nicht... Naja, eigentlich wollte ich nach Amerika, weil ich hatte den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich dachte, ich bin fleißig, ich bin wirklich fleißig. Und ich kenne das von frühen Jahren an und sehr, sehr früh, dass, wenn ich mich physisch zur Verfügung stelle mit Arbeit, dass ich mir dann sozusagen mein Leben wieder mitfinanzieren kann und muss. Und da habe ich halt so diesen Traum gehabt, nach Amerika zu gehen. Und weil ich aber nicht qualifiziert genug war, keine Arbeitsgenehmung gekriegt. Und ich war jetzt auch nicht im sonderlich guten Umfeld, dass man sagen hätte können, ja, dann nimmst du den Anwalt oder holst du hier irgendwie so. Und Pinneberg halt, kleiner Junge Pinneberg. Und die Sprache, die ich so ein bisschen konnte, französisch habe ich zwar in der Schule gehabt, aber mehr als mal Bicycle de Rouge ist da auch nicht hängen geblieben. Und MTV, Musik, ein bisschen dachte ich England und bin nach London gegangen. Du sprichst gut Englisch. Nicht, ich bin nicht. Ich finde aber, wenn du dann bei Kitchen Impossible... Also jetzt reden wir Deutsch. Ja, das ist Deutsch. Okay, gut. Aber bei Kitchen Impossible, ich fand das, ich habe gesagt, wow. Also man muss ja auch mal den Mut haben, das so anzusprechen. Und du musst ja auch wissen, wie heißen die ganzen... Das ganz große Problem, und das finde ich sogar wirklich ein wahnsinnig spannendes, weshalb ich auch sehr, sehr, sehr... Du kannst zwar kommunizieren, du kannst dich bewegen, du kannst Smalltalk in der Kneipe haben. Aber was ganz schwer ist, zum Beispiel in einer fremden Sprache, obwohl du vielleicht die Worte kannst, ist Humor. Mir fehlte Humor. Mir fehlte komplett mein Humor. Deshalb ist meine Sprache manchmal recht rustikal, weil ich mit einem Fuck you mehr erziele, als einen lustigen Witz zu erzählen, der ja über Tonalitäten funktioniert, der ja über Stopp, Pausen, Rededinge, Unterlassungen oder Weglassungen funktioniert. Das kann ich nicht in der fremden Sprache. Und Gefühle. Stimmt. Red du mal wirklich über Gefühle in der fremden Sprache. Also die Zwischentöne, nicht die Lauten, nicht das erste Impulsive. Red mal darüber. Ich meine, du redest in derselben Sprache mit deiner Frau, und trotzdem ist Kommunikation, was Emotionalität angeht, wahnsinnig schwer. Und das jetzt noch in der fremden Sprache. Und das lässt sich vereinsamen. Das bewundere ich übrigens immer bei Menschen, die aus verschiedenen Nationalitäten kommen, weil nämlich genau das der Punkt ist. Du kannst sagen, wenn du dem anderen sagen willst, dass du ihn liebst, das ist halt schwierig, wenn der andere nicht deine Sprache spricht. Also es ist eine andere... Und das vielleicht hat auch ein bisschen nochmal, wenn man jetzt auf Menschen guckt, die eben einen anderen Hintergrund haben als wir, also nicht die... Vielleicht ein bisschen gucken, was Sprache eigentlich, wie schwer das ist. Deshalb glaube ich auch dran, dass Sprache eins der wichtigsten Elemente ist, wenn du irgendwo hingehst, dass man, um überhaupt so etwas wie ein Angekommen zu zeigen, Sprache wichtig ist. Das macht Spanien zum Beispiel. Ich habe mir eine Zeit lang mal auf Mallorca ein Häuschen gehabt. Und... Ich denke in Kappeln. Also... Nee, in Kappeln war... Da haben wir in so einem schönen Landguthhof gewohnt, so ein Stallgebäude, so ganz süß, 50 Quadratmeter. Und auf Mallorca war das so für mich die Dependance, als ich hier so anfing. Und da stellt der... Die Dorfgemeinschaft oder die jeweilige Gemeinde kostenlosen Sprachunterricht zur Verfügung für alle Zugereisten. Für alle Leute, die dort... Und dann gehst du in die Grundschulen und kannst zweimal, dreimal die Woche die Sprache lernen. Das habe ich jetzt auch nicht so intensiv gemacht, wie viele der Deutschen, die auf Mallorca sind. Aber ich fand das einfach geil, diesen intelligenten Ansatz. Und zwar frei zur Verfügung. Das ist so... Ja, du willst die Sprache... Du bist unser Gast. Du willst die Sprache lernen. Herzlich willkommen. Wir helfen dir dabei. Wahnsinnig smart. Und ich sage mal so... Damals war es so, ich hätte mir auch eine Sprachlehre leisten können. Ich fand es aber sehr viel schöner, mit anderen Menschen diesen Prozess durchzusetzen. Sprichst du Spanisch jetzt? Nein. Also ich... Das ist... Vor allem, weil auf Mallorca ja auch nicht wirklich Spanisch gesprochen wird. Das ist auch mal Kadalan. Kann man so mal was... Und ich habe einen Hang zu Leuten, die auch eher aus der ländlichen Region dann entspringen und die sprechen eine Sprache, das ist katastrophal. Ich habe Gott sei Dank die Sprache der Gastronomie. Für mich, das heißt, Kulinarik ist eine globale Sprache. Das ist auch Kitchen Impossible, wieder so schön zu sehen, wie gleich wir doch eigentlich ticken. Welche Prozesse wir eigentlich haben. Wie ähnlich wir uns sind. Ich nenne es immer deine Mutter, meine Mutter. Wir haben alle dieselbe... Es ist so ähnlich. Es geht bei diesem Begriff, das war mir gar nicht so klar, bei diesem Begriff Cheflos. Chef heißt in der Kulinarik bei Köchen immer, das ist der Koch. Ja. Also Chef ist Koch, nicht Chef. Genau. Chef ist Koch, nicht Chef. Genau. Was hat das jetzt mit der Sprache zu... Achso. Nein, nein, nein. Achso, hallo. Hallo. Gut, finde ich gut. Vielen Dank. Ich höre Ihnen genau zu. Gut. Für Sie, ich sage mal so, das müssen Sie jetzt mit Ihrem eigenen Gewissen so ein bisschen vereinbaren. Also, die offizielle Zeit ist abgelaufen. Ist schon? Die offizielle Zeit ist abgelaufen. Hast du eine Frage gestellt von da? Ich habe eine Frage. Wir sind doch... Ich komme gleich noch zurück über Olaf Scholz. Oder sind wir noch beim Intro? Ich habe tatsächlich... Das ist noch nicht mal die zweite Seite. Nimm mal Intro. Aber ich würde sagen, bleiben Sie einfach... Es ist ja so, irgendwann kommt jemand rein, dadurch, dass es ja so wenige sind, im Moment noch, und muss dann... Das musst du nicht so sagen. Nein. Sie muss dann... Die Stühle müssen desinfiziert werden und so. Und um 5 Uhr kommt die nächsten. Da kommt das alle ganz voll. Ich habe gelernt, es wird nicht gelüftet, weil permanent hier ein System ist, dass die Luft in der Stunde neunmal austauscht. Man merkt es auch. Es ist nicht so warm hier. Aber das ist ja gut für uns. Also, Sie müssen nur irgendwann... Vielleicht, wenn Sie... Es wäre natürlich blöd, wenn Sie jetzt aufstehen. Bleiben Sie sitzen. Wenn das Hotelpersonal reinkommt, der Direktor, das ein ganz lieber ist, dann müssen wir gucken und dann sagen wir ganz... Wie, ist schon halb vier? Wussten wir nicht. So, dann können wir uns ja mal so ein bisschen zusammenrollen. Gibt es denn Fragen mal von Ihrer Seite aus? Ja, gibt es Fragen. zu haben. Wir plabbern so da rum die ganze Zeit. Vielleicht müssen wir... Vielleicht kann irgendjemand... Sie bitte, Max, du... Hast du mal das Mikro kurz oder wollen Sie laut sprechen? Sprechen Sie laut. Toll. Ich wiederhole die Frage noch, falls sonst... Ja, laut und deutlich. Also, ich erzähle es noch mal für die, die am Podcast sind. Die Frage ist... Stimmt, die hätte ich vorhin auch nachfragen müssen. Du hast ja gesagt, wenn es Sonderwünsche gibt, die geht, aber das könnte dann teurer werden. Damit das dann vielleicht auch mal aufhören. Damit das mal aufhören mit diesen Sonderwünschen. Also, ich sage mal so, wenn man es ernst nimmt und ich bin jemand, ich glaube in den meisten Fällen an das Gute im Menschen und eine Allergie kann man halt nicht wegkaufen. Das ist das Problem, wenn du eine hast, wenn du wirklich auch Probleme hast. Wir haben das Problem, wir haben sehr viel, da bin ich bei dir, wir haben sehr viele schlechte Erfahrungswerte. Soll reißen, es gibt ganz viele Allergien, die basierend sind auf eine bestimmte Ernährungsweise. Also, Gluten ist eins meiner Lieblingsbeispiele, dass eine empfundene Glutenallergie oder wirklich ganz selten vorhanden ist. Ganz, ganz selten. Was du hast, du hast eine, und das ist sehr häufig wiederum, du hast eine körperliche Reaktion auf industriell verarbeitete Lebensmittel. Das hat was mit den geringen Gärzeiten zu tun, mit den geringen Standzeiten von der Teigentwicklung. Da ist ein Produkt, das baut sich automatisch ab, wenn du den Teig, deshalb sind handwerklich artisan-gemachte Brotsorten oftmals überhaupt gar kein Problem, obwohl Mehl drin ist. Das ist das Einzige, wo man sagt, da bin ich so ein bisschen bei dir, hört zu, fragt, habt ihr eine Unvertretlichkeit, habt ihr eine, mögt ihr es einfach nur nicht, seid ein bisschen offen, auch dem Gastronomen hin und wieder gegenüber, ich mag es nicht so gerne, wenn ihr es, wenn ihr es nicht einsetzen müsst, bitte lasst es weg. zu sagen, ich möchte das so, wie ich das möchte, dann bin ich ein bisschen bei Kevin Fehling, ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen, obwohl ich prinzipiell sehr positiv demgegenüber eingestellt bin. Teurer machen, ja, nein, wenn du wirklich ein Bedürfnis hast, oder wirklich eine Empfindlichkeit hast, und du hast die Chance, bei der Reservierung eine Information abzugeben, gib die Information ab. das würde das Leben viel einfacher machen, in vielen Bereichen. Ich meine nicht, wie alle Dinge, ich meine eher gewusst, bitte gehöre, auf die Anwendung zu verantworten. Sag nochmal? Ja, auf was hast du Lust? Was? Ich meine, das sind ja auch, dass die ein Zähneter, die ein Zähneter, ja, die ein Zähneter, und 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 die ein Zähneter, dass die dann eben, die ein Zähneter, das gibt es ja, es gibt Konzepte hier, ich weiß nicht, ob das Cliff das noch macht, das habe ich damals sehr abgefeiert, die haben Pizza verkauft, und wenn du keine Ananas haben wolltest, hast du einen Euro mehr bezahlt, weil du die Prozesse unterbrochen hast, also das ist so, es gibt andere Konzepte, und das finde ich auch gut, die basieren darauf, dass du dir das zusammenstellen kannst, das hasse ich wie die Pest, ich gehe essen, ich habe Gott sei Dank keine einzige Unverträglichkeit, ich habe nichts, was mich mehr oder minder wirklich übermäßig belastet, das heißt, ich mache am liebsten, der Koch soll bitte schicken, was er schicken will, Das ist ja nicht das Beste, dieses Überraschungsmenüs, was du im Weißen Haus hattest, und was es ja auch in der Bollerei gibt, einfach sagen, ich finde es ja manchmal auch anstrengend, mich durch diese Karten durchzuholen, ich vertraue doch, wenn ich zu meinem Restaurant gehe, vertraue ich dem Koch allen, dann sage ich, so, pass auf, ich sage dir zwei Sachen, ich bin Vegetarier, und bitte nicht, wenn man Vegetarier ist, muss man mal sagen, kriegt man sein Leben lang vor allen Dingen Pilzgerichte, weißt du, weil alle Leute sagen, ah, der ist Vegetarier, dann bringe ich mal Pilz, meistens kriegst du Nudeln mit Pilzen oder Pilzrisotto, das kriegst du die ersten zehn Jahre als Vegetarier, und dann fängst du an zu sagen, ich mag keine Pilze, so, aber dann gehe ich zu euch und sage, Pommes, Ketchup, Überraschungsmenü, vegetarisch, gehen Sie einfach, wir finden es nicht als unhöflich, sehr gerne, ja, wir finden es nicht als unhöflich, und irgendwann müssen man, irgendwann kommen die anderen auch, nochmal, das ist doch eigentlich für einen Küchenchef das Beste, wenn man einfach nur Menüs verkaufen kann, greift die Frage mal auf, weil grundsätzlich ist es so, die Struktur eines Restaurants, machen sich die meisten, glaube ich, gar kein Bild von, wie ein Restaurant funktioniert, das heißt, wir arbeiten den ganzen Tag und schaffen ein Mise-en-Place, alles in Schüsselchen, vorgekocht, die Soßen gezogen, hingestellt, in diesen Zubereitungen sind teilweise Zutaten drin, die wir nicht mehr extrahieren können, diese Zubereitungen haben teilweise mehrere Stunden Kochprozess, die lassen sich nicht in 20 Minuten, ein Koch, wenn Sie eine Bestellung abgeben, ist nicht nur für Sie da, der ist für viele andere Menschen in diesem Restaurant auch da und wenn ich den komplett abziehe, um ein Gericht zu extrahieren, weil eine Sache es ist, dann ist da natürlich immer ein gewisser Unmut. Also verstehe, der müsste es quasi, in Wahrheit müsste er es von vorne neu kochen, richtig, müsste es alle Menü kochen, das ist schwer, dann ist das Prinzip einer Küche auch, die ist teilweise so exakt ausgearbeitet, und wir in der Bollerei machen ungefähr 250 bis 280 Gäste am Tag, da kocht ein Koch die Bestandteile eines Gerichtes, der andere kocht die Bestandteile eines Gerichtes und die müssen exakt für acht bis zehn Leute aus der gesamten Speisekarte, da reden wir dann auf einmal von 24 bis 25 Komponenten, die auf die Minute genau, ich sage extra nicht Sekunde, auf die Minute genau von mehreren Leuten auf die Teller gebracht werden können, damit der Service auch noch gleichzeitig da ist, um das dann auch wieder rauszutragen. Wenn jetzt eins dieser Räder sozusagen ins Stockern gerät und man bringt ein Produkt raus und das dauert zwei Minuten länger, dann ist das für dieses Produkt nicht schlimm, aber für die anderen 48, die bereits dastehen, und da reden wir von Garpunk, da reden wir von Temperaturen, und da reden wir von Konsistenzen, da reden wir von, deshalb sage ich immer, jede Information, die man hat, hilft uns im Leben weiter und wir sind, ich glaube eben nicht, dass da wahrscheinlich Gastronomen, es verweigert sich keiner, keiner will das nicht außer Kevin Fehling, aber der hat einen künstlerischen Auftrag, deshalb auch da, aber wir wollen ja, dass ihr das bekommt, was ihr auch braucht, aber es ist halt nicht immer ganz leicht und ich habe zum Beispiel ein wirklich unfassbar dummes und dämliches Beispiel von so einer richtig blöden, dummen, veganen Bloggerin, Influencerin bei mir im eigenen Laden gehabt, wir haben vegane Gerichte, wir haben vegetarische Gerichte, nur weil ich jetzt Veganer oder Vegetarier bin, muss ich ja nicht das eine Gemüse mögen, muss ich ja nicht eben Pilze mögen, so das ist, wir versuchen genauso wie der anderen Kulinarik auch einen sehr breiten Geschmack darin abzudenken, deshalb Pilze, hat eine saubere Erklärung, bietet Umami, Umami in der Gemüseküche ist wahnsinnig schwer herzustellen, das ist dieser Geschmack, der vollmundige Geschmack, der hier, wenn ich bei dir Glutamat reinknallen kann, dann mache ich auch Kopfsalat lecker, also fleischig lecker. Du meinst das, was an das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, dieses Gefühl, das ist Umami. Das ist Umami, das wird im veganen Bereich noch einen Ticken herausfordernder, weil Käse ist ein Produkt, wo auch im Serfi, also Parmesankäse, Umami drin ist und um das Umami aus Gemüse zu extrahieren, musst du echt gut sein und du musst vor allem Zeit haben und du musst behutsam arbeiten. Das ist nicht mit klack, 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 zweimal in der Pfanne durchgeschmackt, du kannst mit Pasten arbeiten, mit Gewürzen, aber es ist eben, um da auch mehr als nur Mass auf den Teller zu kriegen und mit derselben Berechtigung, so wie wir sonst Aromen zusammen zu konstruieren, wollen wir dir was geben, das dauert Zeit. Warum habe ich den Schmack jetzt gemacht? Die Bloggerin. Die Bloggerin. So, kommt hin, Veganerin. Und ihr gefällt das nicht auf der Karte. Wir kein Problem. Und meine Köche geben Vollgas und machen richtig schöne Sachen. Also arbeiten, wir haben ein bisschen ein Mise en place an bestimmten Dingen, wo wir dann auch drauf zurückgreifen können, weil die Fragen sich halt wiederholen. Deshalb gehe ich nicht jedes Mal immer wieder in die Windmühle rein, sondern bereite mich halt vor und kochen. Und irgendwann sagt diese Bloggerin, ob meine Köche zu dumm seien, einfach nur Kartoffeln und Gemüse auf den Teller zu packen. Die haben sich Mühe gegeben, Geschmäcker herzustellen, aber sie in ihrer kleinen Influencer-Blase hat das, die wollten wahrscheinlich so einen Rote-Beete-Couscous-Salat haben oder irgendwie so, was in diesen allgemeinen Fitness-Bums-Buden verkauft wird. Also irgendwas war da, es passte was nicht. Und dann haben meine Köche, und dafür feiere ich die bis heute, und meinen Service feiere ich bis heute, haben einen ganzen Blumenkohl und Pommes auf den Teller gepackt und haben das rausgeschickt. Und die war so wutentbrannt und hat den Laden direkt verlassen, weil sie gemerkt hat, dass wir sie jetzt verarschen. Weil sie einfach respektlos war. Sie war respektlos dem Mechanismus gegenüber, sie war respektlos den Leuten gegenüber und das gehört sich auch nicht. Also das heißt, irgendwann ist dann schon so ein Punkt erreicht, wo du sagst, wo ihr sagt, jetzt reicht's. Der ist bei mir ganz schnell. Also Respekt, Respekt. Wo du dann auch zu Leuten sagst, wisst ihr was, ist nicht euer Restaurant. Ja, da habe ich ganz viele Geschichten. Also jetzt kürzlich vor drei Tagen, da habe ich mich sehr geärgert über meine Mitarbeiter. Wir hatten eine Veranstaltung und die Gäste waren einer Mitarbeiterin werbeher sehr übergriffig gegenüber und ich wurde gesagt, schmeiß die raus. Also das ist mir egal, das interessiert mich gar nicht. Die haben dann so, das fernaschen wir aber auch später noch. Also wirklich so dumme Sätze, die auch echt nicht mehr zeitgemäß sind, noch nie waren, aber jetzt noch sehr viel weniger. Und ich habe das an dem Abend nicht da und ich habe das nur im Protokoll gelesen, dass da eben diese Verbalattacken waren und gesagt, dann mach das zu. Das ist auch, ein Gastgeber hat die Pflicht, sich um seine Gäste zu kümmern, dass sie sich meinen Mitarbeitern korrekt verhalten. Wenn jemand schnipst, kann ich gar nicht erhaben. Das ist so das Schlimmste, da geht mir sofort der Kamm hoch. Wenn wirklich in irgendeiner Form, wir wissen alle verbal, ich will in keine Klammer reingehen, raus. Muss ich nicht haben, dafür ist das Leben zu kurz und dafür sind wir alle zu klar darüber. Meine Lieblingsgeschichte ist, und das ist ein Exzess gewesen, auch wieder eine menschliche Reise über den Tag. Wir hatten zwei Gäste da, die haben sich über irgendwas beklagt und haben sich immer wieder besperrt und immer wieder besperrt und immer wieder besperrt. Und wenn ich irgendwann hingegangen habe, gesagt, es tut mir wirklich leid, wir geben uns gerade wirklich Mühe, aber wir wissen nicht, wie wir es in Recht machen können. Und dann war der ein bisschen pampig zu mir, also war an der einen Stelle auch verbal nicht ganz fein und dann meinte ich, naja gut, dann betrachten Sie sich bitte für den heutigen Abend als eingeladen und bitte gehen Sie. Und er sagt, dann nehme ich eine Flasche Champagner. Dann rutschte mir noch so ein Lachen raus, weil er dachte, ich gebe dem jetzt noch eine aus. Auf jeden Fall bin ich weggegangen vom Tisch und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Komm, wir stellen den Service ein, das ist jetzt gut, wieder zum Tisch, wir würden Sie jetzt nicht, wir setzen den Känz, wir würden Sie jetzt halt nicht weiter bedienen wollen. Und egal. Dann bleibt er sitzen, ich gehe wieder zum Empfang, er steht auf, geht mir hinterher, ich denke, er will mit mir reden und dann sagt er nur so, talk to my hand, geht an mir vorbei und hält mir die Hand ins Gesicht, zwei Zentimeter vor meinem Gesicht und ich denke, wow, Kollege, ich habe Hausrecht hier, das ist mein Laden, das ist nicht nur, weil du hier gerade isst, kaufst du irgendwas. Und dann habe ich gedacht, schön, rufe ich die Polizei jetzt. Dann habe ich aber gedacht, die Polizei zu rufen, weil du wolltest den Laden nicht verlassen. Das ist die Spollerei, die Polizei ruft, um mir was rauszuschmissen, wie albern können wir eigentlich noch werden. Das ist ja so, Entschuldigen, ihr Ast vom Apfelbaum hängt über mir. Also das war wirklich Quatsch und dann bin ich zu seiner Frau, die noch am Tisch saß, hingegangen und habe gesagt, bitte, tun Sie mir einen Gefallen, Ihr Mann benimmt sich hier gerade echt wie Arsch im Arsch mit Eimer. Und mir sind die Hände, ich muss reagieren, ich kann das nicht mehr akzeptieren. Und er sagt, das tut mir so leid, wir haben heute unseren Hochzeitstag, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Oder vielleicht deswegen. Hä? Vielleicht deswegen. Habe ich auch gedacht im ersten Moment, habe ich aber nicht gesagt. Und dann ist er wieder an den Platz zurückgegangen, und dann habe ich gesagt, komm, das ist so ein Quatsch, was wir hier gerade machen. Das ist, warum, wir sind beide doch mit dem Willen hier, und wir haben uns selber in eine Sackgasse rein manövriert, wo wir beide nicht mehr rauskamen. Also, habe ich tief durchgeatmet, und ich war, ich war dann davor, die Polizei zu rufen. Also, das ist, das ist High Level dann. Und bin dann zu ihm hingegangen, zwei Karten unter dem Arm, und habe gesagt, schönen guten Tag, schön, dass Sie heute hier sind. Ich habe gehört, Sie haben heute den Hochzeitstag, habe Ihnen zwei Speisekarten in die Hand gedrückt, und habe gesagt, was darf es als Aperitif für Sie sein? Also, habe den Abend nochmal durchgespielt, habe nochmal von vorne angefangen. Und du saßt richtig in ihm, wie er so in sich zusammensackte und durchatmet, und sagte, Gott sei Dank, komme ich aus der Nummer hier gerade wieder raus. Und sind Stammgeister bis heute. Also, wir haben Freundschaft, weil wir beide auch den Respekt voreinander hatten, einzugestehen, dass wir beide vollkommen verlaufen waren, dass wir beide komplett in die falsche Richtung unterwegs waren, waren, dass wir eigentlich nur wie zwei Gockel aufeinander los sind und keiner konnte zurückziehen. Und wir hatten Gott sei Dank diese räumliche Distanz. Die Bullerei ist groß, jeder kann da auch mal von links nach rechts laufen und haben es dann eben geschafft, so dieses Momentum wieder neu aufzuerlegen. Gibt es dann welche, die sagen, ich möchte jetzt mal den Mälzer sprechen, wusste ich, wenn du dann nicht da bist? Ähm, also ich sage mal so, auf Wieder schauen. Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Darf ich fragen, wie Sie heißen, die junge Frau? Ja? Kono. Weil Sie erinnern mich wahnsinnig an meine Grundschullehrerin, Frau Sass. Hä? Nee, die war toll. Die war richtig gut. Weil die hat gesagt, wenn der Mält, das ist lustig, ich muss gerade dran denken, weil sie hat wirklich zu meiner Mutter damals gesagt, als ich von der vierten in die fünfte bin, also der Junge ist wach, der muss mit dem Labern aufhören, sonst kriegt er die Schulter, da geht er nichts gebacken im Blitz. Und jetzt sitze ich hier und labere einfach professionell. Auch gut. Schön, vielen Dank. Weißt du, weißt du, was mein Deutschlehrer gesagt hat? Beim Abitur habe ich hinterher mit ihm, Herr Dück, sagte Herr Heider, ich will Ihnen einen Tipp geben für Ihren weiteren Werdegang. Machen Sie nichts mit der deutschen Sprache. Das war sein Tipp. Ich habe Gott sei Dank immer ein gutes Verhältnis zu meinen Lehrern und überhaupt zu den Menschen gehabt, die mich irgendwie gebildet haben. Das waren echt smarte und tolle Menschen. Und mein Rektor, Willi Heilberg. Wo bist du zur Schule gegangen? In Pinneberg. Ja, wo in Pinneberg? Johannes Brahms Gymnasium. Ich habe Abitur gemacht, aber auch wirklich mit 103 Punkten. Wie mit 103 Punkten? Naja, 100 brauchst du. Du warst 103 Punkte im Abitur? Von 900? Ja. In der Prüfung brauchst du 300. Genau, richtig. Und ich hatte 100. 103. 103, okay. Und mit einem Punkt weniger wäre ich durchgefallen. Übrigens war Deutsch mein Abschlussprüfungsfach. Da habe ich einen Punkt gekriegt. Weißt du das Thema noch? Ja, so. Mehr oder minder war es irgendwie die deutsche Kurzgeschichte im Verlauf von mit Schwerpunkt Wolfgang Borchert, glaube ich. Wow. Und ich habe alle Interpretationsbücher auch gelesen und habe gesagt, ich werde nichts wiederholen von dem, was ich gelesen habe, sondern ich entwickle meine eigene Interpretation. Was vielleicht nicht der schlauste Gedanke ist bei einem Autoren wie Wolfgang Borchert, wo jede Interpretation schon getätigt worden ist. Und wenn du dann komplett deine eigene Interpretation noch hast, die wirklich gar nichts mit dem bereits Geschriebenen zu tun hat, könntest du davon ausgehen, dass das Quatsch ist. Aber ich dachte, es ist eine Interpretation, es ist eine Interpretation. Und ich habe das wahnsinnig toll gemacht, fand ich. Ich war um keine Antwort verlegen und ich hatte auch zu einem... Und du hast einen Punkt, also fünf Minus. Eine Fünf, ja. Eine Fünf. Und diesen einen Punkt brauchte ich auch, weil sonst wäre ich durchgefallen. Sonst hätte ich nämlich 99 Punkte gehabt. Das heißt, du hast dann Abischnitt 3,9? 3,8. 3,8. Irgendwer hatte neulich auch einen Abischnitt von 3,8, wo ich dachte, das gibt es doch nicht. Aber auch einer, der extrem erfolgreich ist. 3,8. Also ich muss auch sagen, ich hatte keinen sonderlichen Prüfungsstress. Das muss man sich vorstellen. Die anderen haben Beta-Blocker genommen für die Prüfung. Die waren hier fickrig, die haben gedacht, ihr Leben geht flöten. So viel weiß ich nicht und das bisschen werde ich wohl noch rauskramen können, wenn das ist. Also manchmal ist eben auch ein eingeschränktes Wissen ganz gut. Was waren deine Prüfungsfächer? Sport. Sport, Bio, Deutsch und Geschichte. Ah. Ja, also keine schlechte Kombi. Also jetzt nicht so, dass man sagen muss, muss man sich nicht verstehen. Ich sage mal, in allen Bereichen ist relativ wenig von hängen geblieben. Bei einem ärgere ich mich sehr, Geschichte, dass ich Geschichte immer nur als Daten verstanden habe und nicht als kausalen Kontext. Das ist das, was ich sehr bewundere. Wenn Leute Geschichte verstehen, verstehen, nicht auswendig lernen. Auswendig lernen halte ich immer noch für wahnsinnig dumm. Aber wirklich verstehen und auch Entwicklung, weil das finde ich schon interessant, das reizt mich auch, aber irgendwie bin ich da nicht so. Mir fehlen wirklich viele Inseln, wo ich Dinge miteinander vernetzen könnte. Im Deutschen, naja gut, ich bin noch zu einer Zeit groß geworden, wo man gesprochen hat und deshalb glaube ich, bin ich relativ gut im Sprechen, Rechtschreibung. Hast du gerne gelesen als Jugendlicher? Ja, immer noch. Immer noch. Ja, ich weiß, als Jugendlicher ist das was anderes als heute. Ja, also ja. Ja. Ich finde auch Bücher, als Kind fand ich schon Bücher kaufen sexy. Also ich weiß, dass ich das toll fand, wenn ich Hardcover kaufen durfte. Dass dieser Unterschied zwischen weich, also Paper, Paper heißt das glaube ich, ne? Taschenbuch. Taschenbuch, Paper, wie auch immer. Und wenn du dann wirklich ein Hardcover Buch hattest, das fand ich richtig, das fand ich toll. Ich finde ja auch bis heute toll. Ja. Also deshalb, also auch so, ich mache ja Kochbücher. Das ist jetzt, nein, aber die Haptik, die ist mir wichtig und ich finde auch zum Beispiel, das Machen von Büchern und das Machen von Zeitschriften, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, ein Buch steht im Regal, wie viele, der Band ist sichtbar, nimmt einen Platz in dem Leben eines Menschen ein, ist ein Teil einer Einrichtung, so denke ich mir das. Das heißt, für dich war es dann auch ganz besonders, als das erste Buch erschienen von dir? Und fassbar stolz. Ja. Ja, und vor allem, dass ich noch stolzer war, als ich das erste Buch selber gemacht habe. Also am Anfang gab es ja Leute, ich musste es ja lernen, also da gab es einen Fotografen, da gab es jemanden, der Layout gemacht hat, da gab es dieses und dann bin ich auch Empfehlungen gefolgt, weil ich nicht wusste, wie weit ich mich selber da auch einbringen darf, respektive, man hat mir deutlich gesagt, gar nicht. Und dann habe ich mich dann aber irgendwann durchgesetzt, weil ich dieses Geschenk so toll finde, ein Buch machen zu dürfen. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Jahre keins mehr gemacht, weil ich sage, ich bringe kein gedrucktes Papier auf den Markt, was es nicht wert ist, länger im Regal stehen zu haben. Also dann mache ich Zeitschriften und das mache ich auch nicht abwerten, aber das ist so für den Zeitkreis, für die Schnelligkeit, das ja. Aber ein Buch zu machen, dann betrachte ich als totales Geschenk. Das finde ich unfassbar. Das ist so. Aber gibt es nicht ganz viele, die sagen, Herr Melzer, wie sieht es denn jetzt mal aus, Sie sind jetzt 50, wie sieht es denn mal aus in der Biografie? Sie haben so viel zu erzählen, gibt es wahrscheinlich viele, ne? Ja. Aber ich halte es immer mit den Worten, die interessanten Geschichten, an die kann ich mich nicht erinnern. Und ich habe manchmal das Bedürfnis, weil manchmal glaube ich, habe ich einen ganz schönen, klaren Blick auf bestimmte Dinge, wo ich sage, manchmal muss man nicht so kompliziert denken. Und ich zeige ja auch, dass man mit Hinfallen, Aufstehen, Widerständen, Zweifeln, Schmerzen, Ängsten echt ganz gut auch durchs Leben kommt. Entschuldigung, das Wort, aber ich schreiß mir ja nichts. Also das ist so, ich kann doch über meine Ängste oder ich kann über Dinge reden, ohne, dass ich auf einmal gesellschaftlich nicht mehr wahrgenommen werde. Ganz im Gegenteil, ich empfinde das als persönliche Stärke, weil erst dann, und wenn ich manchmal solche Dinge, dann würde ich manchmal gerne Menschen, die so an sich zweifeln oder auch der Burnout, ich glaube manchmal, dass meine Wahrnehmung des Burnoutes auch da rauszukommen, um sich damit auseinanderzusetzen, sehr viel Schlaues als sehr viele medizinische Fachbücher. Was hast du anders gemacht? Ich habe ausprobiert, was man mir gesagt hat und dann habe ich aber in mich reingehorcht und habe gesagt, was mich wirklich unglücklich macht. Und das war? Damals? Ich mich selber, also ich mich selber, indem ich mir keine Grenze gesetzt habe. Ich habe mir dann das komplette Gegenteil versucht zu setzen und ich habe dann irgendwann für mich erkannt, brauche ich eine Stärke für mich, damit ich für andere stark sein kann und ich muss auch mir gegenüber einen Punkt finden, an dem ich mich verliere. Und der ist sehr weit hinten, aber es gibt ihn. Und den musst du nur rechtzeitig erkennen, dass du darauf zusteuerst. Ich erkenne ihn an den Parametern. Also das ist so, ich habe, kurzes Beispiel, damals habe ich wirklich viel gearbeitet, richtig viel gearbeitet, auch wirklich physisch und auch wirklich mit der Anwesenheit, nicht nur mit dem Kopf. Ich war medial, ich wollte den Leuten gefallen, ich wurde auf einmal beurteilt für Dinge, die ich selber gar nicht beurteilen konnte, nämlich wie bin ich im Fernsehen, was sage ich auf einmal und auf einmal haben andere Leute, die ich überhaupt nicht kenne, eine Meinung, den wollte ich aber auch, wollte denen immer entgegenschreien. Ich meine, ich bin gar nicht so, das wollte ich nicht sagen, ich bin oft unverschämt, aber ich versuche wirklich nicht verletzend zu sein. Wenn ich merke, dass ich jemanden verletzend bin, das ist schlimm für mich, das ist richtig, richtig schlimm. Bist du einer, der sich dann auch entschuldigt? Total. Manchmal auch einen zu viel. Also das kannst du auch gegen mich benutzen. Das tut natürlich die Umwelt. Das muss man ja wissen. Ja, aber das tut ja die Umwelt auch, das machen sie ja. Und dann muss ich das erstmal verstehen und alles verarbeiten. Und dann habe ich versucht, zu der Zeit war ich auch viel unterwegs, sehr viel unterwegs. abends und nachts bis morgens. Und dann auch zur harten Arbeit, viel gefeiert, wenig geschlafen, viel getrunken. Und bin dann eben nach dieser Pause, habe ich auch versucht, sozusagen mein Leben neu zu konstruieren. Und dann hieß es, ja, du musst dir ein Hobby suchen und mach doch mal Sport und versuch doch mal, auf acht Stunden zu reduzieren. Und das habe ich alles artig gemacht und merkte zwar, dass es mir körperlich besser ging, aber dass meine Seele echt gelitten hat. Ich vertraue, ich war richtig, richtig traurig. Da war ich krass zu sehen. Da habe ich gesagt, ich brenne nun mal, ich habe doch Freude. Ich bin manchmal ein Ticken zu laut, manchmal ein Ticken zu fröhlich, aber ich bin das. Und ich muss nur die Parameter erkennen, wann das zu viel ist für mich selber. Ich muss sozusagen wissen, was ist der Eichstrich. Und das ist bei mir relativ einfach. Das sind Menschen. Weil ich liebe Menschen, ich mag Menschen und wenn Nähe von Menschen, wenn diese persönliche Distanz immer größer wird und wenn ich auf die Augen hinten reagiere, dann muss ich mich zuziehen. Okay, das heißt auch, wenn du keine Lust mehr hast, mit Menschen zu reden und mit Menschen zusammen zu sein, weil du merkst, du distanzierst dich von denen oder weil du dich beobst hast? Ich bin in der Lage, inzwischen zu steuern. Ich kann dieses Gespräch exakt auf 90 Minuten legen. Das kann ich. Ich habe nur gerade keine Lust dazu, weil es mir gut geht. Wenn es mir jetzt nicht gut gehen würde, dann würde ich hier sitzen aus Pflichtbewusstsein. Ich würde aber auch nach 90 Minuten, da hinten saß eine meiner Assistentinnen, dann hätten wir zwei Ausreden. Dafür, wie wir das Gespräch, Punkt 90, weil ich noch einen Termin habe und ein anderes Interview oder ich muss noch irgendwo hin, kurz für eine halbe Stunde. Die Fähigkeiten habe ich und die nutze ich auch inzwischen. Und das heißt nicht, jedes Mal, wenn ich weg muss, ist es eine Ausrede. Aber oft muss ich auch mal weg. Und für mich persönlich ist es so ein Moment Menschen, wenn ich Menschen nicht mehr ertrage. Ich mag Menschen. Ich mag Menschen auch, wenn sie dumm sind, aber ich mag irgendwie trotzdem. Ich finde, da sind auch sehr viele schöne Eigenschaften, die wir haben. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man so brennt, weißt du? Prinzipiell ist es nichts Schlimmes, man muss halt nur erkennen. Das wäre interessant, weil ich habe immer gedacht, an wen erinnerst du? Wir kommen doch gleich zu der Schule zurück und wir dürfen auch Olaf Scholz nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Viele wissen, viele, die jetzt dann noch nachkommen, werden den Gag nicht mehr verstehen. Das wäre dann auch sehr lustig. Vielleicht wenn einer von Ihnen hierbleiben könnte für den Rest des Abends und den anderen die Gags erklären kann. Ich habe überlegt, an wen erinnerst du mich? Jetzt bin ich gespannt. Bumsfiedel? Nein, aber ich habe gedacht, du bist eigentlich auch so ein bisschen vom Typ her, nicht falsch verstehen, wie Jan Vetter. Du hast was von Jan Vetter. Und zwar, den mochten die Leute auch so. Der war ja so ein Volksschauspieler. Du bist jetzt ja kein Volkskoch, aber irgendwie auch so etwas wie allgemein. Doch, aber ein bisschen schon Volkskoch. Und da habe ich gedacht, okay, er hätte auch den Weg von Jan Vetter gehen können. Also der hat das dann ja einfach irgendwie auch gesehen, dass er lebt und dass er viel lebt und dass er Vollgas gibt. Aber der hatte wahrscheinlich irgendwann noch einen, das wäre auch, glaube ich, ein guter Freund von dir, irgendwann wahrscheinlich gemerkt, damit werde ich nicht alt. Aber ich will meinen Weg, ich will mein Leben auch nicht ändern. Es kann sein, dass wir das Thema Jan Vetter gleich kurz ab, mal eine kleine Abzweigung nehmen müssen, weil es ein Freund ist. Weil es ein Freund ist, genau, klar. Und ich ihn lustigerweise gerade sehr vermisse. Okay. Und deshalb, aber generell, also das ist, also wir, es ist mein Seelenbruder. Ja, also der, mein Eindruck stimmte das schon. Vom Typ her und so, das ist glaube ich auch so, weil es ist auch so ein, so ein Mensch ist genau wie du, dem man, auch die gerade auch so Hamburger ans Herz schließen. Und deshalb ist vielleicht auch diese Geschichte mit, ähm, ähm, dass du hier in Hamburg so gut, wir machen ein anderes Thema. Wir kommen, wir kommen vielleicht später immer noch Zeit, machen ein anderes Thema, weil das, Du hast mich ein bisschen damit überrascht, weil ich gerade vor zwei Tagen sehr lange über ihn nachgedacht habe, wie sehr, wie sehr ich ihn eigentlich vermisse. Okay. und, äh, die kriegen wir auch gleich nochmal aufs Parkett rauf und weil, das ist, es gibt, es gibt Seelenmenschen. Und Jan und ich waren in sehr vielen Ebenen sehr ähnlich, sehr ähnlich, mit derselben Leidenschaft, mit derselben Wut, mit derselben, mit derselben Energie, mit dem, mit dem, ja, mit dem Bedürfnis auch Menschen zu unterhalten, gefallen zu wollen, mit ihrer Eckigkeit, mit ihrer Erkanntigkeit, mit ihrem Wahnsinn, in Schroffheit manchmal, aber Jan war einer der, wie soll ich das sagen, der aufrichtigsten, feinsten Menschen, die mir in 50 Jahren je, also vielleicht sogar, und er ist mir so innerlich, so dicht und ich vermisse ihn gerade halt, gerade wahnsinnig. Ja, wir, wir, im Laufe des Abends, vielleicht können wir nochmal zu, erzählen wir nochmal, ähm, Schulzeit, Abitur, Hahaha, Abitur, da würde man ja denken, ja, warst du der Erste, das soll nicht dispektivisch klingen, weil ich war der Erste bei mir in der Familie, wir sind ja so dieser Jahrgänge, der Abitur gemacht hat, und es gibt ganz, ganz viele, die erzählen, Mensch, wir waren die Ersten, Olaf Scholz war der Erste in seiner Familie, Haha, Olaf Scholz, so, da soll noch einer sagen, dass ich den Weg nicht will, gut, gut, Olaf Scholz war der Erste in seiner Familie, der Abitur gemacht hat, warst du auch der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat? Wenn du jetzt Mutter-Vater-Familie meinst, ja, wenn du mal eine erweiterte Familie meinst, okay, ich meinte Mutter-Vater-Familie, genau, also jetzt, okay, dann war das aber bei euch gar nicht so etwas Besonderes, nein, also das, also ich glaube, ich bin wirklich auch ein Umfeld meiner Familie, und ich kann da auch sehr stolz drauf zurückgucken, weil wir sind ein bunter Haufen, wir sind ein sehr diverser Haufen, wir sind ein sehr individueller Haufen und wir haben die Klammer Familie drüber, aber wir haben keine Familie, also keine Familientradition, wo A und B immer das Gleiche macht, sondern da geht so jeder seinem Ding nach, wir haben einen kleinen Schwerpunkt, seitens meiner Großeltern mütterlicherseits, das ist der architektonische Bereich, also Architektur, dafür brauchst du Abitur, das war eigentlich auch ein bisschen mein Wunsch, mein Berufswunsch, ich wäre gerne, tschüss, wäre gerne Architekt geworden, aber mit dem 3,8er Abi waren das ungefähr 38 Wartesemester, um sowas in den Numerus Claus rein zu geraten, und da habe ich gesagt, was mache ich denn so lange, mach es mal in der Ausbildung, nee, aber es war nichts Besonderes. Aber das heißt, okay, du hattest aber schon das Abitur gemacht, mit dem Ziel, doch zu studieren, das war so, nee. ich habe das Abitur gemacht, mit dem Ziel, kein Ziel zu haben, also das ist, ich bin gerne zur Schule gegangen, waren ja meine Freunde da, die Lehrer mochte ich, war relativ dicht von da, wo ich gewohnt habe. Du hättest aber auch zur Realschule gehen können, das nachher 10 Klasse abgehen können, hättest du auch machen können, du wolltest, nee. Ich bin ein Spätentwickler in allen, ich glaube auch, dass ich relativ spät erwachsen werde, also dass ich in dem Prozess gerade bin. Ja, hat das schon angefangen? Ja, ich habe neulich so gedacht, so ein bisschen komme ich jetzt aus der, aus der irgendwie Pubertät raus, so dieses, ich glaube, ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Alter, was andere Leute zwischen 25 und 35 haben, dass ich nach irgendwas anderem gucke gerade, also, aber egal. Mein Eindruck ist es auch, aber das müssen wir uns echt für die, aber, 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 schuld, ich bin gerne zur Schule gegangen und ich hätte auch fast abgebrochen, ungefähr ein halbes Jahr vom Abitur. Warum? Ja, weil ich wusste, was mein Schnitt ist. Aber es macht es ja nicht besser, wenn man es dann gar nicht hat. Ja, aber wofür denn? Also, was hätte ich denn damit studieren können? Nichts. Aber ist es nicht so, das ist ja lustig, das war, darf ich das einmal kurz sagen, als du sagst, ich habe Abitur gemacht, ich war gar nicht davon ausgegangen, dass du Abitur hast, aber das ist auch böse, aber, überhaupt nicht. andererseits ist es doch auch so, hat dich jemand, jemand nach deiner Abiturnote gefragt? Nie wieder. Siehst du, die Frage war doch, ich hatte 1,9 und war total stolz damals, wobei man sagen muss, das sind auch noch 600 von 900 Punkten gewesen, also ich habe 300 Punkte auch nicht gehabt. Aber dazu muss ich sagen, so 1,9 finde ich ein richtig doofes Abi. Alles so zwischen 1,8 und 2,5 finde ich so unfassbar doof. Warum? Weil es ist halbes und es ist ganzes. Wieder noch. Und es war in Hamburg, das darf man nicht vergessen. das ist wie 3,8 in Schleswig-Holstein damals gewesen. Aber es ist so, es war damals auf jeden Fall so, Schleswig-Holstein hatte einen ganz anderen Zug, ich glaube bis heute, einen ganz anderen Zug als Hamburg in den Schulen. Wenn ich auf die Menschen gucke, mit denen ich Abitur gemacht habe, ist diese Schulnote so etwas wie nichts, hat so gar keine Aussagekraft auf gar nichts im Leben. Das ist wirklich das. Ich muss rückblickend auf die Schulzeit gucken und mache einen Vorwurf der Schule, dass sie mir nicht beigebracht haben, wie man lernt. Hat sie nicht? Nein. Hat sie dir das beigebracht, wie man lernt? Nein, du hast recht, das hat die Uni gemacht. Du hast recht. Also wie man lernt, dass ich relativ früh vielleicht selektieren kann, dass ich meine Lernmethodik nur überschaue, sondern ich musste lernen. Aber wie man lernt, das hat man mir nie gezeigt. Das haben mir später Menschen in meinem Beruf lehnt. Und ich bin ja fähig. Und das meinte ich vorhin auch so ein bisschen, was diese John-Neumeyer-Diskussion oder meinen tollen Lehrherrn, Helmut Helwig, hier aus dem Interconti in Hamburg, oder Gennaro Contailu. Das waren gute Lehrer. Die haben mir beigebracht, wie ich lerne. Die haben mir beigebracht, wie ich auch Lernmethodiken entwickeln kann. Deshalb bin ich auch, glaube ich, ganz gut in dem, was ich tue, weil man mir das beigebracht hat. Und wenn ich rückblickend auf die Schule gucke, alle Schüler, wir waren so eine Zehnerbande, die auf diesem Level das Abi gemacht haben, wahnsinnig kreative Menschen geworden, weil die einfach, glaube ich, die Zeit nur abgesessen haben und den Minimumaufwand an den Tag gelegt haben, um trotzdem an das Papier zu kommen. Mussten wir also eine gewisse Kreativität an den Tag legen. Aus denen ist was geworden. Wir haben die Hyperschlauen, aus denen ist auch wirklich was geworden in unterschiedlichen Bereichen. Nur die Note hatte für den Erfolg der Menschen oder für die Berufswahl der Menschen eher verhindernde Momente. Das heißt, ich habe einen Kollegen von mir, der ist ein faszinierender, forschender Arzt geworden. Also er ist Allgemeinarzt und in der Forschung parallel, der hat ein 3-4er-Abi. Der durfte keine Medizin studieren am Anfang. Der hat sich einklagen müssen. Wo ich sage, ja gut, wenn ich eine Leidenschaft für etwas entwickle, wenn ich eine Fähigkeit, du mit Deutsch, weißt du, was ich meine? Das ist so, und jetzt bist du ja immer ein Chefredakteur vom Hamburger Armbach, und ich würde schon sagen, dass die sich relativ viel auch mit der deutschen Sprache beschäftigt. Zum Teil. Also, dass du auch dein Geld ganz gut damit verdienst. Das ist ja das Ding, hattest du damals eine Empfehlung für das Gymnasium nach der Grundschule? Gab es das damals schon? Ja, ich war ja sehr gut. Also in der Grundschule, vielleicht ist es auch das, ich kann alles ein bisschen und nichts richtig. Was nicht schlecht ist. Das ist super. Aber es ist auch manchmal, der nachher ab einem gewissen Level ist dann auch so, ich hätte auch gerne irgendwann mal ein Schild an der Tür. Weißt du, wie ich finde das toll. Dr. Melzer oder was? Aber für was auch immer. Ich weiß ja nicht, was ich Experte bin. Aber das kann ja noch kommen. Es ist ja ehrenhalber. Das ist ja. Ich glaube, ich gehe noch mal die zweite Welle. Aber dass eben diese Noten überhaupt nichts sind und Abitur, wenn das eine Vorgabe sein soll, dafür, dass man einen bestimmten Beruf ausüben muss, kann, darf, dann ist das vielleicht so, ob das richtig ist, das wage ich zu bezweifeln. Weil es gibt auch andere Länder, wo es auch andere Mediziner und andere Architekten gibt und auch andere, die kein Abitur haben. Also vielleicht sollte man darüber noch mal nachdenken. Ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich fand es auch gut für mich, weil ich bin ein Kind, also ich bin sehr spät alt geworden oder älter. Ich war gerne jung. Ich wollte auch nicht erwachsen werden oder ich wollte auch nicht in die weite Welt. Das wollte ich gar nicht. Wann bist du ausgezogen von zu Hause? Ich bin rausgeflogen mit 17. Tatsächlich? Ja, ja. Warum rausgeflogen? Weil meine Mutter hat gesagt, du reißt das Maul so auf, dann komm alleine, klar. Und bist du dann erst mal in Pinneberg umgezogen? Ja, ja. In den Drosteiweg, schöne so drei Hochhäuser nebeneinander. Ich war der junge Mann im siebten Stock. Das Haus war ein bisschen überaltert. Und wo hast du, Mama hat aber die Miete bezahlt? Oder wer hat die Miete bezahlt? Ich komme nicht aus einem Haushalt, wo man das konnte. Ich habe eine BRB, eine Berufsausbildende Förderung bekommen. Deshalb bin ich sehr dankbar auch unserem Sozialsystem gegenüber und hasse Sozialmissbrauch. Also wenn jemand sagt, ich habe einen Weg gefunden, wie ich am BAföG billig rankomme, obwohl ich es gar nicht nötig habe, dann finde ich das nicht okay. Aber du bist ja damals noch zur Schule gegangen und hast trotzdem BRB bekommen. Genau, das ziehst du auch mal zu. Deine Mutter hat dich rausgeschmissen. Ja, ja. Aber auch zu Recht. Wenn du hast einen 17-jährigen Rotzlövel, der dir die Welt erklären will und alles besser weiß, dann ist es dann auch immer mal Zeit zu gehen. Aber wir sind ja nicht gegangen. Ich bin aber nur rausgeflogen. Da meine Mutter ja eh alleine erziehen war, war das glaube ich auch für sie mal echt an der Zeit, ein eigenes Leben zu kriegen. Ich bin dann in die Drostei. Ah, eine Frage. Natürlich. Doch, kurz die Geschichte mit dem Ausdreiweg zu Ende. Nicht die Frage vergessen. Ich bin in ein Hochhaus reingezogen. Da hatte man schon gemerkt, dass ich eine gewisse Fähigkeit habe, Menschen auch zu verbinden. Das waren zehn Stockwerke und eigentlich waren, ich sage mal, 60 plus war so das Durchschnittsalter. Ich war im siebten Stockwerk und bin durch meine Auffälligkeit, ich hatte kahlrasierten Schädel, blaue Haare, Hörnchen, ein bisschen bunter gezogen. So wie Riso heute oder so in die Richtung? Nee, cool. Cool. Also ein cool, also ein geil. Und das größte Problem war ja für mich, den Haushalt auch auf einmal zu gestalten und auch die Abläufe selber wirklich konsequent machen. Auf einmal sieht man ja doch, was die Mutter alles so hinrum gemacht hat, obwohl man denkt, man hat das Leben selber im Griff. Hat man dann unangenehm feststellen müssen. Und ich habe dann auch essen müssen und da ist zum Beispiel, glaube ich, auch mein Bedürfnis hergekommen. Meine erste Zeit waren zwei bis drei Monate Amrum-Spaghetti. Was sind Amrum-Spaghetti? Das ist sowas wie Mama Miraculi, nur im Billig. Ach so. Ach so, das hat mit Amrum nichts zu tun? Nein, die hießen auch Rum oder Amrum. Also das ist ein Spaghetti und Tomatenprodukt. Extrem unangenehm beim Aufstoßen. Also extrem unangenehm. Und das war dann irgendwann ein Momentum und dann fing ich an, mir Nudeln und Tomatenmark zu kaufen. Also nicht das Fertigpaket, Nudeln und Tomatenmark. Da habe ich rum und da habe ich mal meine Karotte reingeschnitten und da habe ich gedacht, ach, ein bisschen Bolognese reingemacht. Dann habe ich festgestellt, dass diese Tüten, dass das ja eine Mischung ist und dass man diese Gewürze auch einzeln kaufen will. Und dann fing ich an zu kochen und dann habe ich auch mal einen Steckrüben eintopft, meine Oma nachgekocht. Also alles sehr günstig und alles in großen Mengen, weil ich das nicht täglich machen wollte. Ich war einfach pragmatisch. Aber das hat dir damals schon Spaß gemacht? Ja. Abwasch nicht. Also das war dann auch so, dass du teilweise, ich sage mal, da waren auch kleine Kuscheltiere manchmal in Waschbecken. Aber es gab auch keine Geschirrspüler damals. Nein, dann hätte ich mir keinen leisten können. Auf jeden Fall waren dann eben so ein paar Parameter und dann Wäsche waschen. Wir hatten einen Waschsalon unten und ich hasse Wäsche waschen bis heute. Das ist nicht mein Ding. Und ich bin mit der einen Nachbarin in Kontakt gekommen. Die war die Oma von einem Handballkollegen oder irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich hatte Tildi gerade, dass ich koche und er sagte, oh, ich hätte auch gerne meinen Teller. Oder irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, ja, bringe ich ihn gleich rüber. Dann bin ich rüber zur Nachbarin mit meinem lecker gekochten Süppchen oder was auch immer. Habe das hingestellt irgendwie so. Und daraus ergab sich ein Kontakt, den fand ich sehr angenehm. Und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie mir die Wäsche macht und ich ihr koche. Wow. Weil sie alleine nicht mehr kochen wollte. Weil sie sagt, sie kocht sich nicht mehr so wirklich was. Wie hieß die? Weißt du es noch? Ne, weiß ich wirklich nicht mehr. Aber da hast du für sie gekocht und in meinem Austausch. Ich habe dann insgesamt nachher manchmal drei bis vier Damen gekocht. Toll. Ja, und dann haben wir uns sozusagen wie in einer guten Dorfgemeinschaft sozusagen die Hand gereicht. Ich konnte das, ich konnte dieses Jahr das Spaß dran irgendwie so. Und ich habe dann dadurch auch so ein bisschen Zug im Leben wiederbekommen. Muss man auch echt sagen. Weil, also irgendwann stand mal eine Nachbarin bei mir in der Wohnung, auch älteren Semesters, und dachte, ich sei überfallen worden und die Wohnung sei verwüstet worden. Also ich meine es ernsthaft. War eine kleine Wohnung wahrscheinlich? Naja, 40 Quadratmeter, so Wohnküche, Dings. Aber siebter Schock, schöne Aussicht. Und dann hat sie gesagt, Herr Melzer, was ist denn mit Ihnen passiert? Kann ich Ihnen helfen? Ne, die hat dann ja gesehen, dass ich da einfach nur vegetiert habe. Und dann ging das weiter. Dann war das ein zentraler Punkt und meine Freunde sind vorbeigekommen. Bevor wir abends ausgegangen sind, haben wir immer einen Teller Nudeln gegessen und ich sage mal angeglüht, wie das so schön hieß irgendwie und auch noch andere Dinge gemacht. Und ja, irgendwie kam das dann so. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass mir das große Freude macht, dass mir, das war alles noch während der Schulzeit, wir haben dann auch einen Friseursalon bei mir aufgemacht. Also ich hatte eine Haarschneidemaschine und dann haben wir uns gegenseitig die Haare geschnitten. Eine trollige Zeit. Und es war irgendwie so eine Art Jugendzeit, eine Kulturzeit. Und dann eigentlich, wenn ich da nicht denke, das war eigentlich schon echt wie eine Kneipe. Es war schon mein erstes Restaurant. Restaurant. Auf eine Art und Weise, ja. Und haben die Leute, und die Jungs haben auch gesagt, oder die Mädels, die kamen pocher, schmeckt gut. Nö. Nö, nö. Haben einfach nur gegessen. Nein, war umsonst und war da. Also das ist so, also jetzt, wollen wir jetzt so einen romantischen Gedanken dran machen, dass wir auf einmal so eine Kochtruppe wurden, wo wir gesagt haben, hast du schon mal das neue Rezept mit der Fenchel-Carpaccio ausprobiert? Nein, wir waren schon noch auf die einfachen Dinge, des Lebens orientiert, abgeschleppt zu werden in der Carina-Bar und einen guten Abend zu haben, ohne Nasenbeinbruch. Also das war, das Lebensmögliche. Wir lassen mal eine Frage, Entschuldigung, ja. Wir lassen mal eine Frage gerne zu. Ich muss mir keine Sorgen machen, es ist gar kein, doch, ich muss mir keine Sorgen machen mit den Batterien in den Mikros oder dass irgendwie die Chips nicht mehr gehen und was ich nicht mehr aufzeichnen kann. Dann würde mir einer ein Zeichen geben, ne? Super. Ja, wir haben ein Mikro, wir haben ein Mikro, dann können wir noch ein Mikro, dann können wir es nämlich auch aufzeichnen. Warum zeichst du mir Uhren? Achso, müssen die, müssen die, müssen die, die jetzt hier sind, sie müssen, eine Frage noch, da müssen sie wirklich langsam raus, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Aber es geht echt schnell, ne? Ja, kommen sie doch einfach heimlich wieder mit rein. Eine Frage. Mich interessiert mal, wie Sie eigentlich zum Fernsehen gekommen sind. Haben Sie das schon mal erzählt? Ja, habe ich schon mal erzählt. Ich bin mehr oder minder klassisch entdeckt worden. Es gab das Momentum in Deutschland, dass man auch endlich mal spitz gekriegt hat, dass Jamie Oliver war zu der Zeit in England schon, fing an für Furore zu sagen. Der hat ja auch diesem ganzen Kochsektor echt eine tolle Energie gegeben und es war ja anders als nur Rezepturen, es ging mehr um alles. Und wir haben ja damit zusammengearbeitet, das wusste man. Und da gab es von Essen und der damalige stellvertretende Senderchef Hans Demmel, jetzt NTV-Chef, hatte den Auftrag, nach einem Koch die Augen aufzuhalten, der ein bisschen jünger ist, der einen eigenen Kochstil hat und der eben auch reden kann und nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall. Die ersten drei Punkte konnte ich erfüllen, beim vierten hätte es bestimmt noch stärkere Auswahlkriterien geben können und der hat der Hand einen Lagoda angerufen. Lagoda war damals Chefredakteur von Essen und Trinken und hat ihm gesagt, pass auf, ich suche da diesen Typen und Lagoda war zufällig bei mir vier Tage vorher zum Essen und es war einer dieser Abende, wo ich gelabert habe. Im Weißen Haus? Ja. Wo warst du? Okay. Ja, im Weißen Haus und da sagte er, du, wo soll ich gar nicht suchen, guck dir den Typen an, guck ihn dir an, der ist gut, der war lustig. Und dann waren die inkognito bei mir im Laden und ich war all in, hieß, ich habe wirklich morgens die Ware, ich habe geputzt, Toiletten gemacht, das Ganze drumherum und war halt wie ich war. Ich fing an, keine Kochjacke mehr zu tragen, sondern eher so ein bisschen, weil ich wollte dieses Offizielle wegkriegen. Ich wollte eher die italienische Nonna sein. Ich hatte überlegt, mir eine italienische Oma zu erfinden. Meine hat nur noch gelebt. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist jetzt auch blöd für Sie. Also habe ich auch dem Ganzen so eine etwas down-gesizeite Ebene zu geben. Und er kam, der Senderchef kam so über die Treppe rüber, das war ein Elb-Restaurant ohne Elbblick, kam so rüber, ich stand gerade am Baum und habe eine geraucht und er hat innerlich nur gesagt, lass es ihn bitte sein. Und dann waren die Elb. Er hat innerlich gesagt, lass es ihn, achso, weil er sah dich und sagte, wenn der das ist, dann ist es, ohne dich gehört gesehen, Gerede zu haben, nur gesehen. Und dann habe ich halt, ich bin technisch nicht so versiert, ich habe bis heute noch keine E-Mail geschrieben und hatte dann auch... Wie, du hast keine E-Mail geschrieben? Quatsch. Ich habe noch keine einzige E-Mail in meinem Leben geschrieben. WhatsApp schon? Kein WhatsApp-SMSen, habe ich gelernt vor ein paar Jahren. Ganz kurz, du hast noch keine E-Mail geschrieben, kein WhatsApp? Digga, willst du das, was ich rede, alles noch irgendwie runterdrucken? Das ist eine Katastrophe. Ich weiß, wie lange ich dafür brauchen würde, wenn ich mein Redespalt... Aber du könntest, du kannst das so, technisch eine E-Mail ist jetzt... Ich glaube, ich habe keinen Zugang. Du musst ja... Ich empfange E-Mails. Ah, du kannst sie lesen. Ja, ja, lesen tue ich auch. Ich arbeite auch damit. Aber du schreibst keine. Du schreibst keine E-Mail? Das ist auch cool, wenn man das... Das ist mein Luxus im Leben. Ich schwöre es, also wirklich, das ist so geil, wenn ich manchmal sehe, wie kommuniziert wird über diesen Bereich der E-Mails, dann denke ich so, sag doch mal hallo, sprech doch, also, das ist doch... Manchmal ist es, ich telefoniere gerne, ja, nein, vielleicht. Drei Antwortmöglichkeiten, eine davon wird es sein und diese ganzen Zwischentöne und eventuell, weiß ich nicht, ja, können wir drüber reden. Es gibt natürlich Leute, die in der Kommunikation, auch in Vorbereitung für sowas wie heute, E-Mails schreiben, aber die ich auch immer überflüssig finde. Ja. Diese vielen Hin und Hers, weil ganz ehrlich, ich bin in der Schranze und ich werde schon den Weg hierher finden. Ich glaube ja. Hast du viele E-Mails gekriegt? Hast du viele E-Mails, lieber Herr Melzer, kommen Sie bitte... Die werden schon abgefangen. Die werden... Also ich kriege lustigerweise, also die meisten E-Mails, die ich wirklich bekomme und ich habe jetzt, glaube ich, knapp dreieinhalb Tausend Ungelesene, haben irgendwas mit Penisverlängerung und ähnlichem Zeug zu tun. Warum das? Ja, weil man schreibt mir keine E-Mails, weil man weiß, die kriegen eh keine Antwort. Okay. Das habe ich ja perfektioniert. Das ist krass. Das ist gut. Das ist krass. Und damals war die Zeit Speisekarte und ich hatte zwar einen Kopierer, ich wusste nur nicht, wie man ihn bedient, also habe ich auch schon gar keine Speisekarte mehr geschrieben, habe sie noch verbal verteilt, stand also an jedem Tisch und hatte dadurch Kontakt zu jedem Gast. Und das war der Auslöser. Dann haben sie gesagt, probiere das mal aus und da hat man mir, jetzt muss ich lügen, zehn Sendungen angeboten. Das war 2003 auf dem Sendeplatz von der Paprika und Tomate, Kochduell hieß das. Ja. Und wir fingen an mit einem Schnitt von, ich glaube, zwei Prozent und endeten mit 14 eine Woche später und damit war ich sozusagen als kochendes Tempotaschentuch geboren. Wer war denn eigentlich damals, wie gesagt, Sie müssen jetzt, wenn noch keiner weiter reinkommt, können Sie noch sitzen bleiben, aber es kann sein, dass gleich einer reinkommt und ganz böse guckt. Dann bin ich nicht schuld. Nee. Nein. Auf gar keinen Fall. Gab es damals den Fernsehkoch schuld oder gab es damals eigentlich nur Alfred Biolek? Nein. Also das ist ja immer so, immer diesen einen einzigen, also Alfred Biolek war bis zum Schluss kein Fernsehkoch. Das stimmt. Aber er war auch einer, der gekocht war. Alfred Biolek war ein brillanter Gastgeber, ein toller Talkmaster, ein innovativer Fernseher, aber kochen konnte man das nicht nennen, bei aller Liebe. Aber er hat gekocht. Er hat gekocht. Aber das ist das, was wir eigentlich, eigentlich wäre es schöner, wenn wir eine Kücheninsel hätten und wir würden so stehen, bewegen, einer zoppen mal, einer holt was, einer geht zum Kühlschrank, als diese Konfrontation, die man so praktisch hat. Nicht falsch verstehen, ich bin voller Respekt und Demut Alfred Biolek gegenüber. Der erste war Clemens Wilmroth in Deutschland, auch der sehr oft mit mir verglichen wird, weil er eigentlich ein Schauspieler war. Clemens Wilmroth. Clemens Wilmroth ist vom Toasterweil unter anderem und ist eigentlich ein Schauspieler gewesen, der von kochen gar keine Ahnung hatte, aber sehr schön darüber reden konnte und das wird mir eigentlich auch nachgesagt. Einige zweifeln das an. Das ist ja die interessante Kombination. Es gibt viele, die sich gut präsentieren können und es gibt viele, die gut kochen können. Aber zusammen sind Köche eigentlich eher zurückhaltende, schüchterne Charaktere. Wenn ich jetzt so durchgehe, wie mir nicht... Zurück würde ich jetzt echt nicht gehen. Nee, gibt's auch. Nein, nein. Kevin Fehling zum Beispiel ist eher so ein bisschen... Ja. Ja, nicht? Ja, nicht, okay. Henssler ist zum Beispiel auch jemand, der extrem... Total zurückhaltend. Der ist zurückhaltend. Total. Den bemerkt man gar nicht, wenn der im Raum ist. Aber trotzdem, die Kombi ist nicht so oft. Also die Kombi Rampensau und Küchensau sozusagen. Oh, jetzt fange ich auch schon so an. Aber ne? gibt's nicht so oft. Doch, gibt's doch, ne? Doch, doch, doch. Also dafür, dass wir eigentlich Köche sind, sind wir... Aber ich glaube, das geht nicht um die Rampensau. Ich glaube, dass wir Gastgeber sind. Wir sind Wirte. Gastronomie. Das ist das, was wir tun. Unsere Bühne ist unser Restaurant. Wir kommunizieren mit den Gästen. Wir schnacken. Wir holen die an unterschiedlichen emotionalen Ebenen ab. Freude, Trauer. Ich meine, ganz ehrlich, ich feiere Taufen, Hochzeiten und Sterbeessen. In der Polerei? Ja, doch. Das muss erst mal in der Lage sein. Also du musst das gleichzeitig bedienen. Am selben Tag, vielleicht im selben Raum sogar. Wir feiern Trennung und Zusammenkünfte. Erste Dates und letzte Dates. Wir haben sie alles und du musst das alles bedienen. Also deshalb glaube ich schon, dass wir a generell eine Menschenaffinität besitzen müssen und natürlich auch eine Kommunikation haben müssen. Und das ist... Wir machen ja nichts. Ich lerne ja keinen Text auswendig, sondern ich kann ja Gott sei Dank mit dem, was impulsiv bei mir passiert, wenn ich das zur Verbalität bringe, manchmal damit glänzen. Sie müssen jetzt leider doch raus, habe ich gerade festgestellt. Das ist... Das ist irgendwie... Das ist, weil die anderen kommen rein. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, jetzt mal kurzweilig. Dankeschön. Dankeschön. Willst du jetzt auch rausgehen? Nee. Ich müsste auch einmal ganz kurz rausgehen. Wollen wir das so machen, dass du jetzt erst rausgehst und ich rede so lange weiter? Ja, ja. Damit es nicht abbricht. Ja, erzähl... Was soll ich denn erzählen? Nee, du kannst mal so ein, zwei Fragen so lange ankreuzen, die du gleich stellen möchtest oder aber du überlegst dir eine Frage, die du mir dann stellst und die kann ich dann beantworten. Wie lange bist du ungefähr weg? Vier, fünf Minuten. Vier, fünf Minuten, das ist gut. Ja. Ja, Tim Melzik. Das sollte man ja als Abteilungsleiter von der Zeitung auch beherrschen. Ich bin tatsächlich... Das wird immer so gesagt, ich bin tatsächlich ein Abteilungsleiter, nämlich der Leiter der Abteilung Zeitschriften. Ich glaube, wir müssen auch... Weißt du was? Wir tun jetzt einfach mal... Vielen Dank. Wir tun jetzt einfach mal so und wechseln einfach mal die Batterien aus. Tatsächlich ist es so, dass wir seit 14 Uhr hier zusammensitzen und uns vorgenommen haben, das auch nur kurz zu unterbrechen für Biopausen und vielleicht sowas. Und wir reden bis 22 Uhr hier durch. Das heißt... Und zwischendurch wird einfach aus Corona-Gründen das Publikum ausgewechselt. Dafür können wir nichts. Die erste Gruppe ist schon weg. Es war gar nicht so einfach, die rauszukriegen, Tim. Das ist ein großes Kompliment, glaube ich, für dich gewesen. Die haben dir gerne zugehört. Ich freue mich auch sehr, weil so einige Bereiche werden wir natürlich auch wiederholen müssen. Auch gerade was die Begrüßung angeht. Aber dieses Gespräch ist seit zwei Jahren steht das im Raum. Und der Papierstapel, den Sie dort zur Rechten sind, wir haben uns auf das Du geeinigt inzwischen, obwohl er ja der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt ist und damit auch einer gewissen Autorität belegt ist. Das sind die Fragen, die er vorbereitet hat und er hat nicht mehr die erste Seite bislang geschafft. Und wir haben trotzdem schon zweieinhalb Stunden geredet. Wir haben schon geredet und es ging los, es ging los mit Olaf Scholz und ich glaube, wir werden auch mit Olaf Scholz enden. Deshalb wundern Sie sich nicht, es kommen auch Leute rein. Irgendwann nachher wird irgendeiner ein Zeichen geben, dann müssen Sie, wegen Corona, weil das gereinigt werden muss, die Stühle gereinigt werden müssen, müssen Sie dann irgendwann rausgehen, weil gegen acht Uhr kommt dann die dritte Charge an Menschen. Wir hätten das gerne anders gehandhabt, aber es ist halt so, wie es ist. Und Tim, eine Sache, die du immer wieder erwähnt hast bisher, ist diese Geschichte mit Pinneberg. Ich muss einmal, ich bin ja jemand, ich bin so ein bisschen hypersensibel auf bestimmte Situationen und ich gucke mir natürlich, man scannt immer so ein bisschen die Leute ab, an welcher Position sie sind. Der junge Mann mit dem rötlichen Pullover guckt so ein bisschen grimmig, aber ist alles gut. Alles wunderbar. Okay, gut. Weil ich muss, ich fühle mich an so eine Situation erinnert, ich habe mal eine Live-Kochshow gemacht in großen Hallen mit 3000, 4000 Leuten während der Fußball-WM. Während welcher? Welche Fußball-WM? In Deutschland? 2006. Okay. Und während der Spiele auch teilweise und das war, ich war so ein Geschenkeartikel, das heißt, manchmal hat auch die Frau den Mann genötigt mitzukommen und du kannst dir nicht vorstellen, mit welchen hasserfüllten Blick manchen Männer dann im Publikum saßen und ich habe dann gedacht, da mache ich jetzt aber was draus und habe dann unten an der Bühnerand Fernseher hingestellt, dass die Männer Fußball gucken konnten, die interessiert waren, die genötigt waren, um eine gute Stimmung zu haben und das war dann ein bisschen irritierend, weil ich habe in die Leute in die Menge reingesprochen, die haben aber immer da unten links hingeguckt. Das habe ich ein, zwei Shows für gebraucht und da hatte ich mich dran angewöhnt. Deshalb frage ich immer, ob alles gut ist und sonst hätte ich Ihnen so ein Handyspiel angemacht. Und wichtig ist jetzt, wenn jetzt noch, also die nächste Session beginnt ja erst um 17 Uhr, wenn jetzt Leute reinkommen und Sie ansprechen und sagen, wieso reden die schon, dann müssen Sie bitte sagen, falls das jemand sagen sollte, wir versuchen das wirklich acht Stunden am Stück zu machen und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist mit Tim Helzer total einfach und es ist auch nicht so, dass man nach dieser Zeit dann denkt, oh, war das langweilig, sondern im Gegenteil und Sie können sich das alles anhören. Also diese acht Stunden wird es dann auf abendblatt.de, auf YouTube überall zu sehen und zu hören geben, am Stück. Toll. Ich hatte so ein bisschen das Problem, ich habe schon relativ viele Interviews geführt in meinem Leben und ich denke, viele davon hätte ich nicht führen müssen und war so ein bisschen, ja, wenn wir jetzt das Gespräch, hoffentlich kommen nicht die Klischeefragen, deshalb, falls ihr abwängstungsreiche, nicht journalistisch geschulte Fragen habt, um den Rahmen ein wenig aufzulockern, kurzes Handzeichen und wir sind da auch dankbar für und versuchen da, wenn es geht, irgendwie darauf einzugehen. Das machen wir gerne. Obwohl, ich muss sagen, an der Stelle, Herr Haider macht das schon sehr gut. Das macht er gut, das ist anständig. Ich habe ja drei Fragen, aber Pinneberg, pass auf, Pinneberg, du hast gesagt, man kriegt den Pinneberger aus Pinneberg, aber Pinneberg nicht aus dem Pinneberger. Und da habe ich ein schönes Zitat gefunden von Patrick Rüther. Das ist ja, da muss man wissen, dein Geschäftspartner, mit dem du zusammen die Bullerei unter anderem betreibst. Bergedorfer. Ein Bergedorfer, das wusste ich nicht, ja? Naja, jetzt wohnt er schick. Wohnt er, okay. Aber er hat gesagt, Tim ist ein reflektierter und kluger Mensch, er macht sich sehr viele Gedanken und er ist gereift in den vergangenen Jahrzehnten. Das mit den Jahrzehnten fand ich krass. Aber wir sind Jahrzehnte zusammen. Aber die Wahrheit ist es, aber ist es nicht, wir haben gesprochen, dass du aus dem Bereich des Kindseins so allmählich rauswächst. Nicht allmählich, nein sogar. Und mein Eindruck ist, du verbesserst mich, du bist gerade in dieser ganzen Corona-Phase, ich finde, du bist ein anderer Mensch geworden und du bist auch ein politischerer Mensch geworden. Also das ist nicht der Tim Melzer, den ich vor drei, vier Jahren erlebt habe oder den ich manchmal bei Kitchen Impossible sehe. Das ist eine andere Person geworden. Generell muss ich sagen, dass Corona mir sehr zugesetzt hat, also in meinem Weltbild. Das waren Verlässlichkeiten, die wir, glaube ich, alle, was uns alle irritiert hat, das System, in dem wir uns bewegt haben, die Selbstverständlichkeiten, die Sicherheiten, das Sicherheitsgefühl war auf einmal weg. Die größte Sicherheit war, essen und trinken müssen die Leute immer. Die größte Sicherheit war, ich werde in dem schönen Land, in dem wir leben und in der Gesellschaft, in der ich mich bewege, immer meinen Platz finden und zwar meinen Platz. Ich werde, ich habe die Freiheit, wir sind sehr reich beschenkt, dass wir doch größtenteils sehr individuell unser Leben gestalten können und unseren persönlichen Bedürfnissen nachgehen können und ich liebe Gastronomie, ich bin gerne Gastgeber, mir macht das wirklich Freude. Das ist nicht so, ich muss das nicht machen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, nur für Geld gearbeitet, als ich noch ein Teenager war. Als ich mir Geld verdienen musste, um mir ein Fahrrad zu kaufen oder um bestimmte Dinge mir zu leisten oder so. Und ich habe relativ früh, während meiner Ausbildung, da hatte ich noch ein Ziel vor Augen, das Ziel weggestrichen und habe einfach das gemacht, weil ich es gerne gemacht habe und das wurde mir verboten. Und ich war, ich bin letztes Jahr 49 Jahre alt und wenn mit 49 Jahren jemandem was verboten wird, dann ist das irritierend. Ich lebte ja immer in einer Zeit, wo ich, ich konnte mich frei bewegen, ich durfte sagen, was ich wollte, ich konnte Fan sein, von was ich wollte, ich durfte schlafen, mit wem ich wollte, ich konnte machen, was ich wollte, vorausgesetzt, ich setze mich nicht über die Bedürfnisse oder Empfindungen eines anderen Menschen hinweg. Und wir alle. Das meine ich ja. Und das hat mir zugesetzt, dass ich auf einmal in einer Phase bin, wo man mir verbietet, das zu tun, was ich eigentlich nur tun will und ich tue nichts Böses, ich tue Gastronomie, das zu akzeptieren, zu verstehen und seine Rolle dann wieder in dieser Gesellschaft zu finden und dann in einer gefühlten Notsituation sich zu befinden, zu sagen, ich will daran festhalten. Ich habe das große Glück, dass ich sehr hart arbeite, aber ich musste eigentlich nach meinen Empfindungen nicht um Dinge kämpfen, sondern ich bin einer, ich hebe ich Ideen auf, tagtäglich beschäftige ich mich mit Optionen und ich verwerfe wahnsinnig viele Dinge, aber ich versuche immer wach zu sein, um nicht, ich glaube nicht, dass, ich bin bereit, Risiken einzugehen, ich bin bereit, Fehler zu machen, aber ich muss auch die, also ich muss auch die Möglichkeiten haben und da waren mir die Möglichkeiten auf einmal nicht mehr gegeben und ich musste Dinge, mich mit Dingen beschäftigen, Abläufe zu beschäftigen, auf einmal, ich musste mich sehr viel intensiver mit Zahlen beschäftigen als vorher, auf einmal habe ich Verantwortlichkeit gespürt, was ich sonst nicht hatte. Ich bin, ich bin eigentlich nicht, ich bin auf gar keinen Fall esoterisch, bin aber sehr energetisch, also ich glaube an Energien und ich mache wahnsinnig gerne viele Dinge, viel mehr, wenn ich darf und ich mache wahnsinnig ungerne Dinge, wenn ich muss und unfassbar ungerne, selbst wenn ich es eben gerade noch geliebt habe und du sagst mir, mach das, das ist nein, das ist so, es kommt sofort irgendwas in mir raus und das mal und diese Phase hat mich doch auf einmal in der Reflexion, habe ich meine Position anders wahrgenommen und ich gehöre zu den Leuten, die auf roten Teppichen keine Interviews geben, weil ich denke, was interessiert die Leute in meinem Gewäsch? Also da werden banale Fragen zu allgemeinen Thematiken abgegeben und ich werde keine Einschätzungen zur Aufstellung der Fußballnationalmannschaft abgeben. Ich habe in der Ehejungen nur Fußball gespielt, weil mein Trainer scharf auf meine Mutter war. Ansonsten wäre ich nicht aufgestellt worden und ich glaube, ich habe manchmal erschreckenderweise keine Meinung und da war immer eine sehr starke Meinung. Ich denke nur, sie gehört nicht in die Luft. Aber trotzdem, plötzlich warst du in den Tagesthemen. In Corona war es so, mich hat gewundert, dass eine Zeit lang so viel hingenommen worden ist, ohne auf Problematiken kreativ und konstruktiv aufmerksam zu machen. Und ich fand, dass die Gastronomie, insbesondere die Hamburger Gastronomie, unfassbar kreativ mit der Situation umgegangen ist, ganz tolle Projekte an den Tag gelegt hat, eine Einigkeit an den Tag gelegt hat, sich verbunden hat, sich unterstützt hat, sich ausgetauscht hat. Und da war jetzt auch hinfällig, ob du jetzt Fernsehkoch bist, wie Steffen oder ich. Wir haben uns miteinander ausgetauscht. Wir haben überlegt, Steffen Hänzer, der Matje Schubser. Sag mir nichts. Der Matje hat hier vorne so eine Fischbude. Das ist okay. Eine Fischbude. Hä? Ne, aber wir haben uns ausgetauscht. Wir haben uns unterstützt. Wir haben, Steffen hat mir damals angeboten, auf sein Lieferservice zurückzugreifen, wenn ich Essen-to-go anbieten möchte, also wenn ich Lieferservice anbieten möchte. Und wir sind richtig zusammengewachsen. Und irgendwann habe ich so gedacht, wo ist unser Vertreter? Wo ist denn unser Vertreter? Und wir haben eine Vertretung, das ist die Dehoga, aber die musste immer sehr sachlich, sehr fachlich angehen. Und irgendwann ging mir ein Prozess auf den Sack, dass wir nur von Zahlen gesprochen haben. Das waren wirklich so 20 Prozent, 7 Prozent hier, da, die Ängste, 60 Prozent Lohn. Es waren immer nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich habe gesagt, Digga, guck mal hin, das sind 250.000 Menschen, von denen wir hier reden. Ne, 250.000 Betriebe. Eine Million Menschen, ne? Zwei Millionen Menschen. Und wenn ein Betrieb mit 6.000 Mitarbeitern geschlossen wird, dann ist das ein großes politisches Thema. Hier steht gerade eine komplette Branche, also die Inhaber geführt, vor einem Risiko, die Existenz zu verlieren. Und wir haben ja in Deutschland keine Genusskultur im Sinne von, dass man stolz sei, darauf zu genießen. Also die Politik stellt sich ja eher mit einer Flasche Bier hin oder mit einer Currywurst, weil das auch gerne gesehen wird. Das ist dieser ewige Schrei nach der Bodenständigkeit, der auch legitim ist. Aber auch Genuss kann ja auch bodenständig sein. Wir reden ja nicht immer, wenn wir von Genuss reden, gleich von Kaviar und Hummer und Steinbutt, sondern wir reden auch von Maultaschen, Kartoffelsalat, Frikatellen. Das sind schöne Dinge und das war unsere Branche. Und es hat sich keiner hingestellt. Und dann hatte ich diesen Zufallspunch, Auftritt bei Markus Lanz damals, wo mir das sehr bewusst geworden ist. Und wir hatten vorhin schon einen kleinen Moment hier auf der Bühne, wenn manchmal mir Dinge real, also wenn was sehr real wird, bin ich vielleicht nicht dicht am Wasser gebaut, aber auf jeden Fall zittern da ein bisschen die Augen wieder. Aber weißt du, das steht hier, weißt du, was hier steht, du kannst auch lesen, darf ich was sagen? Steht hier, darf ich was sagen? Ich hätte fast mitgeheult, als du damals bei Markus Lanz gesessen hast. Ich hätte wirklich fast mitgeheult. Hubertus Heil war zugeschaltet, das war auch einer der Momente, wo man Markus Lanz mal, der wusste nicht genau, was zu machen, also man muss es für die erklären. Du warst kurz davor, dass du gesagt hast, ich gehe raus. Es ist besser, wenn ich rausgehe, weil was ist dir bewusst geworden in dem Moment? Hubertus Heil war zugeschaltet, es war... Das war ja das, was wir alle gesucht haben. Also wir hatten ja alle diese Phase, Corona, was ist es, wo geht es hin, wie ist es? Wir hatten die ersten Verfügung mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens, etc. Und es war so, wofür, wo arbeiten wir hin? Das war für alle, Politiker, Gesundheitswesen, für uns, für die Menschen, für die normalen Leute, war es ja dieses, was ist das Ziel? Wann ist es zu Ende? Und da gab es immer so ein paar Parameter und irgendwann habe ich halt festgestellt, da wird so eine Häppchentaktik gefahren, weil es ließ sich mit meinem Wissen und mit meinem Denken nicht vereinbaren zu dem, was ich gehört habe. Und wir saßen bei Lanz in der Talksendung und unser Arbeitsminister war dazu geschaltet und Herr, wie heißt er? Lauterbach war da. Und der Lanz war natürlich auch da, es war seine Sendung. Und die Frage war dann auf einmal, wie lange müssen wir uns eigentlich wirklich damit noch auseinandersetzen? Und war das auch im März vergangen? Ich habe keine Daten. Es war auf jeden Fall so, dass wir noch keinerlei Perspektiven bekommen haben von der Politik. Es war noch kein Hilfsprogramm gestrickt, es war noch keine Aussage außer Bazooka, der legendäre Bazooka-Spruch, wo ich denke, links und rechts habe ich schon Menschen gesehen, ich habe meine Mitarbeiter gesehen, ich habe gesehen, was ich getan habe, ich habe gesehen, was meine Kollegen getan haben. Ich habe auch ein, zwei sehr emotionale Momente mit Menschen gehabt, die wirklich Angst hatten, in den Ruinen zu gehen. Das war auch die Situation, weil es war nicht griffig, es war nicht gelernt und es war nicht verschuldet. Und dann kam diese Aussage, ja, das wird uns noch ein halbes bis dreiviertel Jahr beschäftigen. Und zu dem Zeitpunkt wäre ein dreiviertel Jahr, ich würde sagen, für die Hälften meiner Leute, die ich kenne, aus der Gastronomie, die Insolvenz gewesen. Also in dem Moment ist dir das auf einmal so klar geworden? Ja, und damit wurde mir mein Leben klar. Ich habe 30 Jahre lang mein Leben dafür geopfert, leidenschaftlich gerne geopfert, aber ich habe alles dafür, ich mache das gerne und dachte so, wow, ich habe mir was aufgebaut und jetzt komme ich in eine Situation rein, die so, und habe mich das erste Mal so machtlos gefühlt. Und da gab es einen tränenreichen Moment, oder nicht tränenreich, aber es war so ein kleiner Zucker und ich bin immer noch angefasst, wenn ich an die Situation denke. Und Herr Heil, als auch Herr Lanz, als auch Herr Lauterbach, ich glaube, wir haben alle zum allerersten Mal mitbekommen, und das war zumindest in der Öffentlichkeit natürlich, dass wir hier auch von menschlichen Schicksalen reden, dass wir eben nicht nur über Zahlen reden, sondern dass wir von einer Ahnungslosigkeit reden, dass wir von einer noch nicht vorhandenen Perspektive reden, dass wir das alle orientierungslos und ich glaube, es war der einzige und echte ehrliche Moment innerhalb dieses Ganzen, weil keiner hat so getan, als ob er eine Lösung hätte, sondern es war ein Gespräch, dass wir alle nach Lösungen suchen und es hatte nichts mit Vorwurfshaltung zu tun. Lauterbach war fulminant ehrlich, ganz toll, wirklich, vorher dachte ich, was für ein Idiot, das ganz toll Heil, der auch gezeigt hat, hinter den Plattitüden des vorbereiteten Wahlkampfes, in Anführungszeichen, dass ihn das berührt hat und dass ihn das wirklich interessiert hat, an dem Posten, an dem er ist, was er dafür tut. Wir haben danach sehr viel Kontakt gehabt und danach waren, wir haben viel hinter den Kulissen, welche Bedürfnisse sind, worauf müssen sie achten, was sind, ich konnte Fragen stellen, wie, warum geht das nicht so einfach, wie wir uns das alles vorstellen. Ich habe viel gelernt, ich halte nicht für alles richtig, was dann getan worden ist, aber weil jede Entscheidung, jeder Satz, jede Haltung hat ja mehrere Perspektiven, auf die man gucken konnte und ich glaube, das hat mich in der Tat ein bisschen reifen lassen. Und hat dich das, hat es deinen Blick auf Politik verändert? Ich bin ein großer Politikfreund und es gibt innerhalb dieser Corona-Krise ein ganz spannendes Gespräch, was ich mit dem Landesvater von Südtirol geführt habe, auf einer der letzten Versammlungen, die man noch haben konnte und ich habe ihn gefragt, warum seid ihr so unehrlich? Warum sagt ihr nicht, was Sache ist? Warum sagt ihr nicht, dass ihr selber keine Ahnung habt? Warum sagt ihr nicht, warum tut ihr so und kommuniziert nicht zu Ende? Ich fand die Kommunikation innerhalb der Corona-Politik katastrophal von allen Seiten. Also wirklich unterirdisch, aber auch von den Medien. Der Landesvater sagte, naja, ich würde viele Entscheidungen anders treffen, aber ich habe eine Sorge, ich möchte nicht verantwortlich sein, dass ein Mensch stirbt, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe, was natürlich dann gegenteilig auch ein bisschen der Fall gewesen ist, aber das ist eine andere Kausalität. Und er sagte, ich möchte Politik machen, ich möchte weiter gestalten, ich möchte, ich glaube, dass wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle, dass das gut für mein Land ist, also für Südtirol damals. Und wenn ich ehrlich wäre, dann würden die Bürger mit der Ehrlichkeit nichts anfangen können und würden mich absägen. Dann würde ich meine Ämter verlieren und ich kann nicht mehr mitgestalten. Und das muss man an der Stelle auch sagen, wir wollten die Wahrheit nicht hören, wir wollten Dinge nicht wahrnehmen, wir wollten, das ging ja immer so, erst waren zu viele Verbote, dann zu wenig, dann wieder zu viele, dann wieder zu wenig. Das haben wir jetzt schon wieder, wir haben dasselbe Thema schon wieder und je nachdem, wie die Medien drauf abgehen, da gibt es auch wirklich für mich totale Fehlleistungen, die total zur Zersetzung der Gesellschaft beigetragen haben, wie mit diesem Momentum Corona umgegangen ist. Mit den Ängsten, mit den Bedürfnissen, mit den Klischeesprachen, anstatt sich sachlich, auch emotional, aber sachlich damit auseinanderzusetzen und einmal diese Aussage zu treffen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Weil wenn mir jemand sagt, ich weiß es nicht, aber ich werde mein Bestes geben, habe ich Vertrauen. Wenn aber mir jemand sagt, ich mache das so und so und ich verstehe nicht warum, baut sich Vertrauen ab und wir sehen es ja auch. Aber für dich als Unternehmer war das natürlich sozusagen die schlechteste aller Situationen, weil es gab nichts, auf das du dich verlassen konntest. Es gab nichts, was du planen konntest. Das haben ja dann auch viele Politiker nicht verstanden, dass man sagt, wenn man zu den Gastronomen sagt, ihr könnt morgen eröffnen, dass das zum Beispiel nicht geht, sondern dass man natürlich erstmal einen Vorlauf braucht von ein bis zwei Wochen, solche Dinge. Also die Feinheiten fand ich sowieso brutal ignorant einem Unternehmen gegenüber. Grundsätzlich ist es so, dass ich mein Leben relativ gut auch, wir hatten vorhin das Thema, ich bin relativ früh von zu Hause rausgeflogen, auch zu Recht. Mit 17? Mit 17, fast 18 und habe eine berufsausbildende Förderung bekommen von der Stadt Pinneberg damals, so etwas wie Sozialhilfe für Schüler gewesen, damit ich meine Miete bezahlen konnte und bin da sehr dankbar für. Weil dieses Konzept des Sozialwesens, was wir in Deutschland haben, ist dafür da, schwache Menschen in schwachen Situationen zu unterstützen und nicht dafür da, von starken Menschen in starken Situationen maßgeblich für sich übermäßig auszubeuten. Hast du dich schwach gefühlt in dem Moment, in der Corona-Phase? Nein. In der Corona-Phase habe ich mich insofern schwach gefühlt, ich bin Macher. Und Macher heißt nicht, dass ich so richtig geil energetisch und alles mache, sondern ich bin Pragmatiker. Wenn ich das machen tun muss, wenn ich das machen tun muss, was ist das für Deutsch? Wenn ich das machen muss, dann mache ich das und ich habe relativ früh dafür gesorgt, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Das hat was mit dem Familienumfeld zu tun, das wäre nicht mit dem Silber im Löffel, also komme jetzt nicht aus einem sonderlich reichen Elternhaus und ich musste mir mit 14 mein Fahrrad halt selber verdienen. Fertig. Das ist nichts Dramatisches, da bin ich weder stolz noch irgendwas drauf, das war so. Fertig. Also da ist nichts dahinter. Und jetzt komme ich in eine Situation rein, ich bin freiwillig selbstständig geworden. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich immer eine Idee davon, was für ein Unternehmer ich sein muss, möchte. Und es ist unfassbar schwer, seinen eigenen Ansprüchen als guter Chef, als guter Unternehmer, als jemand, der Menschen auch in schwachen Situationen mit durchzieht und nicht nur nach Leistung kategorisiert, was ich auch hin und wieder natürlich tun muss. Und mir waren auf einmal, ich habe eben diesen Prozess gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe den Weg, ich gehe ihn brutal mit. Aber wovor ich wirklich Angst hatte, dass ich nicht Stopp sage und mein Unternehmen verliere. Und die Größenordnung, in denen wir uns bewegen, in einer Gastronomie mit der Bollerei, die finanziellen Belastungen, die man hat, was man erst erwirtschaften muss, um überhaupt an eine Gewinnzone zu kommen, dauerhaft mit saisonalen Schwankungen, Wochenende, Ferienzeiten, Angeboten, Veränderungen der gesellschaftlichen Konsum, also Verhaltensdinge, plus jetzt auch noch Corona dazu, irgendwie, da habe ich mir das so ausgehend, habe gedacht, naja, wie lange halte ich das durch, bis ich an mein Limit komme? Mein Limit wäre die Existenz der Bullerei gewesen und ab dann müsste ich eine Entscheidung treffen, die ich absolut nicht treffen wollte. Dass ich mich von Mitarbeitern entweder trenne, musste ich nicht wegen der Kurzarbeit nachher, oder aber, dass ich Mitarbeiter auf 60 Prozent runterfallen lasse. Und das wollte ich nie. Ich verdiene gutes Geld mit meinem Unternehmen, was ich habe mit der Bullerei, ich mache nur das Unternehmen nicht, um Geld zu verdienen. So blöd das klingt. Also es geht bei mir nicht um absolute Gewinnmaximierung. Ich möchte gerne einen guten Lebensstandard haben, aber ich möchte auch innerhalb dieser Gewinnmaximierung, ist für mich die Qualität, was für eine Qualität ich als Arbeitgeber darstelle, ist wichtig. Das mag wie leeres Gewäschter herkommen, aber mir bedeutet das was. Und wenn meine Mitarbeiter wirklich enttäuscht werden von mir, dann setzt mir das persönlich zu. Plus, ich habe natürlich auch Familie, die ich auch beschützen möchte. Das ist so. Ich komme aus einer Welt, wenn ich das verkacke, ganz ehrlich, dann ist das schon dramatisch. Ich habe Angst davor, auf den Stern, letzte Seite zu landen. Was macht eigentlich? Das ist meine größte Angst. Und zwar nicht, weil ich das, weil ich, weil ich habe Angst, ein bisschen Angst vor der Häme. So, das hat er selber, das kennen wir ja. So ein bisschen das, ich nenne es immer das Boris-Bäcker-Gen, das wir gerne haben. Weil wenn ich einen selbstverwalteten Rückzug, einen selbstverschuldeten Rückzug, dann kann ich dafür gerade stehen. Dann werde ich immer aufrecht dahinter stehen. Aber da waren mir die Hände gebunden, weil ich konnte nichts dafür. Was war das? All das zu akzeptieren ist schwer. War das Verzweiflung? War das Angst? Du hast irgendwo auch mal gesagt, das war kurz vor der Depression. Alles zusammen? Also du hattest ja offensichtlich, du hattest keine Angst um deine Existenz, oder doch? Nein, ich habe nie Angst um meine Existenz. Um meine, weil ich bin gewohnt, körperlich hart zu arbeiten. Und das werde ich machen. Das machen Millionen andere Menschen auch. Und die Welt dessen, in der ich mich bewege, was das Monetäre angeht, bedeutet mir nichts. Ich bin sehr froh und sehr dankbar darüber, aber es bedeutet mir nichts. Also mir ist eine Wohnadresse, wo ich wohne. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, mit wem ich wohne. Und das meine ich mit dem Pinneberger. Pinneberger, ich komme vom Land. Ich bin in einem Land groß geworden und da bist du flexibler. Da waren halt zehn Leute in deinem Alter und da waren fünf Arschlöcher. Trotzdem musstest du dich mit den... Übrigens, das ist für die Hamburger ganz interessant. Für den Hamburger ist es, glaube ich, wenn du mal Hamburger warst und bist in Hamburg und musst dann Hamburg verlassen, das ist für manche Hamburger wirklich ein richtiger Schritt. Und was? Ein Schritt, ein Rückschritt. Weißt du, ist es was anderes, wenn du Pinneberger bist oder kommst du nach Hamburg? Ist es was anderes, als wenn du Hamburger bist und gehst nach Pinneberger? Ja, aber generell finde ich Lokalarroganz eh vollkommen schmerzen. Ja, also ganz ehrlich, was kann ich dafür, wo meine Mutter mich rausgewürfelt hat? Also das ist... Das ist ja... Du kennst die Geschichte von Alexandra von Reding, der PR-Frau. Kennst du die? Die kam ja von München nach Hamburg und wurde dann in Hamburg gefragt von einem alten, ehrwürdigen Hamburger Kaufmann, wo sie denn leben würde, in welchem Stadtteil. Ja. Und darauf sagte sie, ja, roter Baum. Mhm, sagte der Kaufmann. Welche Straße denn? Dann sagte Alexandra von Reding den Namen der Straße. Und dann sagte der Kaufmann, mhm, und welche Höhe? So, und das zeigt ja, also was in Hamburg solche Dinge, welche Rolle die spielen. Ich meine, ich habe mich mit Hamburgern unterhalten, die mich dann gefragt haben, wo sind sie denn? Sind sie denn eigentlich auch gebürtiger Hamburger, als ich hier als Chefproduktur anfing? Und dann sagte ich, ja, ich bin gebürtiger Hamburger. Und sagten sie, in welchem Stadtteil sind sie denn geboren? Ich habe gesagt, in Harburg. Und dann sagten die, dann sind sie also doch kein Hamburger. So, verstehst du? Also dieses, und ich glaube für den Hamburger ist es schwer, diese Vorstellung aus Hamburg rauszugehen, weil er hat schon dieses, dieses Denken, also nicht der Hamburger, aber viele Hamburger. Wie kamen wir jetzt da drauf? Ich weiß es nicht. Mit Corona hat es nichts zu tun. Pindeberg. Mit der Bodenständigkeit, dass ich keine Angst um meine Existenz habe. Aber die Existenz, natürlich die Angst um die Bullerei und dann vor allem wegen der Mitarbeiter, weil du, die Mitarbeiter, wie war das? Ich hatte Angst vor dem Versagen. Okay. So, das ist das, ich bezahle meine, ich bezahle viel Geld für meine Fehler. Also das ist so, ich traue mich Dinge, ich mache Dinge wahnsinnig gerne falsch. Sieht man Steuerberater, definitiv anders, muss man wirklich sagen. Aber ich probiere aus, weil eins wird mir, glaube ich, im Leben nicht passieren, dass ich, da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte zu, dass ich irgendwann mal auf dem Sofa setze und sage, hätte ich mal gemacht. Was ist die sehr schöne Geschichte? New York? New York, genau. Ich saß mit jemandem sehr eng aus meinem Umfeld zusammen, ich bin vor, was Privates angeht, und wir sprachen so über, was wollen wir noch machen im Leben, also wo sind Träume? Und ich habe immer noch so dieses Ding New York. New York ist eine Stadt, ich fühle mich da irgendwie heimisch. Ich kann es nicht erklären, ich mache da nicht viel, ich finde die nicht sonderlich spektakulär. Ich fühle mich da wohl. Das ist so wie andere Leute ins Wellness-Hotel gehen, laufe ich gerne durch die Straße. Ich mag das. Das meine ich mit Energie. Irgendwas ist das. Ich finde zum Beispiel Paris vollkommen schlimm. Da komme ich nicht rein in die Stadt. Da ist irgendwas, New York umarmen mich. Da hat mich schon immer umarmt. Und irgendwie habe ich Bock, mein kleines Wald. Mein erster Traum war ja in New York, also ich habe mich in Waldorf Astoria beworben, nach der Ausbildung, um vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen. Diese banalen Dinge, wie ein Pinneberger denkt. Und habe aber damals keine Arbeitsgenehmigung bekommen und bin dann daraufhin nach London gegangen. Und ich würde gerne einen kleinen Laden in New York machen. Und dann sagt diese Person, naja, dann mach doch. Weil wenn nicht du, wer dann? Nicht, weil ich so geil bin, sondern weil wir uns eine Situation erarbeitet haben, wo man vielleicht doch träumend nachgehen kann, wo die Energie, wo das Alter, wo die Lebenssituation passt. dass wir nicht an Sicherheiten festhalten. Also ich halte nicht an sich, das ist das Schlimmste, ich will nicht sicherheitsdenkend sein, sondern ich möchte das, was ich mir erarbeitet habe, das, was ich erleben und genießen darf, mache ich, weil ich mutig bin, weil ich nicht festhalte, weil ich loslassen kann. Und dann bin ich nach New York fröhlich rübergegangen und habe gesagt, das mache ich alles ganz alleine, ganz alleine, brauche ich gar keine Hilfe. Bin über zwei Jahre, fast jeden Monat, eine Woche immer rübergeflogen, bin durch die Straßen gelaufen, habe Visitenkarten verteilt, habe mir dann irgendwann einen Anwalt genommen, da hätte ich mal früher nachdenken müssen und hätte auch mal fragen sollen, was die für einen Stundensatz haben. Dann bin ich in ein Netzwerk reingekommen, richtig tolle Leute kennengelernt, Gastronomen, Insider und mein Traum wurde immer besser. Mein erstes Objekt, was ich mir in der ersten Woche angeguckt habe, kennt man aus Man in Black, das ist dieser silberne Trailer, American Diner, wo dieser Mobs rauskommt. Das habe ich mir angeguckt, das wurde mir angeboten und tolle Gegend, wo Jude Law und so war, im Nachbarhaus war alles ganz toll, aber da schnitt es mir zu früh und bin weitergegangen und habe dann mein Traumprojekt gefunden. Das Ding wurde immer teurer, immer teurer, lustigerweise nicht für die Baustelle, sondern für die Anwälte. Die haben auch gern sich mal mit mir zum Essen verabredet und danach dreieinhalb Stunden berechnet. Also die sind da schmerzfreien da mehr. Ich muss erst mal die Geschäftswelt lernen. Habe eine Gesellschaft gegründet. Ich hatte einen, wie nennt man das, in der Politik der Interessen vertritt. Lobbyist. Ja, genau. Ich hatte einen Lobbyisten in der Stadt rumlaufenden, im Viertel, der Werbung für mich gemacht hat. Also da kommt ein Deutscher, der möchte hier diese Gastronomie aufmachen, weil es gibt ein besonderes Gesetz in New York, die Anwohner dürfen mitentscheiden, ob diese Gastronomie dort eröffnen darf. Da kommst du dann vor ein Panel, musst da antreten, wer ist auf Herz und Nieren geprüft, was du da machen willst, ob du eine Glücksspielhöhle machen möchtest, eine Diskothek oder wirklich ein Restaurant, da bin ich durch. Und ich habe mich da wirklich durchgebissen und hatte mir ein finanzielles Maximum gesetzt. Da war ich längst drüber hinaus, weil irgendwas wie noch hoch. Du hattest die Bullerei schon, das hattest du schon, ne? Ja, ja. Genau, genau. Und eigentlich wollte ich einen Laden haben, 20 Quadratmeter, 10 Sitzplätze, zwei Mitarbeiter. Nachher hatte ich einen Laden gemietet, 350 Quadratmeter, 60 Mitarbeiter und anders. Weil das alles so geil ist, sich so geil anfühlte. Und ich merkte schon, Digga, das ist nicht schlau, was du da machst. Und ich hatte die Licker-Lizenz, ich war in schwerstmafiösen Strukturen unterwegs, weil ich mir alles angeguckt habe. Da gibt es Gastro-Lizenzen, illegal zu kaufen. Also legal, illegal, aber die du dann kaufen kannst. Da hatte ich die richtigen Kontakte. Ich war drin. Ich war richtig in New York drin. Und das hat sich so geil angefühlt, weil es war aufregend, es war spektakulär. Und ich habe die Fläche, die fing an, bereits diese Fläche an zu entkehren. Und dann gab es eine Auflage, die ich erfüllen müsste. Und das war schallisolierende Maßnahmen. Und die hätten, glaube ich, nochmal 300.000 Dollar gekostet und so, die ich sowieso schon längst nicht mehr hatte. Und was ich wollte, ich wollte nicht meine Existenz hier riskieren. Ich wollte einen Traum verwirklichen. Ich wollte hier leben. Ich lebe wahnsinnig gern. Ich wollte nicht rüber nach New York, um zu leben. Und habe dann gedacht, so jetzt wird das Ding aber richtig heiß. Und hatte sehr viel Geld schon versenkt. Und habe dann aufgrund dieser Investitionssumme, die ich hätte erfüllen müssen, um die Lizenz endgültig zu bekommen, habe ich den Mietvertrag gekündigt und habe mich wieder zurückgezogen. Das heißt, das Restaurant, du hast nicht einen einzigen Gast da bewertet? Nein. Gab es schon einen Namen? Melzis? Oh Gott, wie hieß denn das Ding eigentlich? Heimat New York. Heimat New York. Ja, weil Heimat hieß es. Heimat soll das heißen. Heimat New York. Also Heimat and White. Das ist das Einzige, was du schützen konntest. Nie eröffnet? Nie, nichts? Nö. 60 Mitarbeiter schon eingestellt? Probebetrieb? Ich hatte Leute da, wie gesagt, ich hatte einen Lobbyisten im Viertel rumlaufen. Der hatte richtig Kohle gekriegt dafür, dass er Kaffee trinken war mit den Leuten. Das funktioniert da halt. Das ist dieses System. Ich habe mich dann nebenbei noch an einem kleinen Italiener beteiligt. Die gibt es auch schon nicht mehr. Ich habe dem so ein bisschen, nicht viel, aber immerhin. Der hat aufgemacht, war ich aber auch nie. Und habe den zurückgezogen und habe echt viel Geld da gelassen. Wahnsinn. Was hast du deinem Freund gesagt, der dir geraten hat, Mensch, mach es doch einfach. Wenn nicht du, wer dann? Ich bin immer noch. Immer noch dein Freund? Ja, ja, total. Weil, was ich am Ende des Tages habe, ich bin ja nicht gescheitert. Ich bin ja, New York steht ja noch. Und ich lebe noch. Und ich habe Erfahrungen gesammelt. Und ich habe viele schöne Geschichten. Ich könnte den ganzen Tag hier Geschichten erzählen, nur über New York. Von bis, also von allem. Und das ist doch das, was ein viel schöneres Investment ist, dass du zumindest sagst, du hast deinen Arsch bewegt, du hast dich getraut. Du ärgerst dich nicht, das ganze schöne Geld. Nein, nein, nein. Das ist überhaupt nicht, gar nicht. Ich war zwei Jahre, jeden Monat in New York. Ich bin geflogen. Ich habe Leute kennengelernt. Ich habe lustige Geschichten erzählt. Ich habe wirklich, ich kann jeden Tresen alleine unterhalten für Wochen. Das ist über tolle Erlebnisse, über auch eigene Dummheit manchmal. Ich finde auch, eigene Dummheit kann auch echt was Schönes sein, vorausgesetzt, du nimmst sie wahr. Weißt du? Das ist so dieser kleine Gedanke, weil ich habe diesen Imbisswagen anzählt, der wurde mir für vernünftiges Geld angeboten. Und ich sagte, ah nee, das ist mir zu viel. Und ich bin, glaube ich, mit einem Sechsfachen nachher nach Hause gegangen und habe nichts in der Hand und so. Aber es war, aber trotzdem, ich bin nach wie vor dieser Stadt, diesen Menschen sowieso, sehr, sehr dankbar. Und auch dem Ding, ich habe es gemacht. Mir ist... Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ja, ich hätte Bundesliga spielen können, wenn ich denn trainiert hätte. Du hast. Ich habe trainiert und konnte keine Bundesliga spielen. Fertig. Ich habe einen ständig wiederkehrenden Albtraum. Der geht so, dann wache ich nachts nicht auf, aber ich träume es. Ich träume, dass ich neben meiner Wohnung, in der ich wohne, noch eine andere Wohnung habe, in der ich schon nicht mehr wohne, in der ich schon seit Jahren nicht mehr bin, aber ich habe vergessen, sie abzumieten. Weißt du? Weil ich denke immer, was für eine... Es ist wirklich kein Spaß. Den Traum habe ich wirklich. Und morgens wache ich auf und denke, habe ich die wirklich, die Wohnung? Und dir ist genau das passiert. Du hattest eineinhalb Jahre ein Apartment. Ich habe deinen Traum gelebt, sozusagen. Bloß auf eine ganz beschissene Art und Weise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin in ein Netzwerk da eingetreten und das war toll. Es war auch Szene, es war wirklich spannend. Ich war auch ein bisschen cool. Und ich saß oft an Tischen, wo ich gedacht habe, ob ich jetzt mal frage, ob der ein Foto mit mir macht, irgendwie so, weil da waren wahnsinnig prominente Menschen dabei. Und ich habe, es gab eine Traumlocation, das ist das alte YMCA-Gebäude in der... Ach, hilf mir schnell, Straße. Ja, da musst du wenig fahren. New York. Ja, ja, ja. Ich kenne Fifth Avenue vielleicht. Bowery Street. Nein, danke. Bowery Street. Und dieses Haus ist voller Geschichte. Da sind Bücher entstanden, Kunstwerke, unter anderem Roscoe, der Maler hat so ein Atelier gehabt und ich habe das Atelier gemietet. Das war eine alte Turnalle. Da waren die Farbflecken und ich dachte, das ist so geil, New York hier. So ein schönes altes Atelier mit dieser Geschichte. Ich habe gedacht, die Farbflecken könnten auch von ihm sein. Das war wahrscheinlich von irgendwelchen anderen dilettantischen Überlebenskünstlern da in New York. Aber ich habe die Geschichte gehabt, habe mir da auch ein kleines so einen Schlafbereich eingebaut mit dem Denk, wollte mir eine kleine Küche da einbauen und wollte so coole Underground-Partys da feiern irgendwie mit den coolen Leuten, die ich alle kennengelernt habe. Habe das Ding gemietet. Hast du auch mal drin geschlafen? Nein, nein. Nein, ich war ja noch nicht fertig, als ich das angemietet habe. Und ich habe damals immer über Airbnb gewohnt, weil ich die Stadt kennenlernen wollte. Und ich finde, man lernt eine Stadt sehr gut kennen, wenn man irgendwo wohnt, rausgeht, in den Supermarkt geht und wieder zurückgeht und sich was zuerst macht. Also, dass man so diese normalen Alltagswege kennt. Dass man so ein bisschen dieses Gefühl hat. Habe mich also so durch die Stadt geschlafen, über Airbnb. Und dann habe ich das Projekt irgendwann abgeblasen und dann habe ich zwei Jahre, kriege ich mal einen Anruf und was mit der Miete ist. Und ich miete wofür? Na ja, für das Apartment. Also für diese Baustelle, die ich nie vollendet habe. Ich habe vergessen, dass ich das angemietet hatte, weil da waren so viele Eindrücke. Aber der Mietvertrag wurde nicht gekündigt und ich habe sozusagen zwei Jahre in New York ein Künstlerloft gehabt, in der Bowery 222, was sehr viel Miete gekostet hat. Und ganz kurz, Miete hat ja meistens das Besondere, dass es monatlich abgebucht wird. Ja. Dann wäre es doch wahrscheinlich, irgendwann hätte es gesagt, was ist das denn da? Ich habe ja nicht gesagt, wahnsinnig schlau. Ich habe ja gesagt, ich habe damals den Mietvertrag sozusagen in dieser Gang, in der Posse, in der ich war, haben wir das gemeinschaftlich, das ganze Haus mit noch anderen Dingen. Ich hatte nur diesen Bereich für mich gesichert und das war mal ein Teil an der Miete. Und irgendwann haben die gesagt, Säger, du bezahlst ja gar nicht. Und das war zwei Jahre später und das hatte ich vergessen. Und musstest du denn noch bezahlen? Ich habe bezahlt. Du hast bezahlt. Ich habe bezahlt. Wenn ich das sage, dann halte ich mich auch dran. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn du zwei Jahre in der Stadt nicht warst und auf einmal Übernachtungskosten hast, wo du denkst, boah, da wären auch sieben Jahre Malediven für drin gewesen. Aber auch das ist eine Geschichte. Ich kann sie halt erzählen. Ich sage mal, wenn ich da gewohnt hätte, vielleicht würde ich gar nicht so viel erzählen. Diese Geschichte habe ich bestimmt schon 50 Mal erzählt und ich finde sie immer noch lustig. Das ist ja meistens so, weil Dinge, die nicht funktioniert haben, die sind viel schöner zu erzählen, als die, die funktioniert haben. Man muss aber auch sagen, also auch da eben nochmal diese Arroganz, die Überheblichkeit, die ich da an den Tag lege, ich konnte es mir positiv, also da bin ich bis heute sehr, sehr stolz drauf, was vielleicht auch mit Corona zu tun hatte. Ich habe noch nie einen einzigen Cent Schulden hinterlassen. Das gibt es nicht. Also da stehe ich für recht. Ich reiße die Fresse auf und ich verkack das manchmal echt ganz gewaltig. Aber ich... Aber du musst ja mal Kredite aufgenommen haben, um die Bullerei zu eröffnen, um Investitionen zu machen. Ja. Aber du hast ja immer zurückgezahlt. Ja, genau. Das ist ja... Gab es so einen Moment, du hast ja irgendwo auch mal gesagt, du guckst nicht so permanent auf deinen Kontostand, was sehr sympathisch ist. Wenn irgendwas schiefläuft, kommt schon ein Anruf. Hat es einen Anruf in der Corona-Zeit gegeben? Ich sage mal so, ich bereue manchmal mein saloppes Mundwerk. Okay. Und ich... Oft will ich was damit zum Ausdruck bringen, was vielleicht die Tatsache nicht. Und ich weiß gerade, dass das Thema Finanzen in Deutschland ein sehr sensibles ist. Deshalb rudere ich da jetzt verbal immer so einen Ticken zurück. Natürlich bin ich informiert, aber es interessiert mich nicht. Und das ist so ein Arrogan... Aber das ist so schwer in meiner Situation jetzt gerade zu sagen, weil es hat mich noch nie interessiert. Also ich habe keine Armbanduhr. Ich habe nichts. Ich kaufe mir die Dinge, die ich mir leisten kann. Mich interessiert nicht. Ich würde nicht für Dinge arbeiten. Das passiert in meiner Welt irgendwie nicht. Wenn ich mir einen Urlaub in der Lüneburger Heide leisten kann, dann fahre ich in die Lüneburger Heide. Dann mache ich genauso Urlaub, wie ich vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in Thailand machen würde. Also ich habe nicht diesen Drive in irgendeiner Form, mich über finanzielle Ebenen darzustellen oder eben so. Ich genieße das unfassbar. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür und das ist auch mein größtes Problem, dass ich sehr viele Optionen habe, mehr manchmal als andere Menschen und dem auch mit Demut entgegentreten möchte und nicht aus Faulheit eine Chance missachten, eine Möglichkeit missachten, um sozusagen seinem eigenen Schicksal gegenüber, arrogant gegenüber aufzutreten. Es gab mal diesen Spruch von Naomi Campbell, für unter 10.000 Dollar stehe ich gar nicht mehr auf. Vor so einer Dummheit habe ich Angst. Es gab Tage, da bin ich nicht aufgestanden, aber das zu empfinden, finde ich schlimm. Das ist so. Und deshalb sage ich, ja, ich bin oberflächlich informiert und ich lebe nach dem Leben irgendwie so, solange die Zahl schwarz ist, ist es schwarz. Wie war das dann für dich in der Corona-Phase, wenn dann Mitarbeiter auf dich zukamen und du wusstest, okay, die kriegen Kurzarbeitergeld, 60 Prozent, ihr habt, glaube ich, versucht aufzustocken, wo es geht, aber du wusstest auch, okay, damit kannst du in der Stadt wie Hamburg eigentlich nicht leben. Das ist ja das Katastrophale an so einer Situation und ich glaube, das betrifft viele Unternehmer, viele Menschen, die in der Verantwortung für andere Menschen irgendwo auch stehen. Natürlich arbeiten die Menschen für mich und natürlich nutze ich das auch manchmal aus und das gehört ja dazu, weil ich ja auch dadurch mehr verdiene. Also ich setze Mitarbeiter ein, damit sie das umsetzen, was ich gerne möchte und habe dadurch einen Erfolg. Das heißt, sie sind eigentlich daran ja beteiligt und das sehe ich, das weiß ich, weil ich sehe meine Mitarbeiter mehr als meine Familie und das heißt, ich habe einen Bezug zu denen. Nicht zu jedem, ich kann auch nicht mehr jeden mit einem Namen ansprechen, das gelingt mir leider nicht mehr, da schäme ich mich für. In der Bullerei schon noch oder auch in der Bullerei nicht mehr? Das wird auch manchmal eng. Das sind 100 Mitarbeiter und das wechselt auch und ich habe ja manchmal Schwierigkeiten, ein sehr enges Umfeld mit einem Namen zu bezeichnen. Ich nummeriere. Das ist nicht ganz unwahr. Und ich hatte mal eine Zeit, das war ungefähr zwei, drei Jahre nach der Bullerei, nachdem ich die geöffnet habe. Da habe ich mich gefragt, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Also warum stehe ich jeden Abend hier? Warum vergräude ich, also nicht vergräude ich, falsches Wort, warum verbringe ich meine Zeit nur im Beruf? Warum gehe ich auf die Bühne? Warum mache ich Fernsehen? Warum mache ich das? Weil ich hatte keine Sehnsucht, ich hatte keine Sehnsucht nach Geld. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Sehnsucht nach Aufmerksamkeit hatte. Ich wusste nicht genau, warum ich das mache. Dann habe ich das gemacht, was sich jeder als totalen Traum vorstellt. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin ohne Ziel losgefahren und ich hatte sechs Wochen Zeit. Ohne Ziel hieß, ich habe das gemacht, einfach mal spontan irgendwo stehen bleiben, was sich jeder traumhaft schön vorstellt. Das Schlimmste der Welt, für jemanden, der immer orientiert ist, auf einmal gar kein Ziel zu haben. Und ich hatte eine Woche lang, da bin ich wie Schwarzfahren durch die Gegend gefahren, war immer schlechtes Gewissen. Ich bin nur auf Autobahnraststätten gewesen. Ich dachte, wenn ich jetzt hier abfahre, dann könnte ja dahinter vielleicht doch noch eine Abfahrt sein, dann ist ja das vielleicht. Und dann kannst du, warum fährst du nicht mal diesen Weg, aber nein, du willst ja doch irgendwie. Also es war grauenhaft. Und dann bin ich zum Freund in Italien gefahren, habe mir das erste Ziel gesetzt und von dort aus habe ich mir Ziele gesetzt, die ich aber nicht eingehalten habe. Die Freiheiten habe ich mir genommen. Das war sehr viel angenehmer. Und irgendwann bin ich in diesen Prozess reingekommen und saß als einziger Gast in so einem Agro-Tourismo-Hotel, so ein altes Landhaus irgendwie, mit riesengroßer Badewanne, schön gekrachelten Pool. Eigentlich fehlte nur Sophia Lorena mit ihrem voluminösen Busen im Pool, die da ein bisschen rumplanscht. Ich habe herrlich gegessen, eine Flasche Rotwein schon im Kopf gehabt, guckte so ein bisschen, das war am Rande der Toscana, so den Hang runter und du saßt hinten, das Dorf war in der blauen Stunde, also die Sonne war weg, aber es war noch nicht dunkel. Es war eine perfekte Situation. Und da kam mir die Antwort, obwohl ich mir gar keine Frage gestellt habe, einfach, weil ich es kann. Das war ganz simpel, weil ich es kann, weil ich die Fähigkeit habe, Spaß am Leben zu haben, risikobereit zu sein und ich teile gerne. Und dann müsstest du sofort zurück? Ich habe die Flasche Wein noch rausgetrunken. Aber ich habe abgebrochen dann, weil der Sinn der Reise war, ich muss einmal finden, warum ich den Kram mache. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das. Ich kann es. Ich habe das Glück. Ich habe die Fähigkeit, ich weiß nicht, ich erkläre sie mir auch nicht mehr, ich hinterfrage sie auch nicht mehr, sondern ich gehöre zu den Menschen, die das Glück haben, sehr oft auf die Schnauze zu fallen, ohne sich wirklich eine blutige Nase dabei zu holen, sehr oft schöne Dinge zu haben, sehr tolle Leute um sich geschraubt zu haben, gute Menschen mit auf dem Weg zu begleiten. Ich fördere gerne. Ich fordere auch viel, aber ich fördere auch wahnsinnig gerne. Ich habe so ein leises Netzwerk in kulinarischer Art und Weise schon aufgebaut, wo ich sage, ja, das sind Schüler. Das sind Menschen, die haben verstanden, die ein bisschen meine Ästhetik, meine Philosophie weitertragen, obwohl ich keine ganz großartige habe. Es gibt Tim-Melser-Schüler schon, ja. Es gibt Tim-Melser-Schüler. Ja, es gibt auch ein, zwei, die wollen es nicht in der Öffentlichkeit genannt wissen. Aber die Begeisterung, die Schönheit an dem Beruf. Also ich mag das, wenn Leute vielleicht an der einen oder anderen Stelle in ihrem Leben in ihrer Abzweigung sind und ich kann wieder das Feuer entfachen. Das mag ich. Ich muss mir sagen, das ist ja echt so ein Traum, dem jeder sagt, jetzt mal losfahren. Ich würde schon scheitern daran, ich würde schon scheitern daran, wenn man dann da steht und im Auto, wo fährt man? Also die erste, das erste, erst mal Autobahn. Nein, du kommst aus dem Effizienz-Gedanken raus. Also, mein Auto war ein großes Auto und es war gepackt mit Gaskocher, sämtlichen Isomatten dieser Welt, Zelten, schön Kochtöpfen, so mit Kette dran, weil ich gedacht habe, ich übernachte dann im Wald und hau den Baum um. Ich hatte eine Axt dabei, ich hatte ein Bärenmesser dabei, ich hatte also alles mögliche dabei. Ich hatte Notfallapotheke. Bärenmesser aber mit EE? Nein, Bären, schon EE, aber ich hatte mir ein Überlebensbuch, Survivalbuch gekauft und da stand drin, wenn Schneefall kommt und man läuft Gefahr zu erfrieren, dann muss man einen Bären töten, den aufschneiden, die Gedärme raus und sich selber da reinlegen, dann entfriert man nicht. Also dafür war ich vorbereitet, es war Hochsommer. Dazu war der Sarge und es war Italien. Aber so, das war mein Duktus. Ich dachte so, ich spiele mal hier, wie heißt der, den Nähberg für Arme. Und ich hatte auch das klare Ding, wie gesagt, am Anfang habe ich keine Übernachtungsmöglichkeiten, ich habe nicht einmal gezeltet, habe mir nur schöne Hotels ausgesucht. Und ein großes Auto heißt Pulli. War das ein Bulli? Nee, so ein doofes, großes Auto. Achso. Aber eh, es ist unbequem, ich wollte da Ritalien selber fahren, das ist so, ich wollte es schon bequemer noch, auch klimatisiert. Ich bin auch in einigen Bereichen echt ein Snob, wenn ich darf. Ja, und bin dann halt losgefahren. Und wie gesagt, diese ersten Momente waren ganz fürchterlich und das finde ich eben toll. Man darf sich Ziele setzen, die man nicht erreicht, weil man sich zumindest auf den Weg begibt. Und das Schöne ist, glaube ich, bei diesem Gedanken, dass man eher dem gesetzten Ziel den Finger zeigt und sagt, nee, mach ich nicht. Das ist eher schon, also die Romantik dahinter ist mehr, einen anderen Weg zu gehen, als den man sich vorgenommen hat, als einen freien Weg zu gehen. Aber es ist doch auch cool. Total schön. Am Ende hast du ja festgestellt, hey, mein Leben so wie es war, war super. Ist super. Ich habe das Richtige gemacht. Aber kurz einmal die Frage, kannst du denn gut allein sein? Oh, wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ich? Ja. Ja, ja. Also, was heißt, ob ich sehr gut allein sein? Doch, ich kann für mich, also ich bin selten allein, deshalb sage ich ja. Ich habe Bedürfnisse nach allein sein. Da bin ich, glaube ich, wie alle anderen auch. Aber ich ertrage das mit mir schon. Aber ist das nicht mehr? Das ist die Frage. Ich denke auch immer, ich möchte gerne allein sein. Und wenn ich dann allein bin, finde ich es ziemlich blöd. Nee, das habe ich nicht. Bei dir nicht? Nee. Aber ich komme dann auch geistig zum Stillstand. Also, ich habe eine ganz große Fähigkeit, ich trage selten Dinge mit mir rum. Immer wieder, mache immer wieder die Schublade auf. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt arbeite oder in der Arbeitswelt bin und ich mache Feierabend, dann mache ich Feierabend. Wir haben das Thema, ich weiß nicht, war das der Blog oder der letzte mit der E-Mail? Das ist ja erst der zweite Blog. Ich habe noch nie eine E-Mail geschrieben. Ich habe noch nie eine E-Mail in meinem Leben geschrieben. Weil ich das große Glück hatte, als es anfing, hat es mich nicht interessiert und als es vonnöten war, konnte ich es mir leisten, jemanden dafür einzustellen. Das ist wirklich so. Und ich bin so dankbar für diesen Prozess, weil wir haben das von gesagt. Aber du bist auf Instagram bist du zum Beispiel, ne? Ja, ja, vor allem ich. Bist du nicht? Es gibt eine Instagram-Seite von Tim Melzer. Ja, ja. Da bin ich auch. Mit einer halben Million Follower. Ja, da bin ich auch, aber das macht jemand. Okay. Das kann ich nicht. Das finde ich nicht schlimm. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Instagram, weil ich, in meiner Welt ist Instagram natürlich auch ein Marketing-Tool, ohne wenn und aber. Das ist es auch, wenn ich mich im Bikini fotografieren würde, dann wäre es auch Marketing, nur eine andere Form von Marketing. Ich denke, ich habe gerade gesagt, ich verstehe die Welt nicht ganz, weil für mich, was andere Leute damit machen, ist ein Tagebuch öffentlich. Und das finde ich strange. Früher warst du das größte Arsch, also warst du nicht dein Freund, also wenn ich dein Tagebuch mir genommen hätte und ich hätte mal ein bisschen drum herum geblättert, hätte es ein Problem mit mir gehabt. Heutzutage packen sie das alle sogar noch ins Netz und das verstehe ich nicht so ganz. Aber du musstest trotzdem mitmachen, es geht nicht anders. Du konntest, bist du nicht jemand, der sagen könnte, weißt du was Leute, warum? Mich kennt ja eh jeder. Du, ihr habt doch Leute, wenn die Spaß dran haben und ich mag auch das Kreative, den Inhalt und so, das mag ich schon, aber wenn ich jetzt da also nach einer Ägide arbeiten würde, oh, du musst um 20 Uhr noch ein Posting setzen oder so, never ever. Das ist nicht mein Ding. Du guckst dir das, du guckst dir vorher an, was die posten oder haben die freie... Also ich bin, ich brauche nicht, das darf man, weil das kann auch so falsch verstanden werden. Ich folge nur einem einzigen Menschen bei Instagram und das bin ich selber. weil ich kontrolliere mal, was da gepostet wird. Aber nicht, weil ich mich so geil finde, sondern weil ich es einfach die meisten Sachen weißt du ja auch schon. Die meisten Sachen weißt du ja auch schon. Die meisten Sachen war ich auch dabei, ja. Das ist richtig. Aber eben diese E-Mail-Mentalität, die tut mir jetzt wahnsinnig gut, weil du kannst bei mir nichts ablagern. Du kannst bei mir nichts ablegen. Du kannst nichts parken. Entweder kriegst du mich, dann kannst du mit mir reden, dann können wir das Ding klären oder nicht. Aber es gibt bei mir kein Postfach. Da musst du durch. Man braucht deine Handynummer. Ja. Deshalb gibst du die dann auch vorsichtig? Nein, nein, nein. Die war sogar mal in den gelben Seiten. Das ist das erste Handy. Gelbe Seiten kann man sagen. Kennen die Leute noch? Ich sage nicht, welches Jahr das war. Kennen die Leute noch? Das habe ich dann gemerkt, als ich ins Fernsehen ging. Weil dann haben mich Leute angerufen und die haben das wirklich in den gelben Seiten gefunden. Oder hier im Telefonbuch damals, wo ich gewohnt habe. Wir müssen mal über das Fernsehen sprechen und vielleicht auch über diese Sache mit dem Fernsehkoch. Das ist ja nichts, was man lernen kann. Man ist ja auch nicht... Und wahrscheinlich gibt es heute junge Leute, die sagen, ich möchte gerne Fernsehkoch werden, so wie es Leute gibt, die sagen, ich werde Influencer? Ich will nicht sagen, leider ja, aber ja. Wieso willst du nicht sagen, leider ja? Weil an sich ein schöner Job Fernsehkoch? Also grundsätzlich sind ja die... Oder andersrum, was heißt eigentlich Fernsehkoch? Ich finde immer, Steffen Hänzer ist der lebende Beweis, dass ein Fernsehkoch nicht kochen können muss. Also das ist wohl als allererstes. Also deshalb ist das ein Berufswunsch. Entschuldige, Steffen. Wir kommen nachher noch zu Steffen Hänzer. Wir kommen noch. Ich liebe das. Die meisten Fernsehköche sind nicht die besten ihres Faches, dazu gehöre auch ich. Es gibt bessere Köche, es gibt fundiertere Köche, aber zum Fernsehen gehört auch Unterhaltung. Und ich glaube, die Kombination wie bei Steffen und mir oder vielleicht auch noch bei ein paar anderen Leuten ist, dass wir kochen können, zumindest so, dass es einigermaßen irgendwie wie was rüberkommt und dass wir dabei auch unterhaltsam tätig sind. Wir sind so ein bisschen wie die Harlem Globetrotters aufkulinarisch. So, wir spielen Basketball, aber eigentlich sind wir eher für die Unterhaltung da. Und das finde ich auch total in Ordnung. Also wenn ich Informationen möchte, dann gehe ich in die Bibliothek. Oder ich beschäftige mich ernsthafter damit. Oder ich mache Bildungsfernsehen. Also früher gab es das ja so in den dritten Programmen. Da konntest du dir halt bestimmte Dinge angucken. Oder wie im ZDF, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Sonntagvormittag, Breakdance mit Isi Gulb. So, wo du dann das gelernt hast. Kennst du nicht mehr? Kenn ich nicht mal. Isi Gulb? Nein. Das war die Welle nach, 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 oh Gott, wie hieß denn das? Das war Aerobic. Aerobic. Aerobic hieß das. Genau. Und dann kam Breakdance. Und der Tanzlehrer war Isi Gulb. Der sah eher aus, als ob er im Keller großgezogen worden ist und hat den Trend der Polyfrisur sehr hart gesetzt. Hast du das in Pinneberg im siebten Stock dann gesehen, als du alleine gelebt hast? Ja. Und hast du mitgemacht? Ja. Du hast Aerobic gemacht? Nein, Breakdance. Breakdance ist eine schöne. Breakdance, ja. Er rollig, glaube ich. Ja, toll. Also okay, Fernsehkoch. Und ich finde es schade, wenn die Leute, also generell, das ist so hyperkritisch. Wenn du Medien als dein Lebensziel bezeichnest, dann hast du ein echtes Problem. Muss man einfach sagen. Danke. Wenn du dieser Welt, ja, also ist manchmal so, du kannst ja wenigstens noch gestalten, wenn du aber nur abschreibst, wie es da auch viele machen, dann würde ich das ziemlich frustrierend finden, nur hauptsächlich mal irgendwas. Ja, das Ding mit, was mit Medien machen, ist einfach natürlich blöd. Nein, ich meine Medien in der Präsenz. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, mein Beruf ist Fernsehkoch, ganz ehrlich, dann schick mich wohin. Also dann muss ich auch abtreten, dann ist das echt schlimm. Ich finde, Fernsehkoch ist kein Schimpfwort, ich finde nur Fernsehkoch als Lebensziel ist ein Schimpfwort. Weil erstmal geht es ja ums Kochen, es geht ums Kommunizieren, und das mache ich auch im Fernsehen. Und ich finde auch, der Auftritt im Restaurant ist wie Fernsehen. Ich bin ja Unterhalter, wenn ihr ins Restaurant kommt, bei mir zumindest, ich möchte, das ist wie jeder Wirt in der Kneipe, das ist wie jeder Barkeeper, jeder Kellner irgendwie. Wir machen ja Entertainment, wir holen euch ja ab an einer bestimmten Situation und versuchen euch für kurze Zeit den Alltag vergessen zu lassen, euch zu unterhalten, dass ihr auch da noch ein Teil, es ist jetzt nicht wie im Theater, man sitzt und guckt, sondern es ist ein Teil dieser Gesamte, es ist eigentlich interaktives Theater, was wir machen. Und da habe ich das große Glück, das im Fernsehen zu machen. Und die Welt ist eine schöne, aber sie hat natürlich, da wo Licht ist, auch wahnsinnige Schattenseiten. Und das ist auch teilweise sehr, sehr harte Arbeit. Sehr harte Arbeit. Jetzt ernsthaft, wenn du es vergleichst mit deiner normalen Arbeit, ist nicht das Geld, was du im Fernsehen verdienst, im Zweifel so viel leichter verdient, als das Geld, was man im Restaurant verdient? Weil es auch viel mehr ist? Das kann ich nicht sagen. Es ist ein selbstgewählter Weg. Also ich entscheide darüber selber. Entscheidungen. Entscheider treffen Heider. Witzig, das ist jetzt nach vier Stunden zu mir ist, nach vier Stunden haben wir so eine Entscheidung getroffen. Ich entscheide selber, diesen Weg zu gehen. Ich finde, dass die Menge an Geld, die man im Fernsehen verdient, eine leichtere ist. ist aber, ich verdiene mein Geld lieber mit der Gastro. Weil ich das einschätzen kann. Ich kann meine Leistung einschätzen in der Gastro. Ich weiß, was ich wert bin. Das kann ich in den Medien nicht. Hast du kein Gefühl dafür, was du wert bist für so einen Fernsehsender? Nein. Überhaupt nicht. Das heißt, du verhandelst dann auch über Verträge, machst du nicht, sondern machen uns. Doch, mache ich, aber ich drehe immer durch. Also ich denke, ich bin mehr wert. Und dass sieht der Sender immer anders. Spricht man dann mit Steffen Henster, was kriegst du, was kriegst ich? Nein, auf gar keinen Fall. Da wäre der stinksauer, wenn der wüsste, was ich kriege. Es ist zu einfach, wenn man im Beruf liegt, Steffen. Nein, aber was soll ich sagen? Als ich diese Berufswahl getroffen habe, wollte ich eigentlich Hoteldirektor werden. Ich habe hier im Interconte in Hamburg gelernt. Und es war ja bereits erwähnt, dass ich früh von zu Hause rausgeflogen bin. Und es gab so Dinge des alleinigen Lebens, was ich relativ doof fand. Das hatte viel was mit Haushalt und Wäsche zu tun. Und dann dachte ich, wenn du Hoteldirektor bist, also ich habe ja gemerkt, ich habe eine Leidenschaft dafür, wirst du Hoteldirektor und wohnst in einem Hotel und dann gibt es Rumservice und Houseskipping. Also die zwei wesentlichen Probleme meines damaligen Lebens werden erledigt und ich verdiene auch noch Geld dabei. So, das fand ich ganz geil. Also habe ich eine Ausbildung zum Koch angetreten und ich hatte gar kein Ziel, Koch zu werden. Und das muss man für die, die ich da war, noch kurz erzählen, Abitur 3,8. Eigentlich wärst du auch gerne Architekt geworden. Eigentlich ja. Aber zu viel Wartesemester, deshalb Hotel Interconte, muss man auch sagen, gibt es nicht mehr. Da, wo jetzt das Fontenay steht, war früher das Interconte. Okay. Und dann, du bist aber dann Koch geworden, weil du hättest ja auch irgendwie was anderes werden können im Hotel. Oder war Koch? Ich war ja Service-Mitarbeiter, aber damals war ich natürlich, ich war ein Junge, was soll ich beim Kellnern lernen? Ich nehme Teller in die Hand und bringe ihn an den Tisch. Also da brauche ich keine zweieinhalb Jahre für. Also ich habe immerhin ein 3,8. Abi. Das war meine Welt. Das war, dass da sehr viel mehr dahinter steckt. Das habe ich ja dann erst begriffen. Hast du damals, jetzt ganz blöde Klischeefrage, warst du einer der wenigen Kochlehrlinge mit Abitur? Ja, ja zu dem Zeitpunkt, es gab schon den einen oder anderen, aber es war eine Situation, dass man mit Abitur nicht Koch geworden ist. Warum eigentlich nicht? Das kann ich euch nicht erklären. Das ist die gesellschaftliche Akzeptanz, was nach außen hin einen Beruf wertig erscheinen lassen soll, statt die Befriedigung dessen, der es ausübt. Heute anders? Menschen, die sich bei dir bewerben, wie viele deiner Köche haben Abitur? Auch wieder weniger. Es ist wieder weniger geworden, aber es bewerben sich die Leute, die diesen Beruf wählen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie ihn wollen. Und das mag ich. Ich mag das. Ich mag, wenn Menschen eine Entscheidung, ich mag auch, wenn sie die Entscheidung nochmal überdenken und revidieren. Also auch, Entschuldigung, wenn die sagen, das ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich mache nochmal was anderes, finde ich auch, das erfordert richtig Rückgrat. Ich finde das gut, wenn Jugendliche, junge Menschen auch mal einen Weg, den sie eingeschlagen sind, auch nochmal überdenken und auch dann sich trauen, nochmal was anderes auszuprobieren. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut, weil ich kenne auch viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich mal für was entschieden haben und sich jetzt nicht mehr trauen. Und sich das dann durchziehen, weil man irgendwie... Ja, und dann auch eher so eine Unmut, obwohl das vielleicht tolle Berufe sind und auch einen tollen Visitenkarten und auch vielleicht einen tollen Gehaltscheck, aber glücklich sind sie denn nicht. Und das finde ich ist so bei mir und ich hatte das ganz große Glück, im Hinterkonti hier meinen ersten Lehrherrn zu treffen, Helmut Helfig, leider inzwischen verstorben, zu dem ich wirklich ein ganz immer noch bestehendes, inniges und dankbares Verhältnis habe, weil ich war ein renitenter, aufmöpfiger Dorflümmel mit großer Schnauze und keiner Ernsthaftigkeit im Leben. Und... Was ist denn dumme, große Schnauze, weil du alles besser wusstest, weil du alles schon wusstest, wie es geht, weil man dir nichts erklären musste oder weil du einfach ein Gag um den Gag willen gemacht hast? Du hast ja Kinder, ne? Ja, ich habe Kinder, ja. Und das gibt ja die Warum-Phase. Ja. Und wenn der jetzt 20 ist und das mir selber macht, dann denkst du doch über Prügelstrafe nach. Also du hast bei jeder gesagt, irgendwie schälst du mal die Kartoffeln so und dann hast du gesagt, warum? So? Ja, weil das so ist. Das ist keine Antwort. Warum, habe ich gefragt. Und ich hatte, ich habe Selbstbewusstsein schon immer gehabt. Nicht berechtigterweise, ich habe auch viel kassiert dafür schon in meinem Leben, auch physisch, weil ich bin manchmal wie so ein Straßen-, also wie so ein kleiner, so ein Spitz. Bin ja nicht so ganz klein, aber ich bin ja auch nicht so ganz groß. Aber aus meinen Augen bin ich sehr groß. Ich gucke ja auf alles runter. Warst du bei der Bundeswehr eigentlich? Auf gar keinen Fall. Ne, ich wollte gerade sagen. Auf gar keinen Fall. Das wäre nicht gut gegangen, weil... Doch, ich glaube schon. Das hätte mir wahrscheinlich sogar gut getan. Nicht, weil ich nur einfach das Problem gehabt hätte. Ich war... Ich bin schon immer ein... Ich suche meine eigenen Wege. Nicht gegen die Gesellschaft, sondern in der Gesellschaft. Aber ich versuche auch nicht, nur nachzulaufen. Ich bin gerne First Mover, aber nicht total verwirrt, sondern ich möchte auch verbinden. Ich möchte auch kreieren und gestalten in irgendeiner Form, aber ich möchte es mit den Leuten machen. Ich möchte nur nicht hinterherlaufen. Und ich habe gedacht, wenn ich mein Abitur gemacht habe, dann musste ich ja Zivildienst machen im Kreiskrankenhaus Pinneberg. Musstest du nicht? Hätte ich auch zur Bundeswehr gehen können. Hätte ich machen können. Aber es war weit. War ja damals auch noch so, das ist so wie G2 und G... Ne, wie heißt das? 2G, 3G? 2G und 3G. Zivildienst waren damals 15 Monate und Bundeswehr war schon auf 10 Monate, glaube ich, reduziert. Also, dann bin ich halt ins Krankenhaus gegangen, nach Pinneberg, war erst in der Postabteilung. Wahnsinnig sinnvoller Job. Und bin dann allerdings in die Röntgen-EKG. Also, ich war 21, glaube ich, schon. Ich auch. Jetzt habe ich mir aber gedacht, nach dem Abitur, und dann ist da jemand mit 18 Jahren und er schreist mich zusammen, dass ich mein Hemd nicht richtig zusammenfalte und nicht richtig in den Schrank reingelegt habe, den kann ich nicht ernst nehmen. Da würde ich sagen, Junge, such dir ein Leben. Ich bin 17, ich wohne alleine, ich habe schon ein bisschen was gemacht und getan. Ich habe Probleme mit vorgeschriebene Autorität. Also, empfundener bin ich total Fan von. Also, wenn da jemand mir, bei ihm bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber irgendwie mag ich den. Weil die ganze Zeit so grummelig guckt und sagt, was redest du? Ich glaube, irgendwie ist er ein guter. Weißt du, was ich meine? Da könnte ich mir vorstellen, dass ich gerne sitze. Nicht, weil ich glaube, dass ich es tun muss, sondern irgendwie, weil er ein bisschen eine Sie ausstrahlt ist. Das heißt, du hast kein grundsätzliches Problem mit Hierarchie, sondern nur mit Hierarchie, wo du das Gefühl hast, der kann es nicht. Was ja auch wieder ein Problem ist. Ja. Also, du musst Respekt vor deinem Chef haben. Oder? Ich? Ja. Ja, ja, total. Genau. Also, wenn ich den Chef nicht ernst nehme, dann gehe ich. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Also, ich habe es noch selten gehabt im Leben. Bis auf das eine Mal. Aber ich bin auf Helmut Helwig getroffen und ich war halt laut. Und ich bin nach Hamburg gezogen, Spaldingstraße, durch der Hauptbahnhof, Technodisco, direkt nebenan. E-B-A-J-Schweinebacke. Ich habe auch da wieder aber ein Flexible... War das das Trax damals? Oder was war das? Nee, äh, wie hieß das? Der war im Keller. Trax bin ich nicht reingekommen. Trax war ich ja halt Pinneberger. Das war richtig. Ich kann doch mit Ablehnung leben. Wie hieß das Ding? Nicht Tunnel? Wo ist aber jeder Trax da? Nee, Spaldingstraße 40 habe ich gewohnt. Gegenüber von Ausländerbehörde. Und da war auch noch so ein schwulen SM-Club. Und diese Technodisco. Und ich war in einer Achter-WG. Das war so eine riesengroße Altbauwohnung. In einer Achter-WG? Ja, ja. Nur an Männer? Nee, alles Mögliche. Okay. Alles Mögliche. Oben im Dachgeschoss hat Carlo von Tiedemann gewohnt. Okay. Die Wohnung war das. Zu seinen Sturm-und-Drang-Zeiten. Also da, das war auch, wo er noch nicht hätte... Aber wie kommt man in einer Achter-WG? Durch die Tür. Ja, aber waren das alles welche aus dem Interconti? Waren das welche aus der Gastronomie? Nee, 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 nee. Das war echt... Im Zivildienst war das. Also eine der Krankenschwestern oder der MTAs, die hat da gewohnt, ist ausgezogen, weil sie dann auch irgendwie mal anständig leben wollte. Ich bin da eingezogen und dann haben wir das peu a peu, waren wir wie so ein kleines Pinneberger Krebsgeschwör. Und wir haben peu a peu die Freunde nachgeholt und dann war das so unser Ding. Und auch da habe ich dann halt schon über flexible Arbeitszeiten nachgedacht. Habe nur meinen Kühnenchef davon nichts wissen lassen und habe das selbstständig entschieden. Ich bin also manchmal später gegangen als abgemacht und habe dadurch viel Strafdienste bekommen, habe auch Sonderurlaube bekommen. Wie, was heißt Strafdienste? In der Küche? Ja, Frühstücksdienst. Frühstücksdienst oder Spätdienst. Also nach Frühstücksdienst fing um 5 Uhr morgens an, da habe ich gedacht, gut, das kriege ich hin, da brauche ich mich zwischendurch in die Mähne legen. Und wie gesagt, er hat mich wirklich positiv geformt, weil er wirklich gefördert und gefordert hat. Also beides. Wir haben da sehr schnell eine Sprache miteinander gefunden, die irgendwie auch Freude gemacht hat und dadurch habe ich auch wirklich Freude an diesem Beruf gefunden. Und ich mochte von Anfang an die Teamarbeit. Ich mochte, dass dieses, das war besonders. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, waren wir noch 35 Köche in der Küche. Zum Schluss, als ich gegangen bin, waren es noch 17. Das hat nichts mit mir zu tun, das hatte was mit Einsparungsmaßnahmen zu tun. Und zum Schluss, als der Laden eingestellt worden ist, waren es noch vier. Also das war eine tolle Zeit. Also wirklich eine gute Zeit. Da waren auch Idioten dabei. Und da waren auch, ich sage mal so, Koch ist einer der wenigen Berufe in Deutschland, die du ohne Schulabschluss machen darfst. Und dementsprechend war auch der eine oder andere da mit von vertreten. Aber wir hatten unseren Spaß. Wir waren wie so ein großes Zeltlager die ganze Zeit. Wann hat der Erste zu dir gesagt, Mensch Melzer, du kannst was? Von denen keiner. Nee, von denen keiner. Es gab, sie konnten irgendwann an mir nicht mehr vorbei. Ich bin schnell in der Analyse. Ich bin schnell und ich finde schnell meinen Weg. Ich bin anpassungsfähig. Also ich mag, wenn du mir jetzt ein 300 Quadratmeter Apartment an der Alster schenkst, dann werde ich das wahrscheinlich sogar auch zeitweise für mich mal nutzen. Aber ansonsten würde ich da irgendwas anderes drin machen, irgendwas gestalten, irgendwas machen. Und ich habe in der Berufsschule durch mein Abitur, die theoretischen Kenntnisse eines Koches sind nicht sehr tiefsinnig, hat angezogen inzwischen, früher war es eine Katastrophe. Und ich war unterfordert in der Berufsschule, aber ich hatte Anwesenheitspflicht. Und das war so mein größtes Problem. Ich war ein kompletter Einserschüler, hatte aber ungefähr 120 Fehlstunden. Und es lief Gefahr, das Jahr wiederholen zu müssen. Also bin ich halt immer in die Schule gegangen, hatte aber eine ausgeprägte Blasenschwäche und stand sehr viel auf dem Schulhof. Sehr viel. Und irgendwann stand ich da, habe eine geraucht und irgendwann kam an mir vorbei und sagte, du bist doch hier in der Klasse, von dem willst du morgen Wettbewerb kochen. Und ich so, ja, ja, klar, wenn ich nicht in die Schule muss, ja gut. Das war der Achenbach-Wettbewerb. Das ist so etwas wie die inoffizielle deutsche Meisterschaft. Und bin ich nach der Schule zurück ins Hotel und habe das meinem Zuschauer erzählt. Und der hat mich ausgelacht und sagte, was willst du denn da, du bist so dumm. Also der war auch wirklich, das war eher so ein schwieriger Mensch. Hat mich auch ziemlich dumm dastehen lassen und dann habe ich mir was ausgedacht, was ich koche. Dann war der Wettbewerb und ich habe gänzlich anders gekocht als alle anderen, weil die hatten einen klaren Plan, die hatten eine klare Strategie und du hast gemerkt, die haben auch eine Vorgabe bekommen. Das, was ich da veranstaltet habe, hatte nichts damit zu tun, was die anderen gemacht haben. Aber es war gut, es war fröhlich, es war bunt, es war kreativ. Und dann stellte mir der eine Prühe auch die Frage, ob das von Herrn Helwig sei. Und ich sage, auf gar keinen Fall, wenn Sie mich verpfeifen, dann finde ich raus, wo Sie wohnen. Ich habe diesen Wettbewerb gewonnen, ich bin dann zur Endausscheidung in Frankfurt und bin dann sozusagen deutscher Meister der Azubis gewesen. Und das war schon halt in einem Lehrjahr, was eigentlich erst zwei Jahre später hätte stattfinden können. Weil ich einfach, keine Angst vor dem Fehler, wenn du nicht weißt, was falsch ist, dann kannst du auch nichts falsch machen. Dann ist es nur anders. Das ist ein Vorteil. Also dieses etwas Naive ist manchmal ganz gut. Und dadurch habe ich gemerkt, dass ich schon ein bisschen was kann und bin dann auch von Herrn Helwig immer mehr gefördert worden. Und hatte dann relativ schnell die Fähigkeit, aus dem wenigen Applaus, der da ist, einen Tosen zu machen. Also so heißen, ich habe einfach nur die Lautstärke geändert. Also es war nicht mehr, es war dann nur von mir selber lauter gemacht, weil ich dann anfing, mir die Rosinen rauszupicken aus dem, was ich da so erlebe. Und damit komme ich ganz gut klar, bis heute. Ist es naiv oder ist es auch ein bisschen Genie? Generell nenne ich mich genial. In der selektiven Wahrnehmung. Ein Genie im Sinne von, dass du etwas kannst, was du kannst, obwohl du vielleicht gar nicht weißt, warum du es kannst. Das kann sein. Ich möchte darüber nicht nachdenken, weil vielleicht weiß ich dann, dass ich nichts kann. Und dann ist es schwierig. Das wäre richtig blöd. Das wäre richtig blöd. Lass mich einfach mal so in meiner Bubble-Welt da leben. Also was ich weiß, inhaltlich, was ich gut kann, ich kann das Gelernte, nicht das Empfundene, nicht das, was natürlich da ist, sondern das Gelernte kann ich in meinem Kopf visualisieren. Ich kann Geschmack visualisieren, respektive zum Ton verarbeiten, also was Griffiges draus machen. Geschmack ist was komplett Irres. Also wenn man sich wirklich mit Geschmack auseinandersetzt, dann müsst ihr mal überlegen, wie oft schmeckt ihr eigentlich Bilder? Also wenn ihr von einer Dorade im Urlaub redet, wenn ihr von einer Situation, von einem Eintopf, von einem Kuchen redet, das ist gar nicht die Zunge, die ist, das ist der Kopf, der schmeckt. Und das kann ich wahnsinnig gut, das kann ich abstrahieren. Ich kann diese Bilder immer wieder auch nicht, ich habe ständig ein Video bei mir im Kopf, wenn ich über Geschmäcker nachdenke. Ich denke sehr viel in Farben, ich denke sehr viel in anderen Bildern, die eigentlich mit dem Geschmack nichts zu tun haben. Und das kann ich gut. Und dann, wenn du dann zum Beispiel eine Speisekarte zusammenstellst, das heißt, du machst das komplett im Kopf und dann kochen das deine Köche oder du kochtest. Es gibt Momente, ich habe jetzt gerade zu Hause gekocht und es ist direkt in die Mülltonne gegangen, weil ich eine tolle Idee hatte, aber es war eine Katastrophe. Also wirklich eine Vollkatastrophe. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das habe so schlecht kochen können, weil normalerweise gebe ich es zumindest noch den Nachbarn. Aber in dem Falle war es wirklich aber nicht genießbar. Es gibt Dinge, die gelingen mir sofort, da habe ich ein Bild im Kopf und ich punche Farben zusammen und ich habe genau das, was ich haben will. Dann gibt es manchmal einen Ton, ein Design, einen Stoff, eine Situation, vielleicht was ich mag, vielleicht auch was ich nicht mag. Also ich bin wahnsinnig, ich habe viel Inspiration aus der Umwelt. Dann kommt da eine kleine Idee oder ein kleiner Geschmack und dann versuche ich den zu finden. Da habe ich inzwischen so einen Baukasten, mit dem ich ganz gut arbeiten kann. Und dann gibt es auch die kreative Blockade, wo ich sage, ich muss jetzt liefern, mir fällt nichts ein. Was ich gar nicht gut kann, ist drei Monate im Voraus. Also wenn du jetzt bei mir heiraten willst oder sagst, kann ich das Hochzeitsmenü haben? Dann sage ich, vertraue mir, ich mache dir einen, zwei Tage vorher, das muss reichen. Kriegen wir auch noch ein Testessen hin, wenn du willst, aber ich kann das nicht. Ich kann keinen Geschmack vorempfinden, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Deshalb bin ich sehr intuitiv und bin gut in dem, was ich kann, habe auch nicht sonderlich viel Entwicklung dahinter. Und ich gehe wahnsinnig gerne in den Supermarkt, weil es mich erdet, weil ich dann immer denke, das ist doch der eigentliche Geschmack. Und ich gehe aber auch sehr gerne auf den Markt und schaue und gucke und ich mache nicht den Tomatenexperten. Also ich rieche da nicht dran, sondern es ist eher das Visuelle, was bei mir funktioniert. Und dann habe ich eine Idee und dann, wenn ich eine Idee habe, aus dieser einen Idee entstehen bei mir 20 bis 30 Ideen, weil ich nicht glaube, dass die eine die perfekte ist, sondern dass es eine von vielen Ideen ist. Und aus diesen vielen 20 Ideen kann ich dann Ableitungen schaffen und daraus kriege ich eine Karte. Und diese Karte, die man in der Bollerei zum Beispiel kriegt, das sind alles Gerichte, die du auch dann mal geschmeckt hast? Nein, nein. Die Bollereikarte ist wirklich ein ganz spannendes Momentum, als wir angefangen haben mit der Bollerei. Ich hatte eine Phase im Weißen Haus, da war ich ja alleiniger Küchenchef, ich hatte zwar zwei Mitarbeiter und ich habe alles vorgegeben. Ich habe auch alles gemacht, alles getan. In diesem Weißen Haus bin ich in die Burnout-Phase gerutscht und musste mich sechs Wochen rausziehen. Der Betrieb ging aber weiter. Und meine Mitarbeiter waren eigentlich in dem Moment überfordert, weil ich hatte ihnen alle Entscheidungen abgenommen und sie haben nur nachgekocht. Und dann haben sie aber eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, sie kochen selber. Weil wir empfinden nicht dasselbe wie er, wenn er uns nicht kontrolliert, sondern wir haben eigene Gerichte auf die Karte gepackt. Soll ich gehen? Oh, ich habe noch gar nicht angefangen. Nee, ich habe noch gar nicht angefangen. Die sind viel zu lange gezogen, oder? Nee, super. Dankeschön. Alles gut. Vielen Dank. Das ist ganz schön. Von Ihnen vielleicht? Und was die Mitarbeiter, also die erste Woche war Katastrophe. Schlimm, 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 schlimm. Und dann hast du gesehen, krass, da ist so viel Talent verschüttet gewesen und von mir nicht beachtet worden. Von dir verschüttet worden quasi. Von dir verschüttet worden. Weil du sie hast nicht machen lassen. Genau. Und dann kam wirklich, 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 dann haben die fulminant aufgekocht und Mörder. Vielleicht die beste Zeit im Weißen Haus, als ich nicht da war. Also was so wirklich angeht. Eine andere Kulinarik, aber inhaltlich sehr geil gekocht. Und mit diesem Wissen habe ich auch die Bollerei aufgemacht. Und wir hatten ja, ein Drittel haben wir die Grillkarte. Ein Drittel waren von mir strikt vorgegebene Rezepte, die sie nachkochen mussten, damit auch diese Tim-Melzer-Welt erhalten wird. Und das andere Drittel haben wir gemeinsam bearbeitet. Ich bin relativ schnell dazu übergegangen, das zweite Drittel Ihnen komplett zu überlassen. Und ich habe nur noch ein bisschen gepusht. Weil, und das fand ich wahnsinnig smart in meiner Überlegung, A, konnten Sie sich viel besser mit dem Laden identifizieren, weil es waren Ihre Gerichte. Also Sie waren stolz. Das war eine Nummer. B, haben Sie diese Gerichte exakter gekocht, weil es waren Ihre Ideen. Die hatten klarere Vorstellungen. Und über diese Fähigkeit sind meine Gerichte qualitativ hochgehoben worden. Und sind auch exakter gekocht worden. Und das war so eine Zufallsentdeckung, die ich gemacht habe. Und ähnlich machen wir jetzt die Karte. Ich bestimme das Gesamtkonstrukt. Ich bestimme, welche Welt wir betreten wollen. Ich bestimme die Emotionen. Ich bestimme, was wir haben jetzt gerade in der Diskussion gehabt, wir müssten eigentlich ein Steak sehr viel teurer machen. Sehr viel teurer. Warum? Neun Euro mehr im Einkauf aufs Kilo ist im Fleischbereich schon eine klare Ansage. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, weil ich glaube, dass der wirtschaftliche Nutzen für eine Preiserhöhung dem emotionalen Schaden nicht gerecht wird, den wir anrichten, wenn wir dieses Stück Fleisch teurer machen. Aber ihr verdient noch was daran oder ist es schon an der Grenze? Nein, nein, nein. Also wir verdienen dran. Also verdienen klingt jetzt so, als ob wir uns bitch machen, also reich machen. Aber das ist nicht der Fall. Aber es ist so ein Produkt und ich finde, es ist ein Signature-Gericht. Und ich glaube an emotionale Preise. Ich glaube an eine Preis... Das Wort preiswert ist bei mir sehr positiv belegt. Nicht preiswert im Sinne von billig, sondern es ist ein Preiswert. Und da achte ich drauf, ich bestimme die Produkte und ich verbiete viel. Ich verbiete wahnsinnig viel. Wenn ich, sobald ich irgendwas sehe, was irgendwo geklaut worden ist oder wirklich offensichtlich kopiere. Not. Wenn ich merke, es ist ein Internet-Trend auf dem Bild zu sehen. Nicht. Wird nicht gemacht. Wenn ich eine Produktwiederholung sehe. Blätter, Blümchen, Mikrowellen, Biskuit, irgendwelche lumpe Fischhäute gebraten oder Hühnchenhäute. Boah, da habe ich es hier stehen, weil ich es so oft gesehen habe. Und ich sage, macht lieber was Eigenes, macht es richtig falsch. Aber macht was Eigenes, dadurch lernt ihr mehr, als wenn ihr versucht abzukopfern. Und dann gibt es Gerichte, die ich einfach erfinde in dem Moment und dann dürfen die die umsetzen. Das heißt aber? Ich mische mich nicht in die Abläufe ein. Das heißt, die Bollerei würde auch ohne Tim Melzer funktionieren? Das ist fantastisch. Das Einzige ist ein bisschen dieser, ich bin so ein bisschen wie der Rieger, der Masseur. Also ich bin ein bisschen wie der Dino. Der spielt ja kein Fußball. Ich spiele keinen Fußball, aber wenn ich nicht da bin, dann fehle ich auch. Also das ist so ein bisschen das Ding. Ich schieße keine Tore. Aber machen die irgendwas anderes, wenn du da bist? Ist da irgendwas anderes im Laden, wenn du da bist? Nicht mehr. Nee. Ist das nicht auch schlimm ein bisschen? Bist du irre? Ja, ich weiß ja nicht. Man denkt so, ob ich da bin, ob ich nicht da bin. Das tut doch nicht so, als ob du jeden Artikel selber in die Tastatur hast. Nein, natürlich nicht. Also, geh auch weiter. Du sitzt mit mir jetzt hier acht Stunden rum. Das stimmt. Da werden viele leere Seiten morgen im Abend. Nicht, dass Olaf Scholz noch Bundeskanzler wird. Das kann sein. Das ist doch die große Kunst. Die große Kunst ist, sich überflüssig zu machen. Ja, finde ich schon. Also das ist mein Tipp an meine Arbeitnehmer, an meine Leute. Er sagt, baut euch jemanden auf, der besser ist als ihr. Gibt es den schon in der Bollerei? Nein. Fachlich, von der Gastro-Kompetenz her, vom Service, von den Kenntnissen, vom Kochen her, ja. Von der Emotionalität, nein. Da bin ich ein Viech. Die Emotionalität bezieht sich auf die Leidenschaft für die Bollerei oder auf die Leidenschaft für den Gast oder auf was? Na, für alles. Ich bin wahnsinnig. Also, da hängen meine, also nicht Bilder von mir an der Wand, privat, sondern da ist mein Kunstgeschmack an der Wand. Die Möblierung, die Zonierung. Ich gehe durch den Laden und ich versuche den wirklich zu spüren. Ich versuche zu empfinden, was der Gast empfindet. Und ich komme manchmal in den Laden rein und ich scanne ihn in wenigen Sekunden und kann wirklich, selbst wenn da hinten rechts jemand sitzt, dann merke ich, dass an dem Tisch gerade was falsch läuft. Ich hasse das, wenn Licht nicht richtig ausgeleuchtet ist. Wenn ein, 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 hier hast du den Tisch und das Licht leuchtet dahin, dann denke ich, hm, ja, das kann ich nicht machen. Das zerstört mein Bild. Da bin ich fast wie, 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 wie Monk. Aber da bist du, aber da bist du dann nicht so, äh, mach das jetzt schnell, sondern ganz lieb und nett. Nein, nein. Du hast einen richtigen Affront gegen, kann man das sagen, lauten Ton in der Küche? Das heißt, wer bei euch in der Küche... Nein, 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 laut bin ich. Laut bin ich, aber also... Aber höflich dabei, höflich laut. Wenn ich den Laden betrete, morgens, und das erste, was ich rufe, ist Kaffee. Und wenn dann jemand sagt, guten Morgen, Chef, dann sage ich, halt's Maul. Ich will nicht angesprochen werden, im Sinne von, jetzt bitte kein Smalltalk. Und ich bin laut und ich krakele und ich gröle. Aber Sie wissen, dass es Folklore ist. Ja, also es gab doch früher mal hier in Hamburg so die Leute, die Lampen ausgemacht haben. Und ich wäre genau das Gegenteil. Ich würde gerne die Lampen anmachen und die Stadt wecken. Also ich bin schon, aber nie negativ, also nicht aggressiv. Und was passiert in der Küche, wenn jemand tatsächlich jetzt aggressiv zu jemandem wäre? Da würdest du sagen, vielen Dank, bei mir nicht? Ja, ist schon passiert. Tatsächlich? Ja, aber nur zweimal. Was hat derjenige gemacht oder diejenige? Den Spüler beleidigt, also doof behandelt. Der Spüler ist der, der einfach abwescht? Genau, abwescht, genau. Und das Ding hingeschmissen und gesagt hat, halt's Maul, du Sau. Dann noch eine Farbe davor gesagt und dann ist er gegangen. So, da bin ich auch schmerzfrei. Das tut nicht Not. Gut, also im Effekt kann man Dinge sagen, aber nicht das. Weil du es auch selber mal so hart miterlebt hast und dir für dich... Nö, ich finde es generell nicht gut. Ja, generell, klar. Ich finde es generell, ich bin da nicht so ein Freund von. Also ich bin so ordinär in einer freundlichen Art und Weise und dann, wenn es wirklich mal darum ginge, ordinär zu sein, bin ich echt relativ höflich. Und das ist so. Das ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Satz. Aber weißt du, was ich meine? Ja, deshalb sage ich ja, dass das ein sehr guter Satz ist. Also ich zum Beispiel wäre jetzt anders als unser Grote. Ich würde mich über Pimmel freuen. Ja, weil du es in anderen Zusammenhängen verwendest. Wenn sie am Anfang hier gewesen wären. Wenn sie wüssten... Stell dir mal vor, ich komme jetzt und dann steht da Melzer, du Pimmel. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Weil das bedeutet ja auch, dass Leute, die das lesen, wissen, wer ich bin. Stimmt. Weil das Ding würde ja ins Leere laufen, wenn die sagen, Melzer, warum, was ist da denn jetzt witzig? So, das ist ein bisschen cool, finde ich das auch. Nicht die Geschichte, wie du Olaf Scholz auf der Toilette... Wo wir jetzt wieder beim Pimmel sind. Nein, nein, nein. Du musst mir, du hast es sogar angesprochen, preiswert und so. Das ist ja ein Preis. Es gibt ja immer dieses, das kannst du mal aufräumen, dieses Gerücht, dass ihr Gastronomen eigentlich verdient ihr an dem Essen gar nichts, ihr verdient nur an den Getränken. Stimmt das? Das halte ich für einen ziemlich doofen Satz. Ja, deshalb frage ich dich ja, aber man hat ja das Gefühl, was kostet eine Flasche Wasser? Fünf Euro. Das Risiko des Geldverdienstes im Getränkeball ist weitaus geringer, weil ich kaufe Wein ein und der hält sich im Regal. Genau. Der geht erst weg, wenn ich ihn öffne. Beim Essen ist es ein bisschen anders. Wenn ich frische Produkte verarbeite, die haben eine gewisse Haltwertzeit und die sind meistens sehr, sehr hochpreisig. Das heißt, und der Gast ist nicht bereit, die Lagerware zu bezahlen oder den Verfall zu bezahlen, was auch okay ist. Beim Wein ist er das aber aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht weil er bis vor kurzem ohne Internet noch gar keine Ahnung hatte, was ein Wein vielleicht in der Beschaffung auch gekostet hat. Das heißt, da wurde teilweise ad absurdum wirklich auch gearbeitet, was Preissteigerung angeht. Deshalb hat man mit einer Flasche Wein vermeintlich besseres Geld verdient als mit dem Essen. Die Marge ist höher, oder? Die Marge ist höher und wie gesagt, das Risiko. Was ist mit einer Flasche Wein im Einkauf und machst du 100% drauf? Nein, generell musst du ungefähr 350% rechnen. 350% ist eine gute Marschrichtung für jeden, der Gastronomie verstehen will. Von 10 Euro Einkauf muss 45 eigentlich nehmen. Das ist eigentlich, das ist das, wo wir uns hinbewegen. Bei einem Betrieb mit der Bollerei. Damit ich schlussendlich 10% vor Steuer an Gewinn erarbeiten kann. Das ist ungefähr der Deal. Wow. Das ist mühselig. Das ist mühselig. Das ist wirklich mühselig. Und es gibt ja nur zwei Sachen. Du kannst entweder etwas an den Preisen ändern oder du zahlst deine Leute schlechter. Was aber schwieriger ist, weil um gute Leute zu kriegen, kann man wahrscheinlich nicht mehr das bezahlen, was man noch vor 10 Jahren zahlen konnte. Also ich bin der Meinung, dass in einem Restaurant, einer guten Gastronomie, die handwerklich arbeitet, also jetzt nicht Tüte auf und zu, das gibt es auch gar nicht mehr so viel, Hauptgänge unter 40 Euro kaum noch machbar sind. Also wenn du in einer Stadtlage bist. Hauptgänge unter 40 Euro? Ja, weil die Mieten sind exorbitant. Ich habe im Weißen Haus, das ist so, ich bin echt wahnsinnig stolz, ich erzähle da oft von. Weil ich war dumm und jung und hatte aber wahnsinnig Energie und sehr viele Momente und musste mit Kreativität dagegen anarbeiten. Und wir haben irgendwann mal eine Situation gehabt, oder ich mach die Geschichte einen Ticken kürzer. Musst du nicht, wir haben sehr viel Zeit heute. Wir haben ein Menü entwickelt. Okay, dann erzähle ich die lange Geschichte. Wir haben Dienstagruhetag gehabt, ich kann nicht einfrieren. Also mein Froster ist leer, da ist Eis drin und Eis drin und Kühlpack. Also ich weiß nicht, wie mein Lebensmittel cool einfriert. Ich habe immer das Gefühl, da passiert was mit. Also haben wir Dienstagruhetag, Montag liefen wir oft Gefahr, wie Hamburg eine Nullnummer zu fahren. Nullnummer heißt kein einzigen Gast. Deshalb haben so viele Montagsruhetag. Warum geht keiner Montagsessen? Ich habe keine Ahnung, wissen wir nicht. Wahrscheinlich, weil sie Samstag alles ausgegeben haben. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Aber es ist so, Montag, Dienstag sind so komische Tage. Eigentlich auch der Sonntag. Nicht in der Bollerei, das Party, auch am Montag. Aber mit einem weißen Haus, das war so am Anfang meiner Karriere. Wir hatten noch nicht so den ganz großen Ruf in der Stadt. War meine erste Selbstständigkeit. Und wir liefen Gefahr, Nullnummern zu fahren. Und ich habe dann immer meine Freunde angerufen und gesagt, pass auf, ich koche euch was. Getränke bezahlt ihr selber. Weil wenn ein einziger Gast sich in den Laden verirrt, dann soll der nicht in einen leeren Laden reingehen. Weil die Situation abends um acht in einem leeren Laden, das ist der Killer. Davon wird immer und immer wieder gesprochen. Das war nett, aber da war echt nichts los. Da greift der Gast zur Schaufel. Da haben da 20 Leute gesessen, 18 haben umsonst gegessen und zwei haben bezahlt. Das hatten wir ja. Sensationell. Aber es war Marketing. Wenn es mal nicht voll ist, die Bollerei, kannst du, glaube ich, auch hier sind welche dabei. Ich erzähle noch so ein, zwei kleine Geschichten, was waren manchmal mit Freude. Es ist immer liebevoll gemein. Es ist nie auf Bösartigkeit gedacht. Und 18 waren es nicht, 12 Leute waren es. Wir hatten einen schönen Wintergarten und wenn da Leute mal so an der Elbe spazieren gegangen sind, im Museumshafen und dann mal geguckt haben, da haben sie den vollen Laden gesehen. Hinten hatte ich noch 40 Plätze frei und sind erstmal reingekommen. Und dann traut sich auch nicht jeder sofort wieder umzudrehen und wegzugehen, hat sich aus Mitleid hingesetzt. Und es hat aber funktioniert. Und irgendwann kam keiner, also auch keine Freunde. Und wir hatten zwei Reservierungen, vier Leute, zwei und zwei. Die erste war um 18 Uhr und die zweite war, glaube ich, um 20.45 Uhr. 20.45 ist auch so Vollstrafe, oder? Ja, nicht Vollstrafe, aber es waren so, naja gut, zweieinhalb Stunden dazwischen. Ja. Boah, da muss man aber liefern. Die 18 Uhr Reservierung hat abgesagt, 20.45 und wir schon so, oh bitte ey. Und dann kamen die rein und setzten sich hin und sagten, aber wir haben gerade schon gegessen. Wir wollten eigentlich nur eine Kleinigkeit trinken. Und ich so, so eine Krawatte gekriegt. Und so, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Und irgendwie so. Und dann habe ich mich aber zusammengerissen. Und dann wollte ich meinen Mise en Place wegschmeißen, also abbauen. Und fing an, das so in die Mülltonne zu schmeißen, in die Nasstonne. Und dann habe ich gesagt, das ist Quatsch, das weiß ich jetzt mal. Dann bin ich rausgegangen zu den Gästen und war ein bisschen übermotiviert. War noch nicht so ganz geschult im Umgang mit Kunden. Und habe gesagt, pass mal auf, ich stehe gerade in der Küche und bevor ich das Essen den Schweinen gebe, dann kann ich es doch lieber euch geben. Ich würde euch gerne was kochen. Und ich so, merkt das. Die gucken mir auch total entsetzt an. Und ich meine, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Was ich sagen wollte ist, ey, ich schmeiße gerade mein Essen weg. Ich habe vorbereitet, ich stehe hier den ganzen Tag. Darf ich euch was kochen? Also ich war nur so, kann nicht was kochen. Und habe denen dann, glaube ich, sechs, sieben, acht Gänge Kleinigkeit. Nicht viel, nicht kompliziert. Also, keine Ahnung, ein Stück Fisch mit einer leicht angeschmolzenen Tomate. Ein bisschen so Chop-Chop, ein bisschen Diss. Und habe da ein kleines Menü, so ein Pikki-Pikki-Ding draus gemacht. Und dann war der Abend zu Ende. Wohnen Stammgäste, sind noch heute in der Bollerei noch Stammgäste. Und ja, dann kam die Rechnung. So, ja, was zahlen wir denn dafür? Und ich meine, ihr zahlt, was ihr wollt. Ernsthaft, ihr habt mir ein Geschenk gemacht. Ich durfte kochen. Ich Langeweile. Diese Zurückweisung von Gästen, die nicht da sind, ist fürchterlich. Und dann habe ich gesagt, ihr entscheidet, was ihr kocht. Komplett. Und dann haben sie das gemacht. Haben Geld hingelegt. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee für den Montag. Wenn du eh nichts los hast und du schmeißt es weg, versuch aus dem Wenigen, was du machen kannst, ein bisschen was rauszuholen. Und dann haben wir nächste Woche, die Folgewoche damit angefangen. Erst am Montag, pay what you want. Das heißt, Getränke à la carte, aber das Menü musstest du selber sozusagen entscheiden, was dir das wert ist. Das mag erstmal irritierend sein und wahrscheinlich viele Leute denken, das wird missbraucht. Das wird nicht missbraucht. Im Gegenteil. Es ist spannend zu sehen, was passiert ist. Es wurde ein einziges Mal ausgenutzt. Das war aber so ein Werberarsch, der vor seiner polnischen Frau auf die Gehose machen wollte. Nichts gegen die polnische Frau, nur dem Werber. Das war wirklich ein Vollidiot. Der sagt ja, fünf Euro hier für vier Gänge, mal zwei. Ja, ich darf doch entscheiden, was ich bezahlen will. Wo ich dachte, das ist ein guter Typ. Da habe ich mir Herpes gewünscht. Was dann aber ihm passiert ist, dass wir dieses Menü gemacht haben und jeder hat für sich entschieden, was es ihm wert ist. Und jeder hat seine Wertigkeit abgerufen. Das heißt, wir hatten Leute da. Das war halt Museumshafen und wir hatten auch schon die Gäste. Es fing an, dass wir so ein bisschen gut waren. Wir hatten eine Redersfamilie, die hat dann auch 100 Euro hingelegt für das Essen, für vier Gänge, für eine Person. Und wir hatten aber auch Studenten da, die so Eisenstein, Pizzeria, Altonade und spazieren gegangen sind. Für die war 15 Euro pro Person wahnsinnig viel Geld. Und das war ihnen das wert. Also hatte ich so eine komische Subvention, dass praktisch die vermögenden, kennenden, oft essensgehenden Menschen, die Leute ein bisschen mitfinanziert haben, die es nicht gewohnt sind, die sich aber Spaß hatten und die sich getraut haben, an diesem Konzept teilzunehmen. Und wir haben dann geschafft, über drei Jahre immer bis auf 1 oder 1,50 Euro exakt den selben Schnitt zu erarbeiten. Das heißt, ich weiß, was mein Essen wert ist. Das war wahnsinnig smart. Ich weiß genau, was mein Essen wert ist. Aber warum? In der Bullerei gibt es das nicht. Ich habe einen Partner. Der Partner möchte das nicht. Der denkt, das ist mehr wert. Nein, aber ich weiß, wir versuchen diese Preispolitik auch dementsprechend zu gestalten. Und das sind immer wieder neue Herausforderungen. Wir haben einen extrem hohen Personaleinsatz bei uns, weil ich eben, wie gesagt, eine inhabergeführte Gastronomie habe, ohne dass der Inhaber immer da ist. Das heißt, auch das Herz und die Seele muss weitergetragen werden. Das funktioniert nicht mit fleischlicher Masse. Kriegst du eigentlich selber ein Gehalt von der Bullerei? Ich habe es gestern erfahren, ja. Du kriegst... Nein, das ist ja... Man kann ja sagen, ich bin... Eine Gewinnvorabentnahme heißt das. Okay, also du kriegst kein monatliches Gehalt. Nein. Eine Gewinnvorabentnahme... So heißt das. Okay. Also ich nehme mir was von dem Gewinn, den ich noch nicht gemacht habe. 13. Was hast du gesagt? 13.800 Euro am Tag müsste ich erstmal... Herbert Seckler von der Sansibar war vor vier Wochen in diesem Podcast, hat sich da, ich weiß nicht, ob er sich verplabbert hat, hat gesagt, er hätte in seinem ersten Jahr als Gastronom in der Sansibar 80.000 Mark Umsatz gemacht, Jahresumsatz. Im Jahr. Im Jahr. Das sei heute ein schlechter Tagesumsatz in der Sansibar. Da habe ich auch kurz geschuckt und habe gedacht, holler die Waldfeder. Wenn ich recht rechne, sind das 40.000 Euro. Kannst mal sehen, wie gut Kerner verdienen im KWF. Achso, ein sehr schlechter... Kellner und Koche, was verdienen die? Nee, Kerner. Was verdienen... Der ist aber auf Sylt, oder nicht? Stimmt. Ähm... Kerner. Was verdienen... So ein Koch heute. Was hast du damals als Koch verdient in deinen ersten Jahren? Äh... Nicht genug. Ich habe immer gejobbt nebenbei. Tatsächlich? Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich auch schon zehn Stunden gearbeitet als Koch, oder nicht? Ja nochmal, Arbeit ist mir nicht fremd. Also ich bin da... Aber es hat nicht... Meine Arbeit war keine Arbeit. Ich habe mit Freunden gestanden und habe das gemacht, was ich sowieso mache. Okay. Also das war schon okay bei mir. Aber du musstest nebenbei... Was hast du dann noch gemacht? Noch weiter gekocht? Gekocht. Ich fand ja nicht viel. Weil das Geld nicht reicht? Also Türsteher kam nicht gut an irgendwie. Ich war auch mal DJ im Club 77, bin aber nach einer halben Stunde rausgeflogen, weil ich minderjährig war. Das war so ein Etablissement. Äh... Ich habe Lack- und Lederklamotten auf dem Kiez verkauft. Ich habe in der Baumschule, ich habe bei Autoflug Sicherheitsgurte gestempelt, Zeitung ausgetragen. Ich habe Abriss-Service gemacht. Krass. Also ich habe immer gerne... Also ich arbeite auch wirklich gerne. Mir macht das auch wirklich Freude. Also das ist so generell. Aber nicht alleine. Allein ist das Schlimmste. Homeoffice ist nichts für mich. Da würde ich eingehen wie eine nicht gegossene Pflanze. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Es sind ziemlich viele schlimmste Sachen, die mir passieren können. Aber... Insofern war Corona dieses eingesperrt sein. Kommen wir gleich noch zu. Wir müssen noch einmal erzählen. Also so ein Koch... Was ein Koch verdient? Kann ich... Was verdient so ein Koch? Wir... Ich halte... Jetzt muss ich... Wir versuchen rund um die 2000 Euro netto zu erreichen. Okay. So. Da fangen wir jetzt... Das wird in den nächsten ein, zwei Jahren Einstiegsgehalt. Was ich gut finde. Weil sonst kriegt man auch wahrscheinlich gar keinen mehr. Also die Köche ist eine rare... Ich glaube nicht, dass du keine Köche mehr kriegst. Ich glaube nur, dass generell Mitarbeiter sich das Leben nicht mehr leisten können. Das ist allgegenwärtig. Ich meine, ganz ehrlich, es ist so eine Preisspirale, die sich gerade hoch drückt. Weil ich glaube, ich orientiere mich ja immer ein bisschen an mir selber. Was mein Gehaltswunsch war und ich weiß, was mein damaliger Küchenchefin mit der Conti verdient hat. Das war meine Gehaltsobergrenze. Das waren 72.000 Mark brutto. Da habe ich gedacht, wenn ich da hinkomme, dann kaufe ich mir eine Villa mit blauen Schindeldächern. Weißt du, so eine Zahnarztvilla, wenn dann die Gattin die Inneneinrichtung gemacht hat. Die so ein bisschen schräg immer aus der Dorfgemeinde so rausstrahlten, weil der hatte ein bisschen mehr Kohle. Da dachte ich, sowas ist mein Traum. Oder Endreihenhaus. Die waren immer ein bisschen größer als die Mittelreihenhäuser. Das klingt aber so, aber so habe ich gedacht. Das war cool für mich. Und 2.000 musst du, glaube ich, in der Stadt heutzutage verdienen, um ein eigenständiges Leben zu schaffen. Gilt ja für den Kellner auch genauso, oder? Wir haben das große Problem innerhalb der Gastronomie, wie viele andere Berufe auch im Wandel der Kostensteuerung innerhalb der Stadt, dass wir erwachsenen Menschen mit dem Wunsch nach Familie nicht wirklich Alternativen anbieten können. Das ist für mich das eigentliche Problem. Also nicht das Einstiegsgehalt, nicht das Gehalt eines jungen Mitarbeiters. Weil so viele Menschen gibt es nicht, die zwischen zwei und drei netto nach Hause bringen. Das weiß jeder, der da mal ein bisschen hochbringt, schon gar nicht mit der Lohnsteuerklasse. Aber wenn du eine Familie gründen willst und du bist ein Vater oder eine Mutter und Mutter und Vater und Vater, dann willst du auch eine Wohnung finanzieren können. Du möchtest vielleicht einen Urlaub finanzieren, du möchtest Rechnung bezahlen, du möchtest Sicherheiten aufbauen. Da beißen wir uns gerade noch zu. Das heißt mit anderen Worten, irgendwann verliert ihr die Leute, wenn die Mutter oder Vater werden? Ich glaube, im weiblichen Segment ja. Die entscheiden sich irgendwann dagegen, weil die Arbeitszeiten nicht viel sind. Da sind wir cool. Aber sie sind halt blöd. Also sie liegen blöd für eine Familie. Das ist einfach so. Aber das ist halt die Gastronomie. Die wird man nicht verändern können. Aber man bekommt halt auch wahnsinnig viel dafür. Bernd Buchholz, der Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, hat neulich mal gesagt, weil es in Nord und Ostsee so Schwierigkeiten gibt, Personal zu finden, man wird sich darauf einstellen müssen und man wird entwickeln müssen, neue Konzepte von Selbstbedienungsrestaurants, weil es irgendwann einfach gar nicht mehr genug Leute gibt, die die Menschen bedienen können. Ich mag die Sichtweise auf die Gastronomie nicht, weil das ist kein Gastronomie-Problem. Das ist ein Problem aller Berufe. Ich glaube, wir werden einfach einen Mangel erleiden an Leuten, wenn wir es nicht wirklich schaffen, diese Berufe auch eine Außenwahrnehmung attraktiv zu gestalten. Also als Beispiel, als ich mich entschieden habe, eine Koch-Ausbildung zu machen, ich habe Abitur gemacht in Pinneberg und war dann bei meinem Freund Dirk und der hat studiert, keine Ahnung, Maschinenbau oder irgendwas. Und ich saß in der Küche, habe auf ihn gewartet, weil wir steil gehen wollten in Hamburg und seine Mutter kam runter. Und sie sagte, ach Mensch, hier Tim, was studierst du denn jetzt? Und ich so, ich studiere nicht, ich mache eine Ausbildung. Und sie so, ach, das ist ja interessant, als was denn? Und ich sage, zum Koch. Und dann guckt die genau so, Sekunde zu lange schweigen und sagt, so was muss es ja auch geben. Habe ich mir gemerkt, er hat dann irgendwann bei mir geheiratet, also im Weißen Haus wieder. Und dann? Und Mutti, die mussten zahlen und ich habe abkassiert. Habe es teurer gemacht. Teurer als sonst. Habe ich wirklich gemerkt. Was für eine dumme Schnäpfe, mir zu sagen, so was muss es auch geben. Also das ist so ein schöner, das ist ja so was geiles. Und überhaupt die Anmaßung, Menschen von außen zu... Ich finde ja, wenn du befriedigt bist in dem, was du tust, dann ist das geil. Dann ist das schön. Und wir müssen auf viele Parameter achten. Gastronomie ist ja immer noch ein freier Markt. Aber ich sage so was wie Gesundheitswesen, Bildungswesen. Das sind ja noch viel dramatischere Wege, die ja da auf uns zukommen. Weil das, was wir machen, ist immer noch Luxus. Egal was. Egal welche Imbissbude. Egal welche. Es ist ein emotionales Bedürfnis. Aber es ist keine zwingende Notwendigkeit. Da gibt es andere Berufszweige, die sehr viel wichtiger sind. Also systemrelevanter. Und ich will meiner eigenen Branche nicht widersprechen. Aber jede Pommesbude ist Luxus. Vielleicht nicht Luxus im Sinne von finanziellen Luxus. Aber die Probleme, die auf uns zukommen, kommen in allen. Und wir kommen jetzt gerade und werden durch Corona schon sehr deutlich darauf hingewiesen, was noch auf uns zukommt. Wenn auch diese selbstverständliche Versorgungskette mit allen Fakten. Von Materialien, von Menschen, von Arbeitsleistungen, von Arbeitskräften. Wenn wir uns da nicht zusammenreisen und dem die notwendige Wertigkeit entgegen geben. Und auch wirklich ein attraktives Lebensmodell. Dann haben wir Probleme. Das wird so sein. Weil es gibt nur noch Dienstleistungsagenturen rauf und runter. Und die haben mit ihren Tischtennisplatten in der Mittagspause im Bierpong echt ganz schön viel kaputt gemacht. Weil sie schaffen nichts. Sie brauchen keine Materialien. Sondern sie brauchen einen Schreibtisch, einen Computer und das war's. Die können den Stecker ziehen und ziehen um. Das ist egal, wo die sind. Das ist bei Handwerk oder bei anderen Sachen halt andere Dinge. Und die Leute wollen ein Leben führen. Und wenn du ein 35-jähriger Mann bist, auf der Suche nach einer Familie und mit 2000 Mark nach Hause gehst, und das auch vielleicht das Level ist, weil du nicht zu den Besten gehörst, weil du nicht die Chance hast auf eine Chefposition, dann ist das das Ende der Fahnenstange. Und das kann nicht sein. Also vielleicht sogar die Berufserfahrung irgendwann mal wertzuschätzen. Weil nicht jeder 20-Jährige braucht gleich das Endgehalt, was der finale Job anbietet. Aber die Berufserfahrung, dass die vielleicht in ein Gehalt einzahlt. Das würde natürlich auch verhindern, kommt jetzt wieder das Negativ-Argument. Ja, aber dann würde man keine alten Leute einstellen. Und ich sage ganz ehrlich, das machen die Leute sowieso schon nicht. Also ich glaube nicht, dass das schlimmer wird. Und ganz im Gegenteil, die Erfahrung und die Leidenschaft, die dann noch bei den Leuten vorhanden ist, die sie auch sammeln in dem ganzen Bereich, ist das allemal wert. Das ist meine Meinung. Es ist schwer. Da bin ich auch nicht schlau genug für, diese Idee, die ich im Kopf habe, auf die Straße zu bringen. Aber wir arbeiten dran. Diesen, sowas muss es auch geben Moment, hattest du den auch in der Corona-Krise? Sowas wie Corona muss es auch geben? Nein, nein, nein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich vielleicht nicht genug Weitblick für, aber fand ich nicht gut. Man hatte ja so das Gefühl, Gastronomie, war da was? Ihr wart jetzt nicht gerade systemrelevant. Das hat sich auch, verbessere mich, auch in der Politik am Anfang so richtig keiner für die Gastronomie interessiert. Ihr lieft so ein bisschen mit. Ihr wart die ersten, die mitgeschlossen wurden. Ihr wart die letzten, die wieder mit geöffnet durften. Also generell waren wir einen Ticken enttäuscht, dass sozusagen das Bruttosozialprodukt, was wir als Gastronomie auch in einer Stadt wie Hamburg wirklich liefern und die vielen Situationen und vor allem das komplexe Netzwerk, was dahinter steckt. Es geht ja nicht nur um die Kneipe, sondern es geht um die Zulieferer, es geht um die ganzen weiteren Betriebe, es geht um so viel mehr als nur das Schnitzel, was wir irgendwie im Laden verkaufen. Aber generell ist es, das hatten wir vorhin, dass Genuss kein zu bewerbender Lebensfaktor der Politik sein darf. Also nicht, weil die das nicht will, sondern weil sie dürfen auch nicht. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass Angela Merkel gerade irgendwie dann in einem schicken Laden sitzt, einen edlen Wein trinkt, einen Steinbrot isst und alle sagen, hoch die Tassen, das ist toll, unsere Kanzlerin. Da ist das Krakele groß irgendwie, ja, wie kann die, weil hier meine Situation… Im Gegenteil, ich meine, Olaf Scholz hat immer versucht zu verhindern, er hat immer Fotografen gebeten, ihn nicht mit einem Glas Wein in der Hand zu fotografieren. Das war ihm wichtig, er wollte nicht mit einem Glas Wein in der Hand fotografieren. Gab es trotzdem Fotos? Nein, gab es keine. Also es gab gar keine Fotos, weil er ständig eins in der Hand hatte. Nein, nein. Weg damit. Aber das ist ein Signal hier. Ja, aber das Genuss generell und damit hat auch manchmal Gastronomie und da sind wir auch selber dran schuld. Ich meine, Gastronomie hatte auch eine Zeit lang ein latentes, halbseitendes Ding. Es gibt ja, Gastronomie ist ja alles, ist ja nicht nur. Und die wahrnehmbare Gastronomie bewegt sich ja auch über alle Facetten. Also es gibt ja auch diese eine klassische Gastronomie nicht. Und ich konnte das schon nachvollziehen, was ich nicht verstanden habe, dass man die zwei Millionen Mitarbeiter nicht gesehen hat. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht die Aufmerksamkeit in der Relevanz damals mit dem Unterstützungspaket für die Lufthansa verstanden, im Vergleich zu den zwei Millionen Mitarbeitern in der Gastronomie, die auf 60 waren. Habt ihr am Ende trotzdem ausreichend Geld gekriegt aus deiner Sicht? Also ist dir geholfen worden? Ja, ich glaube, es ist viel zu spät gekommen. Ich glaube, es hat sehr viel Frust hervorgerufen. Es ist viel zu spät gewesen, weil du die Vision, diesen unternehmerischen Mut verloren hast, die Strategien, die du aufbauen konntest. Ich glaube, dass dadurch einige Leute auf der Strecke geblieben sind. Wieder eher im Mitarbeiterbereich als im Gastronombereich. Ich glaube, dass die ganz großen Pleiten vorher schon da waren und die für Corona genutzt werden. Ich glaube, dass wir immer noch nicht durch sind. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass an einigen Bereichen zu viel Geld ausgezahlt worden ist. Das glaube ich auch. Das ist diese Regel des Umsatzes, die ich nicht für sonderlich smart gehalten habe. Wobei das eigentlich doch ein Traum war. Man kriegt einfach den Umsatz vom November. Das waren ja auch super Monate wahrscheinlich. Ich betrachte das mal als Kompensation für die vorangegangenen Monate, wo nichts kam, also wo auch zu wenig kam. Aber wir hatten immer ein anderes Modell. Wir sind ja selbstständig, nicht weil wir von jemandem in die Hand leben wollen, sondern weil wir gestalten selber. Wir entscheiden selber. Wir machen was. Wir kreieren was. Und dieses Modell war, glaube ich, nachher so ein bisschen so ein Moment, ich habe es immer beschrieben damals bei der Grenzöffnung. Wie hieß er? Der vorgelesene, ab wann denn? Ja, ich glaube ab jetzt halt. Und dass derjenige, der Umsatz gesagt hat, sich verplappert hat. Weil wir alle so, Umsatz? Haben die Umsatz gesagt? Sind die irre? Das ist ja auch manchmal das Problem, weil da will ich überhaupt nicht nachtreten. Weil ganz im Gegenteil, wir in Deutschland haben das große Glück gehabt, dass man uns schlussendlich dann doch auch über sehr viele Facetten geholfen hat. Viel zu kompliziert, viel zu umständlich, vielleicht auch mit dem Ziel, nicht jeden daran beteiligen zu lassen. Weil jemand, der das System missbrauchen wird, wird es so oder so missbrauchen. Und man hat vielleicht den einen oder anderen Menschen da auch ein bisschen links liegen und sagen, ich habe viele Geschichten, es gibt einen kleinen Laden bei mir in der Hohlenluft-Josee, die die Hilfsgelder nicht beantragt haben. Also weil die gesagt haben, wir verstehen das nicht. Und ich sage, seid ihr irre, nehmt euch einen Anwalt, macht das. Also macht das wirklich, das ist euer Geld. Ihr habt euch das verdient, es ist schuldlos. Das sind auch eben Geschichten, die ich gehört habe und wo ich sage, da könnte man nochmal drüber nachdenken. Aber grundsätzlich waren viele Momente für die Unternehmer, nochmal, waren gute Momente dabei, für die Arbeitnehmer nach wie vor nicht. Sind viele weg? Also viele Gastronomen sagen ja, durch Corona sind viele Mitarbeiter auf einmal nicht mehr da, weil die sind jetzt in anderen Branchen, die sicherer sind, bessere Arbeitszeiten haben und die kriegt man im Zweifel auch nicht wieder. Also wir werden jetzt die nächsten zwei, drei Jahre ein großes Problem mit Aushilfen haben und mit, also viele Menschen sind woanders hingegangen. Ich sage mal so, Budnikowski ist unser größer Konkurrent geworden, weil viele meiner Mitarbeiter sind zu Budnik und ähnlichen Läden gegangen, um Regale aufzufüllen und haben aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Begeisterung für Gäste deutlich zeigen können, was sie sind, was sie wert sind. Und haben da jetzt Karriere gemacht und kommen nicht wieder zurück? Nö, nö, nö. Ich habe jetzt auch ein Projekt gerade noch am Schlafen, weil mir zwei Mitarbeiter abgesprungen sind, die sich aus der Branche entfernt haben. Die gesagt haben, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr, wir probieren das mal anders aus, ob wir da glücklich bleiben, wissen wir noch nicht, vielleicht kommen wir wieder zurück, aber das sehe ich nicht. Du hast ein Projekt, welches Projekt hast du denn am Schlafen? Das habe ich nicht. Aber ich glaube, insgesamt sind Mitarbeiter aus diesen Bereichen rausgegangen und das ist jetzt aber auch kein, die Droger sagt glaube ich 20 Prozent sind raus, knapp 400.000 Leute, die die Branche verlassen haben, die sowieso aus der, also eh unter Personalmangel gelitten haben. Ich weiß von einem Veranstaltungsservice, dass er wahnsinnige Schwierigkeiten hat, diese Leute gerade, also er hat Veranstaltungen, er kann sie noch nicht mehr umsetzen, dass er die Aufträge nicht mehr machen kann. Wir haben das sicherheitshalber am Anfang gemacht, wir sind ganz gut gerade mit der Bullerei, aber hatten auch die Sorgen und haben auch sehr behutsam sind wir wieder in den Markt eingestiegen, ganz vorsichtig, um wieder sozusagen zu dem alten Glanz zurückzukommen und jetzt sind wir gerade wieder so Status Null. Du hast es vorhin angesprochen, wie viel Geld man braucht, um allein die Kosten zu decken. In meinem Umfeld und auch sonst kenne ich immer viele Leute, die eigentlich immer davon träumen, erstens einmal loszufahren und zweitens einmal ein eigenes Café, einmal ein eigenes Restaurant. Das ist so ein Traum von so vielen Leuten. Träumen die Leute das, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt? Stimmt es, dass man tatsächlich als Gastronom, wir streichen mal Fernsehkoch, also Fernsehkoch lassen wir außen vor, nicht reich werden kann? Nein, das ist ja Quatsch. Also es ist auch immer die Definition von reich. Ich finde, jeder Euro, der verdient ist, ist auch verdient. Es ist nie leicht verdientes Geld, glaube ich, in keiner Welt, außer Lotterie. Nein, das ist auch hartes Geld. Ich lasse ja eine ganze Menge da. Ich entblöße mich ja auch. Das ist ja auch mehr als eine physische Arbeit. Reich ist relativ. Für mich war mit meiner ersten Selbstständigkeit Reichtum, wenn ich meine Miete bezahlen kann und meine Rechnung. Das ist es lustigerweise bis heute noch. Das ist mein Reichtum, weil ich nicht zum Sklaven meiner selbst, also mein Reichtum besteht in irgendwas anderes. Ich glaube, du kannst dein Leben damit finanzieren mit der Gastronomie. Ich glaube, wenn du eine Leidenschaft dafür hast, wirst du kaum einen befriedigenden Beruf bekommen als den unsrigen. Weil ich feiere die Vielseitigkeit, die Vielschichtigkeit ab, wenn du eine gewisse Energie da reinlegst, das Entwicklungspotenzial, das auch Ausstiegspotenzial. Das ist so ein bisschen die gesamte Tourismusbranche. Also alles, was Dienstleistungen, da sind so viele Leute, die gastronomisch geschult sind, die eigentlich eine Grundausbildung nur aus der Gastronomie ziehen und dann einfach weiter gucken. Was war die Frage? Ob man reich werden kann? Puh, ich weiß nicht. Also ich empfindest du dich als reich? Ich? Ja. Ja. Ja, ja. Also es wäre unverschämt, wenn nicht. Nicht immer nur auf das Monetäre, sondern ich bin reich an Möglichkeiten, ich bin sehr reich beschenkt worden an Dingen, ich kriege Aufmerksamkeit, ich kriege den Applaus, den ich suche. Das wäre unverschämt, wenn ich sagen würde, nee, ich bin nicht reich. Das ist gefährlich, dass ich das hier sage, weil das wahnsinnig unsympathisch wirken kann. Aber es wäre verlogen, wenn ich sage, dass ich bin reich. Unverschämt, Olaf Scholz hat auch gesagt, dass er reich ist. Seitdem ist, glaube ich, er ist reich und hat gesagt, er verdient über 200.000 Euro, er sei reich, er müsste deshalb mehr Steuern zahlen. Finde ich gut. Ja. Finde ich wirklich gut. Merkst du, wie ich wieder zu Olaf Scholz komme? Wir haben am ganzen Anfang mit Olaf Scholz, wie gesagt, angefangen. Nein, ich ärgere mich über jeden Euro Steuern, den ich zahlen muss. Natürlich, aber am Ende des Tages kann ich Steuern zahlen, weil ich auch was verdiene. Und das sehe ich ein bisschen so. Und ich bin doch ein Mensch gewesen, der mal von einem Staat gelebt hat. Ich wurde unterstützt. Wenn es den Staat zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hätte, der mich unterstützt, würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen. Das heißt, der hat mir meine Ausbildung finanziert. Und ich fahre auf den Straßen und ich fahre gerne auf diesen Straßen und ich nutze das Gesundheitssystem und ich nutze das Sozialsystem und ich fühle mich sicher in diesem Umfeld. Und wenn du einmal daran partizipierst, ist es auch deine Verpflichtung, da was reinzugeben. Was ich blöd finde, ist, dass, da ist das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig finde, dass Unternehmungen, die hier einen Umsatz machen, nicht hier besteuert werden. Das ist das Versuch. Weil das ist eine Steuerlast, die man dann vielleicht woanders wieder wegnehmen könnte. Weil wichtig ist auch in diesem Unternehmerdenken, das verstehe ich, diese kritischen Töne, naja, du brauchst auch Rücklagen. Also dieses Geschäft, was ich mache, das kann, habe ich an Corona gesehen, in zwei Monaten vorbei sein, das kann mich wegpusten. Und dann habe ich, liege ich am Boden und habe nichts zum Investieren. Meine Investitionen sind hoch. Die sind richtig, richtig hoch. Das ist kein Büro. Ich bin der Gastronom an sich. Hattest du Rücklagen für Corona? Ja, ja. Ich bin aber auch, ich bin altbacken. Ich bin sehr altbacken. Ich hatte einmal mal kurzfristig so eine Überschuldung auf dem Girokonto. Da habe ich gesehen, was ich da an Zinsen zahlen muss. Ich glaube, das waren irgendwie über 18 Prozent. Das war irgendwie mit Ausbildungszeiten. Und da habe ich gesagt, wow, da will ich aber ganz schnell wieder wegfahren. Okay. Aber die meisten Gastronomen hatten natürlich wahrscheinlich keine Rücklagen. Ich kann es kaum gut sagen. Das ist das Problem. Ich stelle mal eine krude These auf. Christian Rache hat mal gesagt, dass er mit dem Tafelhaus aufgehört hat, weil es hat ihm gelangt. Ich glaube, es war wahnsinnig schwer, dort nachhaltig zu arbeiten, um das auch mal über eine Durststrecke zu machen. Und du bist wahnsinnig intelligent, wenn du das rechtzeitig erkennst. Wenn du nicht in die Durststrecke reingerätst, subventionierst, subventionierst, subventionierst und dann auf einmal vor dem Nichts stehst. Und das darf man auch nicht vergessen, die vielen kleinen, ich bin das falsche Bild von der deutschen Gastronomie. Steffen Hensler ist das falsche Bild von der deutschen Gastronomie. Die vielen erfolgreichen, ist das falsche Bild. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele tausende Betriebe gibt es. Die meisten davon befinden sich in einem Mietverhältnis. Wenn du jetzt aus diesem Mietverhältnis raus bist, und es gibt alte Mietverträge, die haben doch gute Kurse, wenn die jetzt sozusagen aus diesem Mietvertrag raus sind, können die nicht mit Sack und Pack einfach nur 150 Meter weitergehen und einen neuen Laden aufmachen und mit demselben im Grün wieder anfangen. Wir haben Mietpreise, da schlackerst du mit den Ohren. Das ist irre, was aufgerufen wird. Haben die Vermieter nachgelassen? Musstet ihr weniger Miete bezahlen? Nein. Nein. Mein einer Vermieter hat mir in der Tat drei Monate die Miete erlassen in dem zweiten Lockdown. Ja. Das war auch wirklich großzügig, muss er nicht machen, aber er ist ein großer Vermieter. Der hat sich das, ich weiß aber nicht, ob er das mit jedem gemacht hätte. Weil ihr euch gut kanntet oder weil... Wie war ich der Mail zu erwenden? Was heißt das? Er hätte auch was zumachen können. Ah, okay. Stimmt, ja. So, bei mir ist das nicht so... Also ich meine nicht die Bullerei, ne? Da gibt es eben immer so ein paar Punkte, die... Das ist alles nicht so einfach zu erklären. Komm, machen wir was Fröhliches. Machen wir was Fröhliches. Haben wir mal eine Handmeldung hier, das ist langweilig. Wenn es Fragen gibt, wollen wir den Henssler-Part vorziehen? Nein. Doch. Aber der kommt nicht, ne? Ich kann jetzt nur über ihn lästern. Das ist der Fröhliche. Es ist... Ich habe hier ganz viele Fragen. Was heißt viele Fragen über Steffen Henssler? Es ist Zufall, dass die beiden bekanntesten Fernsehköche Deutschlands aus Hamburg... Stimmt es, dass Steffen Henssler an seinem Klingelschild und einen Koch dran stehen hat? Und nicht Henssler? Können wir uns erstmal auf die Fragestellung nochmal einigen? Stimmt es, dass der bekannteste und der zweitbekannteste Koch aus Hamburg kommen? Ja. Ist das so? Ist das ein Zufall? Nein. Hamburg ist eine Medienstadt. Das ist Christian Racht, Cornelia Poletto. Wen hatten wir denn hier noch früher? Wir hatten ja hier die Jungs von der Küchencrew. RTL 2 war das. Egal. Wir haben so viele sichtbare Köche aus Hamburg. Das liegt daran, Hamburg ist eine Medienstadt. Wir sind hier relativ gut verwurzelt. Wir haben hier viele Verlagshäuser, unter anderem auch Eures. Und durch die Nähe sind wir relativ schnell in diesem Duktus drin, glaube ich. Und durch die größere Wahrnehmung haben wir die größere Möglichkeit, auch mal zu einer Art von Aufmerksamkeit zu kommen. Das, glaube ich, ist das ganze Geheimnis. Ihr seid aber immer so ein bisschen umeinander rumgeschlichen. Er hatte, wie heißt die Sendung, Henssler und du? Grill den Henssler? Nein, ich möchte mich bei der Öffentlichkeit entschuldigen. Henssler ohne mich gäbe es nicht. Wie? Ah! Das Geile ist, er sitzt nicht hier und kann nicht widersprechen. Ich habe ihn damals empfohlen für diverse Formate. Er hat doch beim NDR mal angefangen. Wo? Beim NDR. Beim NDR, ja. Da hast du ihn empfohlen. Da vielleicht nicht. Aber bei Vox hast du... Bei Vox. Nein, ich habe ja ausgehört, ich wollte ja weg von der täglichen Sendung, weil ich diesen Marathon nicht mehr ertragen habe. Irgendwann kannst du auch nicht jeden Tag neue Gerichte entwickeln. Und dann, um da rauszukommen, habe ich halt Steffen empfohlen. Habe gesagt, der hat auch einen guten Schnack. Der ist auch gut. Wusste aber, was ich ihm damit antue. Also ich wollte ihm nichts Gutes. Ich wollte, dass er in dieselbe Mühle gerät. Und seitdem ist er ja von der Öffentlichkeit wahrgenommen und unverständlicherweise mögen die Leute ihn ja auch. Du hast euch beide verglichen mit Ronaldi und Messi. Eigentlich habe ich gesagt, ich bin Ronaldi und Messi. Das war das eigentliche. Es wurde falsch zitiert. Ich habe gesagt, ich bin wie Ronaldo und Messi unter anderem. Wenn ich unserem Format einen Namen geben würde, dann würde ich halt die Sendung nennen, der Koch unter anderem. Und Henssler hätte damit gar kein Problem. Nein, wir sind gut. Wir, Steffen und ich, kennen uns. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir sind beide ein bisschen, ich sage mal, einfach in der Verbalität, was auch in der Öffentlichkeit ist. Also wir sind jetzt nicht die Feingeister. Wir sind nicht unbedingt auf der Stammbesetzung des Literarischen Quartetts eingeladen, sondern da gibt es andere Formate, die uns lustiger finden. Wir haben einen guten Schnack, wir mögen das, wir sind sehr überzeugt von dem, was wir tun und vor allem, was wir können, glaube ich, mit unserem jeweils, was wir tun. Wir haben unsere Nische und wir können begeistern. Und das macht Steffen wirklich herausragend, macht er wirklich. Was ich nicht verstehe, dass alle Leute sagen, der sieht so gut aus, weil das verstehe ich wirklich nicht. Doch, ja, siehst du mal. Wirklich? Ja, nein. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen aus wie der zusammengebumste Sohn vom Pfarrer und der Bürgermeister, der im Keller groß geworden ist. So ein bisschen brisig sieht er aus, oder nicht? Nicht? Ich meine nicht den Vater, ich meine Steffen. Passiert es dir manchmal, dass du... Mit Steffen verglichen wir den ein. Nein, passiert es dir manchmal, hast du schon mal gesagt, können wir mal ein Selfie machen, Herr Henssler? Ich hatte eine Situation in meinem Restaurant. Da kam eine Dame, ich hatte eine Geschäftsbesprechung, die war auch wichtig und die war immer da, kann ich ein Foto, kann ich ein Foto, kann ich mir sagen, ich komme gleich, geben Sie mal fünf Minuten bitte. Und sie, ja, aber ich muss jetzt auch los. Und dann so, ich kann jetzt auch nicht immer springen und hüpfen, ich habe einen Beruf, ich bin ja wirklich da tätig. Dann bin ich dann zu ihr hin gegangen und sie hat gesagt, ja, und Sie sind mein totaler Lieblingskocher, Herr Henssler. Und dann gucke ich sie nur an und denke noch, das ist witzig gemeint, was ich überhaupt nicht witzig finde. Wirklich gar nicht witzig. Und dann sage ich, das meinen Sie doch jetzt nicht ernst, oder? Und ich sage, doch, wieso, was ist denn? Sie sagt, Herr Henssler. Und Sie, ja, sind Sie doch, oder nicht? Und ich so, nee, bin ich nicht. Und ich so, nee, bin ich nicht. Und sie fragt mich dann so, wer sind Sie denn? Und dann denke ich so, oh, du blöde Kuh, willst doch ein Foto gerade mit mir haben, also wenn du noch nicht mehr weißt, wer ich, dann nervt mich doch einfach nicht. Dann war ich auch ein bisschen zickig. Aber ansonsten bin ich ja, also dieses, oh, Henssler, es gibt so zwei Dinge, die ich hasse, wenn ich ins Flugzeug einsteige, hm, da gibt es ja heute leckeres zu essen, weil ich meine Reiseküche dabei habe, das kann ich nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Oh, der Milzer, das ist ja leckeres Essen hier jetzt heute an Bord. Vor allen Dingen bei so einem Flug nach Frankfurt, weißt du, die dreiviertel Stunde, Sonderwünsche, irgendwelche Allergien, ja, gerne, Individualwünsche mache ich gerne. Und wenn mir jemand hinterher ruft, hey, Henssler, so war ich das so nicht witzig. Aber dann drehst du die auch nicht. Also nicht, weil es mich stört, das stört mich überhaupt nicht. Auch da habe ich wieder ein eigenes Ego, immerhin erkennt man mich und meint, witzig zu mir sein zu müssen, also finde ich das ganz geil. Nur, ich finde es halt nicht witzig. Hast du Kitchen Impossible, wer hat das gewonnen, das Duell? Kitchen Ich. Kitchen Du, ja, Kitchen Ich. Die letzte Sendung, da muss man auch echt sagen, das zeige ich mir auch, wir haben gerade ein eigenes Format zusammen, das heißt, Melzer und Henssler liefern ab. Da wurde oft die Frage gestellt, warum steht nicht Henssler vorne? Du sagst, das ist einfach der erste Impuls. Also, wenn du Melzer liest, dann schaltest du ein, wenn du Henssler liest, ab. Also haben wir gesagt, machen wir Melzer nach vorne. Und das ist wirklich eine tolle Idee, weil wir hatten das auch ernsthaft überlegt, wir haben in der Krise, ich habe ihn gefragt, wie er das mit dem Lieferessen macht, weil er liefert sein Essen ja sehr stark aus. Ich habe da keine Erfahrung, er hat mich echt unterstützt, hat mir viel Informationen gegeben, was ich richtig machen muss, worauf ich achten sollte, was die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind, Timing, Lieferzeiten, Angebotsgröße etc. Da war er wirklich ein großer Kollege und da haben wir irgendwann gedacht, komm, warum machen wir nicht selber mal einen Lieferservice auf und daraus ist diese Sendung wirklich entstanden. Ist auch eine Art Wettbewerbssendung, natürlich, wenn du mich und Henssler irgendwo in den Ring, also ein bisschen müssen wir auch aneinander reiben. Und da geht es dann auch um Punktewertung und ich habe die erste Folge verloren und daran kann ich halt sehen, dass ich noch nicht lang genug Kochfernsehen mache, wenn das deutsche Volk immer noch so unkultiviert ist, das Essen von Henssler meinem vorzuziehen. Dafür nehme ich meinen Widerspruch gegen. Du hast auch den schönen Satz gesagt, du kannst gar nicht sagen, ob du ein guter Verlierer bist, dafür verlierst du zu selten. Ja. Ja, das ist ein schöner Satz. Ich mag das, ich bin Zitatenfeuerwerk, das ist aber, weil ich mich, ja wirklich, manchmal bin ich baff, wo die Scheiße herkommt. Also das ist so, das ist, vielleicht ist manchmal die Langweile in meinem Kopf. Bei Kitchen Impossible ist es wirklich so, du siehst all das, was da gemacht wurde, erst wenn ihr zusammensitzt da. Du hast es vorher nie angeguckt, der Schnitt macht den Schnitt, macht den Schnitt, macht den Schnitt, macht den anderen. Ja gut, du warst dabei, aber du kennst den, weißt du, was der andere gemacht hat. Nein, ich habe keine Informationen. Du hast auch das, was du selber gemacht hast, du siehst den Film nicht vorher. Nein. Du siehst ihn da zum ersten Mal und freust dich dann manchmal selber, das ist ja immer schön, dann darüber, was du so gesagt hast. Also ich ärgere mich, also ja, weil... Ja, das kann ich verstehen, ja. Das Ding ist, wenn ich mir zuhören würde, hätte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen. Also das ist so, ihr hört das ja selektiv, jetzt anderthalb, zwei Stunden, ich sitze hier acht Stunden mit mir selber und höre das und höre das. Also muss ich mich auch irgendwann von mir distanzieren. Und gerade wenn ich so in so eine geistige Lehre, ich hatte gestern so einen Tag, in so eine geistige Lehre eintrete, dann denke ich manchmal, boah, das ist schon erst bemerkenswert, wie ich anfange zu reden ohne Punkt und Komma, kein Ende finde, mir selber die Versatzstücke aufbaue, Brücken baue, den Satz noch beende, um wieder nach oben zu kommen. Meine Mutter hat mal gesagt, ich hätte die Arschatmung erfunden. Also ich kann durch meinen Po einatmen, damit ich meinen Redefluss nicht unterbrechen muss. Hast du immer schon, sagen wir mal so, relativ flüssig geredet? Immer schon auch so, ja. Gibt es den stillen... Hänseler hätte ich beinahe gesagt. Gibt es den stillen... Gibt es den stillen Melzer? Ich wünsche mir den stillen Hänseler, den wünsche ich mir so sehr von Herzen. Das ist mal, was ich mir wirklich wünsche. Ja klar, also nein, das ist ja... Guck mal, hier sitzen wir jetzt da in einer lustigen Runde irgendwie so und da ist natürlich auch ein gewisses Unterhaltungsformat aus den inhaltlichen Fragen. Ich bin sehr still. Ich bin, also das ist eins der Argumente, was man mir am wenigsten glaubt. Eigentlich bin ich introvertiert. Ja, alle lachen, aber ich habe eine unfassbare Beobachtungsgabe. Ich beobachte wahnsinnig viel. Ich gucke sehr genau zu. Ich schaue mir alles ganz genau an und schaue Wiesn, Schwingung, Strömung. Und das kannst du nur, wenn du sehr bei dir bist. Also ich bin eigentlich... Absorbiere ich die Umwelt. Ich bin total empfindlich auf negative Strömungen. Wenn ich merke, da ist irgendwas nicht rund bei Mitarbeitern, bei mir selber. Und dieses, es wird immer so im Humor immer so verarbeitet, dieses ist alles gut? Ja, ja, alles gut. Wow, da fängt mein Kopf an zu arbeiten. Und dann gebe ich auch nicht locker, bin Pitbull. Da gucke ich ganz, ganz viel. Und ich gucke mir Muggeligkeiten von Leuten an. Ich reagiere auf Strömungen. Ich mag Destruktives nicht. Ich mag Provokantes und ich mag auch Unverschämt, aber Destruktiv finde ich nicht schön. Ich finde immer, biete eine andere Option an, beweg dich, sei ein bisschen flexibel. Und wenn ich... Eigentlich bin ich jemand, der sehr gerne im Hintergrund ist. Sehr gerne. Ja, merkt man. Liegt aber vielleicht daran, dass ich so oft im Vordergrund bin. Das ist ein Punkt. Das kann sein. Aber es geht auf einer klassischen Party, bin ich eher so der... Also ich mache gerne Sachen. Also ich bin gerne der Griller. Ich kümmere mich gerne, ich hole gerne, ich laufe gerne, weil ich dann weg bin. Also weil ich dann nicht dabei bin. Also ich bin jetzt nicht der Witzeonkel. Hat es dich überrascht, dass das Kitchen Impossible zweimal den deutschen Fernsehpreis im Bereich Unterhaltung bekommen hat? Spätestens da musst du noch wissen. Und offensichtlich machen wir da was, was mehr ist als... Was hat Henssler auch schon mal einen Fernsehpreis gekriegt? Nee, wofür? Weiß nicht. Hat er was? Musst du manchmal über Henssler lachen eigentlich während der Sendung? Ach Gott, das ist so. Weißt du, neulich haben wir von einem Restaurantführer beide lustigerweise mal einen Preis bekommen. Stimmt. Und ich habe spielerisch mich aufgeregt darüber, dass Henssler für Innovation einen Preis bekommen hat. Da war was los in den... Weil ich gesagt habe, Alter, Sushi und Reis mit kaltem Fisch, das waren die Japaner seit 3000 Jahren. Wo ist die fucking Innovation? Da ist ja nichts. Das ist billig kopiert. Und habe das wirklich nur gespielt. Da habe ich gesagt, ich nehme meinen Preis nicht an. Also habe den Reich Ranitzki gespielt. Das haben die Leute halt für bare Münze genommen. Und wo ich sage, Alter, was ist denn los mit euch? Steffen ist jeden Menschen, über den ich mich in der Öffentlichkeit lustig mache, dem ich in Spruch drücke, vor dem habe ich einen Höllenrespekt, über die ich schweige, ist viel schlimmer. Okay. Ich habe die erste... Viel schlimmer, weil ich trete, ich habe das gesagt, ich trete wahnsinnig gerne nach oben. Oder auf Augenhöhe. Das macht Spaß. Macht keinen Spaß, nach unten zu treten. Das ist witzlos. Ich habe die erste Frage, ich hatte davor eine ganz kluge Frage gestellt, vor dem Henssler, aber weißt du auch nicht mehr, ne? Du? Über den Henssler? Nee, nee, davor. Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Geht das Feuer aus jetzt? Nein, 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 ich muss gerade nachdenken, ich wollte irgendwas... Kitchen Impossible, deutscher Fernsehpreis, zweimal gewonnen. Das ist dann schon eine andere Liga, weil du hast für all die anderen Formate vorher keine Fernsehpreise bekommen. Aber oft nominiert. Ja, das stimmt. Ich bin wahnsinnig stolz, zweimal gutes Fernsehen in meinem Leben gemacht zu haben. Schmeckt nicht, gibt's nicht. War für mich wirklich toll, weil ich diese Welt anders, wir haben es anders gestaltet. Wir waren echt, wir waren echt Zeit vor allen Dingen, also nichts mit Vorbereiten und dem Ganzen. Wir waren chaotisch, wir waren fröhlich, wir waren im Haushalt, wir waren bei den Leuten zu Hause. Das gab es dann. Es gab den Koch, den Seriösen, der vorgetragen hat und andere haben applaudiert. Wir waren miteinander. Wir waren Menschen, wir haben gegessen, wir haben Machbares gemacht, wir haben uns im Supermarkt bewegt. Bin ich bis heute wahnsinnig stolz drauf. Dadurch hängt mir auch ein bisschen immer dieser Tütenkasper-Ruf nach. Und Kitchen Impossible bin ich wahnsinnig stolz drauf, ein Teil dieses ganzen fantastischen Teams zu sein, weil Fernsehen auch wie viele andere mediale Produkte auch einem gewissen Einsparungsmodus unterliegen. Und die Leidenschaft, mit der Kitchen gedreht wird, die Leidenschaft, mit der Kitchen geschnitten wird, die Leidenschaft, mit der die Kontrahenten auch antreten und sich bereit erklären, auch emotional die Hose runterzulassen und sich beim Scheitern filmen zu lassen. Das ist das Schönste beim Kitchen. Eigentlich scheitern wir ja nur. Es gibt kein Ding. Also es gibt, wir gewinnen nur, weil wir scheitern und weil wir auch die Eier haben, das zu zeigen, wie wir scheitern. Das geht nicht darum, wer der bessere Koch ist. Ich bin mit Abstand handwerklich. Nein. Geht's wirklich nicht. Nein? Nein, überhaupt nicht. Das ist, wir brauchen irgendwas eigentlich für den Zuschauer, dass wir irgendwo eine Klammer hinten finden, warum wir das machen. Das Warum ist, okay, einer muss mehr Punkte haben. Das war's. Ansonsten, wir bereisen die ganze Welt. Wir merken, dass wir kulinarisch alle gleich ticken. Wir merken, dass die Kollegen, die Sternekollegen, selbst ein Henssler, wirklich auch sowas wie sympathische Werte dabei entwickelt. Wir sind Kollegen, wir sind miteinander. Wir kommen alle aus dem selben Kreis und wir mögen das, uns aneinanderzureiben. Wir mögen also jetzt im verbalen Bereich, wir mögen uns das zu provozieren. Und wir rücken auch nicht ab, sondern wir stehen dafür ein, was wir tun, dass wir schaffen und wir kreieren und ihr seid dabei. Und ihr findet das dann auch noch schön und ihr akzeptiert auch, wenn ich mich verbal mal wirklich, das ist mir auch nicht immer angenehm, wie ich dann rüberkomme. Ist es dir manchmal im Nachhinein peinlich? Ja, es ist ja auch ein dauerhaftes Störfall. Manchmal denke ich, schimpfe und fluche ich zurecht. Und manchmal denke ich, oh Gott, du bist aber auch wirklich ein ignorantes, überhebliches, selbstverliebtes Arschloch. Und komm mal wieder runter. Also wenn ich mich in irgendeiner Küchenszene festbeiße, was ich gerade tue, dann denke ich so, du bist wirklich ein wütender alter Mann. Du bist wie Götzke-Orge oder Reich-Ranitzki, die anfangen mit Frühjahr zu kommen. Wo ich sage, mach das nicht. Magst du dich gerne sehen im Fernsehen? Dazu tue ich es zu selten. Du tust es ja aber, wenn ihr zusammensitzt. Ja, also bei Kitchen mag ich mich. Wo sitzt ihr da? Das ist bei dir in der Schanze, oder? In der Bullerei, hinten im Studio, ist ein kleiner Tisch. Wir sind in den Stühlen und da sitzen wir und gucken uns das an. Aber da mag ich mich in den meisten Fällen. Aber es gibt viele Momente, wo ich mich auch echt nicht mag. Stimmt das? Ja. Aber nicht zu selbstkritisch. Wir müssen ihn sagen. Also wirklich nicht zu selbstkritisch. Ich mag mich auch im Scheiße sein. Das muss ich auch sagen. Ich merke das immer wieder. Es gibt Trägerpunkte, da bin ich nicht kontrolliert. Das kann ich nicht. Und Kitchen ist eigentlich ein Fernsehformat. Ich habe das diverse Male gemacht. Es geht nur um mein Essen zu kochen. Mehr ist es nicht. Es ist ein Teller und ich muss diesem Teller nachkochen. Ich bin ein erwachsener Mann. Was machst du da den Kasper? Aber es berührt mich, weil es macht mich wütend. Und wenn da mir ein bestimmtes Essen hingelegt wird und da sind bestimmte Parameter, die ich nervig finde, dann flippe ich aus. Aber genauso freue ich mich auch. Und genauso finde ich auch was schön. Und genauso bin ich auch nicht begeistert. Wer ist der härteste Gegner? Ich. Oder was meinst du? Ja, bei Kitchen Impossible. Ja, ich. Ich. Ja, stimmt. Du. Ja, es ist eine sehr ich-bezogene Welt bei Kitchen. Das musst du auch machen, weil ich von allen Seiten beschossen werde. Aber ansonsten ist es dann so, ich meine, Tim Raue ist oft da. Ja. Warum ist das eigentlich so? Na, wir Raue sind wirkliche Freunde. Und ich finde, Raue hat mit mir das Format begründet. Das heißt, die erste Folge war mit Raue. Und diese schöne Erzählebende auch des Niveauvollen. Respektvollen, auch nicht richtig. Aber dieses Umgang des Miteinander, was irgendwas wie Niveau und Respekt hat, obwohl wir sehr garstig miteinander sind, verdanke ich ihm meiner Freundschaft zu Tim. Und deshalb, ich finde, das ist wie... Hat er mal gefragt, sag mal, wie sieht es aus, lass mal was zusammen machen? Also ein Restaurant zusammen machen? Ja. Und du wolltest nicht? Doch. Aha. Was? Das habe ich nicht mitgekriegt, das gibt es schon? Nein. Das ist ja Breaking News hier jetzt gerade. Ich bin in der ersten Hälfte meines Lebens. Entschuldige, da kommt ja noch ein bisschen was. Du machst ein Restaurant mit Tim Raue? Kann sein. In Hamburg? Weiß ich nicht. Nein, es ist noch nichts Konkretes. Aber wir, natürlich, weil wir mögen uns wirklich. Und wir bereichern uns, auch weil es Wissen und Herangehensweise an Kulinarik ist. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich ihn scheiße fand. Also alles, was ich von ihm gelesen und gehört habe, fand ich doof. Vom Typ her. Das ist ein komischer Typ. Was für ein Vollidiot. Aber er war sehr präsent. Und dann habe ich gedacht, guckst du ihn dir mal an. Irgendwas macht, er macht dich wütend. Also er berührt dich ja irgendwo. Also guckst du ihn dir an. Und bin in diesen Laden rein, wollte ihn auch wirklich richtig doof finden. Und nach zehn Minuten waren wir, glaube ich, Freunde. Ohne das zu wissen, dass wir schon Freunde waren. Aber wir waren, das war magisch. Das war, wir waren sofort miteinander. Er war schon einer der besten Köche der Welt. Ich war immer noch der Fernseher-Heini irgendwie. Und trotzdem haben wir, sind wir uns respektvoll begegnet. Und haben eine oft, obwohl wir uns nicht, also eigentlich war nichts auf Plus gelegt. Aber wir haben Plus draus gemacht. Und das mag ich an Tim sehr. Und wir diskutieren viel über Kulinarik, was, wie, warum. Und wir versuchen auch da drin, nicht eine Meinung zu haben, sondern Dinge zu entwickeln. Aber wie kann das zusammengehen? Zwei Sterne, Tim Rauer, ne? Zwei Sterne und jetzt gerade Platz 34 in der Top 50. Also das, Listen sind immer relativ. Aber was wird daraus? Dann kriegst du darüber doch noch deinen Stern, ohne es zu wollen. Ich sage mal so, dadurch wird es vielleicht eine Top 1000. Wenn ich mich einmische. Dann wird das Top 34. 20, 22, Tim und Tim? Ne, ne, ne. Wir hatten im Moment mal ein Projekt, wo wir schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben. Aber das ist noch momentan obsolet. Ja, krass. Wichtig, Fernseh. Oh, ich höre Fernsehturm. Nein, der leider nicht. Fernsehturm. Aber Fernsehturm ist auch? Bin ich raus? Tatsächlich? Ja, bin ich persönlich raus. Leider, muss ich echt sagen. Das ist ein Objekt, was ich sehr gerne gemacht hätte. Wirklich gerne gemacht hätte. Aber aus Erinnerung und Emotionalität raus. Und das spielt in, also ich will nicht sagen, dass es keine Rolle spielt in diesem nächsten Konzept, was da hinkommt. Aber da hätte ich eine Bühne betreten, von der ich keine Ahnung habe. Das ist hier zu teuer, zu technisch, zu viel. Und ich wollte Erdbeckkuchen verkaufen. Man weiß auch nicht. Man muss immer höchstens für Sie einmal kurz zwischendrin sagen, wir reden ja weiter. Wie gesagt, wir reden jetzt durch bis 22 Uhr. Das hat aber für Sie, eigentlich ist Ihre Zeit jetzt schon zu Ende. Und zwar schon seit 15 Minuten. Und irgendwann kommt hier, machen Sie keine Sorge, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie müssen los und raus gehen, dann gehen Sie raus. Irgendwann wird es unruhig werden, weil nämlich aus Corona-Gründen Sie einmal raus müssen, damit die anderen wieder reinkommen. und zwischendurch müssen wir beide die Stühle desinfizieren. Ja, und ich würde auch ganz gerne unten rum malen. Das ist jetzt im Moment noch nicht möglich. Aber wir wollen Sie nicht, wir machen noch ein bisschen, wir wollen Sie nicht rausschmeißen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gerne gehen, dann können Sie das aber schon tun. Wir sind da nicht böse, weil es ja schon ein ungewöhnliches Format ist, wenn man hier seit zwei Uhr sitzt und redet und redet und redet. Sie können gehen. Irgendwann blinkere ich dann so, dann wissen Sie, Sie müssen gehen. Aber es ist jetzt erlaubt. Tschüss denen. Das war lieb zumindest noch mal, ganz kurz. Haben wir noch eine Publikumsfrage? Wenn es Publikumsfragen gibt, könnte man die jetzt stellen. Machen Sie jetzt auch mal By the Taste mit? By the Taste. Machst du By the Taste mit? Ne, da habe ich aufgehört. Aber Sie hatten die Verhältnisse mal wieder gemeldet und wollten Sie hier in die Wartezeit oder nicht? Ja, das ist Quatsch. Sie müssen nicht alles glauben, was ich rede, so am ganzen Tag lang. Manchmal bin ich auch einfach nur nett zu den Leuten. Ne, das ist nicht. Das Lustige ist, ich mache Wettbewerbskochen und ich hasse Wettbewerbskochen. Ich finde, Kochen ist kein Wettbewerb. Ich bin so weit fern davon. Ich bin so weit davon weg und ich finde, einen Taste habe ich gerne gemacht, weil es war toll zu sehen, wie die Leute sich entwickeln, aber am Ende des Tages kochst du was Irrationales und du kochst auf dem Löffel. Und wie dumm ist das? Ja? Tim Rao macht es? Naja, gut. Aber wenn Tim Rao Heroin nehmen würde, würde ich jetzt auch nicht damit anfangen. Also, verstehen Sie, nur weil andere Leute Fehler machen, muss ich ja nicht hinterherlaufen. Nein, Tim Rao, da geht es um den Transport, um die Entwicklung von Geschmack, wie Geschmack aufgebaut ist und das habe ich begriffen. Das habe ich verstanden, das konnte ich transportieren an meine Leute und war auch erfolgreich dabei und dann bin ich gelangweilt. Und jetzt habe ich den Löffel begriffen und jetzt geht bis Neues. Aber es ist ein... Aber neue Fernsehshow, gibt es jetzt auch noch was, eine neue Fernsehshow geben? Naja, ich habe mein... Mein Problem ist, dass ich nicht den Fehler von Thomas Gottschalk machen möchte, ich möchte rechtzeitig ein neues Format haben. Soll heißen, ich habe Kitchen, Kitchen ist mein Wetten das. Ich glaube nicht, dass ich nochmal was mit dieser Wirkung, mit der Leidenschaft, mit der allgemeinen, nochmal kreieren kann, weil es ist perfekt gemacht, das ganze Team drumherum ist sensationell, der Schnitt ist unfassbar, die Musik, die Kontrahenten, das Ganze, das ist so ein Lucky-Moment. Und ich finde, dass auch das Potenzial des meckernden und begeisternden, irgendwie sich zurechtbastelnden Menschen, das bin ich, weil ich halt wenig Kompetenz habe, muss ich also viel Kreativität haben und das funktioniert und es lässt so alle, es geht eben nicht darum, besser, schlechter und es lässt uns alle wertig erscheinen und es lässt unsere Emotionen transportieren, wie toll wir das finden, was wir da tun oder wie genervt wir auch sind, was wir da tun. Und natürlich beschäftige ich mich damit, wie lange A, mir diese Welt noch zur Verfügung steht, also wie lange will man das noch sehen und was könnte es dann noch geben. Spielt dann dieses Alter, was du dieses Jahr erreicht hast, nämlich die 50, spielt das eine Rolle? Hat das deinen Blick verändert auf das, was du tust? Nö. 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 Warum sollte es? Nö, wenn man sich überlegt, kann man Kitchen Impossible mit 60 auch noch machen? Ja. Also ich werde es mit 60 nicht machen, das ist sicher. Ja. Tatsächlich, ja? Ja, ja, das ist sicher. Also ich hoffe, dass ich genau das Timing erwische, wo, kurz bevor die Leute genervt sind und dass sie noch sagen, ach schade, hätte noch mal ein Jahr gemacht. Also genau, aber genau diesen leichten Punkt, wo man nicht zu früh und auch nicht zu spät, sondern genau diesen Punkt. Woran merkt man das, weil es anfängt, dich zu nerven zuerst? Ja, also ich merke das, wenn ich nichts zu erzählen habe, mache ich nicht gerne Fernsehen. Also ich habe das Gefühl, ich muss eine Aussage treffen. Ob die gefällt, das ist eine andere Sache. Aber ich muss ein bisschen schon auch überzeugt sein. Es gab mal einen Moment, ich weiß nicht, ob dieses Format gesehen wurde, das hätte fast zu meinem spontanen Rücktritt geführt. Entschuldigung. Das war, das darf ich erzählen, Ja, doch, darf ich. Darf ich das erzählen? Ja, darf ich, darf ich, ja. Überleg es genau. Ja, doch, ich muss, so, so, das zieht, egal. Es war eine NDR-Sendung, eine Jubiläumssendung zu Dinner for One. Zu Silvester, irgendwie 20, 50 Jahre Fernsehaustrahlung und dazu gab es eine unterhaltsame Quizshow. Und innerhalb dieser Quizshow, die wurde von einem sehr, ich glaube, von Ralf Schmitz moderiert. Ich glaube, Ralf Schmitz war der Moderator. Zu meiner linken Seite stand Rainer Sass und zu meiner rechten Seite stand Ross Anthony. Daneben noch irgendjemand und ich war sozusagen gefangen in der Triangel des lauten Humors. Ralf Schmitz, Rainer Sass, den ich sehr schätze, sehr verehre, mit dem ich auch befreundet bin. Aber wenn der so neben dir steht und der die ganze Zeit ins Ohr brüllt und ah, dann drehst du durch, von der rechten Seite Ross Anthony, dieser kleine, aufgezudene Flummi, auch ein feiner, feiner Kerl, aber nicht so meine Humorwelt. Und es bestand irgendwie, gab es ein Spiel, wo man im Einkaufssagen irgendwie einen Slalom fahren musste. Und ich dachte dann so, jetzt stehe ich hier und das war wie so ein überdrehter Klassenfahrthumor, war vielleicht auch für den einen, aber ich habe mich so geistig abgeschaltet und bin dann sozusagen aus mir ausgetreten und habe mich angeguckt und habe gesagt, ist das die Welt, wo du cool, also wo die du für dich siehst. Und dann musste ich mir spontan mit Nein beantworten und da hatte ich überlegt, ob ich sage, Jungs, es war schön, ich höre auf und wollte in der Sendung fast aufhören. Das heißt auch, diese Möglichkeit, dass man sagt, Mensch, Herr Melzer, hätten Sie nicht Lust, mal eine TV-Show zu moderieren, die quasi gar nichts, du hast es ja einmal auslösst, weil sie macht. Ja, schlecht vorbereitet, habe ich doch gemacht. Genau, aber grundsätzlich die gar nichts mit kochen, das würdest du auch nicht machen. Doch, 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 ich würde viele schöne Dinge machen, ich muss das Gefühl haben, dass es gut ist. Also das, was ich mache, es muss nicht erfolgreich sein. Das Kitchen, wusste ich nach der ersten Sendung, das ist mir egal, wir hatten ja eine unfassbar schlechte Quote mit der allerersten Ausstrahlung, die haben die nochmal wiederholt und haben die beiden Quoten zusammengetan, um sowas wie eine Quote zu haben. Also das war wirklich die Leistung vom Sender, auch zu sehen, wie toll dieses Format ist. Aber ich war trotzdem stolz, jede einzelne Sekunde auf das, was wir da gemacht haben, weil ich dachte, boah, das ist ein gutes Fernsehen. Das muss auch nicht, wie gesagt, eben kein unmittelbarer Quoten erfolgen. Aber so ein bisschen Würde darf man schon haben und so ein bisschen ein Gefühl für das darf man noch haben. Und bei dem Moderationsjob, da durfte ich eine Sendung übernehmen, auch wieder durch meine große Schnauze. Günther Jauch konnte Sendung nicht machen aufgrund von Corona mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Das sind Schwergewichte. Dagegen bin ich das, was Steffen Henssler zu mir ist. Und das fällt so leicht mit dem. Das ist so geil. Ich liebe das. Steffen, es tut mir leid. Übrigens, was haben wir heute für einen Tag? Freitag, ne? Freitag. Sonntag kommt die zweite Folge. Muss man nicht sehen. Muss man nicht sehen. Ohne zu viel zu verraten zu wollen. Schwergewicht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich in den Panel rein möchte. Also da waren so ein paar Prominente. Irgendwie sagen, nee, will ich nicht. Wenn moderiere ich den Rotz? Also Rotz habe ich nicht gesagt, aber wenn, dann moderiere ich das Ganze. Und dann habe ich drei Tage später einen Anruf bekommen und gesagt, ja, wir haben uns vorgestellt, würdest du das wirklich moderieren? Und ich so, äh, äh, und da wusste ich die ganze Zeit nicht, war das richtig, war das falsch und schlussendlich war das Konzept drin, dass du drei Minuten vorher gehst und die Sendung rein, also vorher bist du noch beim Umziehen, machst dir die Haare schön, gehst du rein, dann sagt man dir, wo du dich einmal hinstellen musst und ab dann kriegst du die Informationen aller Menü zugereicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, also da kann ich jetzt nicht wirklich so viel falsch machen. Und habe das gemacht und es hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mich gewohnt. Ich hätte alles darauf gewettet, dass nach dem ersten TV-Trial bei RTL, da gab es so eine Nachbesprechung, der dich alles drauf, was kannst du so, der dich alles drauf gewettet, da sitzt der Melzer jetzt, weil das ist ja so das Gesicht, das war ja RTL, NTV, also diese Gruppe, zu der auch Vox gehört, habe ich gedacht, da sitzt jetzt der Melzer und sag mir, was er von Scholz, Laschet und Baerbock hielt, aber du saßt nicht da. Ja, überraschend, weil ich abgesagt habe. Sie hätten dich haben wollen? Ja. Und ich habe wirklich auch, weil ich habe eine Verantwortung, ich habe eine Verantwortung auch der Öffentlichkeit gegenüber und wenn ich dummes Geschwätz von mir gebe, bei so einer wichtigen Entscheidung wie unserem nächsten Kanzler oder Kanzlerin, ist es besser, manchmal die Schnauze zu halten. Also da wäre ich sehr oberflächlich, sehr banal, sehr polemisch gewesen und das tut mir, also das täte niemandem gut, das wäre für Yellow nett gewesen, aber ich finde gerade bei solchen Dingen einfach auch mal die Kleine. Aber du hattest dich ja eingemischt, du warst in den Tagesthemen, du hattest... Ich bin aber nicht der Mensch und ich weiß, ich weiß, ob der macht von Medien, ich weiß, ob der Wahrnehmung von Medien, das heißt, jemand, der normalerweise ARD guckt und dann RTL kann das filtern, jemand, der nur RTL 2 guckt und das sieht, kann das nicht filtern, für den ist das ZDF und in dem Moment ist das... Nein, das ist wichtig, das ist wirklich wichtig und dann sagt jemand was und vielleicht verrenne ich mich schnell und ich bin impulsiv und ich sage nicht den richtigen Satz und vereinfache das vielleicht an der falschen Stelle und treffe damit eine Aussage, die jemand dazu bewegt, eine Entscheidung zu stellen, das will ich nicht, die Verantwortung will ich nicht haben. Hast du die TV-Triere nicht geguckt? Äh, das eine. Das eine und, ja. Und dann war das nicht unterhaltsam genug oder du wusstest schon, was du wählen würdest oder... Also es war eine Zeit lang, tat ich mich sehr, sehr schwer und dann habe ich mich ein bisschen informiert, bin ein bisschen eingetaucht und ich will nicht sagen, dass ich das kleinere Übel genommen habe, aber es war eine Wahl, wo ich am wenigsten überzeugt war. Das muss ich sagen, aber wegen des Kaspalettates drumherum. Das hat mich extrem gestört und ich fand auch, dass die Medien da keinen guten Job diesmal gemacht haben, weil sie sich zu sehr auf so kleinen Schießereien eingelassen haben und es fiel wahnsinnig schwer, wirklich eine Position zu finden. Zumindest, ich habe immer eine, die ich schon vorgelegt. Ich habe diesmal gewechselt, das erste Mal, seit sehr langer Zeit. Also du hast gewählt, was du immer schon gewählt hast, sozusagen von, was ja viele machen von Haus aus, und die Familie hat immer eine Richtung... Ich bin wieder zurückgewechselt. Du bist wieder zurückgewechselt? Ah, okay. Kann man ja kaum raten. Kleinere Übel, wieder zurückgewechselt. Wieder eine Stimme für Laschet weniger. Könnte sein, könnte aber nicht sein. Könnte sein, könnte auch, ja. Ich finde es immer blöd, dass wir solche Sachen nicht besprechen, aber wie gesagt, wir haben auch eine Verantwortung und ich mag das. Ist es wichtig, dass man sich als jemand, der so prominent ist wie du, ist es besser, sich aus Politik rauszuhalten? Es kommt darauf an, wie du Politik definierst. Parteipolitik, ja, das glaube ich, da sollte man sich raushalten, wenn es darum geht, um eine Gesellschaftspolitik zu betreiben, dann darf man ruhig Kante zeigen. Du würdest auf keinen Fall, selbst wenn du voll überzeugt bist, würdest du nicht sagen, ich wähle den und den. Nein. Zumindest vorher nicht. Nein. Aber nicht, weil ich es nicht will, sondern ich finde es nicht gut. Ich mag das nicht. Ich mag nicht von Karin gespannt werden. Ich mag nicht, und das mache ich als öffentlicher Mensch nun mal, das kann missbraucht werden oder genutzt werden, das möchte ich nicht. Wie laufen, du hast ja einen eigenen Podcast, Fiete Gastro, Fiete Gastro, du hast da auch Politiker zu Gast durchaus, Peter Schenscher war da und Olaf Scholz. Ja, den, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Genau, mein Eindruck war, weil ich höre den ja auch, mein Eindruck war, das sind so Podcasts, die dir besonders Spaß machen, da bist du auch ein bisschen anders, weil man merkt dir schon diese Ehrfurcht vor dem, also Ehrfurcht ist vielleicht zu viel gesagt, aber diesen Respekt vor dem Amt an und du willst halt auch das wirklich verstehen. Das Ding ist, ich werde nicht Gefahr laufen, Markus Lanz für Arme zu werden, soll heißen, was ich ja bei der Kulinarik gemacht habe und ich glaube, das ist ein Teil auch mein Verdienst. Ich habe sie in die breite Masse gebracht und ich habe auch das Fenster geöffnet, dass die Leute individueller, klarer sich auch mit dem Thema Kulinarik auseinandersetzen. Nicht als einziger, aber als ein Teil davon. Dieses Runterbrechen innerhalb von Schmecken, ich gebe es nicht auf wirklich praktikable Küche in kurzer Zeit, weil ich in die Haushalte reingeguckt habe, wie viel Zeit steht ihnen zur Verfügung. Ich bin weg vom Biomarkt, nicht weil ich Bio blöd finde, sondern weil ich sage, bleibt realistisch, begeistert die Leute an der Stelle, wo sie sich befinden und zieht sie langsam mit rüber. Und so ähnlich betrachte ich Politik. Ich habe eine große Politikverdrossenheit festgestellt, weil die auch was mit der Darstellung von Thematiken zu tun hatte, die man irgendwann nicht mehr nachvollziehen konnte. Und ich frage gerne, warum. Das ist ein bisschen, das ist nicht sonderlich schlau und ich fand es auch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Ich war ein bisschen stolz drauf, fand es ein bisschen toll, dass eben auch der Olaf Scholz sich hingesetzt hat mit uns, über zwei Stunden diesen Podcast geführt hat. Allerdings dachte ich danach auch, ich weiß schon, warum er es gemacht hat, weil er absolut keine Angst vor mir hatte. Also nicht irgendwie, dass da irgendwas Investigatives rausgeht. Aber muss man als Politiker Angst, Also ich finde es manchmal bei Markus Lanz, finde ich es manchmal jetzt in der letzten Zeit, ich mag die Sendung auch gern sehen, aber ich finde es schwierig, wenn die Leute sagen sechsmal, dass er mit seiner These nicht recht hat und er sagt, und sie haben doch, geben sie es doch zu, geben sie es zu. Nein, das war auch mein Ansatz, da einfach mal zu sagen, dieses, erklär mir das doch einfach. Ich meine, Corona ist ein komplexes Thema gewesen. Finanzpolitik, finde ich, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und wenn irgendjemand sagt, wie er, ich will nicht meine Steuern bezahlen, dann will ich aber auch, dass meine Straße vor der Haustür richtig gemacht wird. Dann, glaube ich, hat das System nicht ganz genau begriffen, wofür das ist. Wenn nach mehr und höher, und ich habe ja auch geschrien, ich gehörte ja auch zu den Leuten, wir brauchen Unterstützung. Und ich habe mich aber auch gefragt, wo soll sie denn herkommen? Was sind das für Töpfe? Was ist die Busuka? Was ist das eigentlich? Wie groß ist die? Wie lange hält die Stand? Wie lange kann sie uns unterstützen in den richtigen Fällen? Haben wir nicht ganz andere Sorgen? Warum schreie ich laut, während Kinder zu Hause bleiben und eben nicht mit Bildung versorgt werden? Was in meiner Meinung eigentlich gesellschaftlich viel relevanter ist, aber man darf mir auch nicht absprechen, dass ich auch aus meiner Kugel gucke und dass ich auch um meine Existenzen Sorgen habe. Nochmal das Pflegewesen, all diese ganzen Dinge. Und wenn du dich damit beschäftigst und zu den Wissenden gehst, haben die eine Art von, wie soll ich sagen, Sprache miteinander entwickelt, die den Unwissenden, die den Wissensaufbauenden außen vor lassen. Und die Einzigen, die das vielleicht machen, machen es einfach inhaltlich vollkommen dumm. Und da würde ich nicht weiter darauf eingehen. Aber ich denke eben, dass die Aufgabe eines Wissenden und die Verpflichtung eines Wissenden ist auch, über die Sprache der Didaktik so weit nachzugehen, dass man Leute eben bekommt, ein Verständnis bei den Leuten zu herzustellen, also unberechtigte Ängste, unberechtigte Sorgen, vielleicht auch dadurch ein bisschen zu minimieren. Ja, aber auch so zu sprechen, glaube ich, dass alle sich verstehen. Ich kriege jetzt die Zeichen, deshalb muss ich also... Also wer noch eine Frage hat an die Männer, ich bin gleich noch kurz auf dem Klo. Also recht herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Wenn Sie noch bleiben wollen, um halb acht geht es weiter. Halb acht. Achso, ja. Oder? Was wolltest du noch was sagen? Also wir machen gleich... Also die gehen jetzt. Die gehen jetzt und es kommen neue, aber... Ich glaube, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin mal kurz, ne? Ich bin mal kurz für... Ja, wie vorhin, wie vorhin. Kann ich vorstellen, Herr Heider, Chef von das Ganze. Nicht, dass Sie sich erschrecken. Schönen guten Abend. Wir sind ein bisschen ja von unserer ursprünglichen Planung, was heißt abgewichen, das ist hoffentlich auch in Ihrem Interesse, zumindest von denen, die ein bisschen früher gekommen sind. Hast du alles? Nee, tippe. Wir sitzen tatsächlich seit 14 Uhr hier zusammen, Tim Melzer und ich. Und ursprünglich war geplant, wir machen anderthalb Stunden, dann ist anderthalb Stunden Pause, dann machen wir wieder anderthalb Stunden wegen Corona, so Abstände und hast du nicht gesehen. Aber wir haben uns entschieden, mehr oder weniger, wir machen von 14 Uhr bis kurz vor 10 durch. Und haben es unterbrochen, tatsächlich wirklich, weil ich hätte gedacht, dass man es auch ohne Unterbrechung schafft, aber das war Quatsch. Durch bestimmte Dinge. Ja, das ging nicht. Naja, wir haben sowas wie eine Blase. Das macht es dann doch etwas eng. Und deshalb würden wir jetzt einfach, also Sie müssen, Sie haben natürlich einiges verpasst, das ist nicht in der Natur der Sache, aber wir werden die wichtigsten Dinge vielleicht, nee, also Sie können sich das hinterher alles ja auch nochmal anhören, die gesamten dann 6 bis 7 Stunden, je nachdem. Und wir machen jetzt einfach so ein bisschen da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Bitte nicht. Nee, die Bitte ist ehrlich gemeint, weil wir haben eben vom Henssler gesprochen und ich finde, das reicht jetzt auch. Wir haben vom Henssler gesprochen. Und wir machen, wir fangen jetzt einfach an, nicht erschrecken, wenn jetzt Leute dazukommen bei Ihnen und die sagen, wieso haben die schon angefangen, müssen einfach sagen, die reden schon seit 14 Uhr. Das war das Ziel. Wir wollten einen sehr langen Podcast machen und ich habe es vorhin schon gesagt, ich kann es mir mit niemandem vorstellen, außer mit Tim Melzer, weil man am Ende dann immer noch denkt, guck mal, es war nicht eine Minute lang, weil ich bisher, Tim, war das so. Mir geht so auf jeden Fall. Dir geht so. Ich höre mir aber auch wahnsinnig gerne zu. Nein, ich habe genau das Gegenteil gesagt. Das große Problem bei mir ist, irgendwann mal kann ich mir selber nicht mehr zuhören. Das fällt mir dann sehr, sehr schwer. Dann schalte ich mich ein bisschen ab und fange an, so ein bisschen redundant auf Personen rumzuhacken. Und das war der Mittelblock jetzt mit Henssler. Deshalb sind wir jetzt, aber der macht es einem auch wirklich leicht. Das ist ein bisschen wie Völkerball gegen Fünfjährige. Und jetzt können wir ja wieder zu den seriösen Themen. Jetzt können wir zu den seriösen Themen. Also herzlich willkommen nochmal, wünsche Ihnen viel Spaß. Sie haben auch keinen Druck. Die anderen mussten immer zwischendurch irgendwie weg. Ist ein bisschen gemein, weil es noch gar nicht acht ist, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Das kann man sich anhören. Kann man, sag mal, als du Kind warst, musste deine Mutter mal in die Schule kommen, zum Lehrer, zum Elterngespräch. Hast du Erinnerungen da dran? Ja, aber nur wegen der Verhaltensauffälligkeit. Also ich komme aus dem Haushalt und meine alleinerziehende Mutter Ende der 70er. Ich bin ja Jahrgang 71 mit 77 in die Schule gegangen. Das war noch nicht so allgegenwärtig. Und komme aber aus einem kleinen Vorort von Pinneberg. Relling heißt das. Relling 2 in der Hohlen Eiche. Ah, stopp, 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 stopp. Du kommst gar nicht aus Pinneberg. Du erzählst die ganze Zeit hier aus dem Kreis Pinneberg. Nein, wir haben ja alles bewohnt in Pinneberg. Das ist ja wie man war. Aber Relling ist ein großer Unterschied. Relling und Pinneberg. Ist es? Ja, Relling ist doch viel irgendwie ländlicher tatsächlich. Noch ländlicher. Pinneberg ist ein, findest du Pinneberg ländlich? Willst du mir jetzt wirklich komplett doof rüberkommen lassen? Nein. Nein, aber Relling, ich erzähle die Geschichte. Egenbüttel hieß das, um genau zu sein. Wie hieß das? Egenbüttel. Okay, ja klar, kenn ich. Meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule in Ellerbeek. Wow. Ja, das ist die Baumschule Lübbers. Die Grundschule war auf der anderen Seite und da, wenn du halt als junger Mensch kreativ groß wirst, ohne, ich sag mal, die ganz klassische Elternhausprägung aufgrund des Arbeitsvolumens meiner Mutter, die musste natürlich auch arbeiten gehen, waren wir in vielen Bereichen positiv uns selbst überlassen, was dann eben auch zu einer kreativen Gestaltung der Tage geführt hat, die selten mit Hausaufgaben gefüllt waren. Und ich gehörte zu den Leuten, die von den Lehrern, die sich die Hausaufgaben in der Grundschule gegenzeichnen mussten, dass ich auch geschrieben habe, was ich machen musste. Und meine Mutter musste auch gegenzeichnen, dass ich sie auch gemacht habe. Gott sei Dank war meine Mutter dann nicht ganz so hinterher, sodass ich dann auch da wieder einen relativ kreativen Spielraum bekommen habe. Und ich war immer, ich bin ein sehr guter Schüler gewesen in der Grundschule auf jeden Fall. Mir fehlen die wesentlichen Dinge des Lebens relativ einfach. Ich war auch schon Klassensprecher in der Grundschule. Und ich war aber immer ein liebes Kind. Also das glaubt man kaum. Man denkt immer, dass ich wirklich so ein richtiger Rotzlöffel war. War ich aber nicht. Mein Mundwerk ist schnell. Mein Mundwerk ist auch, ich sag mal, manchmal grenzwertig. Aber ich selber habe einen hohen, sozusagen moralisch-ethischen Inhalt in mir drin. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, das guckt mich nicht so an. Ich habe zwei Dinge gemacht als Kind. Das eine war, ich habe manchmal ein bisschen Geld geklaut von meiner Mutter, um mir Süßigkeiten zu holen. Weil das war eigentlich nicht drin, aber das habe ich mir dann geholt bei Frau Riedl auf der anderen Seite. Und das andere war, ich habe wahnsinnig gerne gekokelt. Du hast wahnsinnig gerne gekokelt. Wahnsinnig gerne gekokelt. Mit Feuer gespielt. Aber da ist man doch als Eltern, dann dreht man ja durch, wenn das Kind mit Feuer spielt. Ja, ja, aber das war mir egal. Das war ja nicht die Eltern. Ich war ja nur das Kind und ich habe ja gerne gekokelt. Und hätte auch mal fast das Haus abgefackelt, weil wir hatten so einen schönen alten Setzkasten drin und ich habe dann mit den kleinen Playmobilfiguren mit kleinen Kerzen und so kleine Feuer gemacht und so Lagerfeuern und habe dann gespielt und bin dann irgendwann gelangweilt gewesen, bin weggegangen und der Setzkasten hat weiter gebrannt. Und das ist wirklich eine ganz geile Geschichte, weil da kann man die Kreativität schon erkennen, die ich an den Tag lege. Irgendwann höre ich das dann rumpeln und ich denke, da sind Einbrecher da, waren aber keine Einbrecher, es waren nur die Figuren, die langsam aus dem Setzkasten rausgefallen sind, weil der eben die Tragfähigkeit aufgegeben hat. Und da habe ich überlegt, wie kann ich das verheimlichen? Und da habe ich einen Schuhkarton genommen und habe den mit schwarzer Tusche schwarz gemalt und habe die Fächer ausgeschnitten und habe die dann in den Setzkasten reingelegt. Habe aber natürlich nicht an so etwas wie Brandgeruch gedacht oder Rußentwicklung oder solche Dinge. Und dann kam meine Mutter nach Hause und hat das, also ich glaube, die Tür war noch nicht zu und da hat sie meinen Namen schon gerufen und ich nur so, verdammt, woher weiß die das, die alte Hexe? Also im Sinne, nicht Hexe negativ, sondern so, wieso weiß die sowas? Und dann hat sie mich rauszitiert irgendwie, dann stand ich Gewehr bei Fuß, habe mir sozusagen meine Tirade anhören müssen und dann habe ich den großen Brandfleck unten auf dem Teppich erst entdeckt, den ich auch noch angezettelt habe. Und das hat meine Mutter wirklich Sorgen gemacht. Sie hatte Angst, dass ich irgendwann das Haus anzünde. Die Aufmerksamkeit, die du erzeugst, ist schon, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, relativ groß, weil eine Geschichte, die mit Tim Melzer was zu tun hat, ist eine Geschichte, die immer 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 Leute lesen. Das ist ganz anders, als wenn es eine Geschichte ist, neben irgendeinem Koch. Das heißt, du hast schon tatsächlich auch für viele Medienmarken einen Wert, du erzeugst Interesse, Aufmerksamkeit. Das ist positiv, wenn man das macht für seine eigenen Sachen, also für das Marketing, was ich zum Beispiel für mein Restaurant nutzen kann. Das ist toll, wenn es um meine eigenen medialen Produkte geht. Das ist toll, wenn ich mich da für eigene Dinge einsetzen kann, wie im vergangenen Jahr in der Corona-Krise, um aufmerksam zu machen auf bestimmte Dinge. Es ist überhaupt nicht toll, wenn es in dieser Clickbait-Welt abdriftet. Und da gibt es das gerade auch, was jetzt zum ersten Mal sehr öffentlich ist, das ISIS-Ippen-Netzwerk, die sich da ganz besonders hervortun, indem sie halt Kontexte oder Dinge, Worte, Begriffe aus dem Kontext herausziehen und über eine vielfache Veränderung immer wieder neu darstellen. Das ist wahnsinnig schwer, dagegen anzugehen. Und da betreten die manchmal den Boden, wo ich dann sage, ja, das ist doch nicht witzig. Also ich finde, es gehört dazu, Positives und Negatives gemeinsam zu haben. Aber es gibt jetzt, oder es gab ein Momentum, wenn der nicht so traurig wäre und wenn der nicht so kritisch gewesen wäre, hätte das sogar noch einen gewissen Humor. Wir haben in der Bild stand mal ein Zitat aus, ich mache eine Kochsendung, die heißt, oder auch eine Sendung, die heißt Kitchen Impossible und ich war am Weihnachts-Special unterwegs mit Max Strohl beim Hexer. Dieser Hexer zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr rudimentär mit Steinen und Nägeln kocht und Mosen und Blättern. Und ich sollte ein Kohlebrot backen auf dem Feuerring, offenes Feuer bei Regen und so, alles riecht toll. Und ich hatte zu wenig Kohlepulver in dieses Brot reingetan und daraus machte die Bild am nächsten Tag, eine Schlagzeile. Melzer, zu wenig Kohle fürs Essen. Erstmal natürlich wahnsinnig brillant formuliert. Der Text hat das auch richtig aufgegriffen, also hat da kein Drama draus gemacht. Aber jetzt ist es so, dass auch in der Journalie wahrscheinlich sehr viel Einsparungsmomente gibt und auch der Fachkräftemängel das scheinbar sehr relevant ist. Denn die schreiben ab und gehen gar nicht mehr in die Tiefe. Und irgendwann wurde wie bei stille Post raus Melzer insolvent. Also weil das Wort Kohle mit Geld verwechselt worden ist, dann wurde ihm das Geld aus, das, 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 insolvent. Das war die Zeit, wo wir die Bullerei umgebaut haben. Das wiederum hatte zur Folge, das haben die Leute gelesen, dass Handwerker ihre Arbeit niedergelegt haben und von mir vorauskassen haben wollten. Das ist so in meiner Welt noch ganz lustig jetzt hier dargestellt. Wenn das aber wirklich in einer Zeit gewesen wäre, wo die Luft eng wäre, dann hätte das echt maßgebliche Konsequenzen gehabt. Und nicht nur für mich, sondern auch für 80 Mitarbeiter. Und diese Verantwortung, wenn die mit Füßen getreten wird, dann muss ich sagen, seid ihr manchmal echt auch pain in the ass. Also es ist so ein Spiel miteinander, aber es ist eben diese, diese Marke, oder diese wahre Clickbaiting, diese Aufmerksamkeit, das ist ein Beispiel, wenn der Gourmet Jou veröffentlicht wird. Ich glaube, jetzt sind wir nicht mehr drin. Der Gourmet Jou ist ein Gastroführer, ähnlich wie der Giet Michelin, bloß ohne Kompetenz. Und die, die regelmäßig Kritiken veröffentlichen, teilweise komplett veraltet, falsche Inhalte, falsche Speisekarten, also irgendwas recherchieren, was nicht stimmt. Also nachweislich, dass sie das Restaurant auch nicht besuchen. Und in aller Regelmäßigkeit hat Henssel in die Fresse gekriegt, habe ich in die Schnauze bekommen und auch Poletto. Warum? Das ist relativ simpel. Das Ding wird veröffentlicht, die leben vom Verkauf. Jetzt steht da drin, Herr, keine Ahnung, Herr Riedendorf in Vorpindelberg irgendwie hat nicht so geil gekocht, dann ist das keine Schlagzeile wert. Wenn da aber steht, Melzer oder Henssler kriegen Abzug, Punktabzug oder das und das wird über ihr Restaurant formuliert, dann kommen wir zumindest auf die Titelseite der Mopo. Und mit dieser Mopo wiederum haben wir eine Wahrnehmung, die dann wiederum vielleicht zu den Verkaufzahlen dieses Magazins beitritt oder als Marketing. Und das muss man verstehen, das muss man immer begreifen, dass nicht jede negative Nachricht an einen persönlich gerichtet ist, sondern dass es ein Business ist. Ein richtig hartes Business. Und das ist schwer zu verstehen und es ist noch schwerer zu verstehen, die nicht tagtäglich damit konfrontiert sind. Deshalb Family, Big No Go. Das ist auch das Einzige, wo ich wirklich aggressiv werde und wo ich auch mit Kanonen auf alles schießen würde. Googelst du dich manchmal? Natürlich. Naja, also ich glaube das nicht. Die Leute, die sagen, sie googeln sich nicht selber, dann sollen sie nichts in der Öffentlichkeit machen. Also das ist Quatsch. Wir sind eitle Fatzkes auf eine Art und Weise. Ich google sehr gerne nach bestimmten Momenten, die mir gut gefallen haben. Also wo ich sage, ich würde jetzt gerne auch das sehen, dass die anderen das genauso gesehen haben und dann hole ich mir das ein bisschen ab. Ich google ungern negative Sachen. Du googelst nicht einfach Tim Melzer und dann gibst du News ein. News, genau. Genau, und dann kannst du noch, ich empfehle immer zu aktualisieren, weil dieser andere Netzwerk sich immer schafft nach vorne. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die sind immer mit den belanglosen Nachrichten vorne. Und dann gucke ich schon, was da ist. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Ah, ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Ich habe dich gegoogelt. Soll ich mal sagen, was ich gefunden habe? Können wir das vorher klären? Nein, nein, hau raus. Das Schöne ist ja, ich mag das auch, wenn ich zur Diskussion anrege. Es ist gar nicht, ich finde es nur lustig. Pass auf, ich sage mal, eine Sache haben wir schon mal besprochen, nochmal für diese Runde, Schleiterrassen in Kappeln, Gerüchte über Helene Fischer und Tim Melzer. Das ist natürlich auch eine Überschrift, weil das ist so eine Überschrift, wo du denkst, alter Falter, aber also man ahnt, also man denkt, oh, was heißt das? Was ist eigentlich Schleiterrassen? Und Gerüchte über Helene Fischer und Tim Melzer, das schwingt ja so ein bisschen mit, mit den beiden ist irgendwas. Die Wahrheit ist aber, Stimmt, habe ich das noch gar nicht verstanden. Verstehe, und vor allen Dingen, weißt du, was der Trick ist? Und die ist schwanger. Weißt du, Scheiße. Und der Trick ist ja auch noch, dass Tim Melzer ist ein guter Suchbegriff bei Google, Helene Fischer ist ein Megasuchbegriff bei Google, habe ich gelernt. Aber was ist die Geschichte dahinter, können wir erzählen, es gibt dieses Gerücht, dass Helene Fischer sich auf den Schleiterrassen, das ist ein neues Grundstück in Kappeln, an der Schlei ein Haus gekauft hat. Ich habe es ihm erzählt, weil wir da oben manchmal in Kappeln Urlaub machen, hat mir ganz aufgeregt eine Nachbarin erzählt, dass der Möbelladen neulich abgesperrt wurde, am Nachmittag, weil Helene Fischer sich ihre Inneneinrichtung ausgesucht hat. Und das sei ganz sicher. Also das ist schon mal sicher. Ja, das ist so dumm. Das war nicht Helene Fischer, das war ich, dass sie das abgesperrt haben. Also, das ist es, wir wissen, wir können es aufklären, Helene Fischer und du, ihr habt euch also beide da ein Haus gekauft und macht da künftig gemeinsam Urlaub. Genau, kannst du so stellen. Das Gerüchte. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also das ist so, das ist ein Ding, da bricht ihr auch Gerüchte. Ja, ja gut, da weiß man schon, dass es Quatsch ist. Wo du nicht anzeigen, also wo du nicht, das kriegst du nicht weg. Kannst ja sagen, ja, wir haben ja nicht sagen, das ist so, sondern wir sagen, glauben ja nur und dann ist es so. Wir haben es ja nur gehört. Irgendwann wird eine selektive, wie stille Post und irgendwann kommt was und mein Vater hat mich neulich mal angerufen, ich weiß nicht mehr wegen was. Er sagt, es ist alles in Ordnung bei dir, weil der auf eine dieser Nachrichten eingegangen ist. Und das ist dann schon, aber Alter, du musst das doch auch begreifen. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und es ist nicht alles, nicht alles stimmt, was geschrieben wird. Nicht alles, was gut geschrieben wird, stimmt und auch nicht alles, was negativ geschrieben wird, stimmt. Tim Melzer, zehn Kilo weg in neun Tagen. Sensationell. Sensationell. jedes Wort stimmt. Manchmal möchte man euch in den Sack packen und mit dem Knüppel drauf tun. Das ist wirklich, auch da wieder, ich werde angesprochen, ich habe ein bisschen Gewicht verloren, weil ich fand dann doch, dass ich schlussendlich ein bisschen breich geworden bin. Ich habe eine Kur gemacht, habe in dieser Kur auch Kilos abgenommen, habe meinen Stoffwechsel dadurch ein bisschen verändern können, habe insgesamt zehn Kilo abgenommen. Über einen Zeitraum von vier Monaten ungefähr. Das ist aber scheinbar zu viel zum Schreiben, also schreiben Sie Tim Melzer. Zehn Kilo weg in neun Tagen. War diese Kur, um diese Stoffwechselveränderung in der Meier-Kur habe ich gemacht und dann ist das wohl zu viel Aufwand oder schon nicht mehr interessant, also machen wir zehn Kilo in neun Tagen. Was ich hochgrade, ich kriminell finde und auch wirklich unverantwortlich von den Leuten, weil ich stehe für Ernährung und es gibt Leute, die lesen das und folgen dem. Die glauben, dass es eine Diät gibt, wo du zehn Kilo in neun Tagen abnimmst und dabei auch noch gesund bist. Das ist krank. Das ist wirklich krank und ich weise weit von mir, dass das der Fakt ist und ich weise weit von mir, dass es eine Wunderdiät gibt, weil wenn es das gäbe, dann hättet ihr jetzt vorne schon signierte Ausgaben von meiner Diätbibel verkaufen können. Also das schwöre ich. Wer das schafft, dass das einigermaßen sinnvoll ist. Das macht einen dann schon manchmal ein bisschen wütend. Masked Singer Phoenix and Loved. Ich auch. Ich habe das nachgelesen. Du sollt, also es gab das, es könnte sein, dass du es warst. Ich glaube, du warst es nicht. Also Masked Singer. Weiß ich nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Kannst du mal was singen? Nein. Kannst du mal was singen? Ja. Nein. Ja. Warst du es? Warst du es jetzt? Der Masked Singer. Läuft es auch noch, oder? Läuft es auch noch, ne? Kann sein. Läuft es heute? Weiß ich nicht. Läuft heute Masked Singer? Nee, wann läuft das? Morgen. Ach, morgen. Mensch, morgen bin ich nicht in der Stadt. Okay. Tim Melzer verkauft selbst Corona-Tests. Das ist eine ganz harm... Das stimmt? Ja, das stimmt wirklich. Aber auch da wieder so ein... Das tut mir manchmal weh. Du bist keine einzige Überschrift, auch so ein Annähernd vom Abendblatt. Keine. Ich sag's nur. Ja, aber es gab eine bei euch und die fand ich richtig geil. Die hatten... Oh, jetzt kommt die... Ich weiß es nicht. Ich meine es mal jetzt hier. Tim Melzer verkauft selbst Corona-Tests. Pass auf. Wir waren in einer Phase, Corona, wir Gastronomen mussten uns öffnen, wir mussten kreativ sein, wir hatten Dinge vor der Nase und es gab diese Welle der Corona-Test-Center und das System, was dort betrieben worden ist, ist grenzwertig schwachsinnig. Bezahlte Tests für 18 Euro, für einen Test, der 2 Euro kostet, in Anführungszeichen dafür, dass da studentische Aushilfen stehen, die ein Stäbchen in die Nase ballern und weg. Da habe ich gedacht, wie sehr will der Staat sein Geld zum Fenster rausschmeißen? Und wir sind alle davon ausgegangen, dass wenn wir Gastro wieder öffnen dürfen, dass es nur unter Testbedingungen stattfinden kann. Und wir haben bereits in der Vorphase, also beim ersten Lockdown, gemerkt, dass bestimmte Hygieneartikel, bestimmte Artikel, die wir benötigt haben, um Gastro zu eröffnen, dass da eine Preissteigerung stattgefunden hat, die wir nicht auf die Gäste niederlegen konnten. Also haben Tim Rauhe, ich und Tee Duk, das ist auch ein sehr guter Gastronom aus Berlin, haben uns zusammengetan und haben gesagt, wir kaufen einfach Tests für die Gastronomie ohne Aufschlag, damit wir nicht in diesen Zugzwang geraten und zum Opfer werden, weil irgendwelche findigen Hunde die Not ausnutzen, die wir Gastronomen eventuell erleiden und haben einfach nur vorgesorgt. Also das war die Idee hinter dem Corona-Ding. Das Gute ist, wir mussten es Gott sei Dank nicht nutzen und haben sie jetzt auch egalisiert, die Firma. Okay. Also wahnsinnig kreativ und fortschrittlich und unternehmerisch gedacht. ISS, Astronaut kocht Dosengericht von Tim Melzer. Ja, das finde ich ganz geil. Der Mauer geht jetzt bald nach oben und wir haben was vor, ich weiß noch nicht, ob wir es in der Konsequenz umsetzen können, aber ich finde ja lieber erstmal eine Idee groß denken und dann klein machen als klein machen und noch kleiner. Der wird ein Gericht von mir mitnehmen, was wir gekocht haben, das ist schon gekocht, das ist durch sämtliche hygienische Zertifizierungen gegangen und das wird mit nach oben auf die Station genommen und dann wird es ein Live-Event geben, das ist unsere Vorstellung, dass Matthias Maurer sozusagen da oben kocht und wir unten in Deutschland kochen oder weltweit, es wird ein weltweites kommunikatives Event, dass wir parallel sozusagen One-Unit bilden. Eine weitere Idee dahinter, da sind wir auch noch nicht spruchreif, ist, dass wir anhand dessen Gelder einsammeln für Ernährung, für Mahlzeiten. Ich mag das Wort Mahlzeiten nicht so, deshalb habe ich ein bisschen rumgeeiert. Das heißt eben, da sozusagen dieses Geld einzusammeln und in die Region reinzuschicken, aber das ist noch so ein Überdenk. Eigentlich finde ich es nur geil, dass ich oben eine Dose habe. Das ist lustig. Also ich bin jetzt offizieller Dosenkoch. Ich mag das, ich finde das ein schönes Bild. Wenn der sagen würde, Mensch, komm mit hoch und koch das, würdest du das machen? Es ist ja neulich ein Regisseur und eine Schauspielerin auf die ISS gegangen, aus Russland. Wenn die sagen würden, kommen Sie mit hoch, wir nehmen Sie hoch acht Tage, Sie kochen da oben für uns. Ja, ich glaube ja. Würdest du machen, hat es keine Angst? Naja, ich sage mal so, die Leute, die oben sind, die haben ja mehr Kompetenz, also die haben auch ein größeres Interesse, unten wieder anzukommen als ich. Ich bin einer von 50.000 Köchen, das sind welche von wenigen Astronauten. Also ich vertraue anderen Menschen mehr als mir selber. Wenn ich das Ding bewegen müsste, dann wäre es eine enge Nummer. Dann würde ich da nicht hinfliegen. Aber grundsätzlich ja. Also finde ich erstmal, ich finde das eine ganz amüsante Geschichte. Ja, cool. Jetzt hier meine Lieblings- ist so eine klassische Clickbaiting. Du hast sehr liebevoll ausgesucht, muss ich sagen. Tim Melzer schockt mit Bahnhof-Zoo-Witz. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Tim Melzer schockt mit Bahnhof-Zoo-Witz. Du musst also einen Witz über den Bahnhof-Zoo gemacht haben, mit dem was mit Drogen im Kitchen Impossible oder was? Ich wähle ja manchmal drastische Bildvergleiche und hin und wieder ist es vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber zumindestens so irgendwie und es hatte irgendwas mit der Strichmentalität des Bahnhof-Zoo. Achso doch, jetzt fällt es mir wieder ein, wegen Strich vor allen Dingen. Das ist T-Duck, das ist ein Kollege von uns aus Berlin, der bei Kitchen mitgemacht hat und ein Restaurant hat, was wirklich von aussieht wie eine Strichtoilette am Bahnhof-Zoo. Also da glaubst du nicht, dass da ein gutes Restaurant drin ist. Und das habe ich irgendwie in den Kontext gepackt und das war alles. Aber das ist eben. Das ist eben. Tim Melzer wünscht sich ein Jahr Auszeit für Weltreise ohne Ziel. Ja, auch wie so eine typische Frage, haben Sie noch irgendwas vor? Und ich sage, ja, ich würde gerne mal ein Jahr Pause machen und eine Weltreise. Also total belanglos. Das Papier nicht wert, auf dem du das gedruckt hast. Das ist eben das Faszinierende. Das ist so viel, es kostet auch Energie. Das ist auch Datenmüll. Und da denke ich immer so, gibt es nichts Spannenderes. Auf der anderen Seite haben all diese ganzen Beiträge dazu geführt und das ist, glaube ich, ich hoffe, ich zitiere das richtig, war ich im letzten Jahr die meistgegoogelte Person in Hamburg. Das stimmt. Und das war eure Statistik. Das ist unsere Statistik. Oder Deutschlands Hamburg. Helene Fischer war nur auf Platz 3. Das ist eine Google-Statistik für Hamburg, genau. Und Helene Fischer war nur auf Platz 3. Guck mal an. Das war gut. Wollen wir die Tür jetzt zumachen? Wir sind jetzt in der richtigen, jetzt geht es nämlich los. Wir können, glaube ich, jetzt die Tür zumachen nicht, dass noch einer reinkommt. Wir sind schon wieder so ein bisschen über Kitchen Impossible. Das geht ja so ein bisschen durch. Ich habe mich gefragt, wenn du mit dem Team unterwegs bist, mit dem Filmteam. Ja. Das Filmteam weiß doch alles. Das Filmteam weiß, wo es hin muss. Das Filmteam weiß, und dann stelle ich mir vor, dann bist du da mit dem Filmteam. Ach, Jungs. Jungs, komm, ich bin der Chef. Zweitens, wenn ich mir nicht sage, was ihr macht, dann fliegt der raus. Drittens, sag mir jetzt, wo ich hingehe. Das ist wirklich eines meiner ganz großen Probleme. Dahinten sitzt eine Dame aus meinem engeren Umfeld, die hauptverantwortlich ist, auch was im Rahmen von Kitchen Impossible meine Reiseplanung angeht. Und eben gerade sprachen wir vor ungefähr 20 Minuten darüber, dass ich nächste Woche für Kitchen wieder unterwegs bin. Und sie sagte, du fliegst wohin? Und jetzt ist es so, dass ich bereits... Wie, du fliegst wohin? Also, du fliegst wohin? Wohin, das ist ihr Satz. Also, sie sagt nicht, welches Land... Das ist keine Frage, nicht, du fliegst wohin? Nein, nein, ich habe gesagt, nächste Woche habe ich Kitchen und sie sagt, ja, du fliegst wohin? Also, das heißt, sie sagt mir nicht mal das Land, wo ich hinfliege, obwohl, und das hat sie immer noch nicht verstanden, ich ja die Karte schon hingelegt bekommen habe. Also, ich weiß schon eine Auswahl an Ländern, deshalb würde man jetzt nicht sonderlich viel verraten. Aber mein Umfeld hält relativ dicht, sehr dicht sogar, durch alle Ebenen hinweg, weil sie auch ein bisschen eine diebische Freude haben und weil sie mich aber auch kennen, dass ich auch selber, obwohl ich darüber schimpfe und fluche wie ein Rohrspatz, eine Freude daran habe, überrascht zu werden. Aber du fährst jetzt nicht zum Flughafen und weißt nicht, wo es hingeht? Das gibt es auch. Das gibt es auch? Das gibt es auch. Also, es gibt den Moment, dass ich praktisch morgens habe ich dann spätestens mein Ticket und ich könnte auch rausfinden, anhand meines Timers, wenn er nicht gefakt ist, was es auch schon gab. Also, mir wurden falsche Termine reingeschrieben, damit ich ja nicht auf die Idee komme, dass da eventuell was in diesem Umfeld stattfindet und dass ich dann sage, das sind irgendwie so Abfahrtzeit, Flughafen, 8 Uhr. Dann könnte ich jetzt ja hochrechnen, wie viele Flieger gibt es und könnte das Ziel schon mal verengen. Aber in dem Format geht es ja grundsätzlich darum, dass ich weiß, welches Land ich bereise. Ich weiß nicht, welche Stadt und ich weiß nicht, welche Region. Das weiß ich bis zum Schluss nicht. Und da ich auch so ein positiver Ignorant dieser Umwelt gegenüber bin, muss ich gerade gestern wieder feststellen, kann man das mit mir auch sehr, sehr gut machen. Oder ich war vor ein paar Wochen war ich in Modena und da gibt es einen Koch, Massimo Butura, drei Sterne. Und so ziemlich eine der Lichtgestalten und der Szene. Das war mir nicht bewusst, dass er da ist. Also, das war so 15 Kilometer davon und die haben versucht, dieses Spiel aufzubauen und es war mir egal, weil es interessiert mich auch nicht, wo der sein Restaurant hat, solange ich nicht da bin. Aber kann es, ist es nicht gefährlich, du kommst irgendwo hin und er, wieso bist du eigentlich hinter dem Blut? Ich weiß nicht, von so zurückrutscht. Entschuldigung. Mann, nix. Du kommst irgendwo hin, kann nicht sein, du siehst da einen und du weißt gar nicht, wer das ist? Da geht auch ein so ein Drei-Sterne-Koch vor dir und du so. Das geht mir grundsätzlich ungefähr 50 Mal am Tag so, dass ich nicht weiß, wer die Leute vor mir eigentlich sind, weil ich da auch so und ich habe da gewisse Taktiken entwickelt, den Leuten das nicht oder ich merke schnell die Reaktion. Ach, du kommst dann rein und siehst so, oh Mann, das ist ja toll und weißt immer nicht, dass es... Ich merke das an denen. Ich sage so, also ich habe dann eine relativ neutrale, aber sehr offene Art, auf Leute zuzugehen und wenn die mir was hinschmeißen, dann weiß ich auch zu. Das geht mir relativ häufig so. Das Filmteam, also du fliegst und du hast immer ein Filmteam, Kameramann, Ton und was das ist? Ich fliege von Hamburg aus oder fahre mit dem Auto. Jetzt in der Heimatstaffel bin ich sehr viel mit dem Auto gefahren oder mit der Bahn, international natürlich fliegen. Dann komme ich dort an, dann gibt es den ersten Tag. Der erste Tag ist der geskriptete Tag, also da, wo sozusagen die Soße drumherum gebildet wird. Das sind die Laufbilder, die Gegend, die ich erkunden darf. Wenn das nicht zu doof ausgesucht ist, wie gesagt, dass das so viele Hinweise von draußen sind oder es dann nur eine einzige kulinarische Interesse geschieht, hier habe ich auch wirklich keine Vermutung. Ich langweile mich inzwischen auch zu spekulieren, weil ich selten richtig spekuliert habe. Während dieses Tages, wie gesagt, mache ich meistens noch irgendeine Aktivität und dann kommt irgendwann diese Box, diese schwarze Box, für die Leute, die es nicht kennen. Ich werde von einem Kollegen auf Reisen geschickt und ich schicke diesen Kollegen auch auf Reisen. Und wir begrüßen uns dann jeweils mit einer schwarzen Box. In dieser schwarzen Box ist ein Teller und darauf befindet sich ein Gericht. Dieses Gericht müssen wir analysieren, nur mit unserem Sinn. Wir müssen dann die enthaltenen Produkte selbstständig einkaufen und meistens am nächsten Tag in der Originalküche des Originalkoches nachzukochen für zehn Menschen, deren Lieblingsgericht das ist. Das ist so die Format-Erklärung. Gut erklärt. Gut erklärt. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Finde ich gut. Ich gucke mir das mal an. Es ist in einen liebevollen Wettbewerb reingetan. Es werden am Ende des Tages Punkte verteilt und hinten raus hat einer mehr als der andere. Darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht eigentlich darum, um die Vielzahl und Vielseitigkeit unseres Gewerkes zu zeigen. Wir besuchen Hausfrauen, wir besuchen Metzger, die eine schöne Wurst braten. Wir besuchen Drei-Sterne-Restaurants, wir besuchen Restaurants der Top-50-Liste. Wir besuchen Imbisse, wir versuchen Atmosphären zu gestalten. Also all diese vielen Facetten, die eben die Kulinarik so bietet und versuchen bei den Aufgaben natürlich die Schwachstelle des Kontrahenten zu finden. Die ist bei mir relativ offensichtlich. Alles, was filigran ist, ist nicht so meine Stärke. Und Backen. Wir haben noch nicht über Backen oder ist Backen so ein Gimmick? Backen hat eine andere Thematik, aber diese Filigranität ist nicht mein Ding, macht mich wahnsinnig. Was ist Backen? Weil Backen ist nicht Kochen, oder? Backen ist nicht Kochen, weil ich sage mal so, Kochen ist Intuition. So, da kannst du in dem Prozess sehr oft noch verbessern oder variieren oder eingreifen. Das heißt, eine Soße, die sich in die falsche Richtung entwickelt, die kannst du noch modifizieren. Wenn du aber einen Teig roh hast und der wird gebacken, der verändert seinen Geschmack und jetzt musst du den aber erstmal einmal backen, um zu merken, wie er seinen Geschmack verändert hat. Und du brauchst Rezepturen, da steckt auch Physik dahinter. Wir haben aber einen Ehrenkodex, an den halten sich nicht alle, aber doch die meisten, dass wir nicht googeln. Dass wir eben nicht, ich kann ja einen Bäcker anrufen, kann sagen, hey, wie geht das? Irgendwie so. Sag mir mal mal die Rezepte. Du googelst keine Rezepte? Nein, bist du irre. Da versau ich mir doch den ganzen Spaß. Achso, okay. Guck mal, das Gute ist, ich habe ja keinen Ruf zu verlieren. Also ich bin ja gestartet mit, ich bin der Suppenkast bei der Nation. Das meine ich nicht abwerten, sondern nur so als kleine Klischee-Schublade. Und das ist ja das Beste für mich, was gerade passieren kann. Die Leute sind ja überrascht, dass ich wirklich kochen kann. Das ist ja, dass ich ja wirklich was kann, dass ich ja wirklich analysieren kann. Aber du sitzt abends da. Das Filmteam ist weg. Ja. Und dann denkst du, und du meinst, die anderen machen es auch nicht? Doch. Nein, aber weil, die anderen haben auch echt was zu verlieren. Also das ist, deshalb suche ich auch die Aufgaben sehr rudimentär aus. Also oftmals sehr, sehr simpel. Toro Nakamura, zwei Sterne in München, eine Begabtesenkirche, die wir haben, da musst du eine Tortilla machen. Das ist Rührei und Kartoffeln. Also bei aller Liebe, was willst du da falsch machen? Das ist deren Arroganz. Eine gut gemachte Tortilla, die ist perfekt, die hat eine Cremigkeit, eine Fluffigkeit, die Kartoffeln, die sind nicht nur knusprig oder kartoffelig. Da ist alles aufeinander abgesteimt, aber eben halt nicht mit der Mikrowaage, mit der ich gestern zum Beispiel arbeiten musste, also wo so Nanogramm angegeben werden, sondern da ist so ein bisschen auch das Gefühl. Wieso musstest du mit der Mikrowaage arbeiten? Erzähl ich gleich. Oder einen Tim Raue, eine Paella machen zu lassen. Tim Raue ist Platz 34 der Weltrangliste bei den Köchen, in der Top 50 Liste. Eine Paella, also ein Bumsgericht, was jede spanische Hausfrau, jede Strandbude, ich sag mal, auf seine Art und Weise souverän macht, ist aber auch ein Emotionsgericht, ist auch ein Gefühlsgericht. Also versuche ich, sie sehr oft in der Emotionalität zu kippen, also ein Rezept, was du nicht erklären kannst, was du nicht bemessen kannst. Und die machen genau das Gegenteil mit mir. Bei mir wollen sie immer, dass ich exakt arbeite. Und daraus entsteht dann ein gewisser Frust, weil wir ja die Kompetenz, ich bin ja vermeintlich, laut einer Umfrage, der beste Koch Deutschlands. Ich habe Alfred Biolek abgelöst, also in der Masse. Das Volk denkt, du bist der beste Koch Deutschlands. Das macht Christian Bau auch wahnsinnig wütend. Christian Bau ist ein Drei-Sterne-Koch, der das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat fürs Kochen und denen riecht das wahnsinnig auf. Das ist so. Aber auch liebevoll. War auch schon in der Sendung. Wo ist Henssler in dieser Reihenfolge? Kochen? Gar nicht. Nein, wahrscheinlich ist er auch da irgendwo. Wie kam ich hier drauf? Du hast noch eine Mikrowaage. Das heißt, da musst du doch irgendwie gegoogelt haben. Du musst ja eine Grammanzahl gehabt haben. Nein, es gibt einen Zubereitungshinweis auf Verpackung. Ah, okay. Dann kannst du dann gucken und dann steht da, 2,5 Gramm oder 0,4 Gramm auf 1,5 Liter. Okay. Und dann haben die modernen Köche, bei uns war früher eine Waage physisch, also die brauchte Gewicht, um runter zu gehen und die haben alle so diese Kokswaage da zu Hause. Ich weiß nicht, ob aus dem privaten Konsum oder ob das wirklich nur für die Kulinarik ist, aber da gibt es so ein Bindemittel, Agar, Agar und so ein Kram. Man muss als Koch auch, ist mir auch gefallen, schnell rechnen können und viel rechnen können. Da habe ich manchmal gestaunt, wie schnell du das hingekriegt hast. Und manchmal aber auch nicht. Hast du dich dann verrechnet? Also jetzt, also so richtig so mit Dreisatzsachen und so waren dabei, wo ich dachte, wow, Melzer. Nö, du kalkulierst ja, du musst ja schnell kalkulieren, Bestellung etc. Du weißt ja ungefähr, wenn du ein Kilo hast, dann kannst du so und so viel Portionen. Also ich glaube, das ist so ein Automatismus, den man irgendwann entwickelt. Das ist ja auch alles Pi mal Daumen. Misst du eigentlich normalerweise? Normalerweise misst du... Du fragst aber auch viele Fragen. Entschuldigung. Einmal die Backengeschichte zu Ende. Und beim Kochen ist es so, wenn ich 150 Gramm Karotte in ein Rezept gebe, stimmt dieses Rezept von vornherein nicht, weil Karotte ist nicht gleich Karotte. Tomate ist nicht gleich Tomate. Knoblaut ist nicht gleich Knoblaut. Das ist eine Orientierung. Also hast du die Freiheit und die Berechtigung, ein bisschen dran rumzuschrauben. Beim Backen das Verhältnis von Ei zu Fett, zu Zucker, zu Mehl, welches Mehl, welchen Glutengehalt, das ist was ganz anderes. Und wie willst du aus dem Bauch raus, ohne eine Waage, ohne dass du ein Rezept im Kopf hast, ohne dass du weißt, welche Verhältnismäßigkeiten, was nachempfinden. Also ist diese Aufgabe per se kein Kochen. Backen ist kein Kochen. Das heißt, sobald wir backen müssen, regen wir uns wahnsinnig auf. Alle Köche? Nur die, die nicht googeln. Die anderen haben immer auf einmal eine Liste da und haben ein Rezept runtergeschrieben, wo ich sage, genau. Der Einzige, der das sehr ehrlich betreibt, das ist Tim Raue. Der bringt so das Kochbuch des Originalkoches mit und liest einfach ab. Also das ist auch, aber wir haben keine Regeln. Das ist so, es geht nicht um Fairness, es geht um die Freude, es geht um die Lust, es geht um die Art und Weise der Problemlösung, es geht um die Art und Weise, ich scheitere gerne. Aber was ich aber noch lieber mache, ist, wenn ich am Boden liege, mich selber rauszureißen und es ist mir gestern zum Beispiel herausragend gelungen und in meiner bockigen Art und Weise was zusammenzukloppen, was dann auf einmal in 20 Minuten so dicht am Original ist, wofür der acht Stunden braucht. Das feiere ich komplett ab. Da ist mir auch Punkte komplett egal, weil das nervt die auch manchmal richtig. Und den Spaß würde ich mir versauen, wenn ich google. Wann vergisst du, dass du gefilmt wirst? Eigentlich immer beim Kochen, muss ich sagen. Also dieses kannst du mal, das hasse ich auch bis heute noch, der erste Tag ist für mich der anstrengendste, weil da muss ich warten, bis die Box ist. Manchmal sind wir zu früh da, manchmal sind wir zu spät, dann müssen wir dies, das, dann soll ich nochmal da durchs Bild laufen und da. Das ist wichtig für die Ästhetik des Formates, weil wir tolle Bilder kreieren. Da sind unfassbar schöne Kamerabilder dabei, auch von den Ländern und von den Leuten, von den Menschen und teilweise auch von mir. Aber das mag ich nicht so gerne, weil das wirklich nur so ein Snippet ist. Das ist so ein bisschen das, Mutti, rücken wir jetzt ein bisschen mehr noch. Das nervt mich nicht. Da gibt es Anweisungen, damit das Bild gut ist. Und beim Kochen wollten sie mal mir Anweisungen geben. Da haben sie gesagt, kannst du das, kannst du nochmal nachsalzen bitte? Und ich so, wie dumm kannst du fragen bitte? Weil du bist echt height. Du willst gut performen. Du bist wahnsinnig ehrgeizig dabei. Und da gab es eine Situation in Mexiko, wo ich dem Kameramann Schläge angedroht habe, wenn er noch einmal fragt. Und wenn er mir noch einmal zu dicht. Wie viele Kameramänner? Ist es ein Kameramann? Das ist ein Kameramann. Einer. Ein Tonmann. Ja. Nur zwei Leute. Ja und eine Realisatorin. Okay. Die weiß alles. Der Kameramann weiß nichts, der Tonmann weiß nichts, die wissen die Stadt. Nur die Realisatorin weiß alles. Und ich hatte einen Fall in Hongkong zum Beispiel. Da war ich in Hongkong und bin ins Hotelzimmer gegangen. Und dann war ein schöner Umschlag bei mir auf dem Bett. Und der war von der Tourismusbehörde Hongkong. Und da war so ein Pamphlet drin. Wir arbeiten oft mit den offiziellen Behörden zusammen, damit wir auch überall Drehgenehmigungen in den öffentlichen Plätzen kriegen. Und da habe ich den Umschlag so aufgemacht. Und dann stand da so, ja Tag eins, Tag da. Und dann stand da Tag zwei, Restaurant, der Name des Restaurants, wo ich kochen sollte und das Gericht dahinter. Ja, also ich wusste, bevor ich überhaupt mich ausgezogen hatte, wusste ich schon genau, was auf mich zukam. Und da habe ich lange mit mir gehadert, weil es war ein richtiges Pumpsgericht. Also richtig schwer. Zwei Sterne Laden. Und der Koch hieß auch Tim. Tim Lee, glaube ich sogar. Und wurde hingeschickt von Tim Raue. Und der hat eine Spezialität. Das ist ein Kuchen aus Pomelo. Nur aus der weißen Schale. Das ist aus der sehr traditionellen chinesischen Küche. Kommst du nicht drauf. Keine Chance. Und da habe ich erst so überlegt, ja, ich tue mal so, als ob ich da richtig geil drauf komme. Und dann habe ich aber der Redaktion gesagt, dass ich weiß, wo es hingeht und ich weiß auch, was ich kochen muss. Dann ließ sich das nicht mehr ändern, aber es ließ sich die Aufgabe ändern. Sie haben dann ein anderes Gericht genommen. Das heißt, ich habe in der Sendung ein bisschen gespielt, dass ich so gar keine Ahnung habe, wo es hingeht, weil das wusste ich, das konnten wir nicht verdrehen. Aber das Gericht war komplett neu. Das war, was war denn das nochmal? Bier, Blase, so, so, wie heißt das bei Fischen? Kiemen. Schwimmblase. Die Schwimmblase. So, die musste ich kochen. Ist gar nicht so schlecht mit Sojasauce. Ich will mir den Spaß auch nicht verdrehen, weil es macht wirklich Spaß. Das ist ja, guck mal, was habe ich zu verlieren? Also eigentlich ist die Aufgabe, es ist wie Golfen. Das perfekte Spiel, das perfekte Ergebnis kannst du kaum erreichen, weil es gibt immer Nuancen, das schlimmste Scheitern, was ich hatte, weil ich nenne mich ja den besten italienischen Koch außerhalb Italiens, da muss ich bei einer 84-jährigen Nonna Nudeln mit Tomatensauce kochen. Das ist aber ein Gericht, das sie seit über 65 Jahren einmal die Woche für ihre Familie kocht. Da kommt der kleine Lümmel daher und kloppt ein bisschen Mehl und Eier zusammen und kann da mithalten. Da fehlt alles. Da fehlt die emotionale Dichte, da fehlt die Perfektion, da fehlt das Momentum, da fehlt dieser besondere Spirit der Lieblingsspeise. Ist nicht eine Lieblingsspeise, meistens ist es ja auch die Lieblingsspeise von einer Lieblingsperson. Also dass da eine Person dahinter steckt. Und auch um all das geht das. Manchmal wollen wir uns auch nur auf den Sack gehen. Also dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, Tim Raue ist jemand, der eher, also ich sag mal, kleidungsmäßig, dem Gucci Prada-Wahn verteilen ist, irgendwie so. Und wenn dem die Annehmlichkeiten des Lebens nimmst, also sowas wie feste Bedachung oder warm Wasser aus der Wand, dann geht ihm das schon echt auf den Sack. Und das spiele ich gerne. Also das ist Psychoterror, das ist die Schönheit, das ist das liebevolle Miteinander, das ist das, was ich mit Henssler habe. Die ist manchmal ein bisschen anknipsen, aber wir knipsen uns nur an, weil wir uns eigentlich, ich würde nicht so weit zu sagen mögen, aber wir respektieren uns komplett. Also unser Faustkampf, unser verbal, unser kulinarischer Faustkampf findet eigentlich nur Zwischenunschalt und es geht nicht darum, den besseren Koch zu titulieren, weil das ist sowieso eine dumme Aussage. Aber es sind vor allem Männer, ne? Deine Gegner sind oft Männer. Ja, das liegt an dem mangelnden Talent der Frauen. Ja, immerhin, wenn wir das... Wollen wir ein bisschen Stimmung machen? Nein, nein, nein. Aber das ist... Aber das ist... Aber da ist ja... Da habe ich das erste Mal gelernt, vorsichtig mit Humor. Ja. Das ist eine meiner ersten Presseveranstaltungen, die ich jemals hatte, war im Darling Harbar, hieß das damals, unten am Hafen. Da ging es keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall waren alle Frauenzeitschriften, Magazine, alles war da, eine Präsentation von irgendwas, es waren noch zwei, drei andere Köche auch da. Und da wurde mir die Frage gestellt, eben, worin es liegt, dass es so wenig Frauen in der Spitzenküche gibt. Und ich dachte, ich bin witzig und es waren fast nur weibliche Journalistinnen und sag so, naja, die haben halt kein Talent. Boah, war da die Stimmung im Keller. Ich habe da das noch... Aber es gelang mir dann auch nicht, war nicht cool. Es waren wahnsinnig wenige Frauen. Aber die Frage ist ja berechtigt, woran liegt das? Wenn man die Sterne, Köche sich anguckt, das sind halt überwiegend Männer. Ja, also da gibt es die eine oder andere These, aber generell bei Frauen, bei Kitchen Impossible ist, dass sie nicht mitmachen wollen, weil sie Kochen überhaupt nicht als Wettbewerb empfinden. Auch das Leben nicht als Wettbewerb. Das heißt, du versuchst, aber du versuchst, möglichst viel mehr Frauen zu kriegen. Ja, ja. Also wir kriegen viele Absagen. Ganz, ganz viele Absagen, die sagen, nee, das ist nicht unser Ding. Dem bin ich auch manchmal zu primitiv. Die Sprache, das bin ich, das müsst ihr nicht sein. Ihr könnt euch so Ladylike benehmen, wie ihr wollt. Aber die sehen auch Kulinarik überhaupt nicht im Wettbewerb. Und jetzt muss man sagen, jetzt auch warum sind, auch die Köche in der Spitzengastronomie sind nicht immer die besten Köche. Was wir aber können, oder was ich, und das sieht man ja auch bei mir, Steffen und anderen Heinigs, irgendwie so, wir feiern halt wirklich den letzten Dreck ab, als ob das die Offenbarung schlechthin ist. Und das machen Frauen halt nicht. Früher habe ich es nochmal mit alten Welten, mit diesem klassischen Klischeeverhalten, wenn der Mann kocht zu Hause, dann ist er mindestens im Feinschmeckerparadies Gödecken gewesen und hat irgendeine exotische Wachter geholt, die er dann wieder einen anderen Fisch packt, hat irgendwelche Sonderöle gekauft, Gewürze von Ingo Holland, irgendwie dazu noch ein Zusatzgerät. Nebenbei hat er sich noch ein Grillgerät gekauft, aber das ging ja unter Green Egg oder irgendeinem, ging das nicht, sondern das wird zelebriert und am Ende des Tages kommt ein Nackenkotelett mit Kräuterbutter raus. Aber das Ding ist nicht Nackenkotelett, Kräuterbutter, das wird zelebriert, da wird die Musik, der Duft wird abgestimmt, die Beleuchtung wird angepasst. Und wehe, 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 die Familie geht nicht auf, die robbt nicht an den Esstisch ran und sagt, wir sind es nicht wert, es zu essen. Das ist das. Wir haben einen Hang wirklich zur gnadenlosen Übertreibung. Es gibt einen Fernsehausschnitt von Johann Laffach, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit dem Mettbrötchen. Ich habe immer eine Live-Show gehabt und habe gedacht, das ist so krass, was mit uns kaputt ist im Kopf. Das ist wirklich ZDF-Mittagsmagazin und der macht dann so Köche und Johann ist ja Johann. Ein treuer Freund wirklich von mir, wirklich treuer, eine ganz große Stütze in ganz vielen Dingen gewesen. Er lebt noch. Aber ich mache mich wahnsinnig gerne über ihn lustig. Er hatte sehr viele Zähne im Mund, ganz irgendwie zu mir, aber sehr viele. Diesen Schnauzer und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Johann schon mit 16,50 war. Weißt du, was ich weiß? Der ist irgendwie sade. Ich habe nicht das Gefühl, der wird älter. Der war alt und ist alt und wird alt. Also das ist immer das Gleiche. Und dann steht er in seiner Kochjacke und hat so einen Johann-Lafa-Schriftzug da und das ist so ein bisschen so ZDF-Fernsehstudio, also wirklich unemotionaler geht nicht mehr, um sowas zu machen. Und dann bereitet er allen Ernstes im deutschen Fernsehen, im zweiten deutschen Fernsehen, öffentlich-rechtlich finanziert, ein Mettbrötchen zu. Für die, das ist so sensationell. Und dann hat er halt das Brötchen halbiert und dann macht er so dieses Schweinemett da drauf und dann sagt er, und jetzt machen wir noch schön ein Muss da rein und macht mit der Messerklinge Karos da rein. Und dann kommt rechts, kommt die Rezeptanleitung, wird eingeblendet, da steht dann vier Brötchenhälften, 300 Gramm Heck, Hack, einige hackte Zwiebel. Und dann drückt er das noch so in dieses Zwiebelding rein und dann legt er ein Blättchen Petersilie drauf und als ob, also du sabbert nicht, aber du denkst, der sabbert währenddessen und guckt dann so mit so einem, boah, ich sag mal, wenn ich nachts um zwei einen Menschen mit diesem Blick auf der Straße begegnen würde, dann würde ich die Polizei rufen, weil ich, das ist nicht, das ist nicht, und dann guckt er so in die Kamera, lächelt das und sagt, und das, meine Damen und Herren, würde ich jetzt am liebsten mit auf den Weg geben. Und ich liebe diesen Ausschnitt, weil wie dicke Eier musst du haben, um ernsthaft dich ernst zu nehmen bei der Zubereitung eines Hackepeterbrötchens. Und kennst du eine einzige Frau, der das nicht zu dumm wäre? Ich nicht. Das ist so. Wir mögen das. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun und es ist ein Verdrängungswettbewerb. Muss man auch sagen, also du musst auch pumpen. Das musst du machen, denn wir kochen. Mehr machen wir nicht. Da ist nichts, da ist nicht mehr dahinter. Wir schaffen tolle Situationen, tolle Atmosphären, aber wir Einzelpersonen, sind nur Köche. Und was wir machen, machen tausend Menschen, Millionen Menschen weltweit, jeden Tag ein, zwei, drei Mal. Nur die machen alle nicht, wir rufen nicht den Zirkus Roncalli an, wenn es darum geht, einen Hackepeterbrötchen. Das ist der ganze Deal dahinter. Aber es ist schon cool, wenn man kochen kann, aber es ist eben schon, es ist schon auch sexy, wenn man kochen kann. Nicht? Ich muss ja jetzt gerade an Horst Lichter denken und ganz ehrlich, da fällt bei mir nicht der Schlüpper, wenn ich das hier jetzt so, weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir nicht. Es ist eine der dümmsten Fragen, nicht nur deine jetzt, sondern die mir oft gestellt wird, was kann ich denn kochen, um meine Angebetete ins Bett zu kriegen. Nein, das ist ja Quatsch. Sondern kann ich halt nur sagen, und das ist inzwischen leider nicht mehr korrekt, ich fand es früher sehr witzig, Alkohol oder K.O. Tropfen. Was aber sexy dahinter ist, wenn du kochst, kochst du für jemanden. Genau. Egal was du kochst. Kennt ihr nicht das Ding, dass wirklich eine Brotscheibe, die von einem anderen geschmiert ist, besser schmeckt, als wenn du sie selber schmierst? Das ist das Ganze. Oder Mettbrötchen. Oder Mettbrötchen von Jorlafa. Das würde ich nicht wieder weggeben. Sexy, Johann. Aber dieses Momentum, wenn jemand was tut für dich, um dir eine gute Zeit, einen guten Moment zu geben, das ist sexy. Das glaube ich. Kochen ist nicht sexy. Kochen macht aber Spaß. Für mich ist Kochen meine Miniatur-Eisenbahn. Also ich habe in der Krise wahnsinnig viel gekocht. Ich mache sehr oft, dass ich abends und spät nachts nochmal anfange zu kochen. Nicht, weil ich so geil auf Essen bin, sondern Kochen beruhigt mich. Kochen fokussiert mich. Kochen lässt meinen Gedanken. Das ist so ein bisschen dieses, auch mal ausschalten. Ich muss nicht nachdenken beim Kochen. Und ich koche nicht auf Leistung zu Hause. Ich koche zu Hause am liebsten, obwohl ich da kaum jemanden finde, der mein Essen isst. Deshalb war ich sehr beliebt in der Nachbarschaft. Also ich habe eine... Klingelst du dann und sagst, guten Tag. Ich habe gerade gekocht. Also ich gehe gerne reinkochen. Ich habe dieses Momentum, kochte ein bisschen, ich schmore wahnsinnig gerne. Also alles. So habe ich jetzt mal Gulasch perfektioniert. Meine Roulade ist richtig geil geworden. Irgendwie Bäckchen, all diese ganzen Sachen. Es hat geführt, ich habe bis vor kurzem einen dritten Stock gewohnt, dass die Nachbarin aus dem Erdgeschoss, die Vegetarierin war, inzwischen überzeugte Fleischesserin ist. Nein. Aber sie wollte, am Anfang wollte sie nicht unhöflich sein. Ich hatte vergessen, dass sie Vegetarierin ist und habe sie immer wieder damit penetriert. Aber es ist dann auch so, dass wenn... Aber wie gesagt, ich koche nicht, um zu beeindrucken. Ich koche für mich, ich koche für das Essen, ich koche, um jemandem was Gutes zu tun. Kochst du jemals nach Rezept? Oh Gott, ich habe es neulich versucht. Mein Ding, also ich lese, ich blätter wahnsinnig gerne Kochbücher, weil ich das toll finde. Ich finde das schön, finde das Ästhetik, ist wie andere Leute Blumengestecke angucken oder so. Ich schaue mir gerne Teller an und manchmal entdecke ich was, was mich inspiriert, was zu machen und dann mache ich was und gefällt mir das nicht so und dann gucke ich mir das Rezept. Neulich habe ich versucht, was Philippinisches zu kochen. Ein richtig geiles Adobo. Das musste ich in einer Sendung kochen und das ist mir nicht so gut gelungen und ich wollte das nochmal machen, weil das Originalgericht mir so gefallen hat. Ich höre nur meistens nach der Hälfte in der Reihenfolge des Rezeptes auf, weil da sind Grammzahlen drin und ich mag nicht abwiegen. Ich habe auch keine Waage, ich habe eine, die aber bei mir schon echt ist. Und die habe ich extra so eingestellt, dass sie nur alle fünf Kilo anzeigen. Vielleicht sind das auch die zehn Kilo, die ich verloren habe. Ich probiere es, aber ich kann es nicht gut. Ich finde auch, Rezepte sind Quatsch, weil wir haben fünf Techniken, die wir beherrschen müssen. Das ist ein bisschen braten, ein bisschen dünsten, ein bisschen schmoren, ein bisschen backen, ein bisschen dit. Und ich finde immer, Rezepte sind eigentlich Orientierungshilfen. Und ich würde, ich habe nur ein paar Kochbücher veröffentlicht, das tue ich mich gerade schwer damit, und da rezeptiere ich für die Leute, weil sie das wohl brauchen. Ich selber brauche das nicht so. Es gibt den Silbernen Löffel, das ist ein italienisches Kochbuch, da sind sehr rudimentäre Angaben, finde ich viel geiler. Weil ich glaube, dass wir sehr viel Bauchgefühl für gute Sachen haben. Und das, was wir oft falsch gemacht haben, auch in den vergangenen zehn Jahren, wir Medienköche, dass wir versucht haben, den Leuten zu Hause Restaurantküche beizubringen. Das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Die Gerichte, die wir in den Restaurants kochen, gehen durch die Hände von vier bis zehn Leuten. Da haben wir Fachmänner für alles. Wir haben den Knochenansatz, also den Soßenmacher, wir haben den Portionierer, wir haben den Gemüsemacher, wir haben das, das, jenes. Und auch wenn er es bestellt, sind drei Leute da, um diese Zutaten gleichzeitig heiß auf den Teller zu bekommen. Das heißt, das ist der einzige Vorwurf, warum ich mit auf Schmecknich-Gibs nicht so stolz bin, dass ich das unterbrochen habe. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht im Restaurant denken. Wir müssen Lust schaffen, wir müssen das Feld so gestalten, dass die Menschen glauben, sie könnten es. Und ich habe einen Leserbrief bekommen. Früher gab es wirklich noch Leserbriefe, die habe ich wahnsinnig gerne bekommen. Der hat geschrieben, er wollte sich sensationell, er hat neulich seine Angebete da eingeladen und er hat ein Gericht von mir gekocht und dafür wollte er sich bedanken, weil das auch wirklich ein ganz toller Abend war. Und das war, ich glaube, mein Gericht war eine Maispolarenbrust, die war mit irgendwas gefüllt, mit einem Pilz und einem Serviettenknödel, irgendwas in der Richtung. Und dann sagt er so, ja, Pilze waren jetzt aber nicht so sein Ding, deshalb hat er halt den Brokkoli ausgetauscht irgendwie und Serviettenknödel auch nicht, deshalb hat er Kartoffeln genommen. Und Maispolaren ist auch nicht so toll. Und nun hat sie nicht gegessen, er hat richtig schön Karbejau gekriegt. Und ich lese das und denke, ja, und dann halt nochmal danke für das schöne Rezept. Und ich denke so, ja, ich habe meinen Job getan, ich habe es richtig gemacht, er hat Lust gehabt, was zu kochen, er hat sich getraut, er hat alles richtig gemacht, er hat es einfach variiert, er hat es abgeändert, er hat sein Bedürfnis und es angepasst und hat das dann gemacht und das fand ich ganz zauberhaft. Und ich finde, das ist auch eigentlich, ich bin gegen Rezepte. Ich bin also ich, ich allein als Person. Das ist, das hat manchmal nachteilige Momente, weil ich schmecke nicht alles, was ich mache und es sind sogar oft Rückschläge dabei, weil ich aber auch nicht sicherheitskoche. So bei mir, mein Nachteil ist, deshalb bin ich auch kein klassischer Restaurantkoch. Das ist auch der Vorteil, ein Grundstein meines Erfolges, wenn ich das so sagen darf. Im Weißen Haus hatte ich war ich alleine am Herd, ich hatte noch einen Spüler, der hat mir ein bisschen geholfen, plus dann später, als es wirtschaftlich ein bisschen besser ging, einen zweiten Koch dazu und ich langweil mich, wenn ich drei Tage hintereinander für 40 Gäste, da sind dann so zehnmal dasselbe Gericht, da denke ich, boah, können wir auch mal was anderes bestellen. Jetzt hatte ich aber nichts anderes auf der Karte, also bin ich nachmittags losgegangen zu Bibo, das ist mein Fischhändler, Hummer, Lerch und Co und habe ein bisschen Kaffee getrunken und wir haben dummes Zeug gelabert und ich habe dann Fisch mitgenommen, habe den zerhackt und habe dann mir spontan Abwechslung in den Speisezettel getan und habe das dann den Leuten natürlich auch verkauft, weil ich ja auch selber, das heißt, ich habe mir Befriedigung geschaffen im Beruf und habe dadurch eine sehr spontane Küche entwickelt, also wenn du meinen Küchenstil bezeichnen wolltest, dann könnte ich nur sagen, intuitiv und spontan, so viel auf den Moment, viel in der Sekunde, viel Pfannengeschminktes, so bis auf diese, auch das Schmur, meine Gerichte schmecken immer anders, ich kann nicht das gleiche zweimal hintereinander kochen, die einzige Ausnahme, wo ich sage, da bin ich relativ dicht dran, immer am selben, ist das Steckrübeneintopf meiner Urgroßmutter, das ist das einzige Rezept, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Traditionsrezept, selbst meine Bolognese, für die ich auch echt bekannt, auch zu Recht bekannt bin, positiv bekannt, die ist mal so, die ist mal so, aber die ist immer geil, aber die schmecken mal mehr, mal mild, ein bisschen säuerlicher, mal tomatiger, mal ein bisschen kräutigere, das hat viel mit meinem Bedürfnis zu tun, weil auch das hier ändert sich täglich, also heute Morgen habe ich bestimmt besser geschmeckt, als jetzt gerade, weil jetzt bin ich auch nach den acht Stunden Reden, ein bisschen Kaffee trinken, noch nichts gegessen, irgendwie so, jetzt würde ich wahrscheinlich ganz anders schmecken. Wenn du sagst Rezepte, Kochbücher, verkaufen sich Kochbücher eigentlich gut? Meine ja. Das soll nicht immer so arrogant klingen. Aber was heißt gut, reden wir da über 10.000, über 30.000, oder was redet man da? Welche Größenordnung? Ich rede immer nur von den Highlights, eins meiner Kochbücher hat sich 1,2 Millionen mal verkauft. Und das war? Das erste. Das erste. Stimmt mein Eindruck, das ist leider, das ist das Einzige, was ich dahinter nicht erzähle, leider war ich nur marginal beteiligt. Weil das war. Weil das das erste war? Das war das erste. Ich war so, ich war jung, brauchte das Geld und alle dann, also du machst ja deine Fehler. Nee, also wirklich mit Kochbüchern verdient man kein Geld, da ist auch echt nicht viel Luft nach oben für dich drin. Und dann kriegst du halt 14 Cent so pro Buch. Das ist immer noch wahnsinnig viel Geld, aber denkst du dann, naja, aber 14 Cent. Normalerweise hättest du vielleicht 2 Euro pro Buch gekriegt. Ein Simmel kriegt 5. Ja. Und in dem Moment war ich in Simmelsphären. Also das ist dabei so, das ist so. Aber ich bin trotzdem, das war überhaupt nicht bösheitlich, ich durfte ein Kochbuch machen, wie lustig ist das? Das ist so meine... Bist du dann in den Buchhandlungen hintergegangen, hast du das Kochbuch so, dass es auch jeder sehen kann, hingestellt? Ja, schon. Habe ich gemacht. Ich glaube, das macht jeder. Ja, natürlich. Also das ist so, das ist auch ein bisschen, wir haben es vorhin einmal kurz erwähnt, ich finde, dass Büchermachen ein Geschenk ist. Und ich nehme Büchermachen wahnsinnig ernst. Die ersten zwei, das waren die sendungsorientierten Bücher, da war ich mit einem Team drin, aber ich hatte gar nicht so viel Einfluss auf die Gestaltung der Bilder, weil ich noch nicht wusste, wo ich hingehe. Und ab dann habe ich mehr und mehr das Heft übernommen. Und ich möchte damit was nicht hinterlassen, aber ich möchte dem Wert entgegenkommen, den mir ein Buch gibt. Weil ein Buch ist, ich habe das vorhin erzählt, so eine Art Einrichtungsgegenstand. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich irgendwo nach Hause komme oder irgendwo sehe, dass da ein Buch von mir steht. Da bin ich richtig stolz. Also das ist so, ja gut, das heißt, da ist was Bleibendes. Das ist eben anders als Zeitschriften, die sind eher temporärer. Da kann man auch mal schneller arbeiten. Aber Bücher bedürfen für mich einer ganz großen Aufmerksamkeit. Und ich mache sie mit meinem Team zusammen komplett selber. Das heißt, jedes Gericht seit dem Kochbuch ist von mir gekocht. Bis auf die asiatischen, die sind von Marcel Stuth gekocht. Der kann das besser. Das hat David Saphir mal erzählt. Kennen Sie vielleicht den Autor von Mises Karma? Kennst du nicht? David Saphir, Mises Karma? Ist das ein Kochbuch? Nein. Das ist ein Roman. Auf jeden Fall. Mises Karma wäre auch ein gutes Kochbuch. Auf jeden Fall ist der mal auch in einen Buchladen gegangen mit seinem kleinen Sohn und hat den Buchhändler gefragt, sagen Sie, Entschuldigung, haben Sie von David Saphir, Mises Karma? Und dann sagte der Sohn so, das ist nämlich mein Papi. Und dann war es natürlich ein bisschen... Unangenehm? Ja. Wenn man sein eigenes Buch, wenn man fragt, ob die Leute... Das einzige Mal, dass ich... Du konntest es ja gar nicht mehr machen. Du konntest ja nicht hingehen und sagen, guten Tag, haben Sie von Tim Melzer das neue Kochbuch? Nein, aber ich habe es mal gemacht, aber nicht aus Bösartigkeit oder mit irgendeinem Hintergedanken, sondern es gab Lieferengpässe. Also ich hatte keine eigenen Exemplare mehr und brauchte aber für eine Veranstaltung welche und bin zu Talia an der Mönchelbergstraße gefahren und habe dann zehn Kochbücher von mir gekauft. Und was hat die Frau und der Mann an der Kasse gesagt? Wahrscheinlich hat sie gedacht, der hat echt ein Problem. Was denn aber ganz lustig war, es artete zu einer spontanen Autogrammstunde aus, sodass dieser Kochbuchsektor... Ich habe dann Autogramme auch in meine Bücher gegeben, allerdings auch in die Bücher vom Schubeck, vom Henssler, von Otto de Lenghi, Jamie Oliver, also da war also einmal alles bunt bei. Man stimmt mein Eindruck so ein bisschen, dass der Otto Lenghi euch alle so verdrängt aus den Kochbüchern. Wenn man geht und auch wenn ich jetzt zu Freunden komme, überall Jotam Otto Lenghi. Man kann eigentlich kaum noch zum Essen gehen abends. Alle kochen Otto Lenghi. Ich finde den auch super, aber ich muss natürlich sagen, du bist natürlich allein schon, du wirst ja schon allein beim Einkaufen so aggressiv, weil das ja so unter 20 Zutaten geht es ja nicht und da sind ja Sachen dabei wie Zatar oder so, von denen ich vorher nie gehört habe. Und das macht nicht, aber die Sachen schmecken schon mega, finde ich. Du bist Kreuzkümmel, ich weiß, nicht deins. Grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn ich mich darüber echauffiere, mache ich das auf humorvolle Art und Weise und ohne Respekt. Wenn ich noch einmal in meinem Leben auf einer Party kleine Karotten mit Kreuzkümmel nach Otto de Lenghi bekomme, dann packe ich die in den Briefumschlag und schicke die nach Hause wieder zurück. Ich hasse diese Karotten. Das ist so wie ein Feigensalat mit Mozzarella von Jamie Oliver. Kann ich auch nicht mehr sehen. Das ist geil, das ist super und jeder Bereich, jeder und darauf, das geht so weit, dass ich sogar sage, auch der Thermomix hat sein Gutes, was mir eigentlich sehr schweren Herzens über die Lippen geht, weil der mich einfach penetriert in der Visualität überall, wo ich hingehe. Aber ich finde, jedes Stück Arbeit, jedes Kochbuch, jedes Produkt, jeder Trend, der ein bisschen diese Welt von Kulinarik auch für uns weiter öffnet, ist ja positiv. Zumindest, wenn es was mit Selbstkochen zu tun hat. Und natürlich habe ich meine Vorlieben und meine persönlichen nicht so gerne eske Dinge und bei mir gehört ein bisschen die Levante-Küche dazu. Ich finde die gar nicht so geil wie alle anderen. Das ist jetzt so eine gesunde, trendige Hipster-Küche, die auch viele gute, bestimmt viele gute Dinge hat. Ich mag sie nur gar nicht so gerne. Also das sei auch mir erlaubt, das ist nicht, dass ich sie hasse, aber ich mag kein Kreuzkümmel und ich denke immer, oh Gott, ich bin so froh, dass ich keinen Brei mehr fressen muss, also ich muss, seitdem ich zwei Jahre alt bin und ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr tun muss in der Form. Es gibt dann wieder Dinge, die ich sehr geil finde, die ich spektakulär und aufregend empfinde in dieser Küche, aber ich finde, Otto Delenghi hat eine wahnsinnig schöne Ästhetik, bietet wahnsinnig gute vegane und vegetarische Alternativen an, die sexy sind, die nicht mit Verzichtsküche daherkommen, sondern die einfach auch uns alle bewegen und deshalb kann ich das gut heißen. Ich glaube, der Konkurrenzgedanke ist von der Außenwelt viel größer betrachtet als von uns selber empfunden. Wollen wir mal das interessant über Vegetarier und Veganer sprechen, weil man hat ja so, wenn man in bestimmten Blasen die Diskussionen, die Debatten verfolgt, denkt man, es gibt eigentlich kaum noch jemanden, der Fleisch isst und wenn man dann aber mit Leuten zusammensetzt, ich selber, der seit 30 Jahren Vegetarier bin, staune, ich bin da meistens noch relativ allein, weil um mich herum eigentlich nach wie vor alle Fleisch essen. Wie ist das denn nun tatsächlich? Du musst es am besten beurteilen. Wie viel Prozent der Leute, die in die Bullerei gehen oder geht ein Veganer, Vegetarier nicht in die Bullerei? Doch. Doch auch. Also zunächst einmal finde ich diese Diskussion so hinfällig wie eine Mann-Frau-Diskussion, Schwarz-Weiß-Diskussion wie irgendwas. Wir sollten das eigentlich echt hinter uns gelassen haben. Es gibt zwei wahnsinnige Idioten in dieser Kommunikation. Der eine ist Attila Hildmann und der andere ist Uli Hoeneß. Also da haben wir beide Welten in einem und beide Reden Schwachsinn. Also in einer Konsequenz diese Militanz und der Dogmatismus dahinter. Boah, doch Gott, doch Gott, doch Gott. Was ist los? Jeder, der sich vegan, vegetarisch ernährt, trifft eine unfassbar intelligente Entscheidung. Absolut. Ohne Wenn und Aber. Jeder, der dabei Dogmatismus, der den anderen damit auch ständig nervt und den anderen als inkompetenten oder fehlerhaften Menschen darstellt, ist wahnsinnig dämlich. Denn wenn du eine Entscheidung triffst, sorge dafür, dass du verrichtest, begeistere die Leute für deine Idee und wenn du positiv da argumentierst und die Menschen dazu bewegst, auch weniger, ist das gut. Aber wenn du nicht das volle Programm erreichst, dann heißt das ja nicht, dass die anderen Menschen auf einmal wertlos sind. Egal in diese Richtung als auch in die. Jemand, der Essen ohne Fleisch als nicht essen bezeichnet, ist dumm. Jemand, der noch Fleisch isst, ist dumm, ist auch dumm. Wir sind in einem Prozess, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen über die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion, der Art und Weise, wie wir produzieren, wirklich massiv nachdenken. Das liegt nicht daran, dass wir uns alle zu gut Menschen machen, sondern wir werden in eine Versorgungsproblematik geraten und jeder Weg, der uns da Möglichkeiten anbietet, ist es zumindest mal wert, darüber nachzudenken. Heißt, wir müssen weniger Fleisch essen und weniger Fleisch essen? Ich fange nicht mal ansatzweise an, in diese Situation mit einzublasen. Allein aufgrund der Versorgungsprobleme? Ich könnte jetzt das Klischee-Gewechse betreiben, dass ich sage, ja, nur weniger Fleisch, aber dafür Qualitätsfleisch. Bitte nicht, das ist Quatsch. Alternativen bieten, weil überprüft man wirklich, isst man jeden Tag Fleisch? Nein. Aber die Aufmerksamkeit, überhaupt einem Lebensmittelprodukt entgegenzubringen, das ist es allemal wert. Was brauchen wir dafür? Gemüseküche ist für mich in meiner Form der Wahrnehmung, wie ich Kulinarik wahrnehme, wie ich esse, sehr viel schwieriger herzustellen, weil was wir essen, ist ein Geschmack, der heißt Umami. Umami ist der All-In-Geschmack. Das ist sozusagen das Plus-Minus der Geschmacksknospen. Die Mischung aus süß-sauer-salzig, wir nehmen auch Schärfe bitte dazu, und auch Fettgeschmack. Da bildet sich ein Gesamtgeschmack draus, was wir plump daher bezeichnen, und das mag ich das Wort, lecker. Wenn uns was lecker ist, das ist ein bestimmtes Momentum, was den Speichelfluss anregt. Das ist eine Vollmundigkeit, die oft entsteht. Die ist relativ schwierig, ausschließlich mit nur gekochtem Gemüse herzustellen. Das heißt, wir brauchen Gewürze, wir brauchen bestimmte Gewürzsoßen, Elemente, Fermentierungsprozesse, um diesen Geschmack herzustellen, weil der extrem stark im Fleisch vertreten ist. Deshalb benutzen wir gerne Pilze. Wir nennen immer Pilze Fleisch des Gemüses, weil da viel Umami drinsteckt. Das macht uns Köchen und auch dem Konsumenten, das sehr, sehr leicht, ein wertiges Essgefühl zu empfinden. Da ist keine Leere dahinter. Es gibt jetzt diesen Trend der Miso-Pasten, der Sojasauce, der Reisferminzchen, die bedienen alle das Gleiche, weil es ist relativ einfach, Umami ohne Fleisch herzustellen, aber nicht ohne fleischliche Produkte. Käse, Parmesan-Käse ist ein Würzmittel. Die kleinen Anchovies, ein Würzmittel. Tomaten ist ein Würzmittel. All diese ganzen Sachen, da ist Umami drin. Und deshalb sind wir alle, und ich glaube, da gibt es einmal die Speerspitze, der vegan-vegetarischen Restaurants, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen und denen es nicht ausreicht, Couscous mit rote Beete und irgendeinem anderen Gelumpf auf den Teller zu klatschen, sondern die sich wirklich auch mit Genuss auseinandersetzen, weil da müssen wir hinkommen. Also dann, und das haben wir, ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, acht Jahren, neun Jahren ein Buch veröffentlicht, das ist ein vegetarisch-veganes Buch. Ich nenne es nicht so, das war das letzte Mal, ich nenne es ein Kochbuch ohne Fisch und Fleisch. Und während wir das hergestellt haben, war der Untertitel, Greenbox, Fett durch vegetarisch. Weil es eine voluminöse, lustvolle, reichhaltige, wirklich manschige, geile Küche ist und weit entfernt. Weil wir haben uns zwei Dokumenten auferlegt, okay, ich benutze kein Speck, aber ich benutze auch definitiv kein Vollkorn. Also das, weil das ist immer dieses Übersteigern, erst mal Genuss herstellen. Und da habe ich Zuschriften auch von Veganerverbänden bekommen, dass ich das nicht darf. Und ich dann, warum nicht? Naja, weil ich noch Fleisch in meinem Restaurant verkaufe, also darf ich kein vegetarisches Kochbuch machen. Finde ich auch eine wahnsinnig dumme Sichtweise auf die Welt. Also das ist so, warum? Das ist doch Step by Step, gemeinsam. Aber hast du denn den Eindruck, dass das Interesse an vegetarischem Essen überhaupt mehr gewachsen ist in den letzten Jahren? Das ist ja das eine, was man so wahrnimmt, aber wenn ich jetzt mich umgucke und ich bin da überhaupt nicht dogmatisch, stelle ich fest, nee, wenn ich essen gehe mit Leuten, die meisten essen Fleisch, nach wie vor. Da ist nicht so, ich bin da in der Regel einer der wenigen, der sagt, ich hätte gerne was Vegetarisches. Ja, ich würde schon, wir haben einige Trends, die das bewegt haben. Die Levante Küche, das ist sowas wie Haya Moichow oder eben auch hier der genannte Otto Lenghi. Ha? Otto Lenghi. Otto Lenghi, da ist auch eine emotionale Welt dahinter. Also ich nenne immer die Levante Küche die italienische Küche der Vegetarier, weil sie eine schöne Emotionalität hat, weil sie einen Geruch verspricht, als nur das Essen. Die italienische Küche als solche ist für mich so, mehr ein bisschen der Hamster der Kulinaik. Die ist immer klein und niedlich und jeder versteht sie. Jeder hat, wenn ich sage, wir gehen zum Italiener, da hat jeder ein klares Bild davon. Da wird Qualität gar nicht erst in Frage gestellt und es denkt auch keiner drüber nach, was er isst, sondern er weiß, er wird damit irgendwie zufrieden sein. Und das hat für mich dieses Wort vegetarisch noch nicht. Das hat es noch nicht. Also ich glaube, das wird irgendwann mal ein Wort geben, was uns das Schöne erscheinen lässt. Noch wird es als bei veganen Essen, da zucken alle und sagen, das kann ja nicht lecker sein. Dann sage ich immer, Pommes Ketchup ist vegan. Und wenn Pommes Ketchup als vegan verkauft wird, an den Schulen, kann ich euch versprechen, essen 50 Prozent der Kinder keine Pommes mehr. Weißt du, was ich meine? Das jagt den Menschen Angst ein und es ist falsch, so dogmatisch darüber zu denken. Wir reden von Genuss. Und es ist doch nicht meine Sache, dir vorzuschreiben, wie und was du zu essen hast. Absolut nicht. Interessant ist, es gibt so ein Experiment von Matthias Giffröhrer, den du auch kennst, Gutsküche Wolksfelde. Ja, macht mich wahnsinnig. Macht dich wahnsinnig, wieso? Weil er es richtig gut macht. Das macht mich wahnsinnig. Der hat seine Karte nach Corona umgestellt und bietet jetzt an der Zusatzkarte Fisch und Fleisch an. Kleine Sache. Und ansonsten bietet er nur noch vegetarische Gerichte an zu dem Preis, den er vorher genommen hat für die Fleischgerichte. Und sagt, somit kann ich meinen Preis halten. Dadurch, dass der Wareneinsatz aber ein anderer ist, komme ich auf meine Kosten. Und ich habe ihn gestern nochmal gefragt, weil er wusste, dass wir uns heute sehen. Sag ich, was hat das denn getan? Und er sagt, 70 Prozent der Leute bestellen keinen Fisch und kein Fleisch mehr, einfach weil das Angebot jetzt da ist. Das heißt, man kann die Leute schon, wenn man das möchte, umerziehen. Ja, klar. Also ich sehe das Problem auch nicht. Ich sehe nur diese Umschreibung. Also Matthias Föhr macht in Wuchtsfelde die Gutsbüche. Ein wahnsinnig attraktiver Koch. Mir manchmal schon fast zu attraktiv in der ganzen Welt, weil auch der Gutshof ist echt toll gemacht. Das ist auch so opulent. Das hat nichts Knorriges. Das ist fast so ein bisschen so wie Billitis in dieser Welt. Und er kocht vegetarische Gerichte und du kannst als Beilage Fisch und Fleisch. Genau. Das heißt, der Gedanke ist, war auch wirklich intelligent, weil die Kreativität der Gerichte spielt sich fast immer in den Beilagen ab. Also beim Steak sind es die Soßen und die Beilagen. Das Steak ist ein Steak. Das haue ich auf den Grill. Da brauche ich mich als Koch nicht gefordert. Schneide ich runter, packe drauf, mache noch Salz drauf. Also das war es. Aber um da eine Abwechslung herzustellen, die auch mir eine Handschrift, eine kulinarische Handschrift verleiht, muss ich mich in den Beilagen abarbeiten. Und das hat Matthias sehr schlau verstanden, packt das als Hauptbestandteil in die Karte und für denjenigen, der jetzt sagt, ja, ich will aber Fleisch, sagt er, ja, Fleisch ist die Beilage. Das heißt nicht, dass er weniger oder kleinere Portionen macht. Es ist nur, er geht anders in der Herangehenswahl. Und er macht es halt echt gut. Das muss man wirklich sagen. Ist das jetzt ein Einzelgänger? Ist das einer, der damit einen neuen Trend setzen kann? Ich sage mal, in der Art und Weise, in welcher Ästhetik er das macht, ist er derzeit noch ein Einzelgänger. Weil wir, auch wir Köche sind ja, glaube ich, auch wie ihr Journalisten, wir meinen uns ja auch ein bisschen abheben zu müssen von dem jeweils anderen und sind auch mal ein bisschen muggelig und gucken ein bisschen neidisch, links und rechts. Und es gibt eine, eine, und ich verstehe mich da selber nicht so ganz genau, eine Küchenentwicklung und Trend. Der nennt sich Noah Regio. Der ist jetzt schon seit ein paar Jahren sehr deutlich sichtbar. Würde ich sagen, ist aus der skandinavischen Nordic-Cuisine übernommen, dass die Leute extrem auf eine Regionalität gehen. Teilweise mit einem, dass sie in einem Radius von, mit Produkten arbeiten von unter 25 Kilometern. Also die verarbeiten nichts anderes außer Dinge, die sie innerhalb von 25 Kilometern bekommen. Das heißt, die verzichten auf Tomaten, äh, auf Zitronen und die verzichten auf Produkte wie Pfeffer. Also für uns Selbstverständlichkeiten, kommen nicht zum Einsatz. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber irgendwie mag ich die Leute nicht, die das machen. Also das ist so, weißt du, wenn du was eigentlich gut findest, aber irgendwie passt das Umfeld nicht. Ich glaube mal ein Restaurant in Hamburg, ich sage nicht welches. Die Küche war toll, aber die anderen Gäste waren so doof. Und ich bin dann halt da nicht mehr hingegangen. Ich habe das versucht, aber irgendwie dachte ich, nee, die anderen nerven mich. Obwohl das Essen so schön war. Und das habe ich mit dieser Küche. Und Matthias ist, glaube ich, so ein bisschen da, wie soll ich sagen, die hört zu davon geworden. Also Matthias ist so, der macht das echt schön. Der macht das wirklich, also ich, du könntest, wenn, müsst ihr mal gucken, wie heißt, weißt du, wie seine Instagram-Seite heißt? Gutsküche Wolfsfelder einfach. Weißt du das noch? Genau. Das sind glückliche Bilder. Und manchmal geht mir diese Glücklichkeit auf den Sack, weil ich brauche auch manchmal den Schweißtropfen noch dazu. Und manchmal, wenn du das so siehst, dann denkst du auch, dass der Pups nach Pfirsich riecht, weil alles nach Pfirsich riecht in dieser Welt. Und das ist aber so schön. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Konzepten genau den Raum reingeben und dass es ein guter Trend ist, weil wir mehr und mehr, und du siehst auch, wenn Trends gut sind, dass sie in den Supermarktketten ankommen. Und wenn wir bestimmte Gruppen uns anschauen, sehen wir, dass trotz des großen industriellen Angebotes auch mehr und mehr regionale Regale auftauchen. Und natürlich ist es auch ein Verkaufsargument, weil wir kaufen uns auch glücklich, indem wir uns selber Green labeln. Und wenn da steht Regional und wenn da steht irgendwie jetzt mit weniger und solchen Sachen, dann greifen wir da auch ganz gerne zu, ohne zu verstehen, was es ist, weil dieser Begriff Regional ist nicht geschützt, den darf jeder für sich selber mal definieren. Also was ist Regional? Wenn ich ein Weltenbummler wäre, dann wäre Frankreich auch noch Regional. Dann würde ich erst sagen, ab dem nächsten Kontinent ist es nicht mehr Regional. Aber das kann jeder für sich selbst definieren. Und eigentlich machen wir ja das, was früher normal war. Also zumindest in der Landbevölkerung, ich komme vom Land, wir hatten den Kartoffelstand da, wir hatten den Apfelbauern da, wir hatten das Erdbeerfeld da, wir hatten einen kleinen Garten drumherum. Und Fleisch haben wir nicht oft gegessen, weil wir es uns auch nicht leisten konnten. Und wir konnten auch gar keine Filets essen. Also Rinderfilet habe ich, glaube ich, das erste Mal gegessen, da war ich 18, 19 oder 20 Jahre alt. Auf Einladung meines Vaters, weil es was zu feiern gab. Ansonsten waren wir beim Griechen, beim Chinesen. Und wenn wir selber was gemacht haben, da war es Nackenkotelett. So, das waren die Kurzbratstücke, glaube ich, schon beim Grillen. Ne, auch Schwein. Ich will nicht gerade wirklich. Und das erste Ripei, das erste Entrecoup, boah, was habe ich das gegessen? Da war ich 30? Vielleicht? Oh. Nein, ich war Koch, ich hatte ja nichts. Moment, aber du warst auch in diesen Top-Küchen, in denen du gearbeitet hast. Das Essverbot. Wie das Essverbot? Das ist ja das Krude, weshalb ich diese Welt auch manchmal nicht verstehe. Das, was wir machen, was auch die ambitionierten Köche machen, ist wirklich bewundernswert. Das ist ein Hochleistungssport. Das ist eine extreme Arbeitsweise in dem Hang zum Perfektionismus, in den Koordinieren der Abläufe, in den Produktbeschaffungsmaßnahmen. Wir haben ein wunderbares Wort, in dem Wort Lebensmittel, das Leben drin. Das heißt, die Produkte verändern sich. Das müssen wir ständig ausgleichen, um unseren Ansprüchen und auch den Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Und das ist ein enormer Druck. Und wir haben die Eigenschaft, dass wir, wenn wir 100 Gäste kochen, 99 geben Applaus und der eine pfeift, wir hören nur das Pfeifen. Wir hören nicht den Applaus. Also wir haben eine Selbstkritik, das ist manchmal echt grenzwertig behandlungsbedürftig. Essen, du sollst was ganz anderes. Du sollst ja eigentlich sagen, du hast gekocht früher in Top-Restaurants und du durftest da selber nicht. Ich habe nicht am Ende gesagt, ich dachte so, am Ende so einem Tag, da sagen sich die Köche, mein Gott, jetzt haben wir gekocht, der letzte Gast ist zufrieden, jetzt kochen wir noch mal schnell für uns alle was zusammen und essen gemeinsam. Das habe ich nur in zwei Restaurants erlebt, in denen ich arbeiten durfte. Ansonsten war Essverbot in der Küche. Also wenn du Glück hattest, kommst du in den Schweine nab. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht, ob jemand weiß, haben wir Köche hier, was Klärfleisch ist? Klärfleisch ist eigentlich Hackfleisch, was man noch in eine Suppe, also in einen Fond reingießt, um diesen Fond zu klären. Der stockt, sammelt die Schmutzstoffe ein und das ist eigentlich Schweinefutter. Daraus haben wir Bolognese gekocht für den Mitarbeiter. Also die Wertschätzung des Mitarbeiters im Kulinarischen ist relativ gering. Da ist nicht viel. Ich habe zwei Ausnahmen, das ist Gennaro Contaldo, das genannte Neal Street Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, wo ich sage, das ist mein Mastermind, der hat alles in die Wege geleitet, was ich empfinde, was ich spüre, was ich gerne sein möchte, wo ich hin möchte, was ich als Gastronom auch bin. Aber muss man es als Koch nicht essen und so wissen, wie es schmeckt? Also nur probieren? Ja, das ist meine Meinung. Aber der Koch hat auch nicht so viel Respekt vor sich selber. Das kommt auch noch dazu. Also da haben wir immer einen Salat, eine Pasta, einen Hauptgang und ein Glas Wein getrunken. Und wer es auch wirklich gut gemacht hat, muss man sagen, war Christian Racht. Der hat auch ein anständiges Personalessen gemacht in seinem Tafelhaus damals. Hat auch eine Flasche Wein hingestellt, hat uns was über Wein erzählt, hat immer gesagt, die Pause ist wichtig und ihr müsst auch in euch ein bisschen ein bisschen. Und da haben wir auch Kulinar. Wir sind aber nie an die Edelprodukte rangekommen. Steinbutt habe ich weit nach 30 das erste Mal gegessen. Und nicht mal so, wenn du es dann gemacht hast, schnell mal ein Stück abgeschnitten? Nee, geht nicht. Ja, ein Stückchen abgeschnitten, aber wir werden von Essen. Weil schnell irgendwie was reinstehen, ist ja kein Essen. Also man meint, das ist ja, aber das Genießen, das Verständnis überhaupt aufzubauen, das ist eine der größten Mängel, die wir haben in der Ausbildung. Dass wir den Leuten Genuss nicht beibringen. Wie soll ein 16-Jähriger oder 16- bis 18-Jähriger, der in die Ausbildung reingeht, der hat ja erst mal ganz andere Interessen. Ja, also erst mal bevor der, der möchte, ein Mädel oder ein Kerl oder das sind andere Dinge, der versteht ja noch nicht Genuss. Genuss hat was mit Erfahrung zu tun. Du musst ein bisschen lernen, du musst Vergleiche ziehen können. Und wie oft soll das passieren? Mein erster Job, der mir angeboten worden ist, ich habe es vorhin erzählt, ich war deutscher Meister in der Auszubildenden. Mein erster Job war auf Sylt, ich bin nicht bei wem, den ich annehmen sollte. Das waren 70 Wochenstunden, einen Tag frei, ein Zimmer zum Teilen, im Schichtverfahren beschlafen sozusagen. Entlohnung waren 700 Mark und 300 Soldaten abgezogen werden fürs Zimmer. Jebia, jebia, ich Schweinebacke. Dann lieber von den 400 noch mal essen. Also das ist so das Letzte, woran du denkst. Ich bin dann, ich habe dann nach nicht viel mehr verdient, aber ich war in England, da tat es nicht so weh, weil dann war zumindest das Abenteuer der außerhäusigen Welt. Aber da habe ich auch nicht viel mehr verdient. Aber das ist das, was wir falsch machen. Wir gehen immer von Technik und Erklärbaren und eigentlich so ein Klack, Klack, Klack Funktionsbereich aus. Aber es ist Genuss. Es ist eine Art von Kultur. Wie machst du das in der Bullerei? Weil gerade zum Beispiel auch dein Servicepersonal, wenn die das nicht gegessen haben und mal geschmeckt haben, wie sollen die darüber reden? Jeder Mitarbeiter, wenn er eingestellt wird, kommt, wird von uns zum Essen eingeladen und darf sozusagen die Bullerei erleben, weil wir finden, das ist wichtig. Egal in welcher Position, dass er einmal so diese Luft einatmet. Wie fühlt sich der Gast? Was ist das? Was sieht er selber? Wie empfindet er das? Oftmals waren sie aber auch schon bei uns zum Essen und mochten das. Aber das ist das Erste. Das Thema Personalessen ist bei uns auch ein großes Problem. Ich versuche, dass es qualitativ gut gekocht wird. Das sehen meine Köche manchmal anders, weil das muss auch in ihrem Zeit-Schedule manchmal nur hingeschlammt werden. Jetzt habe ich einen neuen Trick gerade, probiere ich aus, dass sie ihre Lieblingsgerichte kochen. Und koch doch für die anderen einfach, dass sie so ein bisschen Emotionalität reinkriegen und von sich was für die anderen geben. Aber auch da muss ich trickreich sein. Also das ist... Wie, aber ein Koch ist auch... Du hast doch immer den Anspruch, das Beste zu kochen. Egal, ob es jetzt für Gäste oder gerade wenn es für Kollegen ist, oder? Ich meine, wenn man kocht, dann kocht man auch nicht. Entweder man macht es doch nicht oder wenn man... Ich weiß nicht, woher jetzt... Ich habe für mich mal... Mein einziges Berufsziel, was ich eigentlich mal jemals definiert habe, ist, dass ich immer kochen darf und niemals kochen muss. Kochen müssen kann auch qualvoll sein. Wenn du keinen Genuss empfindest, wenn dein Kopf an ist, ist dein Partner, Tatnerin, du hast Ärger, du hast dir irgendwas passiert, Vater krank oder was. Oder die Seele ist ja auch ein Teil. Du gibst was von dir. Und wenn da Dinge passieren, dann ist das nicht immer einfach abzurufen. Und auch wen, 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 wie jeder... Ich meine, du schreibst... Oder schreibst du eigentlich noch selber? Ja, hallo. Ja? Aber auch nicht jeder Artikel gibt gleich einen Pulitzerpreis. Weil ich meine, da ist auch manchmal was dabei, wo du sagst... Aber es gibt schon... Ja, ist auch froh, wenn morgen die nächste Zeitung rauskommt. Nee, aber es gibt ja schon so einen Mindestanspruch, der wird nicht unterschritten. Ja, ja, Mindestanspruch ist da. Und der Mindestanspruch ist schon relativ hoch. Also es ist nicht so... Also ich würde jetzt nicht sagen, naja, das habe ich jetzt ja nur geschrieben für, keine Ahnung, für die Kollegen. Trotzdem, was würde ich nicht machen? Entweder bist du wahnsinnig unkritisch dir selbst gegenüber oder wirklich brillant. Auf jeden Fall, ich sage mal, der normale Mensch an und für sich, der hat auch Leistungsschwankungen, die müssen wir im Team ausgleichen. Und es ist eine Menge Arbeit, die wir haben. Und Personalessen ist manchmal im Kopf, nur im Kopf, ein Nervfaktor. Weil dann verstehst du dich vielleicht nicht mit dem Kellner, irgendwie, du stehst selber schon fünf Stunden da, dann kommt der Kellner fröhlich dumpf rein und irgendwie so, äh, Lu, was gibt's nur heute zu essen? Die mag ich nicht, kannst du dir nicht mir was anderes einfallen lassen? Alles eine Frage von Kommunikation. Jeder, der für Menschen zu Hause kocht, kennt das. Die stehen den ganzen Tag hier in der Küche und nach zehn Minuten ist alles weg. Weißt du, so die Dauer, du wärst den Satz, wer kocht und den Satz, den Satz nicht schon auf der Zunge gehabt hat, erkocht nicht. Du willst in einem gewissen Moment, also es gibt ein Idealbild, wir versuchen es zu erfüllen, das gelingt uns auch nicht immer. Das ist interessant, wenn wir immer von Koch und Kellner sprechen, das war ja im Laufe der Sondierungsgespräche ein Riesenthema, wer ist Koch, wer ist Kellner, ne? War das? Ja, weil natürlich immer so ein altes Zitat von, ich weiß es gar nicht mehr, hat das Gerhard Schröder gesagt. Lustigerweise, ja. Die Frage ist aber, das Verhältnis Koch und Kellner, ist der Koch, sozusagen guckt der Koch auf den Kellner runter? Sagt der Koch, was willst du denn eigentlich? Es gab früher eine Schwarz-Weiß-Welt und die war relativ rabiat, das habe ja auch ich erleben dürfen, also zu meinen, ich sage mal, Lernzeiten, nicht Lehrzeiten, Lernzeiten, da gab es ganz strikte Trennung und gerade wenn, ich sage mal, da waren viel verbale Nicklichkeiten und diese, wie soll ich das sagen, vielleicht die empfundene Machtlosigkeit der Menschen, die in der Gastronomie unter dem Diktat der Gäste gelitten haben, haben eine Transferleistung gebracht und untereinander ausgetragen. Also wer hat jetzt ab den längsten hinten raus? Und da gab es drollige und lustige Momente, die auch der, also ich war selber dabei, ich habe mich dann zurückgezogen, als es zu wild wurde, es gab bei uns mal in einem Restaurant in Wong eine Massenschlägerei, weil einer der Kellner dem Patissier immer die Pettifurs weggefressen hat. Und zwar auf so, und die Pettifurs sind ganz kleine Pralinen, die sind oft handmännisch sehr detailliert hergestellt und auch nur in geringen Stückzahlen und meistens, ich sage mal, mit einem kleinen Plus nach oben, aber abgezielt hergestellt, was kostet Zeit, etc. Und das war ein italienischer Kellner und der hat immer gewartet, hat einen Bon abgegeben und wenn der in der Patissier irgendwas aus dem Kühlhaus holen musste oder sich gebückt hat beim Kühlschrank, hat er sich eingenommen. Oder auch wenn er einfach mal vorbeigegangen ist, Teller abkriegen und irgendwann hatte der Patissier, der war aus Neuseeland, war ein Tier, wirklich, der hat fünf Schafe gleichzeitig scheren können, das war ein Ding, hat einfach gewartet, der Kellner streckt die Hand aus und er holt einfach nur aus und haut ihm direkt ins Gesicht. Dann wollten Leute dazwischen gehen, das hat nicht ganz funktioniert, weil die dazwischen gegangen sind, haben sich auch geprügelt und es endete damit, dass sich Köche und Kellner im Laden geschlagen haben, bis die Polizei kam. Das war ein, wir haben es auf Seite 1 geschafft, nee, Seite 3, Seite 3 war, glaube ich, weil es war wirklich ein Gewalt-Exzess, das war irre, das war, du mittendrin oder hast du dich so ein bisschen an der Seite, ich habe mit denen angefeiert, ich habe gesagt, ja, ja, genau, gibt es die, blöder, aber es war schon krass, es war eigentlich. Aber gibt es einen Unterschied zwischen der Kochbrigade und der Servicebrigade oder verstehen die sich als Team? Ich glaube inzwischen mehr und mehr, ich glaube, es gibt natürlich einige Köche, die abwertend auf den Kellner herunterblicken, weil der angeblich ja Nutella tragen kann, dass der aber auch genauso informiert und genauso kommunikativ aufgebaut sein muss über die Inhalte und Zubereitung der Gerichte und das auch noch verkaufen, dass er ja mein Dealer ist sozusagen, das verstehen die manchmal nicht, also versau es sich auch nicht mit der Hand, die dich füttert, also der kann das für dich entscheiden, der kann nicht in die Scheiße reiten, indem er sagt, ja, ja, Sonderwünsche, gib her, Gluten, ja, gerne uns im Sonntag, natürlich, was mit grünen Apfeln, sie lieber mit roten Apfel, gerne, kein Problem, macht unsere Küche gerne, hier du Arschloch, so, dann stehst du da, mach das doch nicht, freunde dich an mit ihm, sei doch nett und andersrum genauso, andersrum genauso, weil auch der Koch hat auch bestimmte Möglichkeiten, Tisch 12, ich brauche den ganz dringend, die sind schon ganz ungeduldig, ja, ja, in zwei Minuten, ja, Tisch 12, hast du vor 20 Minuten und dann verzögerst du, aber diese Welten sind vorbei, also ich kenne, ich kenne das so nicht, muss ich wirklich sagen, ich achte drauf, dass Leute, dass Menschen bei uns gut kommunizieren, dass die, die dürfen Auseinandersetzungen haben, die dürfen auch streiten, aber die dürfen nicht respektlos untereinander werden, also auf Augenhöhe, weil sie was erreichen wollen oder weil sie eine Sache aus der Welt schaffen können, also ich würde sagen, bei uns ist es relativ gleich aufgestattet. Was hältst du von der offenen Küche? Gibt es das in deinem Leben? Wir haben ein Fenster zum Reingucken, ganz offen, also dieses komplette Konzept, denke ich, man kann reingucken bei euch, genau, das ist aber, das ist natürlich nicht, na, es ist unterschiedlich, also wenn ich privat bin, koche ich gerne mit den Leuten drumherum, irgendwie so, weil es kommunikativ ist, wenn ich nur eine offene Küche habe, damit man mir dabei bewundert, wie ich den Altar in Blattgold schmücke, dann mag ich das nicht, und ich selber bin auch jemand, bis auf ganz wenige Dinge, eher uninteressiert am Kochhandwerk. Wie? Also du interessierst dich nicht, wie andere kochen, du willst es, wie es schmecken? Ja, bis auf wenige Ausnahmen, also wenn es eine besondere Ästhetik hat, wenn ich in Japan bin, Sushi-Bars, ist es wunderschön anzuschauen, ganz, ganz, ganz toll, wenn da eine Zubereitung ist, eine Technik, deshalb versuche ich mich immer den Gast rein zu versetzen, was ist für den wirklich besonders, aber eigentlich gehe ich essen, um mich zu unterhalten, eigentlich gehe ich essen, um eine kurze Auszeit zu machen und eigentlich gehe ich nicht essen, um einer Vorführung beizuwohnen. Deshalb bin ich auch so ein bisschen gegen, nicht komplett, aber gegen diese ewige Vortragshalterei von Köchen und Service-Mitarbeitern, was alles auf dem Teller ist und wie das zubereitet ist, muss ich nicht haben. Wenn es mich interessiert, frage ich. Stell ab. Oder erklärt es mir danach, das kann auch sein. Das finde ich auch gut, ich habe es gegessen und hat es Ihnen gefallen? Sie hatten übrigens, und dann entdecke ich ja wieder was, damit mein Geschmack im Voraus nicht beeinflusst wird. Sie hatten übrigens, du hast interessanterweise viele Pläne, auch jetzt nach der Corona-Phase, in der Corona-Phase. Einer der interessantesten, neun habe ich jetzt gelesen, ist, dass du in Berlin, Tim Melzer macht in Berlin was, in dem besten Hotel, in einem der besten Hotels Berlin, im Hotel de Rome, machst du was? Wir nennen das mal neudeutsch Consulting. Und das bedeutet, ich habe wahnsinnig viel Kreativität, ich habe sehr viele Ideen und ich habe eine Art und Weise, wie soll man das am besten sagen? Ich bin wie ein Style-Berater in der Küche. Wir haben eine Speisekarte geschrieben, wir haben Gerichte entwickelt, wir haben Rezepturen entwickelt, um dieser Speisekarte eine Handschrift zu verleihen. Die Handschrift ist... Genau, wir nennen das Chiaro, das heißt klar, also klar, sauber, unverfälscht, weil ich die italienische, und es ist, ich halte die italienische Küche und die japanische Küche für sehr, sehr ähnlich in ihrer Zusammensetzung. Nicht von der Aromatik her, aber in ihrer Zusammensetzung. Sie ist sehr produktorientiert, sie ist handwerklich, auch wenn die Italiener schlampiger sind, irgendwie perfekt. Also die Perfektion eines Risottos, die Perfektion einer Pizza, die Perfektion der Konsistenz einer Pasta. Das ist gleichzusetzen mit der handwerklichen Perfektion eben auch der Japaner. Und es sind relativ, ich sag mal, in sich ästhetische Zubereitungen, die keiner Garnitur bedürfen. Die müssen nicht großartig ausdekoriert werden, die sind schön, wie sie sind. Und das ist eine ähnliche Ästhetik und auch das Verständnis von Essen und Trinken ist auch ähnlich. Und daraus haben wir ein Mischkonzept gemacht, es ist grundsätzlich italienische Küche, die mir sehr am Herzen liegt, wo ich nicht keinen Anspruch darauf erhebe, dass sie authentisch ist, weil das ist wie Kartoffelsalat. Was ist das authentische Rezept für Kartoffelsalat? Wenn wir hier zehn Leute fragen, kriegen wir acht verschiebende Ergebnisse. Da hat jeder sein authentisches Rezept. Aber ich versuche, der Tradition und der Kultur der italienischen Küche sehr demütig gegenüber zu machen. Ich mache keinen Quatsch mit der Küche. Ich modifiziere sie ein bisschen, ich klarifiziere sie ein bisschen und versehe sie mit auch teilweise einer asiatischen, japanischen Ästhetik. Das heißt, du kochst da nicht selber im Hotel de Rome? Ich koche morgen und übermorgen selber, weil wir haben übermorgen die Eröffnung. Ich war gestern da, bin heute Nacht um zwei zurückgekommen, war vorgestern da, bin, also ich pendel gerade relativ viel, mein Küchenchef aus der Bullerei ist gerade da, mein Küchenchef aus der Guten Botschaft ist da, weil wir haben das alles zusammen gearbeitet. Wir sind wie linke und rechte Hand, nur mal sechs. Aber das ist schon eine Ansage. Ich meine, Hotel de Rome, Tim Melzer, da würde man erst sagen, Moment, Tim richtig, aber wieso nicht Tim Raue? Oder das ist der Trick? Ah, du willst ihn ärgern. Du willst Tim Raue jetzt in seiner eigenen Stadt. Hallo Tim. Ich definiere Luxus ja anders. Also meine Aufgabe ist es da, dass Luxus, also es stand mal fälschlicherweise, ich eröffne ein Luxusrestaurant. Das ist falsch. Ich eröffne ein Restaurant und ein Luxushotel. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber der Anspruch da ist doch ein anderer als jetzt, keine Ahnung, was? Keine Ahnung, als Café Barmeyer oder so zum Beispiel. Nein, also ganz im Gegenteil. Also das ist das, was wir sagen. Wir geben ja das Beste, was wir können an der Stelle. Und das sind die Parameter, die über Qualitäten von Essen entscheiden. Also warum du welche Zubereitungen machen kannst, in welcher Art und Weise der Ausarbeitung, das wird bestimmt einmal durch die Größe der Küche, durch die Qualifikation der Mitarbeiter, durch die Menge der Mitarbeiter. Das wird durch die Bereitschaft der Gäste, was geben sie aus dafür. Also jemand, der ein 50 Euro Hauptgericht mit einem 20 Euro Hauptgericht vergleicht, darf das eigentlich nicht. Also man muss auch verstehen, warum welche Dinge wie auf dem Teller angerichtet werden und welchen Preis verlangt wird. Das Hotel für Jahreszeiten muss einen anderen Preis nehmen als wir, weil wir den ganzen Apparat nicht dahinter haben. Das wissen wir hier auch in diesem Hotel. Und was ich machen möchte, das ist eine Idee, die ich eigentlich schon nie verstehe, warum Hotelrestaurants sich so selten der Öffentlichkeit, also der Stadt präsentieren. Und damit haben viele Hotels wirklich eine Schwierigkeit. Hier haben die keine Schwierigkeit damit, haben sie keine Schwierigkeit mit. Im Jahreszeiten haben sie keine Schwierigkeit mit. Ich finde zum Beispiel im Atlantik haben sie eine Schwierigkeit damit. Oder kennt ihr das Restaurant vom Atlantik? Ist das Neues jetzt? Ja, genau. Ah, guck, habe ich nicht mitgekriegt. Guck mal an. Aber dann siehst du schon, dass sich das nicht mir öffnet. Also da ist irgendwas. Da ist irgendwie das Hotel wichtiger in der Wahrnehmung als das Restaurant. Also du öffnest ein Hotel, das sich an die Berliner aufrichtet? Richtig. Oder an Menschen in Berlin, die in Berlin sind. Ist es dein Restaurant? Nein, nein, nein. Ich stehe da mit vollem Rücken dahinter. Und ich bin total überzeugt, wir trainieren die Leute, wir betreuen sie weiter, aber es ist nicht mein Restaurant. Und irgendwann gehst du dann auch wieder weg, wenn es läuft? Jaja, ich wohne ja in Hamburg und ich bin in der Bullerei täglich. Also ich konsalte, ich berate, ich entwickle, ich gestalte. Das ist das, was Tim Rauhe in seinen Brasserie Colette macht, wo er sozusagen eine Speisekarte entwickelt, die Menschen ausbildet, eine Standardisierung herführt, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dann Bereiche für persönliche Kreativität lässt. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Sind die auf dich zugekommen? Ja, ich rede ja viel Blödsinn am Tag und eine der größten Blödsinn-Geschichten ist, dass ich immer sage, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens im Rahmen von Kitchen Impossible. Das war in einer Folge, das muss die Pasta-Folge gewesen sein, da musste ich halt die Nudeln mit der Tomatensauce von der älteren Dame nachkochen und dann habe ich kein Problem für mich, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Was ich damit sagen wollte, dass ich auch eher emotional koche, dass es bei mir auch eher bei der Entwicklung der Rezeptur im Kochen geht, aber mit Gefühl, nicht nach Gewicht, dass ich eher so wie eine Nonne halt eigentlich unterwegs bin, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da und da auch einen Hang zur Perfektion habe, dass ich glaube, dass die Küche, gerade die italienische Küche, noch mehr Seele ist und durch die Seele noch besonderer wird, ansonsten kannst du mir keine Pizza erklären. Weil Pizza ist Mehl, Wasser, Hefe. So, was für ein Geschiss, da macht eine ganze Nation ein Geschiss drum. Also Nudeln ist genau das gleiche. Also da muss eine Magie dahinter sein, nur das die Emotionen. Die finde ich beim Kochen genauso und das hat die Eigentümerin gehört in London, die hat gehört, das gibt da diesen Fernsehkoch, der so toll italienisch kochen kann. Frag den Mann. Und ich habe mit dem irritierten Argument beim ersten Anruf nicht aufgeräumt. Das ist so. Aber es gibt eh, manchmal probiere ich Dinge, also manchmal reiße ich die Fresse auf und ich lüge nicht, aber ich sage mal, ich vollende manchmal eine Geschichte nicht ganz und bin dann manchmal überrascht, wie sie denn interpretiert wird. Eine meiner schönen, liebsten Geschichten ist, dass ich, das weiß kaum jemand, dass ich ein wirklich sehr, sehr, sehr besonderer Schlagzeuger bin. Ich habe früher mit acht Jahren Schlagzeugunterricht genommen und es gab jetzt irgendwann die Zeit, dass ich in der Bollerei, hatte ich irgendwie Bock wieder anzufangen und habe mir ein Schlagzeug gekauft, habe mir den Trainer mitgenommen und also den Verkäufer wieder angefangen, war auch relativ schnell wieder da, wo ich aufgehört habe. Und am nächsten Tag hatten wir eine Musikveranstaltung und da waren so Manager da und Musiker und ich habe dann die Klappe ein bisschen weit aufgerissen und habe gesagt so, du, wenn ihr mal einen guten Schlagzeug braucht, irgendwie so, dann ruft mich an. Ich habe wieder angefangen. Und ich glaube zwei Wochen später kriege ich einen Anruf von meinem Manager und sagst immer, was hast du schon wieder für scheiße erzählt? Und ich so, wieso, was meinst du? Ja, ich habe hier einen Anruf von der Plattenfirma und Udo Lindenberg fragt an oder die Produktion von Udo Lindenberg MTV fragt an, ob du ein Lied mit ihm Schlagzeug spielen möchtest. Kannst du Schlagzeug spielen? Und ich so, nein. Und er sagt, aber du musst das irgendjemandem erzählt haben. Er sagt, habe ich nicht. Ich habe nicht erzählt, dass ich es kann. Ich habe nur gesagt, dass ich wieder angefangen habe. Und falls es euch aufgefallen ist, habe ich nicht ein Adjektiv benutzt, dass ich es gut könnte. Ich habe nur gesagt, ich habe gespielt, ich habe genau sechs Stunden gespielt. Danach bin ich aus dem Unterricht rausgeflogen, weil ich den Lerneffekt der anderen Schüler verhindert habe. Da hat der Lehrer meiner Mutter das Geld für die Stunden wieder. Ich habe mich gelogen. Ich habe einfach nur an bestimmten Stellen aufgehört, weiterzuerzählen. Und dann habe ich gesagt, wann brauchen Sie denn die Antwort? Und er hat gesagt, ja, ich glaube heute Abend wäre cool. Okay, halt sie hin. Aufgelegt und alle meine musikalischen Freunde angerufen. Da habe ich gesagt, kann ich Schlagzeug spielen lernen? Ein einziges Lied, ohne dass ich das Instrument beherrsche. Also, dass ich praktisch nur diese Abfolge der Schläge lerne und ansonsten das nicht beherrsche. Und da haben sie alle mir weit von abgeraten, weil es war eine Live-Aufnahme, es war Udo Lindenberg, es war das... Bei MTV Unplugged? MTV Unplugged Konzert. Und naja, das ist ein bisschen mutig, was du da vorhast. Habe ich gesagt, da habe ich meinem Manager Bescheid gegeben, habe ich gesagt, sag ab aus terminlichen Gründen. Was heißt, ich habe aus terminlichen Gründen abgesagt, das ist das Lied, was Stefan Raab nachher gespielt hat. Wo er gespielt hat, dafür war ich wohl vorgesehen. Dann hat irgendwann Udo Lindenberg bei uns die Platten-Promo, in der DVD-Promo von seinem Live-Konzert. Und Udo so, hey, Timi, also, kommt auch immer rein und sagt dann so, Timi, du, ja, wir kennen uns aus dem Winterkondi, als ich Azubi war, irgendwie da war der schon ganz feiner Kerl, irgendwie so. Und ich habe gehört, du machst Schlagzeug und dann machen wir hier so ein bisschen nachher eine kleine Session, irgendwie so, die ersten drei Lieder machen wir so, dann hole ich dich auf die Bühne und dann machst du das so. Und ich so, Udo, keine Ahnung, ich kann kein Schlagzeug spielen. Ich kann es nicht. Mach dir keine Sorge, ich kann das, dann machen wir das. Udo, verstehe bitte, ich kann es nicht. Ich mache das auf gar nicht und dann habe ich gesagt, ich komme nicht, ich mache es nicht. Aber nicht und wollte dieses Argument nicht wahrhaben. Dann geht die Geschichte weiter, ich sitze dann an dem Abend an deinem Tisch und die Plattenfirma sitzt da und ich mache endlich die Geschichte auf. Erzähle, ich kann es nicht. So, dazu muss man sagen, ich habe auch Autogrammkarten drucken lassen. Ich am Schlagzeug, freier Oberkörper mit Fake-Tattoos und Bandero. Also aller Konsequenz, ich habe auch eine goldene Schallplatte bekommen für die erfolgloseste Drum Session ever oder Veröffentlichung einer Schallplatte mit null verkauften Einheiten. Ich sitze also an diesem Tisch, da sitzen Leute vor der Plattenfirma und ich erzähle die Geschichte, dass ich es wirklich nicht kann. Ich bin, ich habe kein Rhythmusgefühl, ich kann es, ich wäre es gar nicht, sein unerfüllter Lebenstraum von mir, stehe auf und gehe und jemand von mir sitzt noch am Tisch und die, was war das, ich weiß nicht, welche Position sie hatte, aber relativ hoch in der Plattenfirma sagte, das ist so unfassbar, wie bescheiden der Tim Melzer ist. Also jeder andere würde sich hier in den Mittelpunkt drängen und er ganz bescheiden im Hintergrund, mit dem müssen wir unbedingt mal was machen. Und irgendwann vor dem Jahr poppte das mal wieder ganz kurz auf, das Gerücht, ich könnte Schlagzeug spielen. Ich kann kein Schlagzeug spielen. Ich kann es nicht. Udo Lindenberg ist aber ein gutes Stichwort. Udo Lindenberg soll ja, das steht fest, Ehrenbürger, der Freien und Hansestadt Hamburg werden und du kennst ihn. Wir alle wissen, dass das für ihn ein Lebenstraum ist. Ein absoluter Lebenstraum, das ist sein größter Wunsch und der sehr glücklich war, als Peter Schentsche ihm das erzählte. Spielen solche Sachen für dich eine Rolle? Also wenn es tatsächlich so eine Auszeichnung gibt, die mehr ist als, also der Deutsche Fernsehpreis ist auch toll, keine Ahnung, Bambi Gold, eine Kamera, eins, zwei, drei, aber so, wenn es dann sowas ist, wo man merkt, das hat zum Beispiel mit dieser Stadt was zu tun, das hat mit der Gemeinschaft zu tun, ist das, also wünscht man sich als Koch auch mal Ehrenbürger Hamburg zu werden? Also Ehrenbürger finde ich gut, ja, das finde ich schon, muss man wirklich sagen, das mache ich jetzt überhaupt nicht irgendwie lustig oder sonst so, also Ehrenbürger schon, das wäre ich kaum nicht. Bist du in Emshorn Ehrenbürger? Wie ist deine Geburtstadt? Da bin ich ein bisschen graben mit Pinneberg, ich bin ja, ich komme, also ich bin ja, gebürtiger Emshorner, ja, geborener Emshorner und in Pinneberg bin ich aber groß geworden und es gab den Moment vor ein paar Jahren irgendwie, da wollten die eine Image-Kampagne machen, weg vom Proll-Image, dieser Vorort, dieses Vorortes und ich stehe, also ich liebe meine Herkunft, ich bin da sehr stolz, ich komme vom Land und das ist toll, das hat mich sehr geprägt, das hat mich kreativ gemacht und da waren eben auch andere prominente Menschen aus Pinneberg angefragt, also sowas wie fettes Brot, eine Image-Kampagne und ich habe meinen Manager gebeten, in Pinneberg anzurufen und mich anzubieten und habe eine Absage kassiert mit der Aussage, sie wollen ja weg vom Prolligen-Image. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Nein! Seitdem sind meine Wünsche bescheidener, es wäre schön, wenn vielleicht mal ein Wendehammer in irgendeinem Neubaugebiet benannt wird, weißt du? Ja, aber das ist ja... In so einer, es gibt auch auf der Autobahn, so wenigstens das, an der Autobahn gibt es links so, wie heißt denn das, Modellhäuser, wie heißt denn das? Musterhäuser, Musterhäuser, ja. Vielleicht, wenn man da so eine Sackgasse nach mir nennen würde, wäre das schon ganz leid. Ich hätte gedacht, du seist auf jeden Fall irgendwie Ehrenbürger von Emson oder von Pinneberg. Nein, 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 weit davon entfernt. Also die nehme ich da nicht so ernst. Vielleicht, weil ich in Hamburg bin, was ich aber bin, ich bin ja Ehrenhalster-Schleusenwärter und da muss ich echt sagen, das macht mich richtig, richtig stolz, weil es gibt ja eigentlich so ein Gesetz in Hamburg, man nimmt keine Orden an und deshalb muss es alternative Auszeichnungen geben und Ehrenhalster-Schleusenwärter sind ganz tolle Persönlichkeiten vor mir gewesen, mit einem unfassbaren gesellschaftlichen Impact in die Stadt, mit einem kulturellen Impact und mein sehr, sehr guter, viel zu früh verstorbener Freund Jan Vetter hatte mich damals wohl vorgeschlagen und das ist durch das Gremium gewunken worden. Weißt du ja nicht, wer in diesem Gremium sitzt? Nee. Du auch? Ach, dann mal vielen Dank an der Stelle. Wirklich. Du weißt ja nicht, für wen ich gestimmt habe, doch. Nein, aber das war so eine kleine, zauberhafte, sehr, sehr bedeutender Moment für mich. Tatsächlich? Ja, das fand ich wahnsinnig schön, weil ich auch gesehen habe, wie stolz Jan drauf war und ich weiß auch, wie Jan stolz drauf war, dass er es war und Siegfried Lenz, Michael Otto, Jan Vetter. Uwe Seeler, das ist jetzt nicht Uwe Seeler und dann bin ich ja nicht blöd, also das schmeichelt mir und ich bin auch, also nicht mir, weil ich nicht glaube, dass es verdient ist, aber ich finde es toll. Ich mag das wirklich, ich mache mich ein bisschen, das mag ich. Und wenn dann mir jemand ankäme und sagte Ehrenbürger von Hamburg, gut, ich habe jetzt noch ein paar Jahre, an denen ich da noch daran arbeiten kann, würde ich nicht Nein sagen. Bundesverdienstkreuz würde ich Nein sagen. Warum? Weil das in Ordnung ist. Ach, da bist du so Hansa A., dass du sagst. Bundesverdienstkreuz bedeutet nicht. Also mir nichts. Das ist lustig. Oder sollte ich das nur überdenken? Weiß ich nicht. Würde man das? Ich überlege gerade, gibt es einen Koch? Gibt es einen Koch? Ich bin sicher, witzig man oder so? Wahrscheinlich, ne? Witzig man eben nicht. Okay. Christian Baum hat einen und jetzt ganz, da bin ich ganz stolz drauf, Max Strohe auch. Max Strohe für ein Konzept, was er in Berlin gegründet hat, was wir während der Krise weiter hier in Hamburg weiter gemacht haben, haben, weil wir auch in Hamburg ein tolles, vernetztes Konzept hatten, das hieß Kochen für Helden. Das war unser Versuch, in dem ersten Lockdown unsere Systemrelevanz auch zu beweisen, bestimmte Mechanismen deutlich zu machen, in welchem Netzwerk wir stehen und dabei den Leuten zumindest eine kleine Aufmerksamkeit entgegenbringen, die sich zu den Zeiten, alle anderen sollten sich zurückziehen und sollten Gefahrensituationen vermeiden und das Gesundheitswesen, die Sicherheitswesen, also Polizei, Feuerwehr, aber auch die Kassiererinnen und Menschen, die noch im Verkauf tätig sein sollten, irgendwie so wurden dann von uns bekocht. Und da kriegt Max, ich weiß nicht, ob er es schon hat, aber der Initiator dieses wunderbaren Konzeptes, ist das Bundesverdienstkreuz und das finde ich auch ganz geil. Und ich fand es stark, dass ihr damals, ihr wart ja damals mit, die am stärksten Betroffenen und euch ging es ja wirklich nicht gut und trotzdem habt ihr noch so dieses Signal, es gibt noch welche, an die wir jetzt stärker denken müssen, auch wenn es uns richtig schlecht geht. Uns ging es insofern nicht schlecht, weil wir waren ja gesund und wir hatten ja Zeit, wir durften nur nicht, also das war ja das eigentlich Schlimme für uns, uns ging es ja nicht schlecht, sondern uns ging es gut, wir waren gesund, wir waren immer noch da, wir hatten unsere Läden nach wie vor, die waren ja nicht durch sowas wie eine Flut geschädigt oder so, das war alles heil, das war alles norn und das ist aus dem Vollbetrieb gekommen und ich glaube, dass auch diese Bande der Gastronomen und gastronomisch arbeitenden Menschen, das ist eine besondere Bande, da ist schon irgendwie auch eine Energie da, die ist ganz toll und vielleicht war das noch viel egoistischer gedacht, dass wir gedacht haben, Hauptsache arbeiten, also Hauptsache wir tun was, Hauptsache wir machen was, Stillstand, also oder eben Passivität, Hilflosigkeit, das empfinden wir glaube ich als schlimmer, als nicht zumindest was machen und es hat auch wahnsinnig viel Freude gemacht, weil vielleicht war es auch für uns eine Art von Psychotherapie, dass wir gedacht haben, wir haben auch eine Bedeutung, was die Politik ja selten zum Ausdruck bringt. Aber kann das sein, dass durch die Corona-Krise, wenn es was Gutes gegeben hat, dass die Politik jetzt ein anderes Verständnis und ein anderes Verhältnis zur Gastronomie hat? Die Politik ist, aber so Hubertus Heil oder Scholz. Also was ist, dass mehr hinter den Kulissen gesprochen wird als jemals zuvor, dass mehr hinterfragt wird und auch mehr angefragt wird als zuvor und vielleicht noch nicht in der Art und Weise, wie es noch sein könnte, aber ich glaube, dass man in einen Prozess der Kommunikation eingetreten ist und ich hoffe, dass wir den beibehalten können, denn es gibt Problematiken in unserer Branche, wie in jeder anderen Branche auch, die vielleicht noch ein bisschen einer Weiterbearbeitung bedürfen. Ist nicht ein Kernproblem, dass ihr, ihr seid ja nicht nur Gastronomie, ihr seid ja ein extremer Bestandteil der deutschen Kultur. Ihr seid ja ein Kulturbetrieb. Essen ist ja Kultur. Ja, also ja. Also die Kultur war ja dann, war auch, hat ein Schatten da sein in der Pandemie, aber das war schon, darüber wurde gesprochen, das war wichtig, die muss erhalten werden und so. Letztendlich ist das, was ihr macht, es geht ja nicht nur um Essen und Trinken. Es geht ja um kulturelle Elemente, die jahrhundertealte Traditionen haben. Es ist, glaube ich, ein diffuses Bedürfnis und ein Grundbedürfnis der Menschen Essen und Trinken und ich rede jetzt nicht von dem hoch angesetzten Essen, sondern ich glaube, es ist, dieses Essen und Trinken ist halt nicht nur Nahrungsaufnahme und ist nicht nur Flüssigkeitsaufnahme, sondern ist auch ein Mittel der Kommunikation. Es ist ein generationsübergreifender Klebstoff, ein religionsübergreifender Klebstoff. Menschen mit unterschiedlichen Fußballleidenschaften, ist es eigentlich, also es bringt dieser Tisch, dieser, es hat eine Bedeutung, es ist die Feuerstelle, es ist ein bisschen der Moment des Geschichtenhörens und Erzählens und es ist vielleicht eine kleine Auszeit heutzutage, aber ich glaube, dass viele, wie soll ich sagen, Konflikte, die über Essen und An, bei Essen und Trinken ausgetragen werden, nicht an die Härte bekommen, wenn sie ohne ausgetragen werden würden. Es ist der Moment des Austausches, der Reflexion, des Miteinanders, des Diskutierens, des Streitens, des Liebens und von daher glaube ich auch, dass wir eine gesellschaftliche Funktion haben. Wir sind das Jugendzentrum nur bezahlt und für alle. Und die kulturelle Bedeutung dahinter ist, dass wir über die Kulianik noch eine Identität haben. Also wenn ich nach Italien fahre, dann bringe ich eine kulinarische Erinnerung mit. Dann erzähle ich, oh, ich habe da die Pasta gegessen und da war die Nonna. Das ist Kultur. Das ist genauso und leider haben wir das eine Zeit lang aus dem Auge verloren, dass wir dem nicht mehr die Wertschätzung entgegengebracht haben. Aber wenn ich als Deutscher, entweder jemanden Deutschen irgendwo im Ausland besuche, bringe ich Essen mit. Ich bringe ein Schwarzbrot mit, ich bringe eine Lieblingsbarmelade mit, ich bringe, das Brot ist eine Sache, das ganz viele Leute vermissen. Dass wirklich Menschen, die im Ausland leben, das deutsche Brot vermissen oder ihre Brote vermissen. Dass, wenn Menschen, wenn ich nach Japan fliege, dann werde ich in japanische Restaurants eingeladen, um an dieser Kultur zu partizipieren. Das ist eine Art Visitenkarte, eine erlebbare Visitenkarte, eine verständliche Visitenkarte für jedermann. Und so sehe ich uns eigentlich auch. Wenn wir, wir sind auch ein Aushängeschild für die Hansestadt Hamburg und wir sind auch ein Motivator für Menschen nach Hamburg zu kommen. Also wir sind ein Grund, warum Menschen die Reise antreten. Für Kevin Fehling fliegen die Menschen weltweit ein. Weltweit. Er gehört zu den besten Köchen der Welt. Das ist John Neumeyer in Kulinarisch. Das ist großartig. Also wer das nicht versteht, dass er zu den Besten der Besten gehört, der versteht nicht, warum das so wichtig ist, dass es auch solche Orte eben geben muss und dass sie eben auch wirklich eine besondere Bedeutung haben. Also ja, Kultur, es ist keine E-Kultur, es ist O-Kultur oder es ist so ein Ü. Machen wir U-E. Aber in anderen Ländern ist das anders. Stimmt es, dass in China Essen alles ist? Dass die Menschen Tag und Nacht über Essen reden, gern essen und dass das alles viel stärker das Leben prägt als bei uns? Ich würde jetzt ungern mit China ankommen, was das Essen angeht, weil da läuft auch einiges verkehrt, aber grundsätzlich ist das Essen noch ein anderes Essen. Also da gibt es, da wird unterschiedlich gegessen, da geht es mehr um Konsistenzen, da geht es um frische Zutaten, also frische im Exzess. Stimmt. Da geht es auch um Knorpel, da geht es um Häute, da geht es um Kämme, also Dinge, weil die eine Konsistenz anbieten, nicht weil sie besonders lecker sind, das macht die Sojasauce, aber weil das Kaugefühl ist ganz wichtig bei den Asiaten, oder bei den Asiaten, bei den Chinesen, auch nicht bei allen, in einer bestimmten Form der Küche. Ich weiß nicht, ob das nicht dieser Blick immer ist, in Deutschland, in Deutschland, ich kenne ganz viele Leute in Deutschland, die sehr offenen Auge durch die Gegend laufen, die gucken, die Produzenten angucken, gute Gastronomie angucken, das Ganze mit Wertschätzung betrachten. Manchmal habe ich schon fast das Gefühl, wenn ich selber essen gehe oder unterwegs bin, ich weiß nicht, wo die wirklich billig ist, geil Mentalität ist, sondern die Leute haben eine gewisse Wahrnehmung, aber der Held im eigenen Land ist manchmal nicht so viel in der Wahrnehmung wert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass alle anderen Länder sehr viel geiler sind, also das kann ich nicht behaupten, also England definitiv nicht, da habe ich gelebt und da haben das manche Tiere bei uns in Tierheimen besser, so, was du da teilweise essen musstest, wirklich, das war eine Katastrophe. In Frankreich, ich habe nirgendwo schlecht gegessen wie in Paris in meinem Leben, ich in Italien, die Nonners sterben aus, das heißt, die Restaurantküche ist eigentlich eine, also die, so wie wir sie kennen, die Osteria Trattoria, ist eine Küche, die glaube ich nicht, dass sie lange noch überlebt, weil die, es kommt kein Nachwuchs mehr nach, es ist auch uncool geworden, es ist genau dasselbe Problem, wie wir die auch haben, die heimische Küche bleibt vielleicht noch erhalten, aber die haben auch ein Problem, die Spanier kaufen mehr Industriefutter als wir, die vermeintlichen mediterranen Länger, die haben eine höhere Fettleibigkeitsrate, also wenn man sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt und die romantischen Klischees mal wegschiebt, irgendwie so, stehen wir gar nicht so schlecht da, also, ich weiß immer nicht, wenn wir sagen, wer hat Essen und Trinken nicht als Lebensmittelpunkt, gut, da wird es einige geben, aber so what? Also, das muss ja nicht der Lebensmittelpunkt sein, das ist, wir sind nicht mehr in der Versorgermentalität, also, es geht nicht darum, dass wir morgens aufwachen und überlegen, welches Tier lege ich heute irgendwie, damit ich abends, was heißt das, auf dem Teller habe, das haben wir nicht, sondern wir haben eine Überflussgesellschaft, wir haben Überflussangebot und daraus jetzt die richtigen Zitate zu ziehen, um daraus ein intelligentes Angebot zu stricken, das ist glaube ich eine Herausforderung, aber das ist eine weltweite Herausforderung. Wirst du von Freunden zum Essen eingeladen, die nicht Köche sind? Ja, das Gute ist, ich habe sehr viele Freunde, die nicht Köche sind, weil ich, so gerne ich koche, so gerne ich mich auch mit meinen Kollegen auseinandersetze, ich mache auch gerne mal Feierabend und das ist so ein bisschen, als ob Franz Beckenbauer in Fußballschulen zum Essen geht, also ich mache dann auch echt Feierabend und meine Freunde bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen Berufsschichten, ebenen sozialen Schichten und Herkunftsschichten irgendwie und ja, die laden mich ein. Und dann kochen die und die sind dann nicht so, oh Tim, tut mir leid, also man hat immer das Gefühl, man muss sich dann immer gleich entschuldigen, sagst du mir leid, das hasse ich. Hast du ja. Kochen ist keine Leistung, ich habe vorhin das banale Beispiel gebracht, das Butterbrot ist, dass jemand anderes schmiert, zu dem, was du selber dir schmierst. Das ist Kochen. Und wenn du anfängst, mich beeindrucken zu wollen und dein Klugscheißer ist, ah, das kann ich nicht ab, also dann irgendwie war ich da vorsichtig, jetzt fängst du an mit dem Experten zu reden. Du sagst doch nicht, du isst einfach und sagst, oh lecker, Mensch, schön. Ich mag das auch. Ich mag es wirklich, also da ist bei mir, ich will nicht sagen, kein Anspruch, weil das wäre respektlos den Leuten gegenüber, die mir was kochen. Ich mag das. Also das ist, wir tun immer so, jetzt mal ehrlich, jeder oder viele von uns glauben ja, dass unsere Mütter oder unsere Omas die besten Köche der Welt waren. Ich war bei Müttern essen. Die waren weit entfernt davon, die besten Köchen der Welt zu sein. Aber für den Menschen waren es die. Also das heißt, das war noch nie anders. Also nicht jeder konnte, oder das war immer ein Hochgenuss, was du essen konntest, oder mollt, aber es war immer Seele, es war immer irgendeine Verbindung dahinter. Und das ist doch, wenn jemand kocht, dann kocht er. Und wenn ich merke, er macht einen Fehler und könnte vielleicht diesen Fehler vermeiden, weil er es nicht weiß, oder weil er mit wenigen Hinweisen, ohne ihn zu verletzen, könnte ich ihm dabei helfen, in Zukunft das Produkt gleichmäßiger oder schöner zu machen, dann gebe ich den Tipp. Aber würde ich sagen, das hat mir nicht geschmeckt? Nein. Nein, nein. Das ist niemals. Du sagst dann aber am nächsten Mal ein bisschen weniger davon. Nee, weniger nicht. Weniger nicht. Nein, ich meine, also als Tipp, mit zu viel Salz, zu viel Pfeffer, keine Ahnung. Was sagst du den Leuten dann, wenn du das Gefühl hast, ah, da sag ich gar nichts. Also Salz weiß jeder, so, das merkst du dem Gastgeber ein, also wenn das so salzig ist, dass du was sagen solltest, dann halt weg damit. Also, er ist ein super, ich muss kurz ans Telefon, irgendwas, keine Ahnung. Ich meckere nicht, überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht. Wir kommen zum Ende. Was? Wir kommen zum Ende. Ich wollte doch dir eine Geschichte erzählen. Hast du noch eine Geschichte? Ja, hast du eine von deinen Fragen gestellt? Ich habe alle Fragen gestellt. Alles gut. Also bis auf eine, die stelle ich ganz zum. Also, um auch diese Geschichte von Kulinarik zu erzählen. Und ich, 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 ich finde, es ist eine zauberhafte Welt, die wir haben. Und dazu gehört auch Verbalisierung. Und jeder hat so seine Lieblinge, also als Produkte, als Geschmack, aber am Ende des Tages ist alles subjektiv. Ich hatte eine Situation bei mir in der Bollerei. Da gab es zwei Leute, die haben sich über die, die, die über das Entrecot beschwert. Und das ist ungefähr fünf, sechs Jahre, nicht sieben Jahre, muss das bald her sein schon. Boah, Alter, die Zeit rennt. Das ist sieben Jahre her. haben sich über das Entrecot beschwert und wollten unbedingt mit mir reden. Dann bin ich halt hingegangen und waren zwei Typen, ich sag mal so, Biefleser, Biefleser, also Menschen, die sich damit beschäftigt haben, schon mal. Sehr beschäftigt haben und über Cuts und Zubereitung und Wirtssoßen und bestimmte Pfeffersorten aus aller Herren Länder besonders Bescheid wissen. Nicht, was man damit macht, aber sie wissen darüber Bescheid. Und die haben halt gesagt, das Entrecot war nicht so wie beim letzten Mal. Und dann meinte ich, was war denn das Problem? War es nicht gut? Ja, doch, war gut, aber es war größer. Wie größer? Ja, es war breiter und es war auch dünner geschnitten diesmal. War es denn aber zu wenig? Und ich so, und die so, nee, aber es war irgendwie nicht wie beim letzten Mal. Es tut mir leid, es war auch eine andere Kuh. Ja, also so als allererstes. Das ist ein Lebensmittel. Das verändert sich manchmal. Es lässt sich nicht alles normen. Und dann waren die aber so ein bisschen blöd irgendwie so und dann habe ich gesagt, ah, Jungs, ihr seid, ihr könnt euch ein bisschen raus, kann das sein? Habt ihr Bock, was auszuprobieren? Und jetzt mache ich die Geschichte vorne auf. Ich hatte am Vormittag gedreht für die ARD eine Dokumentation über Fleischproduktion und Lebensmittelproduktion und habe unter anderem mit Transglutaminase gearbeitet. Sagt euch das was? Das ist ein Eiweiß, mit dem man sozusagen Kochschinken zusammenkleben kann. Angeblich in Deutschland, also nicht deklarationspflichtig, damals zumindest, angeblich in Deutschland nicht im Einsatz. Trotzdem ist Deutschland das größte Abnehmerland dafür. Kann man sich denken, was man will. Und ich habe versucht, Fleisch zu faken. Das heißt, ich habe ein Rinderfilet gekauft und ich habe eine Rinderbrust gekauft. Rinderbrust 8 Euro, Rinderfilet 40 Euro. Hab die Rinderbrust durch den Fleischwolf gejagt, habe, ich sage mal, wie ein grobmotorischer Crack-Dealer das Transglutaminase darüber gestreut, habe das in eine Alufolie gerollt, damit das aussieht und die Form bekommt wie ein Rinderfilet, habe das runtergeschnitten und gegrillt. Wenn du ein bisschen Abstand hast, hast du den Unterschied nicht erkannt. Also selbst ich, der es zubereitet hat. Wenn du es gegessen hast, hast du ein ganz kleines bisschen den Biss gemerkt. Aber es war faszinierend zu sehen, wie schnell man bescheißen kann. Hatte dann noch so ein Stückchen da, weil ich das eigentlich jemandem zeigen wollte und dann saßen diese beiden Jungs vor mir und da habe ich gesagt, ihr kennt euch richtig aus, ne? Ja, wir haben auch das schon und da waren wir essen und das langweilt mich sowieso immer. Und dann meine ich, pass auf, ich habe meinen eigenen Fleischkühlschrank, als ob ich einen eigenen Fleischkühlschrank, also was für ein Nerd muss ich sein, dass ich meinen eigenen Kühlschrank im Laden habe, wo mein Fleisch drin ist. Hab mir irgendwas aus den Fingern gesungen, hab gesagt, ja, das ist eigentlich eine schwarz-belgische, aber diesmal hat sie einen bisschen Einschlag gehabt irgendwie so, die ist die letzten sechs Monate da mitgefüttert worden und mehr in Südhanglage, bla, bla, bla. Das Ganze wurde erst zwei Wochen Wasser gereift, anschließend trocken gereift, dann haben wir es noch vier Wochen im Bienenwachs eingewickelt und haben irgendwas damit gemacht. Also all das, was die Leute heutzutage machen. Und die hängen mir so an den Lippen und nicken und nicken und nicken und ich sage, das Ding ist, das ist, ich habe noch ein bisschen da, ich habe nicht viel, 400 Gramm habe ich vielleicht noch da, ist halt echt teuer. Oh ja, wie viel denn? Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie geplabbert, ich sagte irgendwie, ja, 700 Euro das Kilo. Weiß nicht, was mich geritten hat. Ich dachte so, jetzt spätestens sind sie raus. Oh, das ist ja cool. Und dann meinte ich so, wollt ihr mal was probieren? Und die, oh, das wäre toll. Und so, ja, aber ich habe echt nur noch 400, also jeder 100 Gramm, mehr kriegt ihr nicht. Ich kalkuliere auch keinen Aufschlag, nur Einkaufspreis. 700, 8 Euro Wareneinsatz, aufs Kilo, 4 Euro. Und ein bisschen Handarbeit natürlich drin. Und ich habe das zelebriert und habe das genossen, irgendwie so ein wenig in die Küche gegangen, dieses Transgloderminase-Fleisch gebraten, irgendwie so gegrillt, großen weißen Teller, den ich finden konnte, irgendwie eine Flasche Oliven mit Meersalz in der Hand, ab an den Tisch ran, stellt den beiden das hin und sagt, ja, also ihr könnt natürlich ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, aber ich würde euch den Genuss empfehlen, einfach einmal pur, damit ihr euch diesen Geschmack merkt, weil der ist irre. Und dann schneiden sie so ein Stück Fleisch und der eine nimmt das Stück Fleisch in den Mund und meine absolute herbeigelaberte Geschmacksreaktion, beißt das, macht die Augen zu und schüttelt sich so ganz kurz. Ich sage, boah, das ist fantastisch, das ist ja großartig, das ist ja das Beste, was ich je gehe, unfassbar, unfassbar. Da habe ich sie noch zwei Minuten leiden lassen, also habe sie in den Glauben gelassen, habe ich gesagt, Jungs, und jetzt, das ist das, bitte fangt nicht an mit mir eine sinnlose Diskussion, weil es ging um die Qualität des Vorstückes eigentlich noch und sie haben dummes Zeug geredet, sie haben mich beleidigt in dem Moment auch, weil sie mir sozusagen was vorgeworfen haben, was einfach nicht ist und wollten sowas wie Experten erscheinen. Da habe ich ihnen einmal gezeigt, wie schnell man nicht zum Experten wird und wie schnell man dumm dastehen kann, wenn man seine Worte nicht weise bedenkt, mit wem man in eine Diskussion einsteigt. Es sind auch Freunde, inzwischen, die fanden es erst unverschämt, aber dann schlussendlich, ich bin da noch ein paar Mal hin und habe gesagt, das war jetzt auch nicht böse, ich wollte es einfach nur, weil auch ich muss nicht alles nur aufsagen wie ein Schwamm und Ja und Arm sagen, auch ich darf eine Haltung dazu haben, sind nicht Freunde, aber gute Bekannte. Also zum Geburtstag werde ich immer noch nicht eingeladen und zum Grillfest auch nicht, aber auf jeden Fall kommen sie noch regelmäßig in den Laden rein und das ist eben so dieses Ding, dass man Geschmack, gerade was Kritik angeht, wenn ihr Restaurants besucht oder ihr habt ein Erlebnis oder ihr seht was und es gefällt euch nicht. Das ist total legitim. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal überprüfen, warum es einem nicht gefällt. Habe ich vielleicht gerade Stress mit meinem Mann? Habe ich vielleicht heute einen scheiß Arbeitstag gehabt? Bin ich gehetzt zum Essen gegangen? Habe ich andere Erwartungshaltungen gehabt? Auch das, ich hatte mal zwei Frauen bei mir sitzen, da war ich noch im weißen Haus und Gott, das war eine Aura des Kalten. Das war so, da gab es ja Eisprinzessinnen noch nicht, aber da dachte ich so, wow, wenn du dir anfasst, dann frierst du weg. Die waren unfreundlich, aber nicht unfreundlich, sondern also nicht aggressiv, aber die waren so, das passt nicht. Und dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, meine Damen, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich wohlfühlen und haben wir was falsch gemacht? Weil irgendwie, ja, wir haben uns das hier irgendwie anders vorgestellt und irgendwie ist uns das hier auch zu, also nicht negativ, die waren total nett. Und dann meinte, soll ich ihn nehmen an, das Tafelausbau auf der anderen Straßenseite an dem Hafen da, Darling Haber hieß es damals noch, soll ich ihn einen Tisch im Darling Haber klar machen? Und die gucken so und denken, ich will sie rausschmeißen. Ich mache das nur, weil sie haben doch nichts von dem Abend, wir haben nichts von dem Abend, das ist doch gar kein Problem, das ist eine falsche Erwartungshaltung, das ist in Ordnung. Und habe dann wirklich im Darling Haber angerufen, bei Freunden, das waren Freunde von mir, die es gemacht haben und die haben den Tisch klar gemacht, die sind rübergegangen, Taxi, ich habe denen noch eine Flasche Champagner auf den Tisch stellen lassen, nur EK, unter Kollegen macht man das manchmal so, dass ich dann nicht den vollen Preis mache und das war ein Winner-Winner. Und deshalb, man darf Dinge nicht gut finden, man darf, und das ist so manchmal, warum Kritik so verletzend ist, auch in der Gastronomie, ist, ich mache jetzt seit 1900 irgendwas, Gastronomie, also über 30 Jahre bald, ich habe noch keinen einzigen Menschen bei uns in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe, ich habe alles erlebt, die Imbissbuden, das Szenerestaurant, das Sternerestaurant, und das Grand Hotel, die Bumsbude an den Elbbrücken, also wirklich, ich habe alles gekocht, ich habe noch nie einen Koch gesehen, der mit Absicht was falsch gemacht hat, noch nie, noch niemals, der gesagt hat, ist mir egal, hau die Rotze raus, ich kenne die Geschichten nicht, wo angeblich Leute mit ihrem Genital die Suppe unrühren, weil die Temperaturen nicht geschieht, was für ein Blödsinn, ich kenne nicht, wo mit Absicht irgendwo rein, das sind vielleicht irgendwelche, aber nicht in der Form, wo wir eigentlich unterwegs sind, und Kritik ist wahnsinnig wichtig. Aber dann sag mal, wie soll man sie, das geht mir auch so, wenn man denkt so, ja, es war jetzt gut, aber ich würde irgendwie was sagen, und dann kommt der Kellner und hat es geschmeckt, ja, danke. Man traut sich, wie äußert man dann so? A kann man immer sagen, ja, es hat mir jetzt nicht ganz genau geschmeckt, jetzt würde ich rausgehen, wenn ich merke, das ist eine relevante Beschwerde, gehe hin und dann will ich wissen, was nicht geschmeckt hat. Hattest du das mal, dass dir irgendwas nicht geschmeckt hat? Bei dir nicht. Gute Antwort. Damit würde ich jetzt auch gerne den Abend beschließen, bevor ich jetzt noch noch einen erwische, bei dem es geschmeckt hat. Aber hattet ihr mal so einen Moment im Restaurant, wo es euch nicht geschmeckt hat? Ja. Koch ist nie, aber jetzt, ich spiele ja das Spiel durch, das geht ja um beide Seiten, beide Seiten müssen sich entwickeln. Was hat nicht geschmeckt? Okay, dann war es nicht so schlimm. Aber hat jemand noch eine? Ich habe ein konkretes Beispiel. Ich war neulich in einem Laden, ein wirklich toller Laden und das Essen war halt einfach viel zu scharf. Es war viel zu scharf und am Nachbarn-Tisch hatte der Typ auch schon gesagt, boah, ist das scharf und ich kriegte das auch und es war mega scharf, mega scharf und ich habe es dann gegessen, hinterher war mir richtig schlecht übrigens und habe ich aber währenddessen nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, naja, es soll wahrscheinlich so scharf sein und ich trottel hätte ja auch vorher fragen können, wenn der irgendwie auch steht mit Salsa so und so, kann ja auch mal scharf sein. Inder? Nein, nein, kein Inder, nein. Nein, also Inder. Also richtig, also richtig. Was stand da? Was? Was stand da? Salsa. Salsa was? Ja, es war ein gegrillter Wirsing mit Salsa und hast du nicht gesehen. Ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt Schärfe erwarten, aber gegrillter Wirsing würde ich schon nicht bestellen. Selbst schuld. Nein, das ist... Ach, wir den Schaf. Nein, grundsätzlich ist es, dass man eben auch überlegen muss, was ist die Kritik. Oft ist Kritik sehr berechtigt und dann finde ich das auch geil, wenn man die äußert, weil dann kann ich reagieren. Und wenn ich ein Stück Fleisch rausbringe, das ist C. Sofort Bescheid geben, weil wir testen nicht jedes Steak. Wir testen eine Charge und in dieser Charge können unterschiedliche Softheitszustände sein. Das ist keine böse Absicht, das ist für uns ein leichtes. Was ich halt manchmal schwierig finde, auch für uns als Gastronomen, ja, wir haben den Fehler gemacht, wir haben einen Achtertisch und alle Hauptgänge kommen zurück, weil die Herrschaften zusammen essen wollen. Das ist, verstehe ich total, aber es ist eine wirtschaftliche Vollkatastrophe. Das ist bei unseren Preisen fast nicht möglich, dass wir das machen. In dem Moment zahle ich drauf, da würde ich Ihnen lieber 20 Euro in die Hand geben und sage, geht woanders essen. Nicht, weil ich das nicht... Ich mache Verluste. Das ist schwierig. Okay, wenn ich hingehe und sage, ja, das war mir zu salzig, total legitim. Ich konnte mit dem Geschmack nichts anfangen, total legitim, weil ich versuche dann rauszufinden, was der Geschmack ist. Aber wenn mir jemand erzählen will, das war nicht richtig, dann sage ich, da müssen wir jetzt erstmal anfangen zu diskutieren, was denn richtig ist in der Welt von Kulinarik. Da hatten wir vorhin Kevin Fehling als Beispiel, der sagte, es muss so sein. Er darf das sagen, weil seine Küche ist so, die muss so sein. Jeder Koch hat eine Idee von einem Gericht und er denkt sich was dabei. In den meisten Fällen packt er es so auf den Teller, wie er es für richtig hält. Manchmal interpretiert man da die Bedürfnisse des Gastes falsch. Manchmal setzt man aufs falsche Pferd. Manchmal macht man vielleicht auch einen Fehler. Deshalb ist die Form von Kritik ganz richtig. Was ich in der Katastrophe finde, ist, wenn Leute negative Emotionen aufbauen, weil es nach ihrem Empfinden zu teuer ist, weil es nach ihrem Empfinden zu laut ist, weil es nach ihrem Empfinden zu groß ist, weil es nach ihrem, es gab schon eine Kritik, die wurde über mich geschrieben, weil ich die falsche Hose anhatte. Wo ich dann sage, anstatt dass er sich freut, dass ich da bin, wird mein Modestil kritisiert. Wo ich sage, ja, kann man drüber diskutieren, aber auch Gast, und das finde ich gerade durch Corona wieder sehr, sehr schön, sehr, ist wirklich ganz toll, bin ich wahnsinnig dankbar für. Von beiden Seiten, Gast und Gastgeber sind wieder eine Einheit geworden. Ist das so, tatsächlich? Ist mein Eindruck. Okay. Es gibt einige andere. Also man hat gemerkt, wie sehr man einander vermisst hat. Ja, und wie sehr man das wertschätzt. Und wir haben gerade sehr viele alte Stammgäste wieder im Laden, die das so wieder aufsaugen, die wieder da sind. Was wir auch haben, obwohl wir haben es gerade echt wenig, muss ich wirklich sagen, aber auch Leute, die sagen, naja, gib dir ein bisschen mehr Mühe, weil sonst, du hast es ja wohl nicht nötig nach Corona. Auch solche Aussagen treffen uns Menschen gegenüber. Auch Schnippereien oder verbale Unverschämtheiten, übergriffige Verbalattacken, habe ich vorhin am Anfang erzählt, meinen Mitarbeiterinnen gegenüber, Mitarbeiterinnen heutzutage, obwohl ich echt denke, Digga, das ist so 70er und da war es schon scheiße, haben wir jetzt gerade gehabt. Das ist eine ganze Menge, was immer auch da muss, aber ich habe eben grundsätzlich das Gefühl, dass wir da zusammengewachsen sind, dass es wieder genau das ist, was es ist, nämlich wir sind professionelle Gastgeber, ihr seid gute Gäste, dass wir diesen unschönen Moment dazwischen haben, eines Bezahlvorganges, das ist wie es ist, weil ihr bekommt was, wir versuchen davon zu leben, irgendwie so, aber das hat gerade nicht mehr so die Dominanz und ich bin einig, jetzt gerade ist eine tolle Zeit für die Gastronomie, eine tolle Zeit für die Kreativität, das Angebot ist größer, die Ahnung der Gäste ist höher denn je, das heißt, die Blindschleichen werden von ganz alleine selektiert, weil Gäste sich wirklich gut auskennen, informierter sind und auch dieses übermotivierte Hobbykoche-Jeske auch abgelegt haben, auch die Zeit ist momentan Gott sei Dank vorbei. Weil Leute froh sind, dass sie nicht mehr selber kochen müssen, genug selbst gekocht? Nee, ich habe das Gefühl, wir haben echt genug darüber gesprochen, wir haben genug über Essen gesprochen, jetzt ist es an der Zeit, mal wieder Essen zu essen. Das ist was Schlaues, das ist echt schlau, da kamen wir gerade relativ spontan rüber. Das ist irre und vor allem nach fast acht Stunden, der beste Satz kommt bei dir nach acht Stunden. Ja und ich werde gerade erst warm. Ich merke es schon. Na wirklich so. Nee, aber das finde ich sehr, sehr schön und ich mag die Zeit gerade sehr, weil sie ist kreativ, sie ist jung, sie ist fresh, die Leute, es busselt ein bisschen, es kribbelt. Es busselt? Ja, es busselt, kribbelt, so diese kleine Aufgeregtheit, die man hat so vom Konzert oder vom Kinofilm oder von der Flugreise oder vor irgendwas, weißt du sowas, wo du jetzt nicht bist, sondern so, das kleine Kribbeln, das ist da. Geben die Leute mehr Trinkel? Das war ja so ein bisschen die Erhoffnung. Das weiß ich nicht, ich nehme keins. Aber deine Leute kriegen Trinkel. Ja, aber das frage ich ja nicht. Komm, das kriegen die Köche auch? Wird das geteilt? Ja, wir haben eine prozentuale Verteilung, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Sehr gut. Also das ist so, weil der eine Kellner, ja, ich habe heute nur 40 oder so und dann denke ich, Freitagabend? Jupp. In Anführungszeichen, deshalb haben wir das irgendwann mal zum Modell gemacht. Weil Freitagabend, Kellner 40 ist viel zu wenig. Das war eine dahergesagte Zahl. Okay. Tim, wir kommen, es ist irre, wie gesagt, Sie sind ja noch nicht so lange da, leider, aber wir sitzen hier seit 2 Uhr und ich glaube, wir haben uns kaum, haben wir uns wiederholt an einer Stelle, ich glaube nicht. Ein, zwei Mal haben wir drauf gemacht. aber die schnell raus. Haben wir mal die eine oder andere Publikumsfrage? Gibt es noch eine Publikumsfrage, die könnten wir jetzt noch stellen, bevor dann hier vorne, würden Sie einfach, kriegen Sie das so, wir haben noch ein Mikro, haben wir ein Mikro? Haben wir ein Mikro? Ja, aber das ist ja 2 Meter von mir entfernt. Ich kann die Frage wiederholen. Aber die da hinten hören das ja nicht. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Sie mit Herrn Henssler gemeinsam ein Lokal aufmachen? Genau. Der Jan Henssler, der ist relativ, der Stefan Henssler, der Jan Henssler, heißt er nicht Steffen? Ja, aber haben Sie nicht Jan gesagt? Nein. Achso, Entschuldigung, doch, hat der Jan gesagt. Ich habe einfach übersetzt, ich hänge Ihnen das einfach an, damit ich nicht schon wieder, das wäre so ein bisschen so, als wenn es sein Paul, Steffen und ich haben in der Tat auch überlegt, zusammen zu fusionieren in der Krise, weil er ein Lieferkonzept aufgebaut hat, also die Struktur, das Backup dafür, dass wir wirklich was Gemeinsames machen, aber ich sage mal so, Kirche im Dorf lassen, ich denke, es ist genug in der Stadt von uns beiden und Ernsthaft drüber, was wollt ihr denn fusionieren? Ihr wolltet seinen Lieferdienst mit der Bollerei fusionieren? Nee, wir beide, also so Hanni und Nanni, so Ed und Schleck und also irgendwie so dick und doof. Früher war ich ja noch dick, da war es so dick und doof. Jetzt ist es halt so dick und doof. Aber das wäre ja, der ganze Gag wäre weg, ne? Das wäre so, als wenn der FC St. Paul und der HSV zusammen eine Weihnachtsfeier machen würden. Das wäre sehr schön. Ich finde, ich finde, diese Identität, die jeder hat, finde ich gut. Aber diesen Pseudo-Beef zwischen St. Pauli und der HSV, also ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, dass sich ernsthaft erwachsene Männer auf den Kopf hauen, weil erwachsene Männer in kurzen Hosen gegen Lederball treten. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wie hieß die Firma? Die Firma wird dann Henssler und Melzer heißen. Nee, Melzer und Henssler, klingt schön. Nein, nein, aber das soll ja nur zeigen, dass, ja, da ist so viel Kreativität, da ist so viel, da ist so viel Miteinander und die Stadt ist groß genug, um zwei von uns zu ertragen, Gott sei Dank an der Stelle. Und wir haben auch solche Sachen mal besprochen, aber wir wissen auch selber, auch manchmal, also manchmal ist auch genug. Weißt du, was du meinst? Das ist so, ich will nicht das nächste H&M, Pimp, oder Starbucks werden, wo egal in welche Richtung du blickst, hängt da ein Straßenschild irgendwie von der, also mein Name wird mir gefallen, aber wenn seiner da auch noch sein hat, dann wäre ich schon genervt. Gibt es noch weitere Fragen? Die Chance ist da. Nein, nein, wünsche ich eine gute Nacht, husch wir schon ins Bettchen, oder genieße noch den einen oder anderen Drink hier an der Bar, das darf man glaube ich, Natürlich, vielen Dank, vielen Dank, dass sie da war, das ist ja toll, nach Entscheidertreffen Heider endlich mal wieder live, die nächste, das nächste wird sein mit Michael Otto und Alexander Otto, Anfang nächsten Jahres. Auch, auch, also auch, zum Beispiel, nicht so lang. Was? Nicht so lang. Nein, aber der alte Otto, wie hieß er? Werner, Otto? Ja, dem habe ich als einer meiner ersten Küchenchefsjobs war im Museum für Hamburgische Geschichte und habe sein Jubiläum, Firmenjubiläum oder sein Geburtstag gekocht, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, das ist auch ein paar Jahre schon her und da hat er mal gezeigt, was Hamburg ist. Das war wirklich ganz großartig, wir mussten alle antanzen, die Köche, die Kellner, die Mitarbeiter, die Barleute irgendwie und wir dachten schon so, was ist ein bisschen eigen und dann kam der alte Otto, ging an uns vorbei, schüttelte jedem höchstpersönlich die Hand vor der Veranstaltung, hat jedem 50 Mark in die Hand gedrückt und hat sich bedankt, dass wir heute an seinem Tag für seine Gäste da sind. Das ist toll. Das hat mich beeindruckt. Das fand ich so dankbar. Halt der Trick auch irgendwie Trinkgeld vorher geben, oder? Ganz am Anfang? Das musst du nicht machen, ich fand es nur damals so, was für ein großer, also was für, was so, das hatte Stil, das hatte echt einen Charakter, das fand ich schon sehr bemerkenswert, das hat einen jungen Menschen beeindruckt. Kleiner Otto, das muss ja dann schon ein 90. Geburtstag, kann es gewesen sein, kann auch der 100. War spät, war spät. War gar noch der 100. Geburtstag. Lieber Tim, vielen, vielen Dank, es war eine große Freude, große Ehre, gerade wenn du jetzt noch in Berlin gerade dieses unterwegs bist, dass du dir so viel Zeit für uns alle genommen hast, für das Hamburger Abendblatt, das hat mich sehr gefreut, ich fühle mich sehr geehrt. Darf ich noch eine Frage stellen? Du darfst eine Frage stellen. Hast du denn Kontakte wegen der Ehrenbürgerschaft, oder? Das ist ja, nein, in dem Sinne. Das ist ja, Ehrenschleusenwärter, guck dir mal an, die viele Ehrenschleusenwärter sind später auch Ehrenbürger geworden. Muss man nicht in Hamburg geboren sein, um Ehrenbürger zu werden? Nein, nein, nein. Nein? Nein, 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 das spielt keine Rolle. Na komm, dann mach mal. Udo Littenberg ist ja nicht in Hamburg geboren, der ist ja in Gronau geboren. Stimmt. Und du bist ja nun ganz dicke mit Olaf Scholz, da muss ja wahrscheinlich... Und fragt man da an, oder wird man da vorgeschlagen? Ja, ich glaube, anfragen ist... Dann hat sie das erledigt. Dann hat sie das erledigt. Ich war ja schon jetzt mit... Ich bin ja schon mit Peter Tschentscher war ich ja auch schon, und mit Olaf war ich ja auch schon. Also du... Jetzt schließen wir es ab. Du bist auf dem richtigen Weg. Das Interview, also den heutigen Tag haben wir damit angefangen. Ich habe ein Interview mal mit Olaf Scholz gehabt, und wie wir uns kennengelernt haben. Und das war auf der Herrentoilette im Hamburger Volksparkstadion. Genau. Und jetzt können Sie nämlich, wenn Sie jetzt einfach an der Stelle können Sie wieder von vorne anfangen, dann schließt sich das an. Und wenn ich jetzt mein Freund Olaf, mit dem ich ja sozusagen schon sehr in intimen Momenten, und Peter Tschentschi, sozusagen sich gemeinsam zusammenrotten und mich dann vorschlagen, meinst du, da geht was? Ja, es dauert noch ein bisschen, aber das kann schon... Ja, keine Eile. Keine Eile. So lange baue ich eine Musterbaus-Siedlung und nenne einfach eine Sackgasse. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank. Einen schönen Abend. Tschüss. Applaus Applaus Applaus